Zweite Position übernommen. Das Schwesterauto wird sicherlich gleich ebenfalls um eine Position weiter nach vorne rücken, sodass wir also dann das Bild hätten, ja, wir haben es eben schon mal so ein bisschen salopp gesagt, die Moisbater sind stark unterwegs, würden im Moment die Moisbater Teams die ersten drei Plätze belegen mit Phoenix, mit Gatsby auf den Plätzen dann zwei und drei. Ja, die HIT-Mannschaften, das Ganze fortzusetzen, wo fahren die? Auf der im Moment sechsten Position, also da geht vielleicht auch noch ein bisschen was nach vorne und ja, jetzt beobachten wir mal, was wären für Reifen aufgezogen, Intermediatreifen oder geschnittene Slicks, also kein Full-Vet, wie man so schön sagt und auch keine trockenen, profillosen Reifen, deshalb also ein Kompromiss, Das ist gerade vielleicht bei diesen leichten Scheuerchen, wenn es mal so 20 Sekunden regnet, eine gute Lösung, aber man muss jetzt eh zocken. Ähnlich wie wir das damals gesehen haben, als der Land Audi in der letzten Runde eigentlich unplahnmäßig auf Regenreifen gewechselt hat und dann mit einem Husarenritt noch den Gesamtsieg nach Hause fahren konnte, während dieses Auto ebenfalls nach offensichtlich nach einem Einschlag unterwegs ist. Vorne rechts hängt da der Kotflügel ein bisschen unorthodox, gab dann eben nochmal eine gelbe Flagge im Bereich vom Pflanzgarten. Vielleicht war es die 833, kann man wie gesagt nur vermuten aufgrund der etwas langsameren gedrosselten Fahrt und dem ondulierten Kotflügel. Ja, das wichtigste Werkzeug überhaupt kommt auch hier wieder zum Einsatz, Panzertape, um das Auto einigermaßen in Form zu bringen. Ja, da sind schon die richtigen Regenreifen bereit. Ob man die jetzt da aufziehen muss, sollte, tja, gute Frage. Wir haben gesehen, dass bei Schubert dieser Intermediate aufgezogen wurde und das ist natürlich das, was folgt. Sonne und Regen gibt Regenboden. Ja, natürlich ein wunderschönes Bild, ein herrliches Bild, aber Alex Sims hätte liebend gerne drauf verzichtet, auf so ein wunderschönes Bild hier im Bereich Karussell. Hinten die Nürburgrade, also das Bild ist schon fantastisch. Da könntest du, also Caspar David Friedrich hättest du nicht malen können. Mit dem malt ja auch nur Kreidefelsen, ne? Also die Nürburgrade war, glaube ich, noch nicht dabei, ne? So, der Boxenstopp bei der Startnummer 20 dauert noch an, aber wir sind jetzt... Schon beim Tankvorgang, also jetzt geht's weiter. Beziehungsweise der Tankvorgang war schon abgeschlossen, man musste halt die Mindeststandzeit noch absitzen. Zwischenzeitlich, muss man mal schauen. Ja, da hat man tatsächlich einige Positionen verloren. 20 jetzt mit Jesse Krohn unterwegs auf der fünften Position. Wir haben den aktualisierten Stand jetzt eingeblendet. Natürlich die 15 in Front, dann die beiden Gatspeats. Mercedes gefolgt von der 22 mit Christopher Hase, Liko Müller, Patrick Niederhause und René Rast. Liko Müller ist da jetzt am Lenkrad aktiv. Also, durchatmen bei der Schubert-Mannschaft, durchatmen bei den BMW-Fans, die sich natürlich zum 50-jährigen Jubiläum von BMW Motorsport ein Erfolg wünschen. Aber nach dem Abflug, den wir da eben gesehen haben, wird das nicht unbedingt leichter werden. Und wir sehen hier im Bereich Wehrseifen, gelbe Flagge, da scheint links einer abgeflogen zu sein. Jawohl, da stand ein Porsche. Und unterwegs wird der Regen stärker. Die Marshalls zeigen die sogenannte Ölflagge, die gar keine Ölflagge ist, sondern darauf hinweist, dass es eine Verschwitzung gibt. Oder in dem Fall Verbindung mit dem Zeigefinger nach Richtung Himmel, nach dem Motto einsetzender Regenbergwerk ist auch gelb draußen. Also, im Moment wird es wieder richtig schlüpfrig. Haben wir eben gesagt, die Sonne kommt raus, schöner Regenbogen. Ja, wenn wir nach oben gucken, dann haben wir auch blauen Himmel. Aber beobachten, dass die Akteure ganz schön kämpfen, wie Kevin van der Linde jetzt im Bereich der Hohenacht. Also, jetzt ist absolute Vorsicht angesagt, ansonsten landet man ruckzuck im Acker. Ob das jetzt gerade so absolute Vorsicht war, wie er da an dem Espenlaub AMG GT3 vorbeigeht, also haut er auch relativ hart über den Körb. Also, Kelvin van der Linde immer noch auf einer Mission unterwegs, um es mal dezent auszudrücken. Er will es weiter wissen, was hier machbar ist. Er weiß natürlich, dass die beiden Gatsby-Autos hinter ihm weiter Druck machen werden, weiter pushen werden bis zum Anschlag. Er hat natürlich auch mitbekommen, dass der Schubel-BMW jetzt vorerst mal ein gutes Stück zurückgefallen ist. Dass man da diese Probleme nach dem Unfall hatte, das ist ihm natürlich auch bewusst wahrscheinlich auch über Fug gesagt worden. Aber er muss seinen Rhythmus fahren, da interessiert ihn das auch nicht, ob jetzt da hinter ihm der Kollege Götz kommt oder der Kollege Engel kommt oder auf Platz 4 Nico Müller. Kelvin van der Linde wird seinen Weg fahren, sein Mittel fahren. Und da ist die Felix-Mannschaft erfahren genug, um zu sagen, Junge, mach das und das, da kannst du pushen. Du kannst jetzt hier im Bereich Wippermann pushen, da ist alles trocken, da geht es ohne Probleme. Aber pass auf im Bereich Wehrseifenbreitscheid, da ist dann doch noch ein bisschen mehr an Feuchtigkeit unterwegs. Wie immer, alle zwei Stunden nochmal kurz die Highlights für diejenigen, die jetzt erst eingeschaltet haben. Es war eine Schande drum, dass man da so viel verpasst, aber die Summaries, die gehören mit dazu für diejenigen, die ja immer wieder mal eine Pause hatten. Und die Anfangsphase, die war spannend hier, der Kampf zwischen Niki Thiem und Philipp Eng im Rove-BMW auf der einen Seite und dem TF-Sport Aston macht ihn auf der anderen Seite. Die haben ein paar schöne Duelle gemacht, das war ein unschönes Duell. Das Duelle der beiden Brüder, Tri Svanto und Lauren Svanto, und zum Glück haben die beiden Sportwachte gut reagiert, sind weggesprungen, als der Mantei-Porsche, der Crello da, so heftig eingeschlagen ist bei denen im Bereich Anbremsen der hohen Rhein-Schikane. Frühes Haus für den Mantei-Porsche, große Enttäuschung bei der Truppe rund um Niki und Martin Reda. Felix van der Laden macht alles richtig, indem er das Auto direkt raus auf den Randschreifen fährt, zu einem Sportwacht. Der Sportwacht ist auch schnell da. Das Problem ist, bei diesem KTM, es gibt keine Handbremse. Brauchst du eigentlich beim Rennwagen normalerweise auch nicht, aber dann wird der Qualm immer stärker, immer stärker. Und dann muss Felix van der Laden irgendwann mal raus, weil er sagt, ich kriege keine Luft mehr, bevor ich mir eine CO2-Vergiftung einziehe, gehe ich raus. Und dann rollt das Auto, weil da geht es so schnell bergab, rollt das Auto brennend los. Aber auch da Glück gehabt, dass die DMSB-Staffel recht schnell mit dem Feuerlöscher da war. Schellen van der Linden, wir konnten es gerade noch mal sehen, vorne rechts ist irgendwas gebrochen. Man vermutet Dämpferbruch und dann der Abflug im Bereich der Niki-Lauder-Kurve des schnellen Links-Anfahrts. Bergwerkkurve, auch da das frühe Ende, sehen wir das Auto noch mal stehen aus dem Bild des Gesamtführenden Frederic Vervich. Und hier Calvin van der Linden, der im Moment Gesamtführung innehat, aber mit dem anderen Auto, auf dem er gestartet ist, einen üblen Crash hatte, im Bereich Michael Schumacher ist das Auto da vehement in die Reifenstapel pfeffert, nachdem er das Zeichen vom vor ihm fahrenden Porsche einfach missinterpretiert und falsch verstanden hat. Nico Müller räumt den Falken-Porsche ab, der dreht sich, wird dann noch von dem Opel abgeräumt. Der kommt jetzt hier um die Ecke, der kann das gar nicht sehen, der Opel-Fahrer, dass da der Porsche steht und versucht natürlich noch irgendwie vorbeizukommen, räumt ihn aber ab. Ähnlich hier wie dieser Fall, da kann auch der Porsche nicht so viel filmen, weil der KTM-Fahrer ihn da leicht eingibt und dann geht es links ab in die Leihplanken. Auch das ein heftiger Anschlag. Noch in der Dunkelheit. Müdigkeit natürlich in allen Boxen, das war ganz normal, das gehört mit dazu. Und als es dann wieder hell wurde, da geäwigte es Max Hesse, dem BMW Junior, auch da das Auto blitzartig sich weggedreht, rausgehauen und dann im Bereich Schmuckurve rückwärts in die Planken rein. Ja, der neue BMW M4 GT3 jetzt als BMW M4 GT3 kompakt zu verkaufen zum Kilopreis. Und dann ging es wieder weiter mit diesem Reigen der Boxenstops. Da musste man an den Kelvin van der Linde sagen, Junge, gib Gas, du musst weiter pushen, denn der Schubert BMW, der ist uns auf den Fersen. Das ist eng, es bleibt spannend. Und immer wieder diese Kämpfe, diese verschiedenen Rhythmen auch in Sachen Boxenstopp. Und Calvin van der Linde hier im Infight mit der Nummer 11, mit Michael Heimrich im Equip Vitesse-Auto. Und dann sehen wir den Abflug des Porsche Cayman aus dem Hause Matto, der da im Bereich Schwedenkreuz abfliegt. Noch eine Kühlmittelspur auf die Strecke zieht, die nachher dann den Maximilian Götz, der nicht zu verhängniswirkt, aber zumindest mal für ein paar Sekunden den Herzschlag nach oben gehen lässt. Das ist also nämlich auf dieser Kühlmittelspur hier ausrutscht, ins Kiesbett reingeht, aber zum Glück genug Schwung hat, um da wieder rauszukommen. Das hat ihm mehr oder minder das Rennen gerettet. Sehen wir nochmal die Spur und dann hier das Überholmanöver. Heute Morgen so vor einer guten Stunde, als Alex Sims an Elvin van der Linde vorbeigeht. Eigentlich im Nachhinein gesehen eine tragische Situation. Wäre er hinter van der Linde geblieben, dann hätte er der van der Linde zuerst diese Regensituation im Bereich Metzgesquelt gehabt. So ist Sims in Führung. Und dann hier der heftige Abflug des Black Falcon Cup 2 Porsche, das Auto von Tobias Müller, Tim Scherbart, Hakema und Langefeld. Da ist irgendwas vorher schon vorgefallen. Und hier nochmal der Abflug, dann das, was ich gerade sagte, als der Schubert BMW auf die nasse Stelle kommt. Du hast es gesagt, da ist auch der Klickenhaus. Der hat sich auch rausgedreht. Der Einzige, der gut durchkommt, ist Calvin van der Linde. Klickenhaus dreht sich raus. Und hier Alex Sims mit dem Einschlag im Bereich Metzgesfeld. Hat einen Reifenschaden davongetragen, hat dadurch viel Zeit verloren. Hier sehen wir, wie das Auto zurückkumpelt in Richtung Box. Viel Zeit verloren, zurückgefallen auf Platz 5. Und damit vorerst mal, wohlgemerkt vorerst, denn wir haben noch acht Stunden, in denen alles passieren kann vor uns. Also, dieses Rennen bislang, Uwe, es ist unglaublich. Und die Rundenzeiten brechen jetzt natürlich ein. Wir haben mehrere Code-60-Phasen. Vor allen Dingen rund um das Gebiet, Bergwerk, Kesselchen, die Passagen, die aneinander übergehen. So toll dieser Regenbogen auch hier optisch zu sehen ist. Es signalisiert, dass es nach wie vor leicht regnet oder zumindest gerade geregnet hat in Verbindung mit dem Sonnenschein, dieser tollen Regenbogen. Aber die Fahrer haben natürlich jetzt ganz andere Dinge im Blick. Und hier heißt Fahrbahnbeschaffenheit. Ist die Strecke trocken? Wo ist sie feucht? Man kommt hier teilweise um die Ecke und wird überrascht von einer veränderten Fahrbahn. Vor allen Dingen, wenn man vom Trockenen ins Nasse kommt, wird es natürlich besonders tückisch. Und solche Ecken haben wir hier. Und daher ist jetzt absolute Vorsicht angesagt, soweit man von Vorsicht sprechen kann. Weil wenn wir hier sitzen oder sehen bei der Startnummer 3, da hat man natürlich die Hoffnung auf den Sieg noch lange nicht aufgegeben. Bei knapp 7 Stunden und 54 Minuten verbleibender Fahrzeit. Man liegt nur noch 59 Sekunden hinter dem führenden Phoenix Audi A8 zurück. Und das ist alles lösbar. Müssen wir gleich mal schauen, wie die Rundenzeit sich aktuell entwickelt. Ja, in der letzten Runde waren das mal eben 8 Sekunden. Ja, gut 6 Sekunden zugunsten von Maximilian Götz. Ja, das kann man ausrechnen, wie lange das dauert. Und da ist der Phoenix Audi langsam unterwegs. Sind wir da in der Code 60-Phase? Das wäre dann eine Erklärung natürlich. Bis die 15 auf jeden Fall. Also das Spitzenreiterauto, was hier in langsamer Fahrt unterwegs ist. Ich habe von mehreren Code 60-Phasen gesprochen. Und da ist er genau unterwegs. Also, alles gut, Olli. Nichts passiert. Ja, aber da bist du schon im ersten Moment mal wieder am Zug. Und ich hatte auch hier geguckt, gibt es eine Code 60-Zone da in dem Bereich. Ich musste aber dann nochmal neu laden. Mein Timing 71-Zeitnahmemonitor, wo auch die Code 60-Phase angezeigt werden. Ja, da ist dann im Bereich Ausgang, Bergwerkkurve, Anfahrt, rüber, in Richtung Kesselchen. Da steht jetzt rechts ein Fahrzeug. Was steht denn da? Das ist der Klickenhaus, oder? Ja, der müsste ein KTM sein, ja. Michael Mönch. Auf jeden Fall ein KTM, der da im Bereich Anfahrt, Kesselchen steht. Ja, das dauert es. Das ist ein langes Stück, bis der nächste Streckenpost kommt, wo ein Sportfach dann steht und die grüne Flagge schwenken kann. Aber solange der kein Grün schwenkt, darfst du noch kein Gas geben. Jetzt ist grün, jetzt kann er wieder Gas geben. Also, Ab- oder ein bisschen Beruhigung für alle Völix, für alle Audi-Fans, für alle Calvin-Fan. Das war ja auch diese coole Aktion, dann war das am Donnerstag beim Nachttraining, als da die junge Dame dem Patrick im Hintergrund sagte, sie ist totaler Calvin-Van. Und dann ist der Patrick mal rein, hat die Calvin geholt und hat gesagt, Theo, komm mal rüber, mach mal dem Mädchen ein nettes Autogramm auf ihre Flagge und mach mal ein Selfie mit ihr. Das waren doch einfach tolle Bilder, die man da auch mal gesehen hat. Ja, Calvin-Van. Er hat viele Fans, ist ja auch ein sehr, muss man sagen, sympathischer Typ. Es gab letztes Jahr nach dem Norisring-Rennen so ein paar kritische Anmerkungen. Da kann man drüber denken, wie man will, dass seine Aktion nicht ganz so in Ordnung war. Okay, das denke ich auch, aber dass man ihn dann persönlich anfeindet, sogar Hass-Mails schreibt oder sowas, das ist natürlich ein absolutes No-Go. Ich habe auch unter anderem von einem ehemaligen Sieger des 24-Stunden-Rennen da auch bei Facebook gelesen, der muss in den Knast, also so Dinge gehen natürlich überhaupt nicht. Also Calvin van der Linde ist ein ganz, ganz, ganz feiner Sportsmann, der vielleicht letztes Jahr im Norisring beim DTM-Finale nicht gerade seinen allerbesten Tag hatte. Aber ansonsten ist das ein super Typ, ein ganz netter Typ. Und vor allen Dingen, Uwe, und darum geht es ja eigentlich hauptsächlich, ein gnadenlos guter Rennfahrer. Also wir bekommen die Infos der Boxengasse. Danke an die Regie, dass man bei Gatspeed nicht in die Box kommt. Klar, ist ja noch kein Tankstopp vorgesehen, hat man noch einiges an Zeit. Man bleibt draußen, wartet die Wetterentwicklung ab. Die ist nach meiner Einschätzung erstmal wieder trocken angesagt. Hatten zwar unterwegs ein paar Gelbphasen, aber wenn ich mir anschaue, wie der Calvin van der Linde hier in den anderen Passagen unterwegs ist, da scheint die Strecke wieder trocken zu sein. Wir sehen es hier im Bereich Pflanzgarten. Das sollte funktionieren. Ja, welcher KTM da stand, das können wir nur spekulieren. Vielleicht war es die Stuck. Nein, ich hatte die Meldung, Michael Mönch, raus mit Motorschaden. Das könnte der GT4 KTM gewesen sein mit dem Adenauer Michael Mönch, der da im Bereich Kesselchen steht. Wir hatten ihn ja eben gesehen, als er da im Bereich der Guttierkehre ins Kies abgebogen ist, wo er selber gesagt hat, da ist ihm das Talent ausgegangen. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Wer so viel Talent hat, kann es eigentlich nicht ausgehen. Aber ja, kann passieren. Aber beim Motorschaden kann er natürlich in dem Sinne nichts dafür. Kevin van der Linde sucht sich hier seine Linie durch den Kurvenpassage-Galgenkopf. Anfahrt Döttinger Höhe. Lassen wir gleich nochmal schauen, ob Maximilian Götz weitere Zeit abknabbern konnte. Nächste Runde haben wir ja gleich kompletiert. Schauen, wer vielleicht bei den Bedingungen am besten zurechtkommt. Aber da gehen die Zeiten relativ weit auseinander. Werden wir hier die Cup 2 Fahrzeuge sehen, beziehungsweise das führende Fahrzeug der Cup 2 Klasse. Das war auch schon zu Beginn des Rennens die Mannschaft, die den Ton angegeben hatte. Aber zwischenzeitlich hatten wir ja da einiges an Bewegung in dieser hart umkämpften Klasse. Ich glaube, den Fricka Danny Porsche haben wir auch zwischenzeitlich abstellen müssen. Der ist nicht mehr dabei, nachdem sie ja auch um die Führung in dieser Klasse mitgekämpft haben. Also, hart umkämpfte Klasse, muss man wirklich sagen. Die haben uns dieses Jahr schon viel, viel Freude bereitet. Und wie wir an den Rundenzeiten gesehen haben, sehr kompetiv und wettbewerbsfähig. Und wir haben natürlich auch einige Ausfälle. Frikadelli haben wir genannt. Wir haben den Paul Hake mal eben kräftig abfliegen sehen. Also, da wird wirklich gefightet, weil nun mal das ganze Paket zu eng zusammen ist. Und hier haben wir dann tatsächlich auch den Überblick. Platz 2 für die 123. Das ist der Black Falcon Porsche mit Ben Bühner, Gustav Nemet Kaya, Gabriele Piana und Mike Storzberg. Alles richtig erfahrene Cracks in dieser Klasse. Das führende Auto in der Cup 3, das ist die Cayman Trophy, das ist nicht wirklich überraschend Kai Riemer, der auch hier schon seit vielen, vielen Jahren unterwegs ist. Und vor allen Dingen in der Cayman Trophy zu den schnellsten Piloten gehört. Ja, diesen rosa-roten Panther. Ich glaube, wie hat er mir gesagt, der Name Powerchain, glaube ich, ist der Spitzname vom Auto. Und das Geile war, die Overalls waren auch in dieser Farbe. Das sah so lustig aus. Also, Kai Riemer, den kenne ich ja auch schon seit 20 Jahren im Motorsport. Also, mit diesem rosa Overall, pinken Paulchen Panther, wer hat an der Uhr gedreht. Also, das sah schon sehr, sehr lustig aus. Mit der 14 auf dem 14. Platz bislang. Julesen Kowiak im Racing One Ferrari, aber da kommt auch die Meldung Abflucht im Bereich Breitscheid. Ja, sehr, sehr schade. Was wir auch noch ein bisschen noch mal gerade bringen wollen, dass die Fans ja auch ihre Meinung mitteilen können. Wir haben ja diesen Twitter-Kanal, 24k oder Hashtag 24k NBR. Schauen wir uns mal gerade an. Das, was nämlich aktuell ist. 24-Stunden-Rennen ohne Regen, das geht gar nicht. Werner Lehnhardt schreibt, großes Kino am Nürburgring. Ja, das kann man wirklich sagen. Wir brauchen kein Ringkino, sondern das Kino, das ist hier die Nordschleife. Das ist unser Motto. Querdenken tötet. Der hat da auch recht. Auch ein schönes Motto. Was er hat, großes Kino am Nürburgring. Werner Lehnhardt. Was er da geschrieben hat, kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Sowohl das Siegnummer oben links, aber auch seine Meinung. In Sachen, ja, das, was hier läuft, das kann ein Roland Emmerich nicht so gut hinbringen, wie das, was die Protagonisten hier machen. Wie alt muss man sein, um am Renntal nimmeln zu können? Ja, 18, ganz klar. Es gibt Rennselien, da kannst du mit 16 schon mitfahren. Aber für die Nürburgring-Nordschleife, da musst du 18 sein. Sonst geht das nicht. Fährt ja noch jemand nach den ganzen Ausfällen, bin ich über jeden Pferd, der noch fährt, happy. Ja, sind wir auch. Der Rheinische Sauerbraten, ich denke mal, dafür steht das R. Also es ist schon ein Ausfallorgie ohne Ende. Kein 24er ohne Regen. Die Traditionen müssen bewahrt werden. Und oben links auch das Bild von Steve McQueen. Life is racing, Uwe. Das ist auch unser Lebensmotto, oder? Zweifelsohne. Und ich bin sicher, dieses Motto werden auch viele, viele Akteure, aber auch Fans für sich verbuchen. Also schön zusammengefasst dieses Thema. Nürburgring statt Ehering ist auch ein ähnlicher passender Spruch, den wir gerne in dem Zusammenhang immer wieder hören. Nico Müller, der in der Nacht diesen Zusammenprall mit dem Falken-Porsche hatte. Mittlerweile Platz 4, Rückstand auf den drittplatzierten Gatspeed AMG GT3. 30 Sekunden, 35 Sekunden. Rhythmus der Boxenstopps ähnlich. Also da geht auch in diesem Falle noch ein bisschen was nach vorne für die Car-Collection-Mannschaft. Da könnte noch was drin sein, dass man zumindest mal in Richtung Podium fightet. Also wie es aussieht, zweimal Audi, zweimal Mercedes, die Hauptkandidaten im Kampf um einen Klassensieg. Ich denke mal, da geht es richtig eng zur Sache noch. Im Moment der Phoenix Audi mit Calvin van der Linde vorne. Vorsprung eine Minute auf Maximilian Götz mit der Nummer 3 und dann auf Platz 4, Maro Engel. Uwe Winter ist mal kurz ein bisschen nach draußen gegangen, weil wir einen der nächsten Gäste haben hier bei uns. Es ist bekannt für tolle Auftritte im Hause Porsche, aber Porsche, da muss man nochmal weit nach unten gehen. Bis zum Platz 10, um den bestplatzierten Porsche zu sehen. Das ist Earl Bember im KCMG Porsche, dahinter dann Patrick Pellet im Falken Porsche. Und neben mir sitzt Christian Engelhardt. Erstmal herzlich willkommen, hallo. Ja, für die Firma Porsche insgesamt, aber auch für euch im Dynamic Racing Team. Ich würde mal sagen, alles andere als ein schönes Wochenende, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist, wie sieht es, wenn man es ins Klaus-Mann reinschaut. Und generell ist es für uns bei Porsche nicht so gut gelaufen. Das Rennen, viele Zwischenfälle bei fast allen Autos mittlerweile. Und dementsprechend sieht es auch im Moment aus. Bei uns selber hatten wir eigentlich eine gute Nacht mit der 28. und waren so Platz 5, 6 am Morgen optimistisch, dass da vielleicht was geht, sogar Richtung Podium. Performance war gut vom Auto. Bis dahin hatten wir nichts. Und ja, eine kleine Berührung beim Überrunden. Und das war's. Ja, das ist ja überhaupt das Thema des gesamten Rennens. Jetzt hat es relativ viele Porsche erwischt, aber eigentlich überall. Bei BMW gab es Ausfälle, bei Mercedes überall. Hast du den Eindruck gehabt, dass es auf der Strecke besonders hart war, aggressiv? Oder waren das einfach nur, wie sagt man so schön, verkett und glückliche Umstände? Ich hatte das Gefühl, dass es vor allen Dingen am Anfang, in den ersten paar Stunden richtig wild zur Sache ging, auf der Strecke. Hab versucht, mich da aus allem rauszuhalten, ist mir aber dann auch nicht gelungen. Da war einfach, ja, man hat gesehen, es ist ein 24-Stunden-Sprintrennen und so sind die Fahrer das alle angegangen. Und dementsprechend ist dann eben auch viel passiert. Wir gehen mal ganz schnell runter zur Emily. Die hat den Führenden aus der Cup 3, den Carsten Krämer, bei sich. Gehen wir mal ganz kurz runter zur Emily. Ja, genau, Carsten Krämer hier, Führender in der Cup 2. Du bist gerade aus dem Auto ausgestiegen. Erzähl mal, wie war's? Ja, es war schon sehr anspruchsvoll. Also man konnte fast nichts erkennen, weil die Sonne sehr tief stand. Und es hat ja dann doch einiges an Regen gegeben. Und ja, war sehr tricky, aber wir sind gut durchgekommen, wie man sieht. Und wer ist jetzt aufs Auto gegangen und was hast du dem Fahrer jetzt mit auf den Weg gegeben? Weil es ist ja jetzt schon auch in deinem Stint wieder ein bisschen trockener geworden, oder? Ja, genau, der Alexey ist jetzt auf dem Auto und der wird jetzt ein Stint fahren. Und ja, der weiß schon von der Boxen-Crew Bescheid. Wir haben alles durchgegeben, die Jungs haben ja auch Bescheid gesagt. Also wir waren gut gerüstet und hat perfekt geklappt. Wie schätzt du denn die Situation der Cup-Klasse so ein? Ja, die ist ja schon sehr hart umkämpft. Ich meine, wenn da drei Autos innerhalb von, ich sag jetzt mal, zwei Minuten sind, dann... Und man sieht ja auch die Besetzung. Also wir kämpfen da ja schon mit einigen Profis. Bei euch läuft es ja glücklicherweise gerade ziemlich gut. Viel Erfolg weiterhin. Ja, das ist sehr lieb. Vielen Dank dir. Danke dir. Immer noch neben mir Christian Engelhardt. Christian, du bist selber gerade so ein bisschen mit den Augen am Blinzeln, weil die Sonne hier bei uns reinknallt in die Kommentatorenkabine. Andererseits, du hast mit Sicherheit ja auch gerade die aktuellen Bilder gesehen, mit Regen unterwegs. Wie habt ihr das gemacht in Sachen, ja, Spotter um die Strecke? Habt ihr Leute da stehen? Vertraut ihr rein auf Regenradar? Oder wie hat Dynamik die ganze Sache gemacht? Ihr seid ja jetzt nicht so das erfahrene Team, wie zum Beispiel hier die führende Mannschaft von Phoenix. Ja, also wir haben da jetzt keine eigenen Spotter oder sowas um die Strecke. Es gibt, glaube ich, interne Kommunikation da, wo wir schon Infos kriegen vorher. Aber grundsätzlich ist es schon schwierig, weil es kann überall auf jedem Streckenabschnitt plötzlich nieseln und man kommt an und es ist rutschig. Das ist eine der ganz großen Herausforderungen, glaube ich, hier auf der Nordschleife. Genauso wie auch Öl liegen kann oder was weiß ich. Man muss da immer auf alles vorbereitet sein und das ist extrem schwierig. Wir haben da jetzt keine eigenen Sporte dafür. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, ihr seid ein relativ neues Team oder vielmehr Dynamik ist ein relativ neues Team auf der Nordschleife zumindest mal. Direkt mit zwei Autos gekommen, mit einem anderen Reifenpartner als die, die man sonst kennt. Ich fahre mit Pirelli-Reifen, die auch noch nicht so die Erfahrung auf der Nordschleife haben. Ich gehe mal davon aus, das ist ein längerfristiges Projekt, was da geplant wird. Kann ich dir nichts zu sagen im Moment, aber ich kann sagen, dass die Zusammenarbeit sehr, sehr gut war. Wir haben, glaube ich, bei den Vorbereitungsrennen hier noch einige Schwierigkeiten gehabt, die dann aber ausgeräumt, waren hier eigentlich ganz gut sortiert. In Anbetracht der wirklich sehr, sehr kurzen Vorbereitungszeit, wir sind NLS 1 nicht gefahren, dann ist NLS 2 wegen Schnee abgesagt worden und dementsprechend blieb nur NLS 3 und das Colli-Rennen, wobei ich selber nur beim Colli-Rennen am Start war. Und in Anbetracht dieser wirklich sehr kurzen Vorbereitungszeit mit nur zwei Vorbereitungsrennen, da die richtigen Reifen auszuwählen, die Entwicklung hat ja schon letztes Jahr begonnen mit den Reifen. Ich glaube, da haben alle einen Top-Job gemacht und man hat gesehen, dass wir konkurrenzfähig waren. Wir sind in den Top 5 gewesen. Insofern kann man dann nur sagen, Chapeau, war eine gute Arbeit von den Leuten im Hintergrund. Und ja, am Ende stehen wir jetzt ohne Ergebnis da, weil beide Autos ausgefallen sind, aber das ist halt die Nordschleife. Es ist ein extrem toughes Rennen, das Verrückteste, glaube ich, was es gibt auf der Welt. Und so ist es halt. Es gibt es ja viele, die sagen, die Vorbereitung fürs 24-Stunden-Rennen 2023, die fängt. Am Dienstag an. Montag wird noch ein bisschen ausgeruht und nochmal Wunden geleckt, wie man so schön sagt. Und dann geht es los mit Datenanalyse, mit Aufarbeitung, was war gut, was war schlecht. Und ich glaube, wenn ihr dann nächstes Jahr wiederkommen wollt, dann müsst ihr eigentlich im Prinzip mehr oder minder nächste Woche schon anfangen, die Daten rauszuwerten. Oder wie seid ihr Fahrer da auch involviert? Werdet ihr auch natürlich vom Teamchef gefragt? Hör mal, wie hat der Reifen sich verhauten über acht Runden, über fünf Runden? Und ab wann kam der Peak, wo der Reifen runtergeht? Wie werdet ihr damit involviert? Ja klar, wir geben das Feedback teilweise sogar während dem Rennen, während dem Stint. Wir haben ja auch verschiedene Reifen zur Auswahl. Und da versucht man natürlich immer den richtigen Reifen drauf zu haben. Und da gibt man schon während dem Rennen auch hier Runde drei, Runde vier, Runde fünf auf der Döttinger Höhe immer mal wieder ein kurzes Zwischenfeedback. Natürlich hat man ein bisschen was vorher aussortiert, aber es war jetzt einfach auch sehr kalt in der Nacht mit fünf Grad. Das war schon eisig oder heute Morgen. Das sind dann wieder ganz andere Bedingungen und da funktionieren die Reifen wieder ganz anders. Also es ist ja nicht so einfach und da muss man immer die richtigen Entscheidungen treffen. Und klar, wir haben die Vorbereitung für die Zukunft schon nach dem Rennen. Jetzt gibt es schon ein erstes kurzes Feedback der Reifen, weil gut, das hat gut funktioniert. Da haben wir vielleicht noch ein Verbesserungspotenzial. Das geht alles sofort los und man versucht natürlich die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, dann auch zu Papier zu bringen und mitzunehmen fürs Team, auch für die Zukunft. Bist du selber, ich sag es mal dezentlich, der allergrößte Nachtschreifenspezialist, hast ja noch nicht so viele 24-Stunden-Rennen oder NLS-Rennen gefahren. Aber ich glaube auch dann bei dir, ich weiß ja normalerweise geht die Masters, aber die Nachtschreife, die hat schon diese Faszination, dass du da noch hingehen wirst zu Porsche und zu Dynamik und sagen, hier Leute, planten mich bitte wieder ein für nächstes Jahr, ich will wiederkommen, oder? Ja, also speziell das 24-Stunden-Rennen ist einfach gigantisch. Ich hatte die Freude, den Start fahren zu dürfen und allein die Einführungsrunde ist einfach so geil. Du fährst dann rund um die Strecke, alle stehen auf der Strecke. So viele Leute hier, auch toll nach zwei Jahren Corona, jetzt so viele Leute hier zu sehen, unglaublich. Es war überwältigend und das ist einfach eine Stimmung, die man sonst nirgends so erleben kann wie hier. Es ist etwas ganz Spezielles. Insofern war es toll, hier dabei zu sein, auch wenn wir jetzt nicht ankommen. Ein gigantisches Rennen und sicher werde ich versuchen, wiederzukommen. Ja, würde uns denke ich mal alle freuen, vor allem auch wenn das Team wiederkommt und dann einfach auch mal diesen Weg gehen, mal andere Reifen fahren. Man muss nicht immer die französische Marke mit dem großen M vorne haben, um zu gewinnen. Meistens gewinnen die, eigentlich immer gewinnen, die muss man mittlerweile sagen. Ich weiß nicht, wann der letzte Nicht-Michelin-Tiger hier am Nürburgring war. Aber ich denke mal für euch und für die Rallye eine tolle Gelegenheit, sich so sukzessive immer mehr ranzupirschen an die Top-Teams im Hause Porsche mit Michelin-Reifen. Ich glaube, wir waren nicht weit weg davon. Wir lagen auf Platz 5, 6 in dem Moment, wo es passiert ist. Man weiß jetzt auch nicht, was am Schluss noch passiert. Kommt noch ein bisschen Nieselregen oder was weiß ich. Da war man schon eine Schlagdistanz, nicht weit dahinter. Insofern war es schon für den ersten Anlauf, glaube ich, ein Top-Job von Pirelli da im Hintergrund. Auch von Dynamic, meinem Team, als neues Team hier auf der Nordschleife. Wir haben alle einen guten Job gemacht. Sonst wären wir nicht in die Position gekommen und dass dann was dazwischen kommt. Das ist halt Motorsport und speziell auch hier, das ist auch das 24-Stunden-Geraden. Da habe ich ja eben gesagt, du bist nicht so der allererfahrenste Nordschleifenfahrer. Habe ich dir nicht übel genommen. Das stimmt, das kann ja jeder nachlesen. Auch die anderen Fahrer im Team, Thomas Breining, Matteo Cairoli, Adrian Helene, Friedrich Schandorfer mit dabei für ein anderes Auto. Allesamt nicht so die Routinesi-Krex. Geht ihr dann noch hin und bekommt ihr vom Mantei, vom Falken Tipps, Daten etc.? Vielleicht kommt so ein Kevin Estre mal zu dir und sagt hier, hör mal, Mutkurve geht im fünften Gang 218, 215. Fragt ihr da, kriegt ihr Antworten? Unterstützt man sich bei Porsche intern auch? Oder müsst ihr alles selber erarbeiten? Es ist schon ein Stück weit alles selber erarbeiten. Aber Matteo ist ja letztes Jahr auch auf dem Crello gewesen und hat das Rennen schon gewonnen. Also hat, glaube ich, schon hier eine gute Pace und viel Erfahrung. Und auch ich habe ja Tests gefahren und die Vorbereitungsrennen gefahren, 2020 bei Falken hier gefahren. Insofern schon ein Stück weit, die Erfahrung ist nicht null. Aber klar, es ist weniger wie im Sprintbereich, wo ich hauptsächlich unterwegs bin. GT Masters, GT World Challenge, da kenne ich alles natürlich aus dem FF. Und Nordschleife ist eine lange Strecke, da gibt es immer was zu lernen, immer was zu verbessern. Ich glaube auch Kevin Estre, wenn der schaut, da gibt es sicherlich immer noch irgendwo was zu verbessern. Weil hier kann man nie alles ganz perfekt machen. Anders als im Qualifying jetzt auf einer Sprintstrecke, wo man, wenn man alles zusammenbringt, auch mal eine perfekte Runde schaffen kann. Ich glaube, das geht hier gar nicht. Hast du so einen speziellen Streckenabschnitt, wo du sagst, der gefällt mir super gut? Und einen, wo du sagst, da komme ich irgendwie nie so richtig zurecht? Wo du sagst, ich weiß zum Beispiel, wenn ich gefahren bin, Klostertal-Kurve, dieser doppelte Epex, den man da fahren musste, irgendwie habe ich den nie getroffen. Hast du da irgendwie so Stellen, die du magst, die du nicht magst? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt sicher Stellen, wo ich mich schon richtig wohlfühle, andere Stellen, wo ich noch drin arbeite, mich dort wohlzufühlen. Aber ich glaube, es hat auch jeder. Und dann kriegt man auch die Unterstützung vom Teamkollegen, vom Kai Wohli oder was auch immer, der auch wirklich mal Datenanalyse mit euch macht. Ja, wir setzen uns als Fahrer da ja schon alle hin und wir gucken uns die Onboards an, wir gucken uns die Daten an. Dann sieht man schon, hier der eine Fahrer ist dort vielleicht ein bisschen schneller, der andere dort vielleicht ein bisschen schneller und versucht dann untereinander halt so das Optimum zusammenzubauen. Da hat man ja heutzutage alle Möglichkeiten. Das gab es früher als nicht. War vielleicht auch besser, weiß ich nicht. Aber heute kann man sich das alles anschauen und an sich selber arbeiten. Jetzt hast du gesagt, ihr seid eben auch mit dem anderen Auto ausgeschieden, hat es jetzt noch ein paar Termine, musste es praktisch zu uns kommen, noch mal Rede und Antwort stehen. Ansonsten geht es gleich heim, Feierabend oder bleibst du noch hier, guckst du noch das Rennende ran? Ja, ich weiß nicht, ob ich bis Rennende bleibe. Auf jeden Fall bleibe ich noch ein bisschen hier, schaue noch ein bisschen zu und da mal schauen. Also ich habe jetzt keinen festen Plan, ich bin mit dem Auto hier, also bin ich ganz flexibel mit der Abreise. Ich werde sicherlich aber schauen, dass ich vor Rennende wegkomme, um hier nicht jetzt in den wilden Stau zu kommen. Weil ich glaube, es sind so viele Leute hier, da wird richtig was los sein, auch bei der Abreise später. Ja, wobei es heute am Sonntag, na doch, Sonntag nach dem Rennen, ummitteln nach dem Rennen wird es schwierig. Ja, dann sage ich Dankeschön, Christian Engelhardt, war schön, dass du hier warst. Es ist auch mal schön, dann ja nicht die Leute zu sehen, die im Moment immer nur auf Platz 1-2 liegen, sondern auch die, die einen argen Rückschlag hatten oder arge Rückschläge hatten, dass sie auch Rede und Antwort stehen. Deshalb bedanke ich mich ganz besonders bei dir, dass du, obwohl ihr mit beiden Autos ausgefahren seid, hier warst und erklärt hast, was los war. Vielen Dank, Christian Engelhardt. Danke und dir noch viel Spaß beim Kommentieren. Dankeschön. Ja, damit geht der Blick nochmal raus aufs Gesamtglasmoor. Wie sieht es aus im Moment? Rundenzeiten, Calvin van der Linde fährt eine 8,28. Heißt also im Prinzip, Code 60-Phasen scheinen aufgehoben zu sein. Muss nochmal hier auf dem Laptop schauen, wie das aussieht, ob noch irgendwo was gemeldet wurde in Sachen Code 60. Nein, alles aufgehoben, keine Code 60er mehr vorhanden. Und ja, damit die Rundenzeiten jetzt wieder schneller, wieder deutlich schneller. Wir hatten gesehen, dass, wie gesagt, Calvin van der Linde soeben drüber kam. Nach 8,28 ist jetzt unten im Bereich Müllenbachkehre, Gutierkehre, während Maximilian Götze zweiplatzierte, jetzt aus seiner 108. Runde zurückkommt. Dann werden wir dann den Abstand sehen. Es waren eben eine Minute zwei. Wird auch im ähnlichen Bereich sich bewegen, denn die Sektorzeiten waren ziemlich ähnlich wie bei van der Linde. Er hat da eine Sekunde, war er vielleicht schneller, da hat er eine halbe verloren. Eigentlich selber Rundenzeit wäre es gewesen, wenn er durchgefahren wäre. Aber es ist seine, ja, achte Runde gewesen. Deshalb kommt jetzt Maximilian Götz rein. Hat da auch ein Doppelstint, wird dementsprechend gleich übergeben. Wird dann das Auto, ja, freimachen für den nächsten Fahrer. Wen haben wir da? Ist das Schiller? Müssen wir mal gerade schauen. Schiller oder Christodoulou? Ne, Schiller war ja eben drin. Dann müsste dann der Adam derjenige sein, der jetzt übernimmt. Adam Christodoulou, der von Maximilian Götz übernimmt. Und dann Maru Engel, somit derjenige, der gleich Platz zwei übernimmt und wirkt hinter dem Phoenix Audi. Also vorne Phoenix Audi mit der 15, Kelvin van der Linde. Platz zwei in die Box gefahren, Maximilian Götz, der übergibt an Adam Christodoulou. Und dann auf Platz drei das andere Gatspeed-Auto mit Maru Engel. Platz vier im Moment für den Car Collection Audi mit der 22 und die Truppe rund um Nico Müller, der im Moment am Lenk hat, kurbelt. Und dann auf Platz fünf zurückgefallen nach diesem kleinen Ausrutscher da im Bereich Metzgeräu. Das fällt Jesse Krohn, der damit von Alex Sims übernommen hat und damit Platz fünf für die Schubertruppe. Siebeneinhalb Stunden haben wir noch, Holly. Siebeneinhalb Stunden, wo sich noch einiges verschieben kann. Hier kommt der nächste Gatspeed Mercedes. Das müsste dann konsequenterweise Maru Engel gewesen sein mit der Startnummer vier. Geht dann quasi vorbei am Schwesterauto, was ja nach wie vor in der Box steht. Aber auch da erwarten wir demnächst wieder mal Besuch hier in der Boxengasse. Und zwar nach der nächsten Runde wäre mal wieder Nachtanken angesagt bei der Startnummer vier. Maximilian Götz schaut sich sein Auto an. Gab es da möglicherweise irgendwo noch mal Kampffspuren? Ja, ich denke mal, das ist noch dieser Ausrutscher im Bereich Ahrenberg. Dass man da noch mal wirklich guckt, ob da irgendwelche Kiesbrocken sind. Ja, wir hatten eben gesehen den Abflug da vom Black Falcon Porsche im Bereich Hohenrein-Schikanne. Ich habe gesagt, da muss irgendwas passiert sein, so blitzartig wie der nach rechts abgebogen hat. Und Emily, frag doch mal den Teammanager, den Timo Frings, ist da irgendwas vorher passiert oder war es ein Fahrfehler? Ich kann es mir nicht vorstellen. Timo Frings, oben in der Kommentatorenkabine wurde gerade schon direkt gefragt, war es ein Fahrfehler? Oder wie ist das passiert? Wisst ihr das schon? Wir haben noch keine Informationen vorliegen. Wir haben die Daten gezogen. Denken wir, müssen wir mal zu Hause analysieren, in der Werkstatt analysieren. Momentan können wir noch keine Aussage dazu treffen. Auto ist sehr abrupt ausgebrochen, wenn man anbremst, war sie da. Aber momentan kann ich noch nichts dazu sagen. Noch keine weiteren Infos. Paul war auf dem Fahrzeug, das Wichtigste eben, wie geht es ihm? Paul geht es gut, natürlich moralisch etwas angeschlagen, nach einem harten Kampf über die Nacht mit dem Kramer-Auto und dem zweiten Auto. Aber gut, das ist halt 24-Stunden-Rennen, das ist bis zum letzten Rennen, das ist alles möglich. Und jetzt, nächstes Jahr kommen wir jetzt wieder und dann geht es weiter. So soll es sein. Nächstes Jahr sehen wir euch auf jeden Fall wieder. Vielen Dank. Natürlich ist man da niedergeschlagen. Er hat natürlich durchaus noch Chancen in Sachen Cup 2. Im Moment Platz 2 für Ben Bühnagel. Allerdings sieben Minuten der Rückstand auf die führende Mannschaft von Carsten Krämer Racing. Aber Uwe, wir haben ja gesehen, wie schnell das hier alles sich ändern kann. Und genauso wie beim Black Falcon Porsche mit Paula Kema. Da so ein plötzliches Ausbrechen kam, das Auto verlieren kann, da sehen wir auch einen groben Rutscher bei der Nummer 3 bei Adam Christodolo. Neue Reifen, neu im Auto, neuen Rhythmus muss er erstmal finden. Es sah ein bisschen komisch aus da runter in Richtung Müllbach-Schleife, aber alles gut gegangen, Adam Christodolo. Vielleicht hat er auch ganz bewusst mal das Auto so leicht in so ein Zicken gebracht, damit er merkt, wie ist der Reifen, welche Temperatur hat er, welchen Grip-Level habe ich schon. Denn an dieser Stelle da runter in Richtung Müllbach-Schleife ist das alles auch noch relativ, ja, gefahrlos. Wenn du da ein bisschen rausrutsch, dann passiert nicht allzu viel. Kann gut sein, dass er das bewusst gemacht hat. Davon gehe ich auch mal aus, mein lieber Olli, weil das sind die ersten Meter nach dem Boxenstopp. Und gleich auf der Nordschleife, da muss der Reifen funktionieren. Und Adam Christodolo ist da erfahren genug, dass er das hier nicht übertreibt. Man ist im Moment, würde ich sagen, relativ safe, was die Zeiten anbetrifft. Klar, der Boxenstopp hat natürlich jetzt gedauert, aber die Kollegen müssen ja ebenfalls gleich in die Box kommen. Wann ist die 22 fällig? Ja, das wird noch zwei Runden dauern, wenn ich das hier so richtig überblicke. Aber so wird sich das Ganze verschieben. Und ich bin mir sicher, bei den Teams, da gibt es jetzt schon Hochrechnungen. Wenn man sagt, okay, wir haben noch sieben Stunden, 25 Minuten etwa zu fahren. Hochgerechnet bei regulärem Verlauf. Und jetzt wird es nochmal richtig eng für Calvin van der Linde, der den weiten Außenbogen genommen hat. Und der Cayman, der zur Überrundung anstand, schien innen die Linie freimachen zu wollen. Also das sind so diese Aha-Momente, die ein Fahrer in solch einem Fahrzeug wahrscheinlich 117 Mal während eines 24-Stunden-Rennens erlebt. Ein Teil davon kriegen wir da mit, wenn wir gerade mit der Kamera oder Onboard drauf sind. Also auch wenn wir jetzt nicht mehr so viel Dichtenverkehr haben, wie in der Anfangszeit, als um 16 Uhr gestern Nachmittag das Rennen gestartet wurde. Solche Manöver sind nach wie vor vorhanden. Vielleicht lässt auch an der einen oder anderen Stelle die Konzentration nach, weil nicht nur wir sind durch die lange Nacht an der einen oder anderen Stelle etwas müde. Und das gilt genauso für die Fahrer. Aber gut, Adrenalin kompensiert einiges, aber solche Aufmerksamkeitsfehler, die können auch durchaus jetzt in dem letzten Drittel des Rennens passieren. Ja, zumal jetzt Calvin van der Linde hat jetzt auch einen Doppelstint gefahren. Ist jetzt schon seit fast zwei Stunden am Auto. Der wird auch gleich, wenn der aussteigt, das werden wir dann sehen. Der wird ziemlich fertig sein. Das ist schon, obwohl du Top-Profi bist, konditionell auf absolut höchstem Level dich bewegst. Die haben ja auch da ihre persönlichen Coaches, Physiotrainer, aber auch Psychotrainer, also Mentaltrainer, wird ja alles gemacht. Also trotz allem wird der, wenn der gleich aussteigt, erstmal richtig durchatmen, mal richtig verschnaufen und sich erstmal ein bisschen sammeln müssen. So ein Doppelstint. Und dann bei diesen, gerade bei diesen schwierigen Bedingungen, mit Regenschauern irgendwo zwischendurch mal. Das macht auch die Psyche relativ, oder strengt die Psyche relativ stark an. Calvin van der Linde, ja, seinen letzten Meter in diesem Stint. Und dann wird der übergeben. Den haben wir noch mit auf dem Auto. Werwisch, Vantor, Freins. Vantor war ja eben schon drin. Also ich denke mal, dass Frederik Werwisch jetzt übernehmen wird. Der müsste eigentlich vom Rhythmus her dran sein, nachdem, wie gesagt, Vantor und Van der Linde jeweils den Doppelstint hatten. Ja, bei Werwisch kommt hinzu, da ist die Allzweckwaffe bei Audi, sage ich immer. Und der Tourenwagen-Weltcup, jahrelang dabei gewesen. Das war auch teilweise für dieses Jahr geplant, aber dann gab es Terminkollisionen. Und so hat man gesagt, da konzentrieren wir uns auf den GT-Sport, während der Spitzenreiter jetzt auch wieder planmäßig in die Box kommt. Wir haben es angekündigt, da steht der nächste Stopp an, beziehungsweise auch der Fahrerwechsel. Werwisch ist extrem zuverlässig, schnell, macht wenig kaputt und der wird also jetzt mutmaßlich dann den Audi übernehmen. Aufpassen müssen wir noch auf den Gesamtplätzen 8 und 9. Luca Stolz, im Moment schneller als Matteo Trudi. Also da ist der Rückstand relativ knapp gewesen bei der letzten Durchfahrt. Müssen wir nachher nochmal genau schauen. Und ja gut, da war dann auch der Boxenstopp des HLT-Mercedes. Somit ist also stolz vorbeigegangen. Da war es recht, war vier Sekunden schneller in der letzten Runde als Trudi. Und hat auch nur noch einen Rückstand auf Trudi von 7 Sekunden, wenn ich das richtig sehe. Er müssten 7 Sekunden sein. 10 Sekunden, 10,8 Sekunden, um genau zu sein. 10,8 Sekunden Rückstand. Und wenn er vier Sekunden pro Runde schneller ist, kann man ja, braucht man keinen Matheleistungskurs, um da irgendwie festzustellen, dass es noch knappe zwei Runden dauern wird. Bist stolz in dem Bereich des Car-Collection-Audis mit der 24 und Mattia Trudi kommt. Wechsel ist vorzogen. Gibt es schon die Umstellung beim System, beim Driver-ID-System noch nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne die Helme nicht so gut wie den Patrick Simon, der wüsste jetzt genau, wer da drin sitzt. Aber, ja, entweder Werwisch oder auch, du hast ihn gerade in höchsten Tönen gelungen, den Frederik Werwisch. Wenn es Robin Freins ist, kann man eigentlich die Wörter genauso wiederholen. Er ist auch sauschnell und auch nahezu fehlerfrei. Frederik Werwisch kommt die Meldung. Danke an den Dieter Forstreiter, unseren Regisseur. Also das, was wir vermutet hatten. Stimmt dann auch, passt in der Tat. Hier sehen wir den hellblauen Helm. Der Weg kann uns werden da drauf, ich habe das richtig gesehen. Zumindest hat er Werbung für die Come2You-Mannschaft, für die er in der Vergangenheit ja auch schon unterwegs war. Und, ja, kann auch durchaus sein, dass er für dieses Schnellrestaurant Werbung macht. Ja, warum nicht? Wenn man so zwischen zwei Stints mal so einen schönen Big Mac reinziehen, ich glaube, das wird dann eher weniger der Fall sein. Das gibt es ja auch, das ist vielleicht auch gar nicht mal so interessant, haben wir auch in den letzten Jahren immer wieder mal ein bisschen beobachtet. Und auch das ganze Thema drumherum, Verpflegung, Nahrung, Massagen, Mentaltrainer habe ich eben schon mal angesprochen. Das gibt es mittlerweile alles. Das hat alles mittlerweile ein Level angenommen, der unglaublich ist. Früher bist du hier hingekommen, samstags morgens gekommen, bist samstags morgens das Bolli fein gefahren. Du hast dich dann beim 24-Stunden-Rennen mit deinem einen Teamkollegen abgewechselt und bis Sonntag haben wir daheim gefahren. Jetzt hier läuft das alles komplett anders, mit allem drum und dran, mit Radarstationen irgendwo hinten, Kommandozentralen überall, Fitnesstrainer, Mentaltrainer etc. Das ist mittlerweile Höchstleistungssport, das kann man gar nicht mehr anders sagen. Früher haben sich häufig zwei Piloten ein Auto geteilt, über 24 Stunden. Und ja, hören gerade, gibt es offensichtlich Probleme für den Klickenhaus im vierten Sektor? Nee, Purple. Purple, Purple, ah. Schöne Probleme, sagt er. Trouble, Trouble verstanden. Ein akustisches Problem. Also der Klickenhaus ist flott. Insgesamt muss man sagen, die Rundenzeiten sind wieder zügig. Wir haben die 820er Marke an der Spitze bereits unterboten. Il Bember fährt eine 815. Also wir haben jetzt wieder einigermaßen gute, um nicht zu sagen sehr gute Bedingungen. Es ist trocken, es ist nicht zu warm. Die Verkehrsdichte hat nachgelassen. Also da könnte man sogar die schnellste Runde noch anpeilen, aber dafür gibt es nichts zu gewinnen. Also die 811, 63, der Startnummer 12 von Lukas Stolz gefahren. Die ist hier nach wie vor erwähnt auf unserem Zeitnamemonitor. Aber es gibt keine Extrapunkte, es gibt keine Pokale. Also ja, wer es mag, kann es gerne versuchen, Oli. Ja, in der Tat, Frederik Werwisch, jetzt auch hier zwar noch gelb eingeblendet, aber auf unserem Zeitnamemonitor, da steht das Kürzel VEL für die Driver-ID von Frederik Werwisch, der jetzt übernommen hat. Nico Müller ist im Moment noch vorne, der wird aber nach der nächsten Runde reinkommen zu seinem Boxenstopp. Er hat dann auch einen Doppelzinn. Da müsste er auch ein Doppelzinn gewesen sein. Es ist ja auch relativ egal. Sehen wir, wie der Falken-Porsche mit der 33 und Patrick Pellet weiter aufs Kies kommt. Ja, der beste Porsche, in der Tat Christian Engelhardt, der war ja eben, hier hat es gesagt, ein enttäuschendes Ergebnis für die Zuffenhausener Platz 10 nur für Earl Bamber. Da hat man sich mit Sicherheit mehr auf natürlich das Problem, zwei der absoluten Top-Autos direkt raus. Das Toxport WRT-Auto sehr früh schon die Kollision gehabt mit Niki Lolli im Rove-BMW. Hier an der Stelle, wo wir jetzt hinkommen, nämlich die Dolce-Kane. Ja, der Mantai-Porsche, den Crash von Laurens Vanto, den haben wir jetzt mehrfach gesehen. Ich denke mal, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr näher drauf eingehen, da weiß jeder Fan, der jetzt zusieht. Was da geschehen ist, ja, bei Falk mit der 44 Probleme, Dynamik mit beiden Autos raus, KCMG hatten auch relativ früh schon ein Problem, deshalb auch nur Platz 10 für die. Du musst fehlerfrei bleiben. Schubert-BMW, der einzige BMW, der ansatzweise fehlerfrei war. Dieser eine Ausrutsche da im Bereich Metzgesfeld vor gut und gerne einer Stunde, der hat zumindest mal drei, vier, fünf Minuten gekostet. Man ist von Kampf um Platz 1 auf vier zurückgefallen. Also das war dann schon ein bisschen eine harte Nummer für BMW, die ganzen Ausfälle. Ja, wie gesagt, vorne musste fehlerfrei bleiben. Nico Müller, der war nicht ganz fehlerfrei, der hatte eine Kollision mit dem Falken-Porsche, dadurch auch diese Strafe bekommen von einer Minute 32, die er da absitzen musste. War natürlich auch ärgerlich für den Schweizer DTM-Piloten. Ja, aber ansonsten fehlerfrei bleiben, wer das in meinen Augen klar am besten macht, natürlich die 15er-Mannschaft von Phoenix, aber auch die beiden Getspeed AMG GT3-Uwe. Ich glaube, da kann man auch nur den Huf verziehen bislang. Größtenteils alles gut gegangen, der kleine Ausrutscher von Götz im Bereich Ahrenberg-Kurve. Ja, der hat, was hat man gesagt, zehn Sekunden gekostet. Ansonsten war das auch relativ okay. Ja, und vor allen Dingen, er hat es mit relativ viel Routine gelöst. Er kam da auf diese glatte Spur, die der Cayman da gelegt hatte und hat dann einen Radius gewählt, ohne den Mercedes in einen Dreher reinzuzwingen, um festzuhängen im Kiesbett. Sondern er hat wirklich einen Radius gewählt, um Schwung zu behalten, um wieder rauszukommen. Auch das spricht für die Erfahrung und die Routine, die beispielsweise ein Maximilian Götz im Getspeed Mercedes mitbringt. Du hast es auch schon häufiger bei anderen Gelegenheiten erwähnt. Nur mit viel Erfahrung kannst du hier auf der Nordschleife um Erfolge fahren. Wir haben es bei einzelnen Teams gesehen, die kommen, sind schnell, aber auf die Distanz gesehen gibt es immer wieder mal Probleme. Und es wäre wirklich ein Glückstreffer, wenn man hier mit einem mehr oder weniger einmaligen Start oder vielleicht noch einem Vorbereitungsrennen ernsthaft um den Gesamtsieg mitkämpft. Deshalb ist es also für uns höchst normal, wenn wir hier die bekannten Protagonisten, wenn ich die Teams sehe, im Ergebnis weit vorne sehe. Wenn wir uns die ewige Statistik angucken des 24-Stunden-Rennens, wird das auch in den meisten Fällen bestätigt. Insbesondere in den letzten 10, 15 Jahren haben wir eigentlich kaum noch ein Exoten-Team dabei gehabt. Exoten-Team in dem Sinne nach dem Motto, da kommt ein Team mit vielleicht einer großen Motorsportgeschichte außerhalb vom Nürburgring und fährt hier den anderen um die Ohren. Das mag punktuell mal funktionieren, vielleicht auch wenn die Rahmenbedingungen passen, aber in der Summe gesehen muss alles aussortiert sein. Wir haben es eben mal angedeutet, wer die wenigsten Fehler macht, keine Fehler, glaube ich, hat an diesem Wochenende niemand für sich in Anspruch nehmen können. Und so kommen diese Ergebnisse zustande. Ja, wenn ich mir einfach mal die Gesamtsiegermiste anschaue der letzten Jahre, es sind wirklich die Teams, die regelmäßig mit dabei sind, sowohl in der NLS als auch beim 24-Stunden-Rennens. Letztes Jahr Mantei, der Sieger davor, war es das Rufeteam, davor war es das Phoenix-Team, davor Mantei, davor Land, davor Black Falcon. Und dann muss man sagen, 2015, das war mal so ein Team, die nicht ganz so die Routinen, die Erfahrung hatten. Das war das Audi-Sportteam WRT, aber die hatten natürlich auch diesen Audi-Background. Und WRT ist schon ein Team, da muss man schon sagen, obwohl die nicht die ganz große Nordschreifen-Erfahrung haben. Aber die haben ja mittlerweile bewiesen, auch in der LMP2, was die für ein Kracher-Team sind. Und es war ja lange ein sogenanntes offenes Geheimnis, dass sie das Team werden, die für Audi in der WIC dann den Einsatz stemmen werden. Und dann kam ja leider die Meldung, dass Audi das ganze Projekt gecancelt hat. Also WRT, die hätten es schon verdient gehabt. Die haben 2015 mit den Fahrern Christopher Mies, Edward Sandström, Nico Müller und Laurence Vanthor bewiesen, dass man das machen kann, dass du hier gewinnen kannst, ohne ganz große Erfahrung. Aber es ist in der Tat eher die Aushamme. Ja, Maro Engel steht bei Emily hier unten und der hat mit Sicherheit vieles zu berichten. Von diesem, ja, sehr dubiosen Stint mit kleinen Regenschauern zwischendurch. War bestimmt anstrengend für Maro Engel, runter zu Emily. Ja, wir haben Maro Engel hier. Wie war dein Stint? Du bist gerade frisch aus dem Auto rausgekommen. Der erste war sehr gut und beim zweiten haben wir dann den Cold Cut drauf gemacht, wegen dem Regen. War, glaube ich, die richtige Entscheidung. Das Problem war nur leider, dass der gesamte Bereich, der nass war, war relativ schnell Code 60. Und dann konnten wir da unseren Vorteil leider nicht ausspülen. Ja, ein bisschen ärgerlich, aber gut, so ist es. Bei deinem Auto geht es jetzt auch noch weiterhin um die Spitze. Es ist aber trotzdem so, dass der Phoenix Audi mit der 15 immer auch ein Stückchen immer vor euch ist. Wie ist jetzt so eure Strategie? Ja, es ist ein bisschen ein frustrierendes Rennen bisher, weil die Pace ist da. Die Pace ist wirklich sehr, sehr gut im Auto. Aber wir haben immer wieder ein paar Rückschläge mit Cold Sixty Phasen, die unpassend sind. Oder jetzt wie eben das mit dem Reifen, natürlich da, wo wir den Vorteil ausspielen hätten können, war Cold Sixty. Und in den anderen Passagen, wo wir einen kleinen Nachteil haben, mit dem Katzele X, da war halt grün. Und irgendwie läuft das Rennen so ein bisschen in die Richtung für uns. Aber gut, das sind noch sieben Stunden zu fahren. Wir pushen weiter. Und das ist ja jetzt noch definitiv ziemlich lang zu fahren. Also was sind das fast ein Dreiviertel NLS-Läufe? Also von dem her kann noch viel passieren. Ja genau, in den sieben Stunden kann noch viel passieren, das stimmt. Viel Erfolg, bis später. Ja, da hatten wir kurzzeitig einen neuen Audi in Front, nämlich die 22. Kam hier als Spitzenreiter bei Start und Ziel vorbei. Aber dann ist er in die Boxengasse eingebogen, planmäßig nach acht gefahrenen Runden. Also da ist Nico Müller am Lenkrad unterwegs. Und Frederik Werwisch hat nach dem Boxenstopp dann die Führung wieder übernommen. Das Spielchen kennen wir. Gleich werden die Get-Speed-Fahrzeuge sicherlich auch wieder vorbeiziehen, während dieses Fahrzeug von dem Team Audi Sport Team Car Collection, also an der Bewerberbeschriftung schon zu erkennen, das ist der Bergseinsatz. Das ist alles, was mit Audi Sport beginnt und dann der Teamname dahinter kommt, Audi Sport Team Car Collection. Also dieses Werksauto wird jetzt abgefertigt. Wir haben ja das Gleiche auch mit der Startnummer 15, den Spitzenreiter Audi Sport Team Phoenix. Da kann man also dann direkt lokalisieren, wo haben wir einen privaten Einsatz, wie im Falle der Startnummer 5 in dem Fall. Und wo haben wir den Werkseinsatz, nur am Beispiel von Team Phoenix mit der Startnummer 15. Ja, vielleicht dazu auch passend, aber die Frage kamen auch oft rein, was ist denn eigentlich mit Wolfgang Land und seinem Team Land Motorsport, warum sind die nicht dabei? Wolfgang Land hatte gesagt, klar, ich bin dabei, mach's gerne, aber Audi hat gesagt, okay, du kannst einen Werkseinsatz für uns machen, musst aber nebenbei auch noch einen privaten Einsatz stemmen, genauso wie Phoenix das macht, genauso wie Car Collection das macht. Und dann hat der Wolfgang Land gesagt, das kriege ich nicht hin, da kriege ich im Moment bei dieser wirtschaftlichen Situation keine Sponsoren für, so ein Auto noch zusätzlich zu stemmen. Ich hatte ja im Laufe des Wochenendes mehrfach die Zahlung genannt, wir reden da über eine mittlere sechsstellige Summe. Und dann hat er gesagt, das kriege ich im Moment nicht hin, er hat ein paar gute Fahrer, die auch relativ frisch sind, was die Kohle angeht. Aber da hatten wir eben schon mal die Frage, wie alt muss man sein? Du musst mindestens 18 sein und die Ovega-Brüder, die sind noch nicht alle 18, die hätten das vielleicht finanziell irgendwie hinbekommen. Aber der Wolfgang Land hat gesagt, nein, privaten Auto kriege ich nicht hin. Dann hat Audi gesagt, ja, dann kriegst du auch kein Werksauto. Ja, ist eine Taktik oder eine Vorgabe von Audi, man muss sie akzeptieren, ob man sie gut findet, müssen andere entscheiden. Somit gibt es drei Werksautos. Es gibt das Werksauto von Phoenix mit der 15, der insgesamt führt. Und dann die Car Collection, zwei Autos. Erst war es nur einer, der als Audi-Sport-Team Car Collection genannt wurde. Dann wurden aber dann beide Autos, unter anderem ja auch das Auto mit der 24, mit Patrick Kolb, auch dann zum Werksauto mehr oder minder hochgestuft. Wo ist da der Unterschied? Der Unterschied ist einfach ganz klar die Finanzierung, was dahinter steckt. Wahrscheinlich auch das ganze Feedback in Sachen Datenanalyse, Datenauswertung. Da werden die Audi-Ingenieure vom Werk natürlich den private eingesetzten Teams ihre Tipps geben, werden aber ihre Hauptaugenmerke darauf richten, was die Werksautos direkt machen. Ja, das ist die Vorgehensweise im Hause Audi. Ähnliche Diskussion wird es vielleicht geben, dann in einigen Wochen bei den 24 Stunden von Sparfranco schon. Da dürfte aber WRT mehr als gesetzt sein. Und da müssen wir mal schauen, wie die weiteren Paarungen möglicherweise aussehen. Es gibt ja auch Teams, die für bestimmte Rennen noch einen größeren Erfahrungsschatz mitbringen. WRT wäre sicherlich auch in der Lage gewesen, hier Autos einzusetzen. Aber sei es drum. Das ist natürlich oft eine Herstellerentscheidung, ob man auf zwei Autos offiziell setzt oder auf mehr. Hier geht man in die Breite, erhöhen sich logischerweise die Chancen. Trotzdem kann man durchaus auch ganz spitz dran gehen, während der Dutch hier gerade wieder sich in Wehrseifen versucht eng zu machen, weil da kommt der Spitzenreiter an. Ein anderes Auto hat vorher schon zur Überrundung angesetzt. Aber alles hat man hier fair und freundschaftlich gelöst, sodass das Ganze hier ohne Komplikation für Frederic Berwisch gelaufen ist. Der Vorsprung müsste ja ungefähr bei 55 Sekunden liegen bei der letzten Durchfahrt, wenn ich das so richtig überblicke. Also alles noch machbar. Ja, durchaus noch alles drin. Zumal die Wetter-App ja immer noch sagt, gegen 15 Uhr kommt nochmal so ein Schauer. Und das haben wir ja eben gesehen, vor einer guten Stunde, was da passieren kann. Ein kleiner Regenschauer und das ganze Thema ist wieder komplett neu aufgestellt, ändert sich komplett. Im Moment die Rundenzeiten richtig schnell. Lukas Stolz fährt eine 8.14 Uhr, im Moment der schnellste Mann im Feld. Mathia Trudi 8.15 Uhr. Dann haben wir Christo Dolo mit einer 8.19 Uhr. Wir haben ein paar 8.17 Uhr-Zeiten aus dem Porsche-Haus mit Earl Bamber und Patrick Pelé. Ja, und wir hatten eben schon mal das Thema gehabt, Uwe, was kannst du machen, wenn du ausfällst, zu Fuß nach Hause gehen? Könnte David Ackermann? Denn der wohnt, ja, ich würde mal sagen, von allen Teilnehmern fast am nächsten. Der steht bei Emily. Runter zu Emily und David Ackermann. Ja, genau, David Ackermann hier auch ortsansässig. Ihr seid jetzt 5. Grad bei euch in der Klasse. Ihr hattet einen Getriebeschaden, habt ein neues Getriebe eingebaut. Du warst jetzt gerade auf dem Auto. Wie läuft es denn gerade? Ja, das Auto läuft jetzt gut. Es gab gerade eine kleine Nieselschauer. Das war wieder spannend. Das war das typische Eifelwetter. Aber ansonsten hat es Spaß gemacht. Getriebe funktioniert und jetzt geht es weiter. Und ja, noch liegen wir ganz hinten. Aber wir werden uns jetzt, haben wir noch 8 Stunden Zeit, uns nach vorne zu arbeiten. Und das machen wir jetzt. Wie ist das so als Ortsansässiger? Bist du dann auch einfach schon wirklich als 18-Jähriger immer auf der Nordschleife direkt unterwegs gewesen? Und kennt sie daher auch wirklich in- und auswendig? Ja, also ich war schon als junger Bub mit 12, 13, habe ich das Rennen geliebt. Ich habe seit meinem 13. Lebensjahr jedes Jahr 24-Stunden-Rennen gekämmt. Und habe immer vom Zaun gestanden und gesagt, irgendwann möchtest du mal selbst fahren. Und ja, irgendwann habe ich mir diesen Traum verwirklicht und ich lebe jetzt meinen Traum. Und du bist ja auch mit der ganzen Familie dabei, ne? Alle helfen mit. Erzähl mal dazu ein bisschen was. Gut, es geht ja nur, wenn man so einen Rennsport macht, muss er die Familie mitziehen. Und ja, bei uns ziehen die nicht nur mit, sondern sie machen auch mit. Und alle sind dabei. Jeder hat seine Aufgabe, vom Brötchen schmieren bis zum Tanken. Jeder macht was und ich finde das toll. Und dann kann man das das Wochenende mit der Familie verbringen. Sehr schön, so soll das sein. Vielen lieben Dank, viel Erfolg noch. Familiensport auf der einen Seite, die Profis auf der anderen Seite. Das Ganze spielt hier zusammen. Und so erleben wir ein Motorsport-Happening. Natürlich läuft es nicht immer so ganz glatt, so ganz rund. Darüber wird man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch diskutieren, was man vielleicht optimieren könnte im Zusammenspiel. Die Großen und die Kleinen oder die Schnellen und die Langsamen, wie immer das bezeichnen. Marc, es geht nur ein Miteinander, hat irgendein kluger Kopf während unserer Berichterstattung aus Fahrersicht gesagt. Und dem können wir uns nur vollumfänglich anschließen. Es macht keinen Sinn, nur ein Rennen für Big Bangers zu machen. Dann ist das Ganze sehr überschaubar. Dann haben wir vielleicht 35, 40 Autos. Und dann wird das für euch, liebe Fans draußen, auch ein bisschen tröge, weil ihr lebt ja auch die Abwechslung. Abwechslung, wie gesagt, vom, sag jetzt mal, kleinen Dacia über den VW Golf, über die TCR-Autos, die Cayman, Porsche bis hin zu den GT3 Bulli. Für mich soll es das jetzt erst mal gewesen sein. Meins dient, wie man ja im Motorsport sagt, jetzt auch erst mal beendet. Kurze Pause für mich. Ein bisschen Nahrung aufnehmen, Kaffee trinken, Brötchen essen. Eddie Mielke steht schon bereit, wird jetzt für mich wieder übernehmen. Uwe, mit dir was will man vergnügen. Ich bin um 12 Uhr wieder da und dann hören wir uns nachher. Dankeschön, bis später. Danke, lieber Olli. Das Vergnügen war ganz auf meiner Seite und freue mich dann nachher auf unseren letzten Part für dieses Wochenende, den wir gemeinsam bestreiten werden. Frederik Werwig im Bereich der Grand Prix-Strecke unterwegs mit einem leichten Trifffinkel in der AMG Arena. Das Ganze aber absolut unter Kontrolle. Platz zwei für Adam Christodulo, der jetzt hier im Bereich Tiergarten unterwegs ist. Der im Bereich, wo wir ja doch einige haarsträubende Manöver gesehen haben für den Mercedes-Benz Gatsby-Piloten. Kein Problem, der kennt sich hier aus am Nürburgring, ist quasi wirklich zum Nordschleifen-Experten. Mutiert, obwohl auch gerne rechts und links woanders unterwegs ist. Achten müssen wir nicht auf die Sportwarte. Ich glaube, da liegt noch ein bisschen klein uns nach den diversen Einschlägen. Jetzt kommen auch die Bilder dazu. Also, dieser Posten, der kann heute Abend zu Hause bei der Family oder bei Freunden und Bekannten eine ganze Menge erzählen, was er hier am Nürburgring erlebt hat. Ja, Uwe, das ging ja gestern schon mit dem Grello los da auch an ähnlicher Stelle. Und da sind wir wirklich heil, heil froh, dass da nichts passiert ist. Jungs, danke für euren Einsatz da. Das ist ein Mega-Job ohne den hier, dieses geilste Autorennen der Welt. Und da lege ich mich einfach fest, trotz anderer Arbeitgeber, das ist hier eine unfassbare Nummer. Und Uwe, ich war gerade tatsächlich mal in der Lage, so ein Stündchen Powernap zu machen, während es hier Bobbycar-Alarm gibt. Und das Beste der letzten Nacht, nur für mich persönlich, war nicht die verschmutzte Fahrbahn auf dem Weg zu unserem Hotel. Nee, das Beste war erst die heiße und dann die kalte Dusche und Klamottenwechsel. So, und jetzt haben wir 9 Uhr, wir fahren im Bereich Hatzenbach mit Frederik Werwisch. Und jetzt müssen wir uns mal nochmal bei ein paar Leuten bedanken, lebensrettende Maßnahmen. Das beste Avocado-Brot, was ich seit Langem zu mir genommen habe. Das gibt es nämlich bei den Ladies Rund um die Anna, Tenten, die Agentur, die da die Loge vom Hubert Haupt Racing Team schmeißt. Und ich habe selten Menschen kennengelernt, die trotz dieses Stressprogramms so gute Laune vermitteln, so hilfsbereit sind. Also, meine Damen, ihr habt definitiv mal mehr als ein Gut. Das sind lebensrettende Maßnahmen an Kommentatoren-Stimmbändern, die ihr da für uns durchführt. Dann ist ja nicht nur so, dass ich mich da mit einem Sturz-Cappuccino heute Morgen so ein bisschen in die Spur gebracht habe. Nee, Uwe, wenn du einen Birchermüsli brauchst, hinter dir, mit frischen Früchten. Also, so viel nur dazu. Aber so viel dazu, das hier, das sind die Bilder, die uns begeistern. Und wir sind unter sieben Stunden angelangt. Wir haben noch 6,59 Uhr auf der Uhr. Und wir haben den Audi vom Sportteam Phoenix bei den Fans, die auch langsam wach werden und das Ganze mit Feuerwerk zelebrieren. In Führung, sagenhaft, was wir bisher an Action gesehen haben. Nur, Uwe, knappe sieben Stunden. Ich glaube, das Ding ist noch lange nicht durch. Da kann jederzeit irgendwas wieder passieren. Absolut. Die Zeiten an der Spitze sind komprimiert beieinander. Also, die ersten vier bewegen sich innerhalb von zwei bis drei Sekunden Abstand oder Differenz pro Runde. Und wir haben eben einsetzenden Regen erlebt. Die entsprechenden Eskapaden. Neuer Regen ist nicht auszuschließen. Wiederum gelbe Flaggen im Bereich vom Bergwerk. Und daher also alles offen. Und in der Boxengasse ist Patrick jetzt wieder dabei. Und da gibt es irgendwo, glaube ich, ein technisches Problem. Nicht bei dir, Patrick, aber bei einem Teilnehmer. Na ja, meine Felge läuft auch nicht mehr so ganz hundertprozentig runter bei die 3,22. Das Auto war eigentlich schon 10 Boxen weiter. Man hat versucht, das Auto anzuschieben, weil irgendwie der Starter nicht mehr funktioniert. Aber das hat nicht richtig geklappt. Jetzt schiebt man ihn ganz tief in die Box hinein. Müssen gucken, dass wir da noch Empfang haben. Aber hier wird jetzt erstmal der Wagenheber angesetzt. Die Haube vorne aufgemacht, um dann rauszufinden, was das Problem ist. Wir fragen mal, den Werkholt. Der saß gerade noch auf dem Auto. What's the problem with the car? We don't know. Aber was ist das Problem? Eigentlich vorher gut. Der vierte Gang kratzt ein bisschen beim Einlegen. Aber jetzt sprang er nicht an. Das weiß ich nicht. Das bin ich schuld. Ja, bist du schuld. Du hast ihn falsch abgestellt, Frank. Wir haben vorhin schon mal gesprochen, dein erstes 24-Stunden-Rennen. Wie war es bis dato? Also ich bin überrascht, wie toll das ist. Ich bin nur begeistert. Und ab und zu habe ich ein bisschen Angst, wenn diese unglaublichen Autos vorbeikommen und die auch teilweise echt draufhalten. Was macht man dann? Ducken und warten, bis der Sturm vorbei ist? Eigentlich hat man das Gefühl, die Profis können es am besten. Die wissen genau, wo die zu überholen haben. Und dann gibt es so etwas in der Mitte. Da habe ich immer Angst. Die fahren über die Wiese. Die fahren über die Wiese. Jetzt gucken wir, dass das Auto möglichst wieder in Schwung kommt. Wir bleiben dran und geben so lange zurück zu euch. Ja, und dann gibt es so etwas in der Mitte. Auch eine interessante Formulierung. Ja, und da war ungefähr so etwas hier gemeint. Achtung, der nächste Einschlag. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, die 122 da. Unglaublich. Also da auf der Kuppe das Auto verloren. Leicht geworden. Die Kontrolle im Black Falcon Porsche von Peter Ludwig, Noah Nagelstieg, Reinhold Renger und Mike Rosenberg. Ich würde mal sagen, da ist jetzt auch Feierabend. Das war ein kapitaler Fehler von Peter Ludwig oder Peter Ludwig, wie wir manchmal sagen. Ein Deutscher, der in Amerika lebt und immer wieder für die Rennen nach Europa fliegt. Der hat auf der Kuppe das Auto zu stark über den Körb gefahren und dann gab es nichts mehr. Da gab es kein Halten mehr. Da war er nur noch Passagier. Er war relativ gut unterwegs bis dahin mit seiner Mannschaft. Während wir noch mal kurz in die Klassen hineinschauen. Die 223 führt in der VT2-Klasse, wo wir eben ja auch das Malheur beim Boxenstopp gesehen haben. Also die 223, das ist die Mannschaft von Axel Jan-Ulrich Schmidt, Robert Hinzer und Lutz Wolzenburg im VW Golf 7. Also da haben wir das Auto, glaube ich, in Anfahrt zum Brünnchen. Und ja, wie sieht es unten aus in der Boxengasse, lieber Patrick? Ja, wenn die Füße aus der Fahrradtür rausschauen, weißt du, dass einer ganz tief mit seinem Kopf da unten im Fußraum in der Pedalerie am Arbeiten ist. Kupplungsgestänge hat sich ja ausgehakt. Das muss man jetzt richten. Da stehen die große Schraubenkiste daneben. Einer tief mit dem Kopf unten drin, kriegt das Werkzeug angereicht. Und man ist optimistisch, dass es gleich weitergeht. Kurioses Bild. Sehr kurios. Aber was haben wir nicht alles an kuriosen Bildern erlebt? Das ist überhaupt nicht kurios. Das ist eine Schrecksekunde. Hier und sofort auch wieder unsere DMSB-Staffel, unsere Sportwarte, unsere Marshalls. Alle sind da. Jeder Handgriff sitzt. Die Flaggensignale. Und die werden da gleich schnell aufgeräumt haben und das Auto geborgen haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ärgerlich, ärgerlich. Man lag auf der vierten Position in der Klasse, ganz eng mit den anderen Kollegen zusammen. Und jetzt gibt es eine ganz interessante Super-Slow-Mo. Nämlich aus unserer Kamera hinter der Leihplanke, die sich dann anschließend wohl verabschiedet. Nochmal die Situation. Wir überholen, wird jetzt zu weit nach außen getragen, trifft den Körb. Und dann ist das Auto nicht mehr zu halten. Ja, Feierabend für die 122 nach diesem kräftigen Einschlag im Pflanzgarten. Also haben die anderen beiden auch Glück gehabt. Der Hyundai und der BMW, die da beholt worden waren. Aber das war dann an der Stelle vielleicht zu ambitioniert, zu viel gewollt. Schnellste Rennrunde nach wie vor. Luca Stolz, 8, 11, 6, 3, 9. Also der 12er Mercedes, der im Moment auf der achten Position notiert ist, 8, 11, 6, 3, 9. Bei dem ganzen Dreck, der da auf der Strecke liegt, also sensationell. Und damit das zweite Auto aus dem Team Black Falcon, was sich da innerhalb von kurzer Zeit spektakulär verabschiedet. Paul Hakemer hat den Anfang gemacht. Ja, im Bereich der Bremsschikane oder beim Anbremsen der Bremsschikane vor Start und Ziel. Und jetzt etwas später Peter Ludwig mit der 122. Man hat natürlich einige Autos eingesetzt und kommt entsprechend auch schon mal in die Situation, hier das eine oder andere Auto abschreiben zu müssen. Man liegt noch auf Platz 2 in der Klasse mit der Startnummer 123. Mit Ben Bünagel, Mustafa Mehmet, Kaya, Gabriele Piana und Mike Störsberg. Aber die Werkstatt, die wird in den nächsten Wochen genug zu tun haben. Ja, und Patrick Siemann ist auch in der Werkstatt hören, oder? Naja, das sieht zumindest aus wie in der Werkstatt. Eins der beiden Dynamic Autos, das von Kairoli Engelhardt, Krom Ledogar und Thomas Breining. Die Jungs sind schon richtig gut drauf. Die haben gesagt, na gut, wir haben nächste Woche schon wieder das nächste Rennen. Und bevor wir jetzt den Schrott einladen, irgendwo nach Italien gucken, um das wieder zu richten, machen wir das doch gleich hier. Ich meine, hier ist Platz. Die Mechaniker sind da. Die Mechaniker sind bezahlt. Und dann hat man jetzt mal kurzerhand diesen Elfer vorne komplett gepflückt. Das ist ganz interessant. Wir sehen den kompletten Tank. Das ist dieser FT3-Tank, der dort vorne drinnen sitzt. Den hat man rausgebaut. Wir sehen die Kultflügel rechts und links. Wir sehen die Radträgereinheit vorne. Ich meine, das ist wirklich mal ganz interessant, sich das jetzt hier in Ruhe anzuschauen. Es gibt ein paar Kabel, die hier langlaufen. Für ABS und für Raddrehzahlgeschichten. Das sind die Anlenkpunkte oben, Anlenkpunkte unten. Das ganze Uniball. Wenn man sagt, ja, mein Fahrwerk ist Uniball gelagert. Das sind so Uniball-Gelenke, die bei einem Serienauto mit so einem Gummi versehen werden, um das ein bisschen komfortabler zu machen. Hier alles stiff gelagert. Die Chims, das sind diese Platten, die man reinschraubt, um Verstellungen vorzunehmen. Früher hat man da mit einer Schraube längs gedreht, wie bei einer Spurstange ähnlich. Mittlerweile macht man das bei den GT3-Autos mit sogenannten Chims, um hier Einstellwerte zu verändern. Ja, auf der Seite sieht man ganz schön diesen Bremskühleransatz. Also die Schläuche, die vorne in der Stoßstange liegen, gehen dann hier hin und führen die Kühlluft auf die Bremsscheibe, die normalerweise auf der anderen Seite dransitzt. Ja, Rathausschalen liegen da rum. Ein Kühlerschacht insgesamt für diese Entlüftung. Was haben wir noch? Auch ganz interessant hier. Fahrwerke, das sind die Stoßdämpfer, die ja immer wieder mehrfach verstellbar sind. Also hier kann man zum einen natürlich die Höhe verstellen, um das Auto tiefer und höher zu legen, beziehungsweise die Vorspannung, eigentlich verstellt man die Höhe auch hier über diese Schims, aber die Drehräder, um Zugdruckstufe in allen möglichen Varianten zu verstellen. Und das ist ganz interessant. Hier sehen wir auch einen Schaden, dieser Vorderbau, Lenkung plus den Stubby. Den Stubby, den man nutzen kann, um einfach auch dem Fahrwerk nochmal beim Einlenken eine Ablastung auf der gegenüberliegenden Radseite entsprechend härter oder weicher zu gestalten. Also ganz interessant. Die Jungs machen hier weiter, machen das ganz relaxed. Ja, und wir geben zurück zu euch. Die müssen nur gucken, dass die für nächste Woche fertig sind. Da ist Rock am Ring. Ja, Rock am Ring, das nächste große Thema hier. Da wird rund um die Strecke schon aufgebaut. Ja, und klasse. Das ist auch ein bisschen Bildungsfernsehen, was wir hier machen, Uwe. Also der Patrick weiß ja wirklich alles. Und ich lerne da nochmal richtig was zu in Sachen Technik. Also die 15 im Audi. Frederik Vervic führt das Rennen an. Vor allem Chris Dudoulou mit der Mercedes mit der Startnummer 3 auf der zweiten Position. 44 Sekunden dahinter. Dann haben wir Daniel Hunkadea im Vierer Mercedes auf der dritten Position. Nico Müller im Audi mit der 22 auf der vierten Position. Und Christian Krognes im Schubert BMW. Drudi im Audi auf der 6. Dann Stolz auf der 7. Dann haben wir das Auto mit der 16, den Audi auf der achten Position. Nico Bastian im Sechser Mercedes auf der 9. Ein bester Porsche. Eine Enttäuschung für Porsche dieses 24-Stunden-Rennen nach dem Sieg im letzten Jahr. Das ist der Falken Porsche gefahren im Moment von Patrick Pillay. Von dem nächsten Porsche Mitte 18. Das ist Dennis Olsen. Dennis Olsen, Uwe, das ist so einer, der wird vielleicht sogar auf Regen hoffen. Denn der Norweger ist eine Macht, ist eine Waffe im Regen. Ja, und hier sehen wir das Schubert-Auto im 50-Jahre-BM-Design. 6 Stunden 49 Minuten. Hast du auch das Gefühl, dass die Uhr in Zeitlupe runter tickt? Ja, aber wenn ich mir die Rundenzeiten anschaue, da sehe ich noch eine Menge Potenzial, Eddie. Ich sehe, dass die zwei Platzierten sieben Sekunden schneller waren als der führende Audi. Und die drittplatzierten weitere acht Sekunden. Also, da sind mal eben 15 Sekunden Differenz in einer einzigen Runde zwischen dem Gatspeed-Mercedes mit der 4 und dem Spitzenreiter. Also, das ist alles noch nicht in trocknen Tüchern. Ja, da wird ein bisschen gekuschelt, ein bisschen nach Hause geschrieben. Schlaf wird bei den 24 Stunden eh überbewertet. Auch für Patrick Simon. Ja, das ist nicht richtig. Aber ich finde ja spannend, dass er mit den Handschuhen seinen Kopf so ein bisschen davor schont, dass er keine Kante von dem Werkzeugwagen nachher auf der Schläfer hat. Das ist mit Seitenunterstützung. Und das ist hier Freestyle. Das ist einfach Kopf in den Nacken hängen lassen und so ein bisschen hoffen, dass er nicht absickt und dass die Sabberspur eigentlich ganz gut im Inneren der Jacke weglaufen kann. Wie weckt man ihn nachher, wenn das Auto wiederkommt? Wie wird er geweckt, wenn das Auto gleich wiederkommt? Auch irgendwann brüllt einer über den Funk und dann wecken wir den schon noch wieder auf. Das geht dann automatisch. Ihr hört ja alle mit. Wir sehen das hier schön in deinem Ohr. Und wenn dann der Ingenieur ruft, Auto kommt, dann ist es automatisch ein Weckruf. Ja, dann wird man relativ schnell wieder wach. Und dann muss gleich wieder alles sitzen. Ist das automatisiert, dass er gleich weiß, ich muss den vorderen Reif nehmen, ich muss das machen? Ja, das ist auf jeden Fall Routine mittlerweile, gerade nach der ganzen Zeit jetzt heute. Und wenn wir den aufwecken, dann funktioniert der direkt. Viel Spaß weiterhin noch. Und jeder sucht sich so seine Entspannung, bevor es dann entsprechend weitergeht. Patrick, die Jungs da unten, wir haben die blonden Haare gesehen bei HRT im Hubert Haupt Racing Team. Ja, die haben sich, zumindest die, die auf dem einen Auto arbeiten, vorgenommen. Und haben dann auch alle, ja, das Färbemittel benutzt. Einfach mal passend zur gelben Farbe der Hubert Haupt Racing Team Autos einfach mal blondieren. Soviel zum Thema Frisuren bei HRT. Wir sehen hier den Kampf und auch die Positionsveränderung zwischen der 12 und der 24. Lukas Stolz ist vorbeigegangen an Matteo Trudi, liegt jetzt bereits auf einem guten sechsten Rang. Gut unter Berücksichtigung des Rückschlages oder des Rückstandes, den man sich da gestern eingefangen hat in einer Kollision. Man hat Runde um Runde forciert Gas gegeben und Lukas Stolz hat hier den Rückstand kontinuierlich verkürzt. Und auf der Grand Prix Strecke hat er den Weg gefunden vorbei an Matteo Trudi, der auch weiß, wie man das Gaspedal üblicherweise zu bedienen hat. Also die beiden sind richtig flott unterwegs, was man von ihm, das dem Porsche von Peter Ludwig leider nicht mehr sagen kann. So, der ganze Schrott ist da jetzt auch langsam weggeräumt. Da kommt nochmal das Putzkommando, da kommt das Bindemittel. Und hier sehen wir das aus der Perspektive von Patrick Pillay in langsamer Fahrt. Der wird sich jetzt kaum abwarten können, bis da endlich wieder grün ist. Bloß nicht vorbeifahren, lieber Patrick Pillay. So, da ist grün und exakt in dem Moment, zack, rauf auf den Pinsel und los geht's. Weiter geht's für Patrick Pillay in den Top 10. Bester Porsche, ja, wer weiß, vielleicht geht da ja noch ein bisschen was. Denn 6 Stunden 45 können verdammt lang sein. Ja, und den Porsche erwarten wir jetzt gleich. Nicht in der Box, oder? Doch, der müsste gleich in die Box kommen, sodass... So, dass dann Olsen wieder die Möglichkeit hat, die Wertung des besten Porsche hier zu erobern. Da kann er sich auch nichts verkaufen. Aber vielleicht gibt's da schon so ein bisschen den Wettbewerb mit den Markenkollegen. Also der KCMG Porsche in lauer Stellung gegenüber dem 33er Falcon Porsche. 112 Runden zurückgelegt und wir haben neun Autos bis hin zu Mercedes mit der Startnummer 6 im Moment pilotiert von Nico Bastian. In dieser 112. Runde geht dann also gleich in die 113. Runde. Ja, und das ist auch eine Wohltat, Uwe. Nach dem kürzesten 24-Stunden-Rennen aller Zeiten im letzten Jahr durch die endlos lange, ich glaube neuneinhalb Stunden waren es am Ende, Unterbrechung durch Nebel, haben wir jetzt hier ja wirklich viele, viele Runden, die wir abgespult haben. Und das wird auch noch so weitergehen bis 16 Uhr. Hier nochmal anbremsen, Patrick Pille, rausbeschleunigen und dann, zack, genau, richtig, da kommt er rein. Wo ist der Strich? Speedlimiter, 60 kmh, Service beim Falcon Porsche. Hier haben wir mal wieder Porsche klingt im Pitlimiter, alles routinierte, perfektionierte und einstudierte Eingriffe. Und Patrick, der kann nichts besser als auch einen Boxenstopp kommentieren, bitte Patrick. Naja, es ist nicht nur ein Boxenstopp, sondern man hat sich auch entschieden, vorne die Bremse zu wechseln, weil man ganz klar sagt, es geht nicht über die komplette Distanz mit einem Bremsbelag. Und wir haben ja schon Varianten gesehen, wo man nur den Belag wechselt. Hier hat man eine komplett neue Zange mit einem Schnellverschluss, das ist dieses rote Ende. Sehen, das ist alles gemeinsam schon entlüftet worden. Und man kann jetzt, wenn man diese Bremszange mit zwei Schrauben gelöst hat, dafür hat man hier diesen Elektroschrauber parat liegen, dann das ganze System abnehmen. Und dann vorne wird parallel nochmal der Bremsflüssigkeit, der Behälter geöffnet, dass das nachlaufen kann. Der Schraubenzieher steckt drin, dass man jetzt gleich nicht die heiße Bremszange da anpacken muss. Und dann ist der ganze Kolben bzw. die ganze Zange mit der Scheibe runtergenommen worden. Und jetzt geht die neue Variante drauf. So macht man das im Hause Falken. Der Schrauber sitzt schon wieder. Und dann gehen die Schrauben, die zwei fest. Drehmoment muss man natürlich beachten. Aber das kann man ja über so einen modernen Akkuschrauber mittlerweile relativ easy einstellen. Und dann wird am Ende nur noch die Bremsleitung mit diesem Schnellverschluss miteinander verbunden. Und dann ist das ganze Ding wieder safe. Da musst du in Form von Jackson Evans, der jetzt reingestiegen ist, auch ein wahnsinnig großes Vertrauen haben in das System, dass wenn du jetzt rausfährst aus der Boxengasse, da voll in die Bremse latschst und das Ding wieder richtig auf Spannung ist. Wir gucken mal, wer ausgestiegen ist, um damit Patrick Pied vielleicht nochmal kurz zwei Worte zu wechseln. Wir sehen ihn schon, hat den Helm abgenommen und schaut schon wieder rein. Gucken wir mal, da haben wir einen. Patrick. One second. How was it? It was okay. I just get something in my eyes, so I drive just with one eye, but it was okay. No chance to do anything against it. I mean, you have gloves and stuff like that. Yeah, I know, I know, I don't know, I have something, but it's okay. The car was good and fortunately we have a puncture, so we have to make an extra GP for nothing. But yeah, condition was tricky when it started to rain, especially we know our tire didn't like so much, but other than that, the car was good and we keep going. And still in the race, I mean, it's a big point already after we've seen so many drama already. Good luck for the final seven and a half hours. Yeah, thanks. Patrick, zurück to euch. Immer wieder interessant, Patricks Technikstunde. Da merkt man, dass der Patrick sehr viel mit Porsche-Fahrzeugen zu tun hat. Also, wir haben wieder gelernt, wie das Ganze im Falkenteam umgesetzt wird, weil jede Sekunde zählt, natürlich auch bei diesen größeren Reparaturen. Und so ein Bremsscheibenwechsel ist nun mal nicht mit der normalen Standzeit automatisch immer zu handeln. Und daher ist es interessant, welche Ideen man entwickelt, während man hier die Idee hat, möglichst ohne größere Schäden wieder zurück nach Starten. Ziel zu kommen, Reifenschaden, der nächste Reifenschaden hier. Daher langsame Fahrt für unseren Porsche-Piloten hier auf der Döttingenhöhe. Von da aus würde ich sagen, noch ungefähr 1,8 Kilometer. Dann hat er die rettende Boxengasse hoffentlich erreicht. Ja, das hat sich ja auch schon angedeutet im Rahmenprogramm bei der WTCR, die die beiden Rennen abgesagt haben, ganz kurzfristig, weil sie eben halt auch massive Probleme mit den Reifen hatten. Uwe, die neu asphaltierten Abschnitte, die geglätteten Bodenwellen in bestimmten Bereichen, die wir auf dieser Strecke haben, die führen dazu, dass sich ja auch der gesamte Rhythmus einer solch schnellen Nordscheifenrunde geändert hat. Da gehen jetzt auf einmal Ecken voll, die vorher nicht voll gingen. Und das führt zu vielen, vielen Diskussionen. Da sind wir dann auch wieder bei der Aktion zwischen den beiden Brüdern, zwischen Laurenz und Dries Fantor. Da sind viele, wenn man sich so ein bisschen umhört, der Meinung, dass das gar nicht gegangen wäre früher, wegen der Bodenwellen, dass die da überhaupt an der Stelle nebeneinander so einen Kampf durchführen. Ja, das verändert natürlich das Ganze ein bisschen. Und das verändert auch den Stress, den das Material hier erleidet beim ADAC-Total. Victories, 24-Stunden-Rennen. Eine neue Situation in vielerlei Bereichen. Also schauen wir mal. Man tastet sich ans Limit ran. Und wenn die Strecke schneller wird, dann erhöht sich logischerweise dann auch das Limit an der entsprechenden Stelle. Der Porsche, der da in langsamer Fahrt zurückkommt, müsste die 397 gewesen sein, hören wir von der Regie. Das Team Sebastian Rings, Lukas Pickert, Arnau-Pierre und Alexander Köppen. Letzterer Spezialist für den Aufbau von historischen Rennwagen. Also wer da Unterstützung braucht oder was sich anschaffen möchte, ist da bei dem Alexander Köppen, der selber auch im historischen Motorsport zu Hause ist. Sicherlich gut aufgehoben. Und da gibt es ganz viel Ölbindemittel im Bereich des Pflanzgartens. Klar, der Kühler des Porsche ist beim Aufprall in die Leihplanken, also von Peter Ludwig der Porsche, nicht dieser Porsche, kaputt gegangen. Und das ist wie Schmierseife. Da ist ja kein normales Wasser drin, sondern diese Kühlflüssigkeit ist wie Öl. Und daher also jetzt großflächig Ölbindemittel und ja, großflächiger Schutz quasi auch für den langsam fahrenden Porsche hier im Bereich der Hohen Rheinschikane, der wirklich extrem langsam unterwegs ist. Hinten rechts hat sich der Reifen gelöst. Ob die Reifenschäden jetzt in Verbindung mit dem neuen Asphalt sind, ob es andere Gründe gibt, was hier zu den Schäden führt. Also oft sind es ja irgendwelche, ja, Splitterteile, Kunststoffteile. Die Pri nennt die Rentleitung halt immer die Situation. Die scharfkantigen Plastikteile, die die Reifen zerstören, sind die häufigste Ursache. Das ist ganz klar. Und ja, man wird es weiter beobachten, ob das jetzt schwerpunktmäßig bei der WTCR ein Thema ist. Das ist speziell für diese Fronttriebler in Verbindung mit dem Einheitsausstatter. Hier haben wir ja eine bunte Mischung an Reifenherstellern. Auch da müsste man mal gucken, ist da ein Hersteller besonders betroffen? Oder gibt es da vielleicht gemeinsame, ich möchte jetzt nicht sagen Schnittmengen, weil das passt eigentlich ganz gut zu der Thematik Schnittmenge. Ja, wie sieht es aus in der Klasse V6397? Das ist die Mannschaft, die jetzt gerade reinholt, die 228 auf 2. Da müsste man nachher mal gucken, wie groß der Rückstand dieser Mannschaft ist. Also die Führung hatte man auf jeden Fall bis dahin inne. Und ja, unten natürlich Patrick Simon im Einsatz. Ja, Uwe, das Auto wurde von einem Intervention-Car begleitet, weil man natürlich gesehen hat, dass man da in langsamer Fahrt unterwegs ist. Die Mannschaft ist parat, klassischer Schlagschrauber, drei Wagenheber nimmt man und dann der Lollipop-Mann. Das gehört auch bei den Kleinen dazu. Wenn wir uns umdrehen, sehen wir, wie schön das Auto sich da vom Reifen schon von der Felge gelöst hat. Der Schaden blieb in Grenzen, weil man die Geschwindigkeit eben genauso angepasst hat. Ja, und jetzt braucht ein Wagenheber. Das geht hier gemütlich, ja, wird runtergesetzt. Zwei auf der rechten Seite und einer auf der linken Seite. So kriegt man das Auto mehr oder weniger komplett hoch, muss aber das Auto ein Stück anlupfen, um überhaupt erst mal unter den Wagen zu kommen. der natürlich tief liegt. Und wenn der Reifen hinten rechts runter ist, liegt er zu tief. Also interessante Variante. Zwei Wagenheber rechts und einer auf der linken Seite. Und somit schafft man den Elfer komplett in die Luft zu heben, um hier die vier Räder zu tauschen. Hinten rechts mit dem Schaden gehen natürlich jetzt komplett vier neue Pellen drauf. Die Radmuttern so wieder drauf zu fummeln, das ist eigentlich die größte Aufgabe. Die haben eine Temperatur über die Radnarbe, aber dann musst du sie auf diesen Bolzen jedes Mal drauf führen. Man kann das mit dem Schlagschrauber auch direkt drauf fixen, aber dann haben wir möglicherweise Situationen, wie wir sie vorhin bei einem der Teilnehmer gesehen haben, dass du diesen Radbolzen damit so hinüber machst. Und wenn du während des 24-Stunden-Renns einfach öfters wechseln musst, dann ist die Gefahr, dass es irgendwann nicht mehr passt, einfach zu groß. Aber man hat das im Griff bei Köppen Motorsport. Auto ist auf der linken Seite schon wieder runter. Rechts legt man jetzt noch die letzten Radschrauben dran. Drehmoment, um zu kontrollieren, dass das Rad auch richtig fest ist. Das ist so ein Sicherheitsding, das sich eingearbeitet hat. Das war ein bisschen früh. Hinten rechts waren noch nicht alle Räder geknackt. Aber da gibt es jetzt kurze Diskussionen. Der Schlagschrauber hat ja schon genug Arbeit geleistet, sodass das safe sein müsste. Zurück zu euch. ADAC Total Energies. 24-Stunden-Rennen in der 50. Edition mit dem Führenden mit, Frederik Webisch. Super Pace hat definitiv auch das Auto im Moment auf der 6. Position notiert. Luca Stolz fährt einen Riesenstint. Ja, eins der Fahrzeuge, wo nur drei Fahrer auf dem Auto sitzen. Raphael Macielo, Philipp Ellis und eben Luca Stolz. Auf dem Mercedes-AMG Team Bildstein bei HRT. Eingesetzten Fahrzeug im klassischen Bildstein-Design. Hier Patrick geht weiter da unten in der Boxengasse. Ja, Eddie, das Auto, da habe ich heute Nacht irgendwann mal vorne links das Rad gewechselt und den Jungs mal gezeigt, wie das geht. Mittlerweile gibt es einen kleinen Treffer hinten links. Das war er nicht. Das ist schon ein paar Stunden zurück. Aber das ist noch richtiges Blech, das sich da verformt hat. Bei den anderen fliegen die Kohlefaseteile ab. Also er kann nicht dafür verantwortlich sein, dass es so viele Reifenschäden gibt, weil das Blech ist noch dran, einfach nur ein bisschen geknittert. Da wird am Montag das Bügeleisen ausgepackt und dann kann man das relativ schnell wieder knitterfrei machen. Weil wichtig ist, wenn du so einen Schaden da hast, dass hier im Dach eigentlich nichts ist, da ist kein Knicktrittinne, das sollte funktionieren. Drehmoment, auch hier wird er genutzt. Aber ich denke, das älteste Auto im Starterfeld ist dann gleich wieder ready to go. Ja, der Marc, das war der Mann, der mich vorhin hier kurz an seinem Rad vorne links hat gelassen. Du hast gesehen, wie ich das gemacht habe und ich habe gemerkt, du bist schneller geworden. Ganz genau, wie eine Rakete. Ich habe mir ein Beispiel an dir genommen. Sehr schön, Marc. Zu dem Schaden hinten, sag uns doch mal zwei Sätze zu dem Schaden. Es ist schon ein paar Stunden her, oder? Ja, kurz nachdem du weg warst, hatten wir einen Einschlag, ich glaube, in Arenberg war es. Ja, Ölspur, irgendwas, kurz eingeschlagen. Großer Hammerrichtsitz. Großer Hammerrichtsitz. Das Bügeleisen, wie ich es formuliert habe. Zurück zu euch. Das Bügeleisen, großer Hammer. Gaffertape oder Panzertape, was man hier alles braucht beim 24-Stunden-Rennen. Aber Hauptsache, er läuft. Dieser Golf 3, das älteste Fahrzeug, wir haben es gehört. Und geht wieder auf die Reise. Eigentlich schon bezeichnend. Die ältesten Autos, die sehen wir häufig am längsten im Rennen. Ich denke an den Manta, der ja auch immer so ein Dauerläufer seit vielen Jahren ist und dieses Jahr leider pausieren muss. Aber wir freuen uns auf das Comeback und dann mutmaßlich die Abschiedsvorstellung dieses Kultus. Gleicherweise, dass draußen auf den Campingplätzen, da rechts, unten in Adenau zum Beispiel, Breitscheid, einige durstig sind, stelle ich einfach mal auch um diese Uhrzeit um 9.28 Uhr am frühen Sonntagmorgen fest. Es gibt keine Purple markierten Sektoren. Das ist erstaunlich. Das ist natürlich nicht erstaunlich, aber irgendwann kommt dann schon noch mal was in Purple, wenn der Luca Stolz, der eine super Pace hat, so weitermacht. Und ja, kaum haben wir Purple gesagt, werden da noch mal die Getränke sortiert. Wir warten auf dein Signal. Ist noch ein bisschen was da. Also Purple, 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 kommt schon noch. Das sind die Fans am Streckenabschnitt. Klostertalkurve und dem nachfolgenden Karussell. Aber dafür hat ein Frederic Verbichement keine Augen. Vor allen Dingen nicht in diesen schnellen Hochgeschwindigkeitspassagen, in der Mutkurve, wo man mit zwei Rädern fast über die Wiese fährt. Hier die Kurve, ja, inoffiziell Herbert-Münger-Kurve. Das sind alles Ecken, die ein Frederic-Werwig zwar kennt, aber trotzdem auch bei seiner gefühlt 500. Runde auf der Nürburgring-Nordschreife hochkonzentriert sein muss, um hier nicht einen möglichen Sieg zu gefährden. Und noch mal der Hinweis, der Rückstand der Verfolger ist überschaubar. 40 Sekunden sind es noch bei 6,5 Stunden verbleibender Distanz. Da ist also alles möglich. Und da wird er beim Überrunden etwas aufgehalten. Der Anfahrt zur Hohenacht. Das war also gerade nicht optimal aus Sicht von Frederic Verbich. Ich gehe davon aus, er ist irgendwie drumherum gekommen. Hier sehen wir den Boxenstopp von Torsten Jung. Das ist ja so ein Lokalmatador, kommt ja aus dem benachbarten Ruhetal. Das war so ein bisschen der Pechvogel von Donnerstag, als er dieses Auto auf der Grand Prix-Strecke in die Reifenstapel gestoppt hat. Hilft hier beim Fahrerwechsel. Und dann wird der Mühlner Porsche die Reise wieder aufnehmen. Ein Beleg dafür, wie gut die Mühlner Jungs einmal mehr ein Auto vorbereiten. Über viele Jahre mit die Mannschaft mit der höchsten Zielankunftsquote. Weil da werden nur gute Teile verarbeitet. Auch früher, als man mit anderen Marken, wie zum Beispiel Opel unterwegs war, war die Mannschaft von Bernhard Müller dafür bekannt, zuverlässige, schnelle Autos zu bauen. Und nach diesem kräftigen Abflug am Donnerstag hat man das Auto nicht nur optisch wieder schön hinbekommen, sondern auch technisch, wie hier die Positionen ja auch zeigen. Man kämpft hier um den Sieg in der Klasse mit. Liegt im Moment aktuell auf der 20. Gesamtposition mit einem Cup-Auto und somit auf Platz 3. Da kann man mal sehen, was man mit so einem Cup-Porsche alles erreichen kann. Gegen die werksunterstützten GT3-Fahrzeuge aus allen unterschiedlichen Lagern. Wir haben neun Autos, die in einer Runde sich befinden. Die 114, das ist die Rundenzahl, die wir bisher zurückgelegt haben. Dann kommen noch ein paar Autos, nämlich ab dem 10., ab Dennis Olsen, dem Porsche mit der 16, ab dem Falken-Porsche auf der 11 mit der 33 und auch dem Konrad Lambo, den wir hier sehen. Danke an die Regie. Hackländer im Moment am Steuer. Das sind die Autos, die in der 113. Runde sich befinden. Aber wer weiß, was hier noch alles passieren kann. Dieses 24-Stunden-Rennen in der 50. Edition kennt kein Drehbuch. Für Franz Konrad wäre es wichtig, hier die Zielflagge zu sehen. Natürlich hat er sich mehr erhofft als aktuell die 12. Position. Aber sein Auto hat in der Anfangsphase Führungsluft geschnuppert. Zur besten Sende- und Streamzeit, da wo die meisten Fans üblicherweise dabei sind. Und wenn man das Auto über 24 Stunden ins Ziel bringt, ist das mit Sicherheit schon mal ein Riesenschritt nach vorne. Man hat das Thema Zuverlässigkeit angepackt. Das hat eine Weile gedauert, muss man fairerweise sagen. Da gab es die unterschiedlichsten Fehlerquellen der Vergangenheit. Aber heute, ich will es nicht verschreien, aber heute sieht es 6,5 Stunden vor dem Ende richtig klasse aus für den Lambo rund um Franz Konrad. Und verändert die schnellste Rennrunde für das Auto. Mit der Startnummer 12 im Moment bewegt von Luca Stolz, der wie gesagt ein sehr gutes Tempo hat. Mercedes-AMG, Team Bielstein bei HRT, Raffaele Maciello, Philipp Ellis und Luca Stolz. Philipp Ellis ja auf das Auto gerutscht. Auch da noch mal die Genesungswünsche, weil Manuel Metzger sicher beim Quadri-Rennen verletzt hat. Ich hoffe, der Manuel hört uns zu. Gute Besserung. Wir hätten dich gerne hier dabei gehabt und hoffen einfach, dass du diese Action hier aus der Eifel auch bei uns im Stream genießen kannst und zuschaust. Anschub, Hilfe und dann geht es weiter. Ob das jetzt noch so normal ist da, die Rauchentwicklung, weiß ich auch nicht so genau bei dem Porsche. Hatten wir eben tatsächlich auch schon mal, haben wir auch prompt hinterfragt, was denn da los ist. Nick Salewski konnte uns erklären, da muss man jede Menge Öl nachfüllen. Und der Nick Salewski kann es beurteilen, weil der Herr Papaya ein bekannter Tuner beziehungsweise Fachmann für den Aufbau von historischen Porsche-Fahrzeugen im Großraum Aachen beziehungsweise auf der belgischen Seite ist. Also da kennt man sich aus. Also kein Grund, sich Sorgen zu machen. Und ich habe auch das erste Mal gezuckt. Und der Glickenhaus fährt noch. Frank Mayeux im Moment auf dem Auto. Die Startnummer 706 in der Klasse. SPX führend, Klassensieg wenigstens. Das Projekt steckt ja auch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ist ja ein neues Konzept. Wir hatten ja auch schon Jahre, da hatten wir Glickenhaus. Auf der Pole. Das war das alte Modell, was James Glickenhaus mit seiner Mannschaft da einsetzt. Ist ja komplett Rennsportverrückt, die Mannschaft. Und hier mittlerweile unverzichtbar. In der Eifel. Beim ADAC. Total Energies. 24-Stunden-Rennen. Harzenbach mit dem Glickenhaus im Verkehr. 6 Stunden 25. Verbleibende Renndistanz. 9.35 Uhr Wolken über der Nordschleife. Aber im Moment eigentlich alles ganz okay. Und ich hoffe, dass ihr alle trocken nach Hause kommt. Das muss jetzt wirklich nicht sein, dass es nochmal irgendwo anfängt zu schütten. Es ist für die Jahreszeit ohnehin kühl genug. Da brauchen wir ja auch noch Abkühlung von oben. Der böige Wind. Aber wir wissen ja, in der Eifel, 4 Seasons in 1 Day sind jederzeit möglich. Wetter hier immer ein Faktor. Sieht aber ganz gut aus. Nach den vielen Radlagerschäden, die wir da hatten. Beim Glickenhaus und dann haben wir auch beim Quali-Rennen. Ist natürlich klar, dass da so eine kleine Mannschaft, klar mit einem guten Budget ausgestattet, aber alles Enthusiasten rund um den Chef, dem größten Enthusiasten himself, wenn man gegen die ganzen Werke antritt, dass man da auch schon mal Lehrgeld bezahlen muss. Und wir springen rein ins Auto von Adam Christodoulou. Ja, schön zu sehen, der Unterschied zwischen einem, sag jetzt mal, Werksfahrer und einem Privatier, den er nämlich auf der Kuppe oder im schnellen Linksbogen vom Schwedenkreuz überholt hat. Das war der Mercedes mit der 21. Also klar, das ist das Miteinander, das faire Miteinander der Amateure. Dazu zähle ich respektvoll, nicht despektierlich, respektvoll die Mannschaft rund um Charles Espenlaub und Charles Puttmann. Aber für Adam Christodoulou geht es um mehr. Vielleicht sogar um den Gesamtsieg. Nur noch 32 Sekunden der Rückstand. Das war mal deutlich mehr. Runde um Runde fräst er hier ab. Wiederum 9 Sekunden hat er gut gemacht in der letzten Runde. Also da ist für die Mercedes-Mannschaft rund um Adam Osieka noch mehr drin. Knabbern hier am Vorsprung des 15er Audis, bei dem immer noch Frederik Webisch im Cockpit sitzt. Und diese Bilder, immer wieder faszinierend, aber... Oh, ich zuck da immer zusammen. Also Uwe, ich weiß nicht, wie du siehst, aber für meinen Geschmack haben wir genug Zwischenfälle gehabt. Haben wir genug Crashes gesehen. Haben wir genug Material verformt. Haben wir genügend Schäden vorzuweisen. Haben wir genügend Reparaturarbeiten an den Leitplanken und so weiter hier leisten müssen. Wäre schön, wenn die jetzt einfach mal zu Ende fahren, ohne noch allzu viel kaputt zu machen. Aber schön zu beobachten, wie Adam Christodoulou seinen Gegner vor sich sieht und beobachtet. Zieht er rein oder bleibt er draußen? Und als er merkt, der BMW, ich glaube, es war ein BMW, geht nach innen, was hier in dieser Kurvenpassage in der Anfahrt zum Wehrseifen durchaus normal ist, dann geht er frühzeitig vom Gas, um diese Kollision zu vermeiden. Der Adam Christodoulou, der fährt ja nicht nur mit solchen dicken, 500 PS starken Kalibern. Der fährt auch ab und zu mal just for fun im VW Fun Cup mit, mit VW Käferkarossen beim 25-Stunden-Rennen mit 150 anderen verrückten Käfer in einem Rennen, wo die ganze belgische Motorsport-Elite antritt. Und da mischt er genauso mit. Also der ist überall, was vier Räder anbetrifft, mit großer Begeisterung dabei, auch Simracing. Und daher gehört er wirklich für mich zu diesem Riesenallroundler, der hier natürlich seinem Ziel entgegenfährt. Aber da muss er noch sechs Stunden und 22 Minuten mindestens absolvieren, weil wir haben ja gelernt, in diesem Jahr wird nicht nach 24 Stunden abgewunken, sondern nach 24 Stunden unter Überfahrt des dann Führenden im Rennen. Adam Christodoulou wird gleich, wenn er oben bei der Grand Prix-Strecke ankommt, in die Box kommen. Achtung, Spannung da unten in der Boxengasse. Patrick, das für dich schon mal als Hinweis. Adam Christodoulou kommt gleich rein zum Service. Herrlich, die Eifel bei diesen Bedingungen hier. So schön grün wie zu dieser Jahreszeit. Grüne Hölle. Der Spitzname dieser einmaligen Rennstrecke auf diesem Erdball. Nicht ohne Grund. Die Bilder belegen es, warum sie so genannt wird. Sechs Stunden 20. So, und da werden sie auch langsam alle wach. Die, die es schon geschafft haben, sich mit einem Kaffee oder ähnlichen Getränken zu stärken, die stehen da schon wieder am Zaun und schauen ihren Autos zu. Jeder hat da ja so seine eigenen Favoriten. Im Moment haben wir eine Audi-Führung. Doppelgelb. Tempo rausnehmen. Langsam nicht überholen. Adam Christodoulou. So, was ist da schon wieder passiert? Das war die Stelle, wo Peter Ludwig abgeflogen ist. Und hier wird die Leitplanke erneuert. Also die Firma Nett im Dauereinsatz. Die haben auch ihr eigenes 24-Stunden-Rennen. Wenn auch mit anderen Gegnern. Hier heißt es, die Leitplanke gerade zu biegen. Warum? Das sehen wir hier nochmal in Wiederholung. Nach diesem, ja, überfahren des Curbs. Das Auto unkontrollierbar hochgesprungen. Aus dieser Perspektive schön zu sehen, das Heck geht nach oben und der Einschlag dann nicht mehr zu verhindern. Hier werden neue Leitplankenstücke eingesetzt. Also mit einfach gerade ziehen, wie man das manchmal auch praktizieren kann, funktioniert das nach so einem Einschlag nicht. Ja, Eifel, Natur, pur. Ja, auch die Vierbeiner sind wach und fragen sich, wo kommen denn jetzt, nachdem es hier zweieinhalb Jahre so ruhig war in meinem Revier, wo kommen denn auf einmal diese ganzen Verrückten her? Warum höre ich auf einmal so viel unterschiedliche Musik? Was machen die denn da mit den Feuerwerken? Aber sollte Bambi sich dran gewöhnen. Nächste Woche, Rock am Ring. Kann man sich mal drüber Gedanken machen, wie schnell der denn da in seiner Wiese, in seinem Revier ist. Ich glaube, kommt ein bisschen darauf an, wie laut die Boxentürme eingestellt sind. Jetzt am frühen Sonntagmorgen um 9.41 Uhr. Adam Christodoulou, Döttinger Höhe, kommt gleich in die Box. Und dann sehen wir ihn beim nächsten Service. Sechs Stunden, 18 Minuten, die verbleibende Distanz. Nach wie vor der Audi in Führung, gefahren von Frederic Vervich. So, da hat er nochmal ein bisschen Traffic Jam. Und jetzt, ja, rechts abbiegen, kommt wieder der Strich. Pit Limiter rein und dann ab zur Box, zum Service. Er hat bis zum letzten Meter gekämpft. Wir haben es gesehen, selbst beim Überrunden hat er sich von den langsameren Fahrzeugen noch einen kleinen Windschatten geholt, um vielleicht nochmal mit ein paar Umdrehungen mehr den Berg hinauf zu fahren. Weil der Rückstand, den hat er kontinuierlich abgebaut gegenüber den führenden Audi A8. Und jetzt, natürlich durch den Boxenstopp, wird sich das wieder neu von den Abständen hier rekrutieren. Und dann, ja, das Zeichen, glaube ich, läuft gut. So habe ich zumindest diese Geste von Adam Christodoulou bewertet. Also, da wird er auch im Auto sitzen bleiben. Weil er nun mal jetzt im Rhythmus ist, kann sich also genau mit dem, was er jetzt die letzten acht Runden gezeigt hat, wieder gleich einfinden, um die Aufholjagd fortzusetzen. Ja, und wir haben es ja gestern Abend schon mal thematisiert, die beiden im BWT-Design gehaltenen GetSpeed Mercedes. Hier sehen wir nochmal, winke, winke, vor gab es Hang Loose, den Surfergruß. Also, Adam Christodoulou ist gut drauf. Patrick Simon kann man auch als Wetterfrosch gebrauchen. Na ja, Eddie, wir haben gesagt, bevor alle nur auf diese Wetter-Apps draufschauen, steigen wir einfach ins Ravenol-Riesenrad. Und gönnen uns einfach mal so einen 360-Grad-Panoramablick. Weil hier oben kann man schon relativ weit in die Eifel schauen. Und in der Regel kommt das Wetter von da hinten. Das ist so diese belgische Sparecke, so würde ich es fast mal formulieren. Ja, und wenn wir darüber gucken, da sind schon relativ dicke Wolken, wo durchaus noch das ein oder andere Regentröpfchen drinstecken könnte. Wenn wir uns einfach mal in die andere Richtung drehen, ein bisschen hier ziehen an dem Hebel, dass das auch rumgeht. Im Übrigen ein unfassbar schöner Blick von hier oben über das Fahrerlager, über natürlich hier auch die Situation Ende, Start und Ziel. Also wenn wir jetzt in meinen Rücken gucken, da wo heute Morgen ja die Sonne aufgegangen ist, da sieht es relativ sauber aus. Aber jetzt, oh, wir müssen noch mal rumdrehen. Das ist schon, also Jungs, da hinten kommt Regen. Das würde ich mal, hilft doch mal mit dem Drehen hier. Immer muss ich da alles alleine machen. Das ist unfassbar. Ja, da hinten, wir sehen das schon relativ deutlich. Da hinten, würde ich sagen, ist Regen in der Luft und der wird kommen. Und unterdessen gucken wir hier schön auf Kurve Nummer 1, auf diese erste Ecke, wo alle sich durchzirken. Und dann, wo wir schon Berührung gesehen haben, wo es aber momentan relativ ruhig ist. Also, Jungs, wir haben das Wetter weiter im Blick, drehen hier noch eine Runde und dann sind wir gleich zurück in der Boxengasse. Also, Wetterradar brauchen wir nicht. Geht einfach ins Riesenrad, da seht ihr es. Auch das ist eine Möglichkeit, lieber Patrick Simon. Mein Tipp, das Wetter kommt heute vom Norden. Deshalb auch die kühlen Temperaturen. Also, noch ein bisschen weiter Richtung Köln gucken. Das würde in dem Fall die Prognose vielleicht noch einen Ticken genauer machen. Aber sei es drum. Egal, ob die Wolken jetzt von der belgischen Seite, vom Nordwesten zu uns kommen oder rein vom Norden quasi über die deutsche Fläche, ich sage jetzt mal Großraum, Köln, Bonn, runterziehen. Also, da hinten die hohen Acht, wir sehen die hohen Acht, also, da hinten die hohen Acht, wir sehen die hohen Acht, also, da sieht nicht weniger wolkig aus und auch leichte, regig. Aber da kommt noch was. Also, ein weiterer Spannungsfaktor ist hier in Reichweite. Die Regenreifen sollte man zumindest noch nicht in den LKWs verladen, auch wenn es heute ein bisschen hektischer wird mit dem Einladen des ganzen Materials. Aufgrund der Großveranstaltung, aufgrund von Rock am Ring, muss das dieses Jahr hier deutlich schneller abgebaut werden. Aber die Regenreifen oder zumindest geschnittenen Slicks, die sollte man noch in Reichweite haben. Ja, und so voll wie das hier ist in diesem Jahr beim 24-Stunden-Rennen, das ist ja wirklich fantastisch. Danke nochmal an euch, ans geilste Publikum der Welt. Irgendwo gibt es irgendein Rennen, wo die Fangemeinde so treu ist. Ja, und auch am frühen Morgen schmecken die Pommes mit der Mario schon. Ich hoffe, ihr hört mich, meine Herren. Lasst es euch schmecken, guten Hunger. Und auch diese Sachen gibt es hier. Ja, und du hast Rock am Ring angesprochen, Uwe. Auch in der Festival-Szene sind alle ausgehungert. Also ich glaube, es gibt noch 1000 Tickets. Die sechs im Übrigen, Luca Stolz, nee, das ist das Schwesterauto. Nico Bastian jetzt gerade reingekommen in die Box. Wird natürlich jetzt ein bisschen nach hinten gereicht. Und hier das Auto mit der Startnummer 16. Da hat es eine Strafe gegeben. 32 Sekunden überholen unter gelber Flagge. Kim Louis Schramm im Moment auf dem Auto. 14 Boxen-Stops. Und es geht gleich rein in die 117. Runde. Circa drei Minuten. Dann kommt der führende Frederik Vervisch hier bei Startziel vorbei. Ja, und jetzt rattert es da unten in den Kleinhirnen und in den Großhirnen der Team-Taktiker, der Taktik-Füchse. Riskiert man einen Undercut, fährt man vielleicht doch noch mal eine andere Strategie. Überlegt man sich vielleicht noch irgendwas anders, um sich einen Vorteil zu erarbeiten. Es ist und es bleibt eng. Wir haben in diesem Moment sieben Autos in der 116. Runde. Also können wir schon mal so sagen, sechs Stunden, zwölf Minuten vor dem Ende dieser 50. Ausgabe des 24-Stunden-Renns hier in der Eifel. Sieben Mannschaften, die noch gewinnen können. Denn wenn alle in einer Runde da fahren, wir wissen ja, wie schnell das gehen kann, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen für das Finale, für den Spannungsbogen. Der 16er Audi biegt jetzt auf Platz sechs liegend ein. Hatzenbach das nächste Thema im Verkehr. Bloß keine Berührung mehr, bloß keinen Schaden riskieren. Einfach sauber durchfahren. Und auch das RCK funktioniert. Standesgemäß für den Untergrund da ein Jeep. Und hier immer noch die Reparaturarbeiten abgesperrt natürlich. Auch da Safety first. Das ist die 15. Das ist Frederik Werwisch. Und dort wird man keine Risiken eingehen. Man ist in Führung, kann relativ solide planen, ist jetzt den größten Gegner in Form des Gatspeed Mercedes zunächst einmal los. Aber das ist nur eine Frage von wenigen Augenblicken. Und wer zocken muss, egal ob jetzt mit Undercut, was die Boxenstrategie anbetrifft, oder vielleicht nachher bei der Reifenwahl, wenn die Bedingungen sich verändern, das sind erst einmal die anderen. Vorne wird die Mannschaft rund um Ernst Moser ganz konservativ planen, so wie sie es viele Rennen gemacht haben, so wie sie viele Erfolge hier auf dem Nürburgring erzielt haben. Unter Zugzwang sind die anderen. Dani Juncker, der ja jetzt im Moment der zweite, Nico Müller im 22er Audi auf der 3. Aber das wird sich sicherlich noch verändern und vor allen Dingen auch anhand der unterschiedlichen Strategien, was das Thema Boxenstops angeht, angleichen und bereinigen. Ich bin mir sicher, hier kommt alle hoch in Richtung Startziel für das Finale, für die Schlussphase. Es war bisher ein Motorsportfest mit unglaublich viel Action, mit unglaublich viel Spektakel für den einen oder anderen, wie wir hier vorne links aus unserer Blickrichtung, aus Fahrersicht vorne rechts sehen. Ein bisschen zu viel Action. Aber auch das gehört dazu, der Opel hier im Bild, im Bereich der Grand Prix-Strecke. Auf der 25,378 Kilometer langen 24 Stunden Streckenvariante, die es ja so nur beim Quali-Rennen und beim 24 Stunden Rennen gefahren wird. Auch da das Panzerband, das Gaffa-Tape, elementarer Bestandteil dieses gelben Opels. Es ist sympathisch, dass der große Vorstandsvorsitzende mit einem relativ kleinen, bescheidenen Auto unterwegs ist, der Carlos Tavares als Stellantis-Vorstand und seine Teamkollegen. Die sind auch alle in wichtigen Funktionen, ob Jean-Philippe Imperato, Chef von Alfa Romeo weltweit oder François Wales, das ist der Peugeot-Sportchef. Da arbeitet man mit dem neuen Hypercar auf die 24 Stunden von Le Monde 2023 hin, während der Gesamtführende zwischenzeitlich planmäßig in die Box abgebogen ist. Im Bereich Ahrenberg, da komme ich gerade per WhatsApp gemeldet, tröpfelt es leicht. Das werden wir im Auge behalten. Verschiebt sich ja ständig auf den unterschiedlichen Wetter-Apps, wie es sich wettertechnisch entwickelt. Gucken wir gleich mal genau hin. Also wie gesagt, Ahrenberg angeblich leichte Tröpfchenbildung. Wiederholung hier aus der Nacht. Da nochmal das Manöver Nico Müller, der da das nicht so richtig verstanden hat, dass der Falken-Porsche so Nico Müller auf jeden Fall im Interview ihm mit der 44 die Tür zugemacht hat. Und dann kommt dann noch, ja weil er da eben halt ungünstig stand, der Einschlag hat man drüber diskutiert. Denn auch Diskussionen gehören dazu. Der Führende der Audi mit der 15, Frederik Wewisch, in der Box beim Service. Bleibt sitzen. Und da, das müsste die vier sein. Dani Juncker, der ja jetzt ebenfalls in der Box. Und dann haben wir das gleich wieder bereinigt. Mal schauen, wie dann die Abstände nach diesem Boxenstopp sind im Gesamtklassement. Der Lollipop-Mann ist bereit. Nico Müller schon im Bereich Döttinger Höhe. Ja, und das heißt, dass der 22er Audi dann gleich die Führung übernimmt. Wenn auch nicht für allzu lange Zeit. Driver-ID gedrückt. Maro Engel statt Dani Hogan, der ja jetzt dann gleich im Auto. Audi Sport-Team Car Collection, die werksunterstützte Mannschaft mit Christopher Hase, mit Nico Müller, Patrick Niederhauser und René Rast. Nico Müller in der AMG-Arena. Jetzt beim Anbremsen. Also Führungskilometer für die 22. Die 15 fährt wieder los. Nicht weit hinter Nico Müller. Das könnte gleich ganz lustig werden und interessant werden unter den Marco-Kollegen. Auch Maro Engel mischt damit. Und Uwe, da sehen wir mal, wie eng das ist. Also der Müller ist da gerade vorbeigefahren. Ist noch gar nicht so lange her. Ist jetzt vielleicht unten im Bereich der Mühlenbach-Schleife angekommen. Oder du fährst durch Schumacher S irgendwo. Also viel weiter weg ist er nicht. Da haben wir ihn. In der Gutierr-Kurve. Oder im Gutierr-Bogen. Und gleich kommt da oben die 15. Der Frederik Werwisch, der glaube ich im Auto sitzen geblieben ist. Jawohl. Und ja, der 22er Audi, der wird aber nach der nächsten Runde die Box einbiegen. Daher ist es von der Dramatik relativ wurscht, ob der Frederik Werwisch jetzt nochmal die Lücke zufährt oder nicht. Er muss, glaube ich, mehr auf die Gatsby-Jungs achten. Vor allen Dingen auf die 3. Tolle Kameraarbeit von unseren Kollegen da, die uns da mal jetzt in Echtzeit den Abstand der führenden Fahrzeuge eingefangen hat. Muss da ein bisschen raus in den Dreck. Frederik Werwisch, das macht aber nichts. Das hat er im Griff. Und auch hier wieder der Abstand zum Verfolger. Da ist er. Der Mercedes mit Adam Christodolo. Doch einige, die jetzt mit Doppelstints unterwegs sind. Auch hier ist ja unterschiedliche Strategien. Wie gesagt, auf dem Auto sind nur drei. Bei den Audis sind es vier Fahrer, die genannt sind. Ist natürlich bequemer. Ist natürlich auch besser fürs Schlafpensum. Wenn man zu viert auf dem Auto sitzt, aber in Sachen Rhythmus, in Sachen Reinkommen, sich eingruven auf die grüne Hölle, auf die Nordschleifen, ist das mit den vielen Kilometern, die man bekommt, wenn man nur zu dritt auf dem Auto sitzt, vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Da kann der Adam Christodolo seinen direkten Rivalen ja schon fast, aber fast sehen. Wir sehen hier in der Anfahrt zur Widol Schikade. Frederik Werwisch zwischenzeitlich links abgebogen Richtung Nordschleife. Also zumindest auf den langen Kraden, da denke ich spätestens an die Döttinger Höhe, wird er seinen Gegner bereits erkennen. Dann schauen wir dann, wie die Abstände sich entwickelt haben. Ich glaube, der hat weiter Boden gut gemacht. Nur noch 21 Sekunden Rückstand. Das ist das Schwesterauto. Juncker-Denrija ist ebenfalls sitzen geblieben. Liegt im Moment durch den Boxenstopp auf der sechsten Position, aber die Startnummer 20 und 16, die kommen ja auch demnächst hier in die Box, sodass sich das dann wieder nach der alten Reihenfolge entwickeln wird. Ja, sieht ein bisschen bedrohlich aus, was wir da an Wolken sehen. Auch die können sich abregnen, auch wenn wir die ganze Zeit vom Norden sprechen. Aber da ist es noch ein bisschen, ein bisschen aufgelockerter. Den Jungs ist das egal. Die haben ihr Spielzeug. Das fährt notfalls auch bei nasser Witterung. Also viel Spaß euch da unten. Und wir haben viel Spaß am Rennverlauf. Nämlich noch 6 Stunden, 3 Minuten und 25 Sekunden, die Nico Müller genauso überstehen will. Aber Nico Müller, der wird sich gleich hier in die Boxengasse begeben. Auch da müssen wir abwarten, ob er im Auto sitzen bleibt oder da der nächste Fahrerwechsel auf dem Programm steht. Also es ist nach wie vor spannend. Drei Viertel der Renndistanz haben wir jetzt fast absolviert. Und der Blick geht immer weiter nach oben. Nicht nur Richtung Ravenol, Riesenrad, sondern auch Richtung Himmel. Was bringt uns das Wetter im letzten Viertel? Ja, ganz schön dicke Wolken, die wir da sehen. 6 Stunden, 2 Minuten. Also, das ist ja der absolute Wahnsinn, was die schon geleistet haben. Was die zurückgelegt haben. Fantastisch. Nico Müller, also vor Frederik Vervisch. Dann Adam Christodoulou wie Mercedes auf der 3. Christian Krognes im Schubert BMW auf der 4. Dem Luis Schramm im Auto mit der Startnummer 16 auf der 5. Dani Hunkadea auf 6. Nico Bastian auf 7. Luca Stolz auf 8. Drudi auf 9. Und Dennis Olsen im schnellsten Porsche auf der 10. Position. Dann haben wir den Falken Porsche, die 33 auf der 11. Und Axel Jeffries im Konrad Lambo auf der 12. Position. Ja, und auch das sind die 24-Stunden-Rennen. Da ist es eng, dieses Gedrängel da unten in der Boxengasse. Das gehört einfach dazu. Aber da haben sich natürlich auch seit vielen, vielen Jahren Methodiken entwickelt. Diese Audi hier mit der Startnummer 11 auf 17. Mit Pierre Kaffer im Moment im Auto. Pierre Kaffer, ja auch einer, der das Rennen hier schon gewonnen hat. Letztes Jahr schwer verletzt jetzt Isavina Fitz. Patrick Simon hat einen immer interessanten Gesprächskartner. Nämlich Adam Osilka. Ja, dem muss ich natürlich die Frage stellen, wer wird denn heute die Startmeisterschaft von Meusbad gewinnen? Oder was habt ihr jetzt noch als Plan parat liegen, um irgendwie euch da ganz nach vorne noch zu spulen? Ich meine, es ist ohnehin schon ein mega Ergebnis. Ja, gute Frage. Wüssten wir jetzt gerade selber nicht. Aber wir sind gut im Rennen. In der Tat noch mit beiden Autos. Selbst boxenbereinigt sind wir nah an der Spitze dran. Wir haben jetzt gut aufgeholt. Und ja, ich hoffe, und natürlich bete ich jede Minute, dass uns das vielleicht doch noch gelingt. Und es wird schwierig, weil die Phoenix-Mannschaft natürlich auch weiß, wie man hier Rennen gewinnt. Deswegen geben wir alles und hoffen natürlich, dass wir mit einem Auto zumindest irgendwie durchkommen. Und haben daher zwei Strategien. Eine auf Angriff, Attacke, Druck ausüben. Und der andere lauert hinten dran und schaut, ob der was abstauben kann. Eine gute Strategie, wenn man als einer der wenigen noch zwei heiße Eisen im Feuer hat. Ich meine, du würdest in den ganz erlauchten Kreis eintauchen. Diese Moispater-Riege, wo ja alle schon mal ganz oben standen. Getspeed ist so das einzige Team mit einem Top-Auto, das da noch fehlt. Wäre, glaube ich, auch ein Lebenstraum, oder? Ja, mit Sicherheit. Das war ja immer das Ziel. Man darf nicht vergessen, dass wir jetzt seit drei Jahren dabei sind. Und GT3 ist nochmal ein ganz anderes Niveau vom Rennsport. Aber wir sind gut dabei. Und natürlich, es wäre ein Riesentraum. Keine Frage, da steigt die dickste Party im Moispat. Ich kann mir vorstellen, dass das eine große wird. Wir kommen uns, wir sehen uns bestimmt nachher nochmal später wieder. Mittlerweile laufen die Highlights. Vielen Dank, Garda Mosjeka. Und die Jungs können noch ein paar Sätze zu dem sagen, was bis dato schon los war in diesem sehr turbulenten Rennen. Ja, da war eine ganze Menge los. Wir haben den Start aus dem Augenwinkel gesehen. Und diese Zweikämpfe der Robe BMW mit der 98, ja längst ausgeschieden, genauso wie der Aston Martin. Und dann die erste große Schrecksegunde. Der Bruderkampf, der Einschlag, die lebensgefährliche Situation für die Sportwarte. Uwe, Mann, 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 Mann. Das ist schon ganz schön schwierig, das in Highlights zusammenzufassen, was hier alles passiert ist. Da sind die Schutzengel im Tiefflug unterwegs gewesen. Auch der Kollege von der Laden mit einem riesen Schreckmoment. Im Schädenkreuz, Feuer am Heck des KTM. Er steuert noch Richtung Streckenposten, stellt das Auto ab. Allerdings, es gibt keine Handbremse bei diesem Fahrzeug. Felix von der Laden versucht, das Auto noch irgendwie zu halten, muss aber aufgrund des Feuers das Fahrzeug verlassen, was dann zum autonomen Fahren quasi umgesteuert wird, in die Leitplanken hinein. Alle sind wohl auf, trotz dieser wilden Momente, wie sie auch hier bei Sheldon van der Linde stattfand. Highspeed-Abflug am Laudereck in Richtung Bergwerk. Ja, da war er Passagier. Wir haben die Funken gesehen. Da ist was gebrochen am Auto. Sheldon van der Linde oben. Marco Wittmann. Und da sehen wir links den komplett zerstörten BMW von Sheldon van der Linde. Auch der Bruder hatte einen Zwischenfall im Bereich der Grand Prix-Strecke. Calvin van der Linde ja auf zwei Autos genannt. Das Fünferauto, das hat er mal ordentlich verformt und hier aus dem Rennen genommen Calvin van der Linde. Hier die Aktion, da gab es dann Diskussionen. Nico Müller dreht den Falken-Porsche. Von hinten kommt dann der Opel Astra und knallt dem Falken-Porsche in die Heckpartie. Und damit der Ausfall für die Startnummer 44. Das Riesenrad und auch das hier der KTM mit der 116 mit Tim Heinemann verwickelt in diesen Zwischenfall. Ultraschnelles Auto. Der KTM Crossbow in der GT2-Variante. Ja, und das ist der Blick auf die tollste Rennstrecke der Welt. Und der nächste Ausfall, Max Hese, die Junioren mit schnellen Runden, aber ohnehin ja weit zurück, dann endgültig nicht mehr im Rennen. Von vielen ja als Siegkandidat gehandelt, die drei vor diesem Wochenende. Und auch hier lohnt es sich hinzugucken. Calvin van der Linde auf der Döttinger Höhe. Millimeter Arbeit bei ihm. Und immer wieder Zwischenfälle. Ich kann mich jetzt eigentlich an keine Rennphase erinnern, wo es keine gab. Also irgendwo hat es immer mal gerumpelt und gekracht und gescheppert. Und als Folge dieses Porsche-Abflugs muss auch die Startnummer 3 aufgrund der Betriebsmittel auf der Fahrbahn in den Notausgang ins Kiesbett hinein. Maximilian Götz kann das Auto aber wieder einigermaßen einfangen und wieder mit einem leichten Zeitverlust auf die Strecke zurücksteuern. Top-Speed-Vorteile beim BMW M4 GT3. Haben wir ja auch schon in anderen Rennserien gesehen. Das neue Auto läuft. Das ist der Schubert BMW mit der 20 da vorbeigegangen am Audi. Und dann der nächste Einschlag. Und die leitgeprüften Sportworte da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was die alles erlebt haben. Ich meine, die müssen ja auch Angst haben. Der 121er Porsche, der da eingeschlagen ist, wo ja auch der Grello, das Titelverteidiger-Auto, seine Sieghoffnungen begraben musste. Der Schubert BMW bei einsetzten Regen im Metzgesfeld auf Abwegen. Hier beobachtet von Calvin van der Linde. Dahinter dreht sich übrigens noch der Klickenhaus, ebenfalls auf feuchter Fahrbahn an gleicher Stelle ab. Reifenschaden vorne rechts. Jetzt die Konsequenz aus diesem Abflug hier in dieser Linkskurve. Während wir wieder bei Frederik Werwig sitzen, wie er hier jetzt auf der Düngehöhe ganz normal überrundet. Nicht normal war dieses Überrundungsmanöver von Peter Ludwig, der hier im Pflanzgarten sein Porsche verliert und das Rennen vorzeitig spektakulär beendet. Kernschrott, also in dem Fall auch leider im Falle unserer Kamera, die da diese tollen, durch die Leitflagge gefilmten Bilder geliefert hat. Nico Müller dann für einen kurzen Moment in Führung. Im Moment René Rast wieder auf dem Auto. René Rast auf der fünften Position, jetzt aktuell gerade notiert, mit dem Audi, mit der Startnummer 22. Das soweit es eben geht. Die Zusammenfassung dieser unglaublich vielen Ereignisse hier beim 24-Stunden-Rennen. Und auch Patrick Simon hat eine Zusammenfassung und zwar eine besondere. Ich glaube, der Motorsport. Ja, Eddie, so sieht es aus. Robin Doerr, der Teamverantwortliche Teammanager in diesem Familienunternehmen mit drei Autos im Einsatz. Das ging relativ turbulent los mit einem der Autos. Das haben wir am Anfang relativ oft drin gesehen. Aber zieh mal Bilanz, wenn man drei Autos hier in den Start bringt. Wie lief es bis dato für euch? Ja, das stimmt. Die erste Stunde war relativ hart für uns. Wir hatten relativ viele Probleme noch mit der Startnummer 95. Haben es aber zum Glück relativ schnell in den Griff bekommen, haben das Problem relativ schnell gefunden und sind seitdem bis auf einen Reifenschaden, wo wir hinten rechts getroffen worden sind, ohne Probleme jetzt durchgefahren. Wir sind gut durch die Nacht gekommen und sind jetzt auf dem Gesamt 26. Platz und führen die Klasse SP8T an. Aber auch in der GT4-Klasse in der SP10 mit Platz 3 noch ein heißes Eisen im Feuer. Ist ein Ergebnis, mit dem man zufrieden ist? Ja, definitiv sind wir zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben aber jetzt noch sechs Stunden zu fahren. Also da ist noch viel drin. Wir geben weiterhin Gas. Und das ist die Zielsetzung. Das Team macht sich schon parat. Gleich kommt das nächste Auto rein. Man hat nie wirklich die Zeit, mal die Augen für ein Sekündchen zu schließen, sondern muss hier immer Standby in der Box parat sein. Ja, das stimmt. Wir haben drei Autos, das geht hier im 20-Minuten-Takt. Also da hat man keine Zeit, mal eine Stunde die Augen zuzumachen. Auch hier geht es jetzt noch mal ans Bremsentauschen dran. Da hat man das nicht so komfortabel mit einer Bremszange, sondern nimmt einfach die Belege raus, eine neue Scheibe drauf. Aber das ist auch jetzt fast schon Routine, oder? Ja, mit dem GT4 müssen wir das ein bisschen aufhändiger machen, wie es die GT3-Jungs haben. Wir müssen leider den kompletten Bremssattel abnehmen. Aber die Jungs sind da so geübt drin, dass wir das eigentlich ohne Zeitverlust während dem Tanken machen können. Wir wünschen viel Glock auch bei dem Boxenstopp. Aber die Armada, der Dörr-Motorsportmechaniker, ist parat. Und dann bleiben wir dran. Vielen Dank, Robin Dörr, für den Moment. Danke, Patrick. Natürlich bleiben wir dran. Auch beim Beobachten, wer kann hier weiter noch Sekunden gut machen. Nico Bastian, der liegt, passend zur Startnummer, auf Platz 6. Beobachten aber, dass der Getspeed-Mercedes mit der 3 sich peu à peu dichter rangefahren hat. Also das könnten jetzt so um die 20 Sekunden sein. Genauer wissen wir es in knapp 3 Minuten. Da erwarten wir nämlich nacheinander Frederic Wisch und Adam Christodoulou hier bei Start und Ziel zurück. Nico Bastian auf 6. Dahinter gibt es aber mächtig Druck. Und zwar direkt dahinter von der Startnummer 16. Also auch dieses Duell müssen wir beobachten. Da ist Kim-Louis Schramm, derjenige, der jetzt Druck macht auf Nico Bastian. Also Audi gegen Mercedes. Das ist ein Duell, was wir jetzt mehrfach in den Top 10 beobachten. Nicht nur bei der Frage um den Gesamtsieg. Beim 50. ADAC Total Energies. 24 Stunden Renten. 2.000 und 2.000. Hier sind sie im Formationsflug unterwegs. Die 6. und 7. Platzierten. Und auch der 8. Platzierte, der Lukas Stolz, der ist da nicht ganz weit weg mit der Startnummer 12. Also in diesem Teil des Starterfeldes noch einiges an Bewegung. Ja, den Eddie, den schicken wir mal kurz zum Zigarettchen rauchen, weil wir uns auf den nächsten Studiogast hier vorbereiten. Und das werden wir dann in wenigen Augenblicken umsetzen. Müssen immer umbauen. Ihr kennt das. Headsets werden ausgetauscht. Gerade in den letzten zwei Jahren achten wir natürlich noch penibler darauf. Und dann werden wir einen weiteren interessanten Gast hier in dieser Runde begrüßen, der auch durchaus noch sehr ambitionierte Chancen hat. Während wir jetzt hier die Kampffähne um die 6. Position beobachten im Bereich Schwedenkreuz, wo es auch schon einige Spuren gibt. Einige Akteure haben hier die Strecke verlassen. So, zwischenzeitlich haben wir umgebaut und zwischenzeitlich darf ich hier auch Christopher Hase hier in unserer Kabine begrüßen. Ein Rennen, wo wir so ganz viele verrückte Dinge erlebt haben. Wie hast du die ersten 18 Stunden, haben wir inzwischen hinter uns gebracht, wie hast du diese 18 Stunden aus deiner Perspektive erlebt? Ja, definitiv. Der Beginn war eigentlich schon relativ wild. Ein sehr ereignisreiches Rennen. Es sind ja schon einige Favoriten in der Anfangsphase im Prinzip schon ausgefallen. Was natürlich von den 24-Stunden-Rennen immer ein halber Rückschlag für das jeweilige Team auch ist. Aber wir haben glaube ich alle gesehen, dass ein wahnsinniger Speed auch hier an den Tag gelegt wird. Sofern haben wir bis vor dem Wetter auch nur eine leichte Regenschauer bisher gehabt. Und wer weiß, was noch kommt. Aber gerade das sind auch diese Verhältnisse, die dann auch so einen hohen Speed im gesamten Feld von Beginn an an den Tag gelegt werden. Und ich kann nur sagen, in meinem Fall, Strategie ist auch ein Thema gerade, was sich eben seit, ja im Prinzip, Mitternacht abzeichnet. Wer eben in Runde 5 am Anfang gestoppt hat, hat sich ganz klar an Vorteile erarbeiten können. Das resultiert einfach danach auf das Thema Track Position. Es sieht so aus, dass gerade diese Fahrzeuge dann das Thema Code 60 oder auch Doppel-Yellow einfach besser erwischt haben. Und ja, das ist eigentlich erstaunlich, dass sich das doch so kraftierend jetzt auswirkt. Also Glück gehabt, zum richtigen Zeitpunkt reingekommen zu sein und in der Folge mit etwas mehr Fortune, mit etwas Zeitversatz entsprechend an diesen Unfallstellen vorbeizukommen. Kalkulieren kann das kein Mensch, das beste Computerprogramm nicht. Aber danach, wenn ihr in eurem Rhythmus seid, dann rechnet man hoch. Wie weit gehen die Hochrechnungen? Gehen die wirklich bis 16 Uhr oder hat man da nur so einen gewissen Überblick nach dem Motto, wir machen jetzt so drei, vier Stints und müssten uns ungefähr da und da wiederfinden? Also man muss sagen, die Ingenieure, die bei uns im Büro sitzen, die wissen schon relativ genau, wie das jetzt zurzeit aussieht. Ich bin jetzt gerade ehrlich gesagt vom Hotel aufgestanden. Ich weiß jetzt gar nicht den letzten Status, aber soweit ich das überblicken kann, ist der Gap, den jetzt unser Fahrzeug zum Beispiel hat, die Nummer 22, was grundsätzlich sich zwischen Platz 3, 4 im Moment aufhält. Auf Platz 2, 1 ist der Gap schon relativ groß. Jetzt kann man sagen, ja, wir sind ja in der Eifel, das Wetter hier ist sowieso unberechenbar. Ich glaube zwar nicht, dass jetzt irgendein Fahrer hier im Fahrerlager steht und auf Regen hofft, denn Regen und Nordschleife sind immer so ein Thema, das möchte man als Fahrer eigentlich vermeiden. Aber ich habe das Gefühl, dass da heute noch was kommt und dann wird das Ergebnis, so wie es jetzt im Moment aussieht, sicherlich nochmal durcheinandergewürfelt werden. Das heißt mit anderen Worten, ihr seid im Moment auf der fünften Position. Der René ist gerade im Auto unterwegs. Ein Regenschauer käme euch durchaus zu Pass in Sachen Strategie. Grundsätzlich ja. Wie gesagt, aus Fahrersicht möchtest du sowas eigentlich vermeiden. Aber wir wissen alle, wenn jetzt ein Regenschauer kommt und die Führungsgruppe beispielsweise gerade an der Grandriechstrecke vorbeifährt und wir haben ja dieses Offset drin, wo du vielleicht in der glücklichen Lage bist, dann trotzdem in die Box zu gehen, Regenreif draufzumachen. Dann haben wir eine ganz neue Situation wieder vom Ergebnis oder vom Fight her. Kann natürlich auch umgedreht sein, dass es regnet, die Führungsgruppe dann sogar positiv noch beeinflusst wird. Aber ich denke, wir werden das auf jeden Fall in den nächsten fünf Stunden wissen. Fünf Stunden und 45 Minuten müssen wir uns noch gedulden, mein lieber Christopher. Du würdest gern natürlich wieder ganz oben auf der obersten Stufe des Treppchens stehen. Ist dir ja schon mal gelungen hier auf dem Nürburgring. Wir haben darüber gesprochen, die Anfangsphase war hektisch. Die Hektik ist aber lange erhalten geblieben. Also wir kennen normalerweise 24 Stunden Rennen, die Startphase. Da ist es immer heiß, jeder will nach vorne. Am besten Führungsluft schnuppern, schön fürs Fernsehen, schön für den Stream. Aber diese hektischen Phasen haben uns extrem lang begleitet. Trotz guter Witterungsbedingungen, die das normalerweise ja noch beschleunigen, solche Gelbphasen und Ähnliches. Wie hast du das erlebt, dieses Miteinander? Das ist ja auch so die Diskussion. Die schnellen, die großen Teams gegen die kleinen Teams, die langsame, die ja auch ihr eigenes Rennen fahren. War das aus deiner Sicht okay? Oder sagst du, ja, wir müssen an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal mit den Verantwortlichen sprechen? Ja, das ist persönlich, ich sehe das vielleicht ein bisschen entspannter. Denn man muss realistisch bleiben. Jeder, der hier in seinem Auto sitzt, ob das jetzt ein GT3 ist, ob das ein SP10 ist, whatever, der fährt hier um seinen Sieg. Die einen fahren um den Gesamtsieg, die anderen fahren um den Klassensieg. Natürlich haben wir auch unterschiedliche Ansprüche hier auch im Feld. Aber sicherlich macht es das, dass 24 Stunden drin, seit ich dabei bin, macht es das auch genau aus. Und ja, manchmal trifft Ego auf Ego auf der Strecke. Ja, wenn jemand mit dem großen Ego im kleinen Auto sitzt und auch im großen Auto, dann wird es tatsächlich manchmal auch vielleicht unberechenbar. Andererseits muss ich auch sagen, ich habe einiges Stints gehabt, bei dem wirklich, ja, Jungs in den schwächeren Fahrzeugen einfach mal früher gelupft haben und absolut gar kein Problem war. Also ich denke, man sollte nicht nur das Negative sehen, es gibt auch etliche positive Fälle, die ich jetzt zum Beispiel dazu berichten kann. Und das trifft uns alle gleichermaßen. Von daher würde ich das gar nicht groß darauf vorbereiten wollen. Okay, prima. Bevor wir gleich den Patrick nochmal in Sachen Wetter befragen, abschließende Frage an dich, Christopher. Habt ihr jetzt einen fixen Fahrplan nach dem Motto, so werdet ihr auf jeden Fall das Rennen zu Ende fahren oder wird das nochmal vielleicht ganz spontan verändert mit wechselnder Witterung? Also wir haben definitiv einen fixen Plan. Pläne sind natürlich da, um geändert zu werden. Und sollte es nochmal den ein oder anderen Wetterumschwung geben, werden wir uns sicherlich kurzfristig beraten und vielleicht die ein oder andere Änderung noch vornehmen. Aber du könntest uns ja eine kleine Insider-Information geben. Wir sind ja quasi unter uns hier. Wer ist denn bei euch der Rain-Man? Rain-Man, Rain-Man, ich kann mir schlecht vorstellen, dass sich hier wirklich einer aus der Reihe stellt von den drei, vier Fahrern und sagt, ich will jetzt im Regen fahren. Natürlich hat der ein oder andere vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung. Und ich denke, es geht dann eher darauf hinaus, wenn man sagt, okay, der Junge hier hat schon ein oder andere mehr Kilometer im Regen gefahren und dann wird ihm sicherlich auch in der Hinsicht dann den Support gegeben. Komm Junge, mach das. Wir vertrauen auf dich. Und wenn es schief läuft, wir haben trotzdem alles gegeben. Und ich denke, darauf werden wir dann reagieren, wer das dann sein wird. Trotzdem lassen wir nochmal noch offen. Okay, wir werden es vielleicht noch erfahren. Vielen Dank, Christopher Hase, für deinen Besuch und deiner Mannschaft. Weiterhin viel Erfolg. Für Audi sieht es insgesamt gut aus. Phoenix-Mannschaft favorisiert, aber die Getspeed-Mannschaft macht eine Menge Druck. Also es bleibt spannend. Nochmal vielen Dank, Christopher. Und der Patrick hat, glaube ich, noch irgendwelche Infos oder Ideen zum Thema Wetter. Ja, keine Infos und keine Ideen, sondern einfach nur den Blick in Richtung Himmel hier in der Boxengasse. Und wir sehen, dass die Wolken doch mächtig schwarz geworden sind. Hören immer wieder bei den Teams, die natürlich über den Funk mit den Fahrern verbunden sind, dass man vereinzelt ein paar Tröpfchen meldet. Also der Regen wird hier auf der Boxenstraße in der Boxengasse auf jeden Fall noch erwartet. Wie jetzt hier bei Sorg Rennsport ein weiteres Auto zum Pitstop erwartet wird. Also, alle sind gerüstet. Das ist so die Quintessenz. Ich habe es eben schon mal gesagt. Bitte die Reifen noch nicht einlagern oder vielleicht wegbringen. Und wir schauen jetzt, wie sieht es bei Start und Ziel aus. Zehn Sekunden nur noch der Rückstand von Adam Christodoulou auf Frederic Werwisch. Zehn Sekunden hat er in der letzten Runde oder 9,5 Sekunden hat er in der letzten Runde gut gemacht. Hochgerechnet nächste Runde bei gleichem Tempo kommen sie Seite an Seite hier bei Start und Ziel vorbei. Ja, und wir wünschen uns ja einen tollen Spannungsbogen, während wir hier den Schubert BMW bei der Anfahrt zum nächsten Boxenstopp sehen. Im Moment auf drei notiert wird natürlich jetzt gleich ein bisschen nach hinten gereicht. Also, Action bitte. Und Patrick steht direkt da, wo es jetzt gleich auf jedes Detail ankommt, nämlich an der Schubert-Box. Ja, Niklas Grütten steht parat, um das Cockpit zu übernehmen. Noch mal zur Erinnerung, da gab es ja den Reifenschaden, nachdem es auf diesem ersten Regen, den wir heute hatten, so ein bisschen in die Schiene hinein ging. Wir sehen, dass da ein breiter Tapestreifen vorne drauf ist, aber keine größere Sorgen zumindest in den Augen der Mechaniker zu sehen ist. Thorsten Schubert, der ja selber aktiv unterwegs ist, hat natürlich einen Blick hier aus der Box heraus, Thorsten. Das war ein kleiner Rückschlag mit dem Regenschauer vorhin und dem Ausrutscher. Wir erwarten noch mal Regen. Was erwartest du noch von der 20? Du, wir haben jetzt noch ein 4-Stunden-Rennen vor uns und ich weiß, wie lange oder wie viel hier passieren kann. Und wir werden noch ein bisschen Feuchtigkeit bekommen. Wir werden noch einen kleinen Schlusssport setzen und ich hoffe, dass wir dann ein spannendes Rennende kriegen. 5,5 Stunden noch zu gehen. Wie ist es auf deinem eigenen Auto gelaufen, dass du dir mit deinen zwei Söhnen und dem Japaner teilst? Das läuft alles gut. Da haben wir ja nichts mehr zu befürchten in der Klasse. Wir kämpfen immer uns weiter. BWP nach vorne. Vielleicht schaffen wir es auch unter der ersten 50. Wir drücken die Daumen. Unterdessen wird noch ein Außenspiegel rechts. Danke Thorsten Schubert montiert am Auto mit der 20. Also doch einen Schaden, den man jetzt gerade noch schnell behebt, ist natürlich wichtig, dass man gerade, wenn es möglicherweise am Ende noch um Positionskämpfe, um Duelle auf der Töttinger Höhe geht, dass man da den Überblick behält. Auch aus der Fahrersicht. Wie gesagt, Niklas Krütten hat Platz genommen. Am letzten Wochenende Doppelsieger am Red Bull Ring. Wer weiß, wie weit es noch nach vorne geht für den BMW mit der 20. Schubert Motorsport mit dem historischen Wochenende. Zwei Serien, vier Rennsiege in der Lausitz. Und wir sehen hier den Blick in die Klassen. Ja, da gibt es auch Klassen. VT3 zum Beispiel. Da ist nur noch ein Auto exakt im Einsatz. Jetzt wären wir das Fahrzeug von René Rast jetzt pilotiert sehen. Wiegt auf die Grand Prix-Strecke ein. Schon durch die AMG Arena durch. Beim Schubert BMW mit der 20 laufen immer noch die Arbeiten beim Boxenstopp. Tja, wollen wir doch den Klassenführerinnen erwähnen. Die 300, das ist der Argentinier Marcos Adolfo, Vasquez, Metz, Torsten Held, Matthias Trinius und Max Walter von Bär auf einem Cayman. Während wir die SP-9-Klasse anhand der Gesamtliste natürlich bereits präsentiert haben. Die Top Ten jederzeit also. Die 15 in Front vor den beiden Gatspeed-Jägern mit der 3 und der 4 in der Verfolgung. Die 20 lag auf der 4. Position und da findet sich jetzt die Startup 22 hier im Bild. René Rast wieder. Der Schubert BMW geht wieder auf die Reise. Torsten Schubert hat es angekündigt. Wir haben noch Chancen. Es liegt Regen in der Luft, hohe Luftfeuchtigkeit haben wir hier. Und da kommt, war es nur die Frage, zu welchem Zeitpunkt. Und damit ist das Rennen noch komplett offen. Also auch der Schubert BMW könnte zum 50-jährigen Jubiläum vom BMW Motorsport seinen Beitrag hier leisten. Das würde ja passen zu diesem Jubiläum, was wir hier gefeiert haben mit der BMW MGMBA. 50 Jahre Motorsport BMW im Rahmenprogramm. Das Legendenrennen auf den identischen BMW M2 Cup Fahrzeugen. Mit unter anderem Johnny Cecotto mit Arturo Mesario, Joch Maas und anderen großen Namen. Und Patrick Simon, der macht schon wieder Bildungstv mit uns, für uns. Denn er hat schon wieder ein interessantes Detail entdeckt. Ja, das sind die Kugeln aus dem Kugellager dieser Antriebswelle, die leider ihren Dienst quittiert hat. Und jetzt hier so halb unmotiviert auf dem Boxenbogen liegt. Die Mechaniker liegen deutlich motivierter, weil die bauen in diesen Golf, das Auto mit der 223 jetzt mal ganz schnell hier in eine neue Antriebswelle ein. Gar nicht so einfach bei diesen frontangetriebenen Fahrzeugen vorne mit Lenkeinheit, mit dem Getriebe das jetzt anzuflanschen. Aber das ist faszinierend zu sehen, wie die alle genau wissen. Weiter, jetzt muss gedreht werden. In der Regel sind es sechs Schrauben, die man braucht, um hier die Antriebswelle am Getriebe wieder anzuflanschen. Zwei halten den Radträger weg. Man hat das hier unten vom Dreieckslenker abgeschraubt und dann gleich, wenn innen angeschraubt ist, diese Narbe, also diesen Zapfen, den wir hier sehen, dann wieder in den Radträger reinzustecken, damit natürlich der Antrieb, der aus dem Motor übers Getriebe umgeleitet wird, auch auf der Vorderachse ankommt. Es scheint, dass überall Kleinigkeiten sind. Es ist einfach geil, den Jungs zuzusehen. Die kennen jeden Handgriff, der weiß, welche Verlängerung er braucht, um auf der Nuss da an den richtigen Punkt zu kommen. Unfassbar faszinierend zu sehen, nicht nur, was die Fahrer leisten, sondern was die Mechaniker ja auch hier können, was die Bock haben, was die drauf haben. Und das nach einer ganz, ganz langen Woche, die hier schon vielen in den Knochen steckt. Einfach nur geil. Teamwork, sowohl bei uns im Team, in unserer Crew, aber eben auch bei den Mannschaften, auf den Autos. Und schau mal, wie sie da kämpfen mit der Bremse. Also, Egomanen sind hier fehl am Platz in der Eifel, definitiv. Die müssen alle zusammenarbeiten und wir haben es ja schon mehrfach beschrieben, das Vertrauen, was die Fahrer dann eben gerade bei solchen Reparaturarbeiten, bei solchen Wechseln in ihre Mannschaft setzen müssen. Das gehört einfach dazu. Aber das ist eingespielt. Und das ist ja auch mit ein Aspekt, der das Faszinierende ausmacht, hier bei dieser sensationellen Motorsportveranstaltung. Das Volksfest des Motorsports schlechthin auf der schönsten Rennstrecke der Welt, auf der Nürburgring-Nordschleife. Ich studiere die Sektorenzeiten, nicht unbedingt nach Bestzeiten, aber wir haben teilweise doch Differenzen von zwei Sekunden in den einzelnen Sektoren und zwar in abwechselnder Reihenfolge. Also nicht mehr Adam Christodudu, der jetzt permanent aufholt, sondern er lässt teilweise auch knapp zwei Sekunden liegen, wie im Sektor 5. Im Sektor 6 sind es gar 3,3 Sekunden. Also es sieht so aus, als hätte Frederik Werwisch die Alarmglocken gehört oder es gab eine entsprechende Funkansage nach dem Motto, so, jetzt bitte wieder forcieren. Also das Ganze ist hier höchst dramatisch. Aber Achtung für die Getränkewarte auf den Campingplätzen oder auch zu Hause, da funktioniert unser Trinkenspiel ja auch. Kein Purple in Sicht, keine Purple-Sektorenmarkierung. Trotzdem aber bei Adam Christodudu in Sektor 3 und Sektor 4. Persönliche Bestzeiten, die er da gefahren ist. Also, das lässt uns hier aus der Distanz analysieren, anhand des Zeitnamemonitors. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wer von den beiden führenden Fahrzeugen wie und wo im Verkehr steckt. Und da müssten sie jetzt auf die Döttinger Höhe aufbiegen, heißt der Adam Christodulo. Wo ist denn der Frederik Werwisch? Der war zehn Sekunden davor. Und da ist jetzt, ja... Klasse Kamerarbeit wieder. Das ist der reale Abstand zwischen den beiden. Hier, da kommt jetzt der Verfolger. Adam Christodulo im Gatspeed Mercedes, im BWT-Design. Mittlerweile ja ein Klassiker. Und hier, da ist er jetzt. Der Mercedes kann da vielleicht wieder ein bisschen was aufholen. Frederik Werwisch biegt in diesem Moment auf den Grand Prix-Kurs ein und fährt jetzt hier mit allem, was er hat, an uns vorbei. Und das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Wir werden gleich genau sehen, was denn hier die letzten Meter gebracht haben. Was der Rückstand ist für Adam Christodulo im Mercedes mit der Startnummer 3. Das könnte, das könnte ein Finale Furioso werden. Aber, was sage ich, wenn ich unten rechts auf die Uhr schaue, dann sehe ich, dass wir noch fünf Stunden und 32 Minuten haben. Das der Führende, die 15, der Audi Frederik Werwisch. Gejagt von Adam Christodulo. Zwei Minuten, sieben Sekunden. Der Rückstand von Vierer Mercedes. Dann das Auto mit der 22, im Moment pilotiert von René Rast. Die haben zwei Minuten und 40 Sekunden Rückstand. Und da der Schubert BMW ja gerade drin war, das wird sich dann gleich bereinigen. Wir sind in der 122. Runde, heißt, wir haben 121 Runden bewältigt und zurückgelegt. Also in der letzten Runde, wie schon vermutet, ein kleiner Vorteil für Frederik Werwisch. Nachdem er zuvor pro Runde über zehn Sekunden verloren hat, hat er noch mal durchschnaufen können, hat seinen Vorsprung noch mal um zwei Sekunden erhöhen können. Aber zwei Sekunden bei noch fünfeinhalb Stunden ist eine Winzigkeit, sodass wir effektiv von zwölfeinhalb Sekunden Differenz ausgehen. Alles, was dahinter ist, behaupte ich, muss mit dem Wetter ein bisschen kalkulieren. Ansonsten, wenn die vorne das ohne Probleme zu Ende führen, dann sind sie gut unterwegs auf Sikos. Also entweder der Phönix Audi A8 oder der Gatspeed Mercedes, die können das zunächst zumindest einmal so kontrollieren. Aber, wie gesagt, wir haben da noch ein paar Unwägbarkeiten hier in der Wetterlotterie. Ich drehe mich mal gerade um. Da sehe ich geschnittenes Profil da bei dem Golf mit den GT Tires, GT Performance. Ja, mit unterschiedlichen Autos hier im Einsatz. Wir blicken auf den Führenden. Ja, da brennen die Feuer. Scheibenwäschereinsatz noch nicht zu sehen, aber deutlich hier. Profil. Also, vielleicht wissen die was, was wir nicht wissen. Das sind geschnittene Slicks. Also da ist man quasi für beide Wetterlagen so auf einem Kompromisskurs unterwegs. Ja, vielleicht haben die ihren eigenen Wetterfrosch irgendwo am Hügel sitzen, der da tatsächlich an einsetzenden Regen sieht, wie auch immer, oder herankommen sieht. Also es wird auf jeden Fall gepokert und das Pokerspiel wird nicht nur hier die GT-Mannschaft betreffen. Da ist es auch ganz schön dunkel bei Frederic Vervic. Also sehr unterschiedlich. Aber das ist eben die Topografie. Uwe, du machst ein Päuschen. Und dann haben wir wieder eine Verabredung für das grande Finale. Und das kribbelt. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und Patrick Simon freut sich garantiert auch. Das war gerade ein schöner Moment. Schöner Applaus. Jan, der hat gesagt, ich gebe dir gleich ein Interview, aber ich muss erst einen Schluck trinken. Das war der junge Kerl, der blonde, der da unten drinnen gehangen hat und die Antriebswelle gewechselt hat. Das hat wirklich in einer sehr eindrucksvollen Manier gemacht. Und die Leidenschaft, die wir sehen von den Fahrern, wenn sie auf der Döttinghöhe, auf dem Windschatten herausgehen, die kann man auch vorne rechts im Radträger sehen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir nicht zu lange Trinkpause machen. Ja, der muss natürlich den Jungs berichten. Aber Jan, jetzt musst du uns erst mal berichten, was das gerade für ein Husarenritt war, da diese Antriebswelle da vorne in Nullkommanicht zu tauschen. Also es war nicht ganz einfach, da war alles schwer heiß, die Bremse. Dann dreht sich alles aus, wenn es heiß ist, geht natürlich noch schwieriger. Aber mit meinem Teammitglied, dann habe ich das natürlich alles hinbekommen. Aber ich habe es gerade schon gesagt, so leidenschaftlich, wie die Fahrer draußen sind, so leidenschaftlich die Fans hier feiern, so seid auch hier die Mechaniken. Die stillen Helden dieser Veranstaltung, das hat keine zehn Minuten gedauert. In der normalen Werkstatt wäre das Auto zwei Tage weg. Vielleicht gibt es einen Leihwagen, vielleicht auch nicht. Aber jetzt ist dein Auto wieder auf der Strecke, ziemlich geil. Gott sei Dank, hat Spaß gemacht. Ja, sehr schön. Man muss, das ist halt Liebe, ne? Hobby zum Beruf. Hobby zum Beruf. Und das sehen wir bei so vielen Menschen. Schön, dass es so Menschen wie euch gibt. Richtig geil. Dankeschön. Ja, danke auch von hier oben an den Jan. Der lebt dieses 24-Stunden-Rennen genauso wie viele, viele andere. Ja, Werkstatt, zwei Tage. Erst mal einen Termin kriegen in der Werkstatt. Oder erst mal die richtigen Teile parat haben. Das ist ja in diesen Tagen auch nicht so einfach. Und wir fahren mit. Geteilte Bildschirme. Und rechts Adam Christodoulou. Links Frederik Wewisch. Der Kampf um die Führung. Der Kampf um den Sieg hier vielleicht. Aber Lars, die Distanz. Schau mal unten rechts. Fünf Stunden 27. Das ist noch eine Menge Weg. Das ist anderthalb Stunden länger wie ein durchschnittliches Rennen in der NLS. Das ist die Abkürzung für die Nürburgring-Langstrecken-Serie. Da fährt man über vier Stunden. Aber das kriegen wir hin. Wenn du überlegst, was wir schon hinter uns gebracht haben, wo wir begonnen haben. Gestern um 16 Uhr. Da ging es zur Sache. Es ist vieles, vieles passiert. Ihr habt es in der Summary in der Zusammenfassung immer wieder gesehen. Alle zwei Stunden zur vollen Stunde. Und es hörte auch in der Nacht nicht auf, Eddie. Und ich glaube, dass es auch nochmal extrem spannend wird. Weil wir merken, die Boxen-Stops, die variieren zwar um ein, zwei Runden von Team zu Team. Aber es wird enger vorne an der Spitze. Es läuft alles wieder auf einen Sprintentscheid hinaus. Ja, und hast du das gesehen mit dem BMW? Da war es verdammt knapp. Da war es verdammt eng für Adam Christodoulou. Und das ist eben die Nordschleife. Das sind die Tücken. 25,3 Kilometer, die Höhenunterschiede. Die 78 Kurven. Das, was hier abgeht, gibt es nur hier in der Eifel. Blicken wir nochmal drauf. Ja, da weiß er nicht so richtig. Er sieht natürlich das Signal mit den blauen Lampen, die das signalisieren. Da kommt ein schnelles GT3-Fahrzeug. Ja, und dann eiern sie da so ein bisschen hin und her. Und dann ist es letztendlich eine Millimeterentscheidung. Ob es den Einschlag, ob es die Kaltverformung gibt. Oder ob Adam Christodoulou weiter um den Sieg kämpfen kann. Ja, das tut er. Das ganze Streckenabschnitt hoher Acht. Ab da geht es auch runter. Aber Patrick hatte auch was zu sagen. Bitte schön, Patrick. Naja, es war schön zu sehen. Normalerweise sagen wir immer, wenn das langsame Fahrzeug auf der Ideallinie bleibt, ist es natürlich für jemanden wie Adam Christodoulou, aber auch für alle anderen, Frederik Levisch, viel, viel einfacher zu lesen und ein Manöver zu starten. Und das war das, was Adam Christodoulou eigentlich erwartet hat. Er hat gedacht, dass der BMW sich raustragen lässt in der Hedwigshöhe und er innen dann vorbeifahren kann. So macht es in der Regel am meisten Sinn. Weil jeder interpretiert, dass Platz machen sonst irgendwie ein bisschen anders. Es ist die schwierigste Aufgabe bei diesem Autorennen, bei diesem 24-Stunden-Rennen, den Verkehr zu lesen und nirgendwo hängen zu bleiben. Das haben wir so oft gesehen. Einmal mehr ist es gut gegangen, aber es war Sackhaaresbreite. Es ist immer schön, wenn man einen richtigen Rennfahrer im Team hat. Patrick Simon, der uns jetzt hier unten in der Boxenkasse unterstützt, Eddie. Ja, so sieht es aus. Aber der Matthias Killing ist auch auf dem Weg im Übrigen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das weißt, aber der wird demnächst hier oben am Nürburgring BMW M2 Cup fahren. Ach, der kann erst mal mit uns Rad am Ring fahren. Das wäre was, genau. Auf dem Rad wäre ich garantiert schneller, im Auto nicht. Aber 5 Stunden, 24 Minuten, auch Adam Christodoulou, Döttinger Höhe. Wir haben gerade im Schwalbenschwanz wieder perfekt eingefangen von unseren Kameraleuten. Den realen Abstand auf der Strecke zwischen den beiden gesehen. Gerade beim letzten Zielumlauf waren es 15,7 Sekunden. Das variiert immer so ein bisschen. Das schwankt immer so ein bisschen hin und her. Der Audi mit der Startnummer 15. Vor dem Gert Speed Mercedes mit der 3. Und auch der zweite, das Schwesterauto mit der Startnummer 4. Dani Juncker, der ja im Gert Speed Mercedes auf der 3. Position. René Rass dahinter in lauer Stellung mit der 22. Und wir wollen den Schubert BMW nicht vergessen. Die liegen auf der 5. Position im Auto mit dem BMW M-Jubiläumsdesign. 50 Jahre BMW Motorsport. Du, ich vermute, da war wirklich was dran mit der Ansage an Friedrich Werwisch. Achtung, nicht nur verwalten, gas mal wieder ein wenig an. Denn seit drei Umläufen ist der führende Werwisch im 15er Audi knapp drei Sekunden schneller wie Adam Christodoulou, sein Verfolger im Gert Speed Mercedes. Ist gerade eine 8, 12, 6, 8, 9 gefahren, Frederic Werwisch. Im Vergleich dazu er hier, Adam Christodoulou, eine 8, 15, 7, 6, 8. Schnellste Rennrunde, im Übrigen immer noch auf Seiten des 12er Mercedes. Luca Stolz sitzt da immer noch auf dem Auto, die momentan auf der 7. Position notiert sind. Und zwar eine 8, 11, 6, 3, 9 sind die gefahren. Und das ist für die Bedingungen hier richtig schnell. Patrick, bitte. Ja, wir sind bei der Phoenix-Box, weil wir natürlich so ein bisschen durch die Gasse schlendern und gucken, was passiert ist. Ernst Moser ist gerade in diesen Raum reingegangen. Da stehen für das Team von Phoenix die Reifen in den Heizdecken drinne. Und da ist er gerade am diskutieren, was haben wir denn eingepackt? Haben wir einen Intermediate drinne? Haben wir möglicherweise noch den weichen Slick drinne? Also das ist eine ganz interessante Situation. Weil Ernst natürlich die Situation hier wettertechnisch in der Eifel bestens kennt. Ernst, alle Reifen, die du gerne hättest, in den Heizdecken drinne? Ja, das habe ich gerade gecheckt. Ich denke, ja. Was können wir denn erwarten an Reifen für die nächsten 2 Stunden? Länger kann man das Wetter nicht vorhersehen, oder? Ich denke, wir fahren weit auf Slicks. Sehr schön. Auf die 2 Stunden. Aber es ist spannend. Wir sehen, die Nervosität ist da. Das Rennen, das so intensiv war. Und jetzt glaube ich gerade, was den Kampf um die Spitze auch noch mal ein richtiger Kracher wird. Ja, ich glaube, jetzt die letzten Stunden wird es wirklich in den Krimi. Ja, ich glaube, das ist die Mäuspater-Stadtmeisterschaft. So haben wir es schon getauft. Ernst, vielen Dank für den Moment. Und dann gucken wir natürlich, was am Ende draufkommt, wenn das Auto beim nächsten Boxenstopp vorfährt. Oder wenn dann der große Regen kommt, den alle irgendwie immer noch erwarten. Ja, länger als 2 Stunden kann man nicht vorherschauen, was das Wetter angeht, wurde da gerade gesagt, Lars. Wir haben aber noch 5 Stunden 21 auf der Uhr. Also, das wäre ja nicht das erste Mal. Wetter, Kapriolen, ich sage nur, Finale 2017. Du erinnerst dich gut, was da alles abging in Sachen Wetter. Aber vielleicht haben wir auch einfach mal Glück. Mich würde es freuen für die Sportwarte, für die Fans, also für euch da draußen auf den Campingplätzen vor allem, wenn es einfach mal halbwegs trocken über die Bühne geht. Nee, also, ey, die Glück brauchen nur die, die nichts können. Und wir können definitiv was. Und insbesondere darfst du nicht vergessen, dass wir gestern allesamt versprochen haben, die 50. Jubiläumsausgabe, keine Unterbrechung, kein Regen, jetzt ruder bitte nicht zurück. Ja, also, unbedingt. Einfach mal durchfahren. Wir sind bereits in Runde 123. Wir haben die ersten 4 Autos mit 122 Runden, dann der Schubert BMW, der im Moment bei 121 Runden steht. Und 5 Stunden 20 sind noch zurückzulegen. Und immer wieder faszinierend, diese Bildschirmteilung. Rechts Adam Christodoulou, links Frederic Vervic. Und da kann man mal ganz gut sehen, wo die Unterschiede entstehen. Zum Beispiel gerade in Sektor 4, da ist Adam Christodoulou fast eine halbe Sekunde schneller gewesen als Frederic Vervic im Audi. Das hängt eben, wie gesagt, immer so ein bisschen da dran, wer wie und wo im Verkehr steckt. Wie jetzt links gerade Vervic. Rechts Christodoulou, der kann freifahren. Freie Fahrt für schnelle Mercedes-Profis. Jo, freie Fahrt aber auch für schnelle Porsche, während wir langsam hier unten so ein bisschen bei der Rennleitung wieder einen Stau bekommen. Dürr Motorsport, der Aston Martin stellt sich hinter einen der Porsche an, die ihre Zeitstrafe wegen Flaggenvergehen absolvieren. Freie Fahrt für Porsche, das meine ich in der Cup 2. Da gibt es ja noch das zweite K-Krämer Racing-Auto, 18. Gesamtposition, die Startnummer 127. Christophe Brück, der Christbrück, der verwaltet da diese Führung in der Klasse mit fast einer Runde Vorsprung. Also knapp sieben Minuten stehen da schon auf der Uhr. Auf der zweiten Position, das ist die Startnummer 123, da dreht Gabriel Piana am Black Falcon Porsche momentan am Lenkrad. Und auch die dritte Position direkt dort hinter in der Cup 2 ist es mit der Startnummer 131. Das Mühlner Motorsportauto Niksalewski, der junge Mann aus Aachen, dort aktuell am Steuer. Wow, diese Bilder, die wir hier geliefert bekommen. Das liegt natürlich auch daran, Lars, weil wir aufgerüstet haben. Wir haben neue stationäre Kameras eingerichtet, wie zum Beispiel im Bereich Karussell. Da von der Seite dann unser Kollege auf dem Steiger bei Wind und Wetter da oben. Dann die Drahtkamera mit den Drahtseilen, die hier gespannt sind bei Startziel, wo mit den Autos mitgefahren wird. Also auch da verbessern wir die Performance permanent. Wenn du überlegst, wie wir und wann wir angefangen haben, aber überleg mal, da reden wir gleich drüber. Denn Patrick meldet sich nochmal aus der Boxengasse. Ja, Lars, wir haben schon vor ein paar Tagen angefangen. Damals ohne Bilder, nur mit dem Monitor der Zeitnahme. Also zumindest meine Anfänge. Dann haben wir die ersten SMS bekommen, war schon richtig spannend. Und es ist faszinierend zu sehen, was da mittlerweile geleistet wird. Was ein entscheidender Unterschied ist, der mir aufgefallen ist, das Team von Ernst Moser, die Phönix-Mannschaft, die den Werkseinsatz für Audi macht, da sitzt man ganz klassisch am Kommandostand. Also Rennstrecke, Boxenmauer und da sitzen die Jungs. Haben immer mal die Möglichkeit, auch aus dem Kommandostand raus, sich zu lehnen, das Wetter besser zu riechen, zu fühlen und zu schmecken. Als ich das Interview mit Adam Mosjega gemacht habe, musste ich durch die Boxe, hinten in den Lkw, der in der zweiten Reihe steht. Da sitzt man mit einem Heizöfchen im Truck drin, aber hat keinen direkten Blick nach draußen. Ich weiß nicht, ob das möglicherweise, wenn es nachher im Wetterpoker möglicherweise um die Entscheidung des richtigen Reifen geht, vielleicht nicht ein kleiner Nachteil ist, weil man nicht genau riechen, schmecken und fühlen kann, was das Eiflerwetter für die nächsten 15 Minuten parat hat. Ja, wenn das mal einer riechen, schmecken und fühlen könnte, das Eiflerwetter. Ich sage ja immer, four seasons in one day. Nirgendwo anders ist das so möglich wie hier. Haben wir schon viel erlebt. Und jetzt haben wir auch wieder den Heli im Einsatz dazu, die Onboards. Diese Kombination ist einfach der absolute Hammer an Bildern. Mehr Rennsport geht nicht. Das Familienfest des Motorsports, die 50. Ausgabe des 24-Stunden-Renns hier in der Eifel. Und Lars, ich weiß nicht, was dein Gefühl sagt, aber meins sagt mir, wir kriegen eine Knüller-Schlussphase. Mein Gefühl sagt mir erstmal, dass ich, glaube ich, die meisten Fans schon die Termine für die 51. Für die 52. und, halte ich fest, für die 53. Auflage notiert haben in den Kalendern, in den Terminbüchern, denn die sind veröffentlicht vom ADAC 18. bis 21. Mai 2023, 9. bis 12. Mai 2024 und der 19. bis 22. Juni, da gehen wir in den Juni, in 2025 nachzulesen. Natürlich auf 24h-rennen.de, die offizielle Website von diesem Langstreckenklassiker in der Eifel. Dreierteilung jetzt der Bildschirme. Wird ja immer besser. Und immer kleiner. Ja, aber das macht nichts. Trotzdem vermittelt das die Eindrücke, und das ist ja das, was wir wollen. Wow. Friedrich Verbisch ist drüber, realisiert eine 8 Minuten 18,6 in seiner 123. Runde, die er gerade kompletiert hat. Die hat auch kompletiert Adam Christodoulou. Der nimmt ihm da richtig Zeit ab. Fährt nach 8 Minuten 12,0. Persönliche Bestzeit. Persönliche Bestzeit war kurz in grün und Rückstand unter 10 Sekunden wieder. 9,2 Sekunden zwischen dem Audi und dem Mercedes auf zwei. Was macht Klunker? Der, der im zweiten Get-Speed Mercedes mit der Startnummer 4 hier auf der dritten Position geführt wird, auf den wir warten. Der hatte im vorletzten Umlauf eine 8 Minuten 18. Allerdings ist Kunkadea etwas weiter zurück, dass wir hier gut noch anderthalb Minuten warten müssen. Die beiden sind dort vorne recht ereilt. 5 Stunden 15. Tja, da sieht es so ein bisschen so aus, als wenn da Sonnenbrillen benötigt werden. Und dann geht es gleich wieder rein in die grüne Hölle. Abbiegen. Grand Prix-Strecke verlassen. Hartzenbach. Und dann schauen wir mal. Runde 123. Die beiden Führenden bewältigt. Dani Runkadea ist noch nicht über den Strich. Der steht noch bei 122. Kommt so in ca. 50 Sekunden hier vorbei bei Start-Ziel. In ca. 1 Minute und 18 Sekunden dann René Rast. Der vierte bei der 20 beim Schubert BMW dauert es 2,30. Bei Lukas Stolz im Mercedes dauert es gar über drei Minuten. Das sind so die Hochrechnungen, die wir hier haben. Und Adam Christodolo ist im Bereich Hartzenbach unterwegs. Konzentriert wie immer Adam Christodolo. Jetzt der Umschnitt auf die Kamera. Frederik Werwisch, der Führende im Audi. Mit der Startnummer 15 läuft da auf ein kleineres Fahrzeug auf. Auf ein Renomigan, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Jetzt wieder der Umschnitt. Oben links, Frederik Werwisch. Dann das Ganze aus der Helikopterperspektive. Und Adam Christodolo ist ein Verfolger. Also das Duell, was momentan dieses Rennen in der 123. Oder nach 123 Runden ausmacht. Neun Sekunden waren es bei der letzten Überfahrt. Neun Sekunden. Da ist neun Sekunden auf der Nordschleife. 78 Kurven, 25,378 Kilometer. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Neun Sekunden, das ist nix. Einmal ein bisschen hängenbleiben hinter einem, der zum Überrunden ansteht. Einmal ein bisschen zu früh oder zu spät bremsen. Und schon sind diese neun Sekunden weg. Also ich bin gespannt. Mir wäre es am allerliebsten. Fünf Stunden reize noch. Mir wäre es am allerliebsten, wenn wir wirklich so ein Rad an Rad, Tür an Tür Duell zum Finale dieser 50. Ausgabe des 24-Stunden-Rennen bekommen. Und ich sage dir, sowas sitzt durchaus drin. Das kann durchaus passieren. Das haben wir schon sehr, sehr häufig gesehen. Sehr, sehr oft gesehen. Übrigens, Daniel Kunker, der hat die 123. Runde beendet. 8 Minuten 14,5. Seine Zeit, knapp zwei Minuten der Rückstand auf den Teamkollegen. Und René Rast ist rüber. Auch er hat die 123 Runden absolviert. Auch er fährt nach 8 Minuten 14. Da liegen da so genau zwischen, zwischen Christe Dolo und Vervich. Vervich, wie gesagt, der Führende mit einer 8,18,6,22. Das sind die Vergleiche. Da kann man mal sehen, das, was wir zu Anfang des Rennens gesagt haben, dass es mittlerweile ein Sprintrennen ist hier. Dieses Langstreckenrennen in der Eifel. Aber davon ist überhaupt nichts mehr zu spüren. Eigentlich in jeder Phase des Rennens geht es um jede Sekunde, um jedes Detail. Und da haben wir wieder gesehen, dass das beim Überrunden nach wie vor auch ganz schön eng werden kann. Denn die anderen fahren in ihren Klassen ja auch noch ihr Rennen. Und die können sich ja, nur weil der Christe Dolo da kommt, nicht in Luft auflösen. Also immer wieder diese Schreckmomente für alle Beteiligten. Ja, und wir sind ja nicht die Einzigen, die uns das Ganze hier mit Begeisterung anschauen. Wir haben nicht nur Fans, die das schauen. Wir kriegen auch Fan-Kommentare. Und ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen Social Media, was denn so in der letzten Zeit reingekommen ist. An Kommentaren vielleicht anfragen, während wir hier den führenden Audi aus der Helikopterperspektive verfolgen. Und mit ihm mitfliegen, RDO 60. Eieiei, jetzt kommen doch noch die dicken, dunklen Wolken. Und er hat so einen Screenshot reingemacht aus der Region Adenau in Nürburgring, wo man dann oben so ein bisschen blau erkennen kann. Eine Art Wetterradar. Wir warten mal ab. Ich glaube, da kommt gar nichts. Die Polizei Koblenz, wenn K.O. Koblenz heißt, mit Vollgas starten wir in den letzten Tag des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring. Seite an Seite mit den Motorsport-Fans sorgen wir auch in den verbleibenden sechs Stunden für Sicherheit. Das ist das Schöne beim Motorsport. Hier hörst du nichts vom Palaber oder so. Lukas Storms, der sich sehr mit dem Motorsport beschäftigt. Es sieht sehr gut aus, dass dieses Rennen endlich mal über die volle Distanz geht. Ja, davon gehen wir jetzt mal aus. Denn klar, ein paar Wolken, aber das ist ja nicht so schlimm. Hier, das ist ein etwas älterer Soundparty. Chris, auch ein schöner Name. Moin ihr Donnervögel, sieben Stunden 22. Wieder sehr spannend. Habt einen tollen Sonntag. Ja, den haben wir. Denn wir sind da, wo wir am liebsten sind. Wir sind in der Eifel. Wir sind auf der Nordschleife. Seit gestern sieben Uhr wach, bin völlig fertig, aber zu Ende schaue ich trotzdem. Dem geht es wie uns. Ja, wir sind auch nicht im Bett gewesen. Also schön, das schaffen wir zusammen. Das stehen wir gemeinsam durch mit dir. Und immer weiter so, immer schön diese Kommentare posten. Ja, die lenken uns auch so ein bisschen ab, zeigen, wie ihr das Ganze seht, wie eure Stimmung ist. Und guckt mal ins Brünchen. Da sind jetzt fast alle wach, stehen wieder am Zaun und gucken sich das an, was jetzt hier in diesem fünfstündigen Langstreckenrennen noch passiert. Haben wir ja vorhin gesehen, die Frühstückseier gekocht im Brünchen. Na klar, die Versorgungslage, das ist alles minutiös geplant. Und jetzt geht es dann. Final. Gleich in die letzten fünf Stunden. Matteo Drudi bleibt auf dem Auto mit der 24 sitzen. Ja, das sieht alles so ein bisschen nach einem eher meditativen Boxenstopp aus. Und Grillfleisch ist auch noch ein bisschen über in der Eifel. Wird wahrscheinlich ausgelost, wer da den Job des Grillmeisters zum Frühstück hier inne hat. Ist Matteo Drudi sitzen geblieben? Man sah jetzt so im Umschnitt die letzte Sekunde, dass da noch ein Fahrer weg geht. Kann auch sein. Werden wir gleich sehen, wenn der Fahrertransponder umgestellt wird. Noch steht er auf der neunten Position, Matteo Drudi. Wer auch reingekommen ist, das ist der zwölfer Mercedes mit Lukas Stolz. Der nach wie vor zu beachten ist, auch wenn er im Moment nur auf der achten notiert wird. Der aber einen guten, guten Rhythmus hat im Bildstein. Die Seitenauto mit der Startnummer 12. Lukas Stolz mit Philipp Ellis und Raffaele Marcello. Auf dem Mercedes-AMG Team Bildstein bei HRT eingesetzt. Und der Blick von oben, Gatspeed, Adam Christodoulou, Frederic Werbisch. Beide auf der Döttinger Höhe, beide auf der langen Geraden. Beide eben, als sie das letzte Mal in Zielstrich überquert haben, unter 10 Sekunden zwischen den beiden. Das heißt, auf dieser langen Gerade kannst du den Gegner sehen. Christodoulou kann den Audi von Werbisch sehen. Das hilft immer noch mal so ein bisschen zu wissen, wo bin ich, zu sehen, komme ich ran. Du siehst ihn visuell, du fährst nicht nur gegen die Uhr, gegen das, was dir das Team ins Cockpit funkt. Die Eifel at its best. 15 ist drüber, Werbisch realisiert. 8, 13, 6, 2, 6. Und schneller, viel schneller. Ah, er ist in die Box gekommen. Christodoulou wählt die Boxen, Einfahrt. Er weiß, was man sich da ausgedacht hat bei den Chefstrategen. Die hätten noch eine Runde fahren können, die hätten beide noch eine Runde fahren können. Werbisch ist draußen geblieben, Christodoulou und oder das Team haben entschieden bekommen. Nee, warte mal eben. Er hat die achte Runde beendet, klar, das zählte ja erst, als er langsam in die Box gegangen ist. Kommando zurück von mir. Das ist ein routinemäßiger Boxenstopp nach 8 in diesem Stint absolvierten Runden. Da gibt es den Fahrerwechsel. Adam Christodoulou steigt aus, hat einen guten Job gemacht, hat den Job für das Gatsby-Team erledigt. Und jetzt das Bild, was wir schon so häufig gesehen haben bei den ganzen Boxenstops, seitdem das Rennen gestern um 16 Uhr gestartet wurde. Man spricht kurz miteinander, man hilft sich beim Anstallen, man macht die Sicherheitsgitter zu. Connected noch den Trinkschlauch und den Funk, den die Fahrer am Helm haben. Und deine Adler-Augen haben sich wieder mal bestätigt, denn Chris Mies hat mittlerweile im Audi mit der 24 seine Driver-ID gedrückt. Also er hat Matteo Drudi abgelöst, Chris Mies also jetzt im Auto mit der 24 auf der 9. Position notiert. Eine Runde Rückstand auf die beiden Führenden. Die 124, also 124 Runden, diese Zahl steht nur bei Werwisch und auch bei Christodoulou. Er ist zwar jetzt in der Box, aber über den Strich ist er ja drüber gefahren. Naja, Daniel Runkadea, eben drittplatzierten Mercedes, der hatte ja roundabout zwei Minuten Rückstand, bevor er dann nach diesen ersten beiden ersten Überstart und Ziel kam. René Rast auf vier, Krücken auf fünf. Nico Bastian, der war auch schnell unterwegs mit einer 8 Minuten 14 Zeit im Mercedes auf der sechsten Position. Fabian Schiller auf sieben, Alice auf acht. Christopher Mies, du hast ihn erwähnt, auf der neunten Position und die Top Ten kompletiert Nick Tandy. Wer ist der Porsche auf der zehnten Position? Ich bleibe dabei, ein bitteres 24 Stunden Rennen fürs Hause Porsche. Das beste Fahrzeug auf der zehnten Position nach den Ausfällen, die wir da erlebt haben. Das haben sie sich ganz anders vorgestellt. Da kommt René Rast jetzt. Hier sehen wir, dass am Auto mit der Startnummer drei immer noch gearbeitet wird. Der Lollipop-Mann ist festgezogen und dann geht es da gleich weiter. Und dann gehen wir in die letzten fünf Stunden. Und wer Zeit hat, wer nichts anderes vorhat, der sollte sich diese fünf Stunden geben. Denn das könnte noch ein richtiger Kracher werden. Ich glaube, das wird ein Kracher. Da läuft die Uhr runter. Dann darf er gleich loslegen. Alles genau getimt. René Rast liefert uns da die Bilder. Also, Werwisch draußen geblieben. Auf eins hunkert er ja auf zwei. Zwei Minuten der Rückstand. Etwas mehr. Zwei Minuten 41 bei René Rast, dem neuen Dritten. Und jetzt geht gleich das Zwölfer-Auto wieder raus. Und das ist der Blick von oben. Frederik Werwisch. So, und wie wir gerade gesehen haben, mit dem Blick in die Boxengasse. Boxenstop planmäßig, auch bei der 320. 4Motors Bio-Concept Car. Klar, die Nummer von Tom von Löwes, von Smudo, vom Luxemburger Charles Kaufmann und vom Thomas Kiefer, die diese Nachhaltigkeit in den Rennsport bringen. Seit über 15, seit 20 Jahren. Hier mit dem WC3 Cup Porsche bei den alternativen Treibstoffen unterwegs sind. Und diese Klasse auch schon die ganze Nacht über anführen. Ah, und ich höre so gern diesen Sound aus der Onboard. Ich sehe so gern die Onboard-Aufnahmen. Tun auch andere. Florian Alt, Weltklasse Langstrecken-Motorradfahrer. Der guckt natürlich mit einem Auge nach Mugello zum MotoGP. Aber er guckt eben auch unseren Stream und sagt, sieht gut aus. Kann ich nur bestätigen. Also, hier geht's ab. Nicht verpassen. Wir haben noch 5 Stunden auf der Uhr. Und während... Das ist ja schön. Patrick ist gar nicht mehr in der Boxengasse. Der sitzt auf einer Tribüne. Ich bin mal gespannt, wo der da sitzt. Bitte, Patrick. Ja, wo soll ich sitzen außer auf der Haupttribüne? Guck mal, da ist schon die erste Stimmung da. Ja, die merken, dass wir hier sitzen. Seid ihr alle schon wach? Hey! Ja, also, wir machen gleich noch eine Laola. Da sollten wir hinbekommen. Wer bist du? Max. Max. Rote Haare? Du bist für Audi, oder? Nee, leider nicht. Sondern? Eigentlich für den Mantai, aber jetzt für den Gatsby Audi. Also, Mantai ist raus. Dann gehst du ins Gatsbyt-Lager über? Ja. Felix ist auch leider raus mit dem KTM, aber nichts zu machen. Seit wann bist du wach? Seit gestern 7 Uhr. Und warst seitdem wo überall? Fahrradlager und an sich größer nur hier auf der Haupttribüne. Und dann hast du das hier alles schön verfolgt, wie viele andere. Ich rutsche mal ein Stück weiter. Vielen Dank vom Moment. Dem drückst du die Daumen? KTM und Klickenhaus. KTM und Klickenhaus haben nicht mehr die großen Chancen auf den Gesamtsieg. Aber das ist auch egal, oder? Ja, ein vollkommen, vollkommen egal. Vollkommen egal. Ich habe voll viel Spaß. Und das ist echt bei mir das schön hier zu sein. Ja, und es ist schön, dass ihr hier seid, weil das gibt diesem ganzen Rennen noch eine gute Seele. Darf ich euch auch kurz stören? Ja. Wie geht's euch? Super. Gut. Für wen bist du denn? Für wen drückst du die Daumen? Und wie heißt du? Ich heiße Matti. Und ich war für den Mantai-Porscher, aber er ist ja raus. Er ist leider draußen, ne? Und wem drückst du jetzt die Daumen? Jetzt bin ich für den Mercedes eigentlich, den zweiten. Den zweiten, den pinken Mercedes, ne? Ja. Dann drücken wir mal die Daumen, dass das klappt. Teilt der Papa die Meinung? Oder bist du für Audi? Lieber Audi. Lieber Audi. Also das ist doch schön. Der Vater für Audi, der Sohn für den Mercedes. Wollen wir das mal mit einer La-Ola probieren? Kriegen wir eine La-Ola hin? Ja, sollen wir eine La-Ola machen? Drei, zwei, eins. Ey! Wir müssen da anfangen. Wir fangen dort an und ziehen uns so in die Richtung nach oben. Okay? Kriegen wir hin, oder? Nochmal. Ihr da drüben müsst anfangen. Drei, zwei, eins. Go! Oooooooey! Ja, das ist doch schon ein guter Anfang. Also, Jungs, es ist einfach grandios. Wir haben das gestern in der Startaufstellung gesehen mit den Fans, was los war. Aber hier mittendrin zu sitzen, da sind ja Deckenlager, die sitzen die ganze Nacht da. Es ist herrlich. Also, komm, einen machen wir noch. Einen Versuch noch mal. Wir fangen nochmal da drüben an. Drei, zwei, eins. Und go! Oooooooey! Ach, ihr seid die Allerbesten. Schön, dass es euch gibt. Zurück zu euch. Frühsport mit Patrick Simon. Sehr schön zu sehen. Vielen Dank für die Eindrücke. Es fühlt sich wieder hier für die letzten fünf Stunden, die just in dieser Sekunde anbrechen. Die Antwort wollen wir noch beantworten. Wir hatten hier einen Fan, der dem Blickenhaus SCG 004 die Daumen drückt. Fünfzehnte Gesamtposition immer noch auf unserer ersten Seite des Zeitnahmemonitors zu finden. Und führend in der Klasse SPX. Ja, die Klasse SPX, das ist ja so eine Klasse, wo zum Beispiel auch der KTM eingestuft ist. Haben wir gerade hier bei uns vorbeifahren sehen. Die 117 immer noch im Rennen mit Kofler auf dem Auto. Extrem schnelle Rundenzeiten. Das ist ja noch ein sehr, sehr junges Projekt angetrieben. Vor allen Dingen von Hubert Trunkenpols aus Matikofen, der hier das Projekt richtig nach vorne treibt. Fährt auch selber das Auto. Hubert Trunkenpols ist ein kompletter Rennsportfreak. Und da hat man noch eine Menge vor, auch im Rahmen der NLS bei KTM mit den tollen KTMs, die ja auch in Sachen Teichmann Racing viel, viel Pech hatten an diesem Wochenende. Fabian Schiller, jetzt der Kameramann im Mercedes mit der 3. Wir haben Werwisch jetzt in der Box. Die führende Mannschaft. Mal schauen, ob da alles glatt geht. Und dann werden wir gleich wieder so ein bisschen mehr wissen. Wir gehen dann gleich in die Runde Nummer 126, 125 haben sie auf dem Tacho. Die Mannschaft hier im Audi R8, LMS, GT3, Evo 2, der ja leichter fahrbar sein soll. Da hat man viel, viel Arbeit, viel, viel Feinschliff investiert in dieses Auto. Unter anderem auch, Lars, und das fand ich immer besonders interessant in der Pressemitteilung, in dem Bereich der Klimaanlage. Aber so warm war es jetzt an diesem Wochenende nicht. Also ich glaube, das macht dann nicht den entscheidenden Unterschied. Nee, ist aber definitiv eins der Sachen, dass man ja versucht, die Autos zum einen für Profis fahrbar zu machen, zum anderen aber auch für Hobbyfahrer, für Amateurfahrer, dass der Unterschied sekundenmäßig von dem Profi zum Amateurfahrer nicht so hoch ist. Die Fahrbarkeit ist extrem wichtig. Man möchte ja auch diese GT3-Autos verkaufen. Und ich sage dir eins, auch als Amateur, wenn wir da jetzt einsteigen würden und würden zehn Runden drehen, wir wären ja klatschnass geschwitzt. Und so eine Klimaanlage, die hilft, dann auch wirklich mit die Konzentration oben zu halten. Links der Service tanken, natürlich auch ein Riesenthema. 114 Liter, Max steht da. Und rechts Fabian Schiller. Dazwischen, zwischen den beiden, Dani Hunkerder und René Rast. Und guck dir mal die Wolken an. Naja, ich trau dem Wetter hier sowieso nie so richtig. Schwalbenschwanz, Fabian Schiller passt hier. Mal gucken, die könnten ziemlich nah dann gleich auf der Rennstrecke sein. Was so meine gefühlte innere Uhr und Hochrechnung ergibt. Jetzt Döttinger Höhe mit Fabian Schiller. Und das Führungsfahrzeug, die führende Mannschaft, die 15. Gerade mal den Tankrüssel raus. Und jetzt wird er da noch ein bisschen stehen. Nämlich unten die Stoppuhr läuft da mit. Das ist ja vorgegeben. 20 Sekunden sind es noch. So, René Rast, der geht schon mal durch im 22er Audi. Dani Hunkerder, ebenfalls in die Box gekommen. Das Fahrzeug mit der Startnummer 4. Das Schwesterfahrzeug von Gatspeed. Und so haben wir in diesem Moment einen führenden. Kommt gerade eine Frage rein. Weiß jemand, wo Patrick gerade bei dem kleinen Fan war? Wir würden ihm gerne eine Fahne und Mütze vorbeibringen. Naja, Haupttribüne. Nehmt doch einfach mal einen ganzen Sackmützen und Fahnen mit. Und macht da ein paar Menschen glücklich. Haupttribüne. C3. Fast ganz hinten, wo die Haupttribüne aufhört. So, ich würde sagen, der letzte Treppenauf- oder Treppenabgang, je nachdem, von wo man kommt, bevor die Tribüne aufhört. Das habe ich so aus diesen Bildern der La-Ola-Welle interpretiert. René Rast führt jetzt das Rennen an. Er ist eine 8.25.207 gefahren. Auch der 15er Audi geht jetzt gleich wieder raus auf die Strecke. Da sehen wir die Lichthupe beim Gatspeed. Da ist Fabian Schiller auf dem Auto. Und immer noch natürlich ein bisschen Verkehr. Es steht im Übrigen immer noch die 8.11.639. Das 12er-Auto haben wir ja schon mehrfach erwähnt. Philipp Ellis ist da im Moment am Steuer. Das ist die beste Rennrunde. Auch die Mannschaft muss man noch beachten mit der 12. Philipp Ellis im Moment auf der 7 notiert. So, Huckadeya immer noch in der Box. Der Schubert-BMW dadurch vorbeigegangen auf der 4. Position. Der Blick von oben vorm Heli. Das kann keinen kalt lassen. Sensationell. Die Kamerarbeit der Kollegen. Die Aufnahmen, die wir hier liefern und geliefert bekommen. Unter 5 Stunden verbleibende Renndistanz. Also René Rast mit Führungskilometern. Und jetzt wird es dann ein Motorsport-Schachspiel. Ein Taktikspielchen. Wer rechnet am besten? Wer timet das Ganze am schlauesten? Vielleicht auch noch die Variante mit einem ganz kurzen Tankstopp am Ende. Auch das sind ja Varianten, die wir schon gesehen haben. Und René Rast, der ja vorhin im Interview auch einen sehr optimistischen und positiven Eindruck hinterlassen hat. Er führt jetzt das Feld an. Hinter dem Konrad Lambo. Der Klickenhaus, gerade in die Box gekommen. Ist da auf Platz 15 notiert. Und René Rast nimmt uns mit. Und macht natürlich wie immer einen super professionellen Job. Der akribische Arbeiter. 35 Jahre mittlerweile. Zukunft noch offen. Gerüchteweise verhandelt sein Manager von der Agentur Pole Promotion, Dennis Rostek. Der ja auch die Van der Lindes, der ja auch Nikitin, der ja auch Fabian Kreim, den dreifach deutschen Rennigmeister betreut und managt mit McLaren. Da soll es dann angeblich um die Formel E gehen oder aber eben auch um die Langstrecke. Werden wir alles sehen. Eigentlich ja kaum vorstellbar, dass René Rast gefühlt als ewiger Audianer das Lager verlässt. Das so ein bisschen Radio-Fahrerlager, so ein bisschen die Gerüchteköche. Richard Westbrook hilft hier. Nee, oder? Ja doch, er hilft. Werden wir dann mal sehen, wer jetzt übernommen hat. Auch hier bei Glickenhaus wird getankt, die Flügeltüren nach oben geklappt. Auch hier natürlich der Putz-Service für den guten Durchblick. Nochmal die Scheinwerfer gereinigt. Also Rast, Fantor, Audi, Doppelführung. Die 22 vor der 15,9 Sekunden. Der Abstand liegt dazwischen. Winni Rast im Verkehr. Winni Rast im Verkehr. Anfahrt, Karussell, 4 Stunden 51. Immer noch hinter dem Konrad Lambo. René Rast im Audi, neben Karajulia Karussell. Patrick, bitte. Ja, die Probleme gehen weiter. Es ist wohl Durchhalte, man hier angesagt. Einer der Cup-Porsche, das Auto von Mühlener. Die Sturzstrebe hinten links. Haben wir hier normalerweise eine Schraube und eine zweite Schraube mit den Platten, um den Sturz entsprechend zu positionieren. Ist einfach abgerissen. Deswegen steht das Auto hier drinne und wird dran gearbeitet. Die Piloten, mit Thomas Jung haben wir schon gesprochen. Marcel Loppe, du hast gerade gesagt, es ist relativ kompliziert, dieses Teil zu tauschen, oder? Ja, sieht so aus. Also ich hatte gehofft, dass das schneller geht. Aber scheinbar muss man sehr viel abbauen. Ist das jetzt der Podiumsplatz? Ihr wart auf drei unterwegs, der damit flöten geht? Es sieht noch danach aus, dass wir vorne sind. Aber ich weiß nicht, wie lange die Reparatur dauert. Also ich hoffe, dass das jetzt noch irgendwie reicht. Michael Rehban steht parat, um gleich das Cockpit zu übernehmen. Während man hier bei Mühlener mächtig am Schrauben ist. Zurück zu euch. Also René Rast mit den Führungskilometern. Wir haben noch ein paar interessante Gäste. Kann ich schon mal ankündigen. Jan-Erik Sloten kommt gleich irgendwann hoch. Auch Bernd Schneider hat sich auch angekündigt. Alles für euch, damit wir hier gute Unterhaltung liefern können von diesem Motorsport-Spektakel vom Allerfeinsten. So, wir haben die Mitfahrt mit René Rast. Und René Rast, dem 22er Audi, der befindet sich schön im elektronischen Rückspiegel vom Konrad Lamborghini, auf den er jetzt aufläuft, auf dem er Meter gut gemacht hat. Leichten Blick nach oben. Ich will nicht immer über das Wetter reden, aber zumindest mal die dunklen Wolken ansprechen, während man hier durch das sogenannte kleine Karussell durch den Schwalbenschwanz fährt. Noch ein Stück Höhenmeter machen, dann diese Doppelrechts, die man sehr sauber treffen möchte, um wirklich viel Schwung mit rauszunehmen. Auf die lange Gerade, auf die Döttinger Höhe, da dürfte jetzt René Rast nah genug dran sein, dass aus dem Windschatten heraus der Konrad Lamborghini leichtes Spiel ist, um dort vorbeizugehen. Aber der Konrad Lambo, der geht nun mal auch verdammt gut auf der Geraden. Rast saugt sich an, Rast zeigt sich auf der rechten Seite. Geht jetzt weit nach rechts raus, aber das sollte kein Problem sein. Noch ist man nebeneinander. Leichten Vorteil für René Rast, der da den leichten Überschuss hat. Und es reicht, um vorbeizugehen nach diesem ersten Linksknick. Und sich am Konrad Lamborghini mit der Startnummer 7, übrigens gefahren von Axel Jeffries, der auf der 12. Position liegt, vorbeizuschieben. Zwei Runden liegen zwischen diesen beiden Jeffries. Ist in der 124. der führende René Rast in der 126. René Rast kommt jetzt reingefahren, hat nämlich sieben Runden absolviert, bevor es in die letzte Runde ging. Jetzt springt Umf auf acht, als er hier den verlängerten Zielstrich in der Boxengasse genommen hat und zu seiner Mannschaft reinfährt. Bleibt da sitzen. Das werden wir gucken. Wer nicht sitzt, sondern liegt mit dem Mikro in der Ranz, das ist der Patrick. Und da möchten wir jetzt mal wissen, was du da siehst. Ja, ich habe kurz gefragt, ruht ihr euch aus oder seid ihr noch am Schrauben? Es ist ein bisschen von beidem. Es ist echt ein hartes Rennen. Wir haben vorhin schon gesehen, die 3,22 mit dem Problem in der Pedalerie. Was haben wir jetzt für eine Thematik? Also wir haben dann einmal festgestellt, dass es nicht an der Pedalerie lag, sondern im Endeffekt am Ausrücklager von der Kupplung. Das hat sich dann während der Fahrt zerlegt und dadurch konnte man am Ende keinen Gang mehr einlegen. Und jetzt gibt es ein neues Ausrücklager? Genau, neue Kupplung, neues Ausrücklager. Das sind wir gerade in den letzten Zügen, das zusammenzubauen. Und dann geht es gleich wieder auf die Strecke. Und dann wollen wir gucken, dass die Haupttribüne vielleicht einen Applaus spendet, weil es geht langsam ans Eingemachte. Alle sind hier auf der Felge am Rotieren. Wir ruhen uns noch einen Moment hinaus und hoffen, dass wir das Auto gleich wieder auf der Strecke sehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Leg dich schön auf den Rücken. Wir beobachten das im 50er Jahre BMW M-Design gebrandete Fahrzeug, den BMW M4 GC3 von Schubert Motorsport. Niklas Krücken dreht dort am Lenkrad, kommt über Start und Ziel beendet. Die 126. Runde. Acht Minuten, 19,5. Seine Zeit. Und schiebt sich dadurch, dass René Rast den 22er Audi an die Box gesteuert hatte, im Tableau auf die dritte Position. Audi, Mercedes, BMW, so steht es jetzt hier knapp 4 Stunden, 45 Minuten vor Ende auf dem Tableau. Die 22, was geht da noch? René Rast, ja hier schon auch Gesamtsieger. Die großen Erfolge, die er dann eingefahren hat, nachdem er ja auch lange aus dem Porsche Cup kommend um seine Karriere gekämpft hat und kämpfen musste. Mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Und eigentlich egal, was er fährt, er ist immer schnell. Auch die 16 kommt jetzt rein. Der Audi. Scherer Sport, Team Phoenix. Kim Nuis-Schramm auf dem Auto. Vier Stunden, 45. Noch auf der Uhr. Das könnte ein Knüller-Finale werden. Und jetzt wird wirklich gerechnet, wird kalkuliert. Und wir bereiten hier den Platz an meiner Seite vor. Ein Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Bernd Schneider nehme ich gleich hier an meiner Seite. Zweifacher Gesamtsieger hier beim 24-Stunden-Rennen. Und er sieht natürlich auch dieses Spektakel, was wir hier erleben. So, da ist er schon. Und die Bilder, die wir hier sehen. Fabian Schiller rechts, Dries van Tor links. Bernd, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Frisch siehst du aus. Schönen guten Morgen, ja. Ich war ja auch im Hotel, aber ich konnte fast nicht schlafen. Ich habe alle halbe Stunde einen Fernseher gemacht, geguckt. Wie sind die Zeiten, wo stehen wir? Es ist ja so unglaublich viel passiert in dem Rennen. Und da ist an Schlaf fast nicht zu denken. Nichtsdestotrotz eine schöne Dusche und dann ist der Tag gleich wieder schön anders. Highlight sicherlich auch für dich, das, was wir hier publikumstechnisch erlebt haben. Endlich wieder, endlich wieder. So voll habe ich es eigentlich überhaupt noch nie gesehen in den letzten Jahren. Unglaublich, was die Fans sich am Einfallen lassen. So muss es sein. Also eine Wohltat für uns alle. Absolut. Vor allen Dingen, wenn man zwei Jahre niemanden hat. Und das war schon ein bisschen gespenstig hier am Ring. Und als ich am Mittwochabend ankam, nachts um halb eins, war noch in Spanien, wir waren auf der Rennstrecke, wir hatten eine Veranstaltung. Und da war der Wahnsinn. Ich bin am Bründchen im Pflanzgarten vorbeigefahren. Da war Party. Ich wollte den Listen anhalten und mitfeiern. Also das war schon unglaublich. Ja, das hätten die Fans sicherlich gut gefunden, wenn du mal vorbeigekommen wärst. Was sagst du denn zu der Anfangsphase des Rennens? Es wird viel diskutiert. Ich habe einen Kommentar von Klaus Ludwig gesehen, der ganz klar Laurence Vanthor zum Beispiel die Schuld gegeben hat an dem Duell mit seinem Bruder. Da wird viel darüber diskutiert, dass man die Bodenwellen ja weggebügelt hat an der einen oder anderen Stelle, wo man jetzt viel, viel schneller fahren kann. Und dadurch entstehen dann solche Rad-an-Rand-Kämpfe. Was ist denn deine Meinung dazu? Naja gut, der Kampf mit Laurence und Tris Vanthor war eigentlich schön. Also ich habe es sehr genossen, wie die zwei Brüder miteinander gekämpft haben. Aber ganz klar, da Runde durch die Senke nebeneinander zu zweit, das geht nicht. Das ist wie Oroch, das geht auch nicht zu zweit. Und da hätte Laurence nachgeben müssen, denn Tris Vanthor war innen. Und ganz klar auf der besseren Linie. Und letztendlich, wenn da Auslaufzone wäre, was die Nordschleife nicht hat, dann fährt er ein bisschen durch die Auslaufzone und fährt weiter. Und in dem Fall, klar, 24 Stunden so früh, so hart dagegen zu halten, war ein Blödsinn. Hat er aber auch selber gesagt. Ich meine, es passieren einfach Fehler, auch so erfahrenen, guten Fahrer wie einem Laurence Vanthor. Ja, so sehe ich es auch. Trotzdem, die Action, die wir gesehen haben, die Rundenzeiten, dieser Kampf an der Spitze, im Moment ist es 14,1 Sekunden zwischen dem Audi mit der 15 und dem Mercedes mit der Startnummer 3. Der Schubert BMW jetzt gerade wieder auf der vierten Position, arbeiten hier am Landgraf Mercedes. Das könnte, wir haben noch vier Stunden 41 auf der Uhr, das könnte so ein richtiges knackiges Finale geben. Rad an Rad, Tür an Tür. Also wir beobachten noch mehr das Wetter, weil, erinnere dich, wir hatten schon Rennen, da wird das in der letzten halben Stunde entschieden. Und wir haben dieses Mal keinen Unterbruch und trotzdem sind die Autos so eng zusammen. Das erklärt auch ein bisschen, warum von Anfang an so hart gefahren wurde. Denn jeder wusste, er muss an der Spitze dranbleiben, um hier am Ende nach 24 Stunden mitzureden. Vor allen Dingen, weil die Wetterfeuersage ja relativ gut war für die ganze Nacht. Und von daher musste man in dem Zug dabei bleiben. Dass dann, wenn man auf so einem hohen Niveau fährt und so hat gekämpft, auch Zwischenfälle kommen, ist ganz klar. Hat mich auch ein bisschen überrascht, dass der eine oder andere sich ein bisschen mehr zurückgehalten hat. Aber ja, das ist das Rennsport und wo gehobelt wird, da fallen Späne und vor allen Dingen auf so einem hohen Niveau. Definitiv das Niveau exorbitant in diesem Jahr. Bei denen, die durchgehalten haben, aber ganz klar, man muss durchhalten. Das ist so. Absolut. Ich meine, das Wichtigste, was wird wahrscheinlich jeder Teamchef seinem Fahrer gesagt haben, wir müssen ohne Strafen und ohne Zwischenfälle durchkommen. Und dann entscheidet sich das am nächsten Tag. Und nichtsdestotrotz ist so viel passiert. Wir haben hier den Landgraf, die Mamba, im Bild. Die hatten einen Dämpferbruch gestern. Das wirft dich dann halt anderthalb Runden zurück und die kannst du nicht mehr aufholen. Dem Auto sind halt junge Fahrer auch noch dabei. Für den geht es dann darum zu lernen. Also, die haben vielleicht noch einen anderen Fokus als jetzt die Autos, die absolut auf Sieg gepolt waren. Patrick Simon ist genau da, unten bei der Mamba. Bitte, Patrick. Ja, die Mamba kriegt gerade den Countdown und fährt in 5, 4, 3, 2, 1 wieder los. Zurück zu euch. So, die 55 geht auch auf die Reise. Patrick Asenheimer sitzt im Auto, hat gute Rundenzeiten gefahren, war schnell. Die Rundenzeiten sind eh schnell. Also, wenn man gesehen hat, dass Christodulo vorhin seine schnellste Runde gefahren hat, unglaublich, 8, 12 fahren die da. Theoretische Bestzeit, 8, 08, 8, 09 von Audi und Mercedes. Also, es ist schon brutal, was hier noch angegast wird. 8, 11, 6, 3, 9, die schnellste Rennrunde gefahren vom Fahrzeug, vom Mercedes-AMG, Team Bildstein bei HRT. Philipp Ellis im Moment auf dem Auto mit Luca Stolz, Raffaele Marcello an seiner Seite. Die sind auf der 6 notiert. Also, wenn man da so schaut und weiß, wie schnell sich das hier drehen kann bei 4 Stunden 39 verbleibender Rennzeit, dann kann da noch einiges passieren. Ich glaube, da ist noch ein bisschen was drin. Aber jetzt mal was ganz anderes. Hier nebenan, wir sehen oben links ja die Leuchtdioden, die Firma Lumirank. Und ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Aber der Stefan sagt mir gerade per SMS, ich soll dich mal fragen, ob du dich noch an den Sackomaten erinnern kannst. Langjähriger Mechaniker von mir. Und du sollst doch bitte gleich mal vorbeikommen. Genau, Herr Stefan Sack hat bei uns den Sackomaten, das ist ein Tankgerät, wo wir die Autos betanken und enttanken. Früher hat man das ja noch ganz normal mit Trichter und was weiß ich gemacht. Und das war so eine Maschine, wo das Benzin auch gewogen wird. Wir tanken ja nicht Liter, sondern Gewicht. Und da konnte man dann genau sagen, so viel Kilo wird jetzt getankt fürs Qualifying-Rennen und so weiter. Das hat heute jedes Team. Ja, dieses 24-Stunden-Rennen, die 50. Ausgabe. Du hast zweimal hier den Gesamtsieg geholt. Und jetzt haben wir, wenn wir mal schauen, auf die Runden, die zurückgelegt sind. Wir haben die ersten drei jetzt mit 127 Runden. Die anderen sind aber nicht weit dahinter. Wir haben nämlich bis hin zu Platz 10, nee, bis hin zu Platz 11 sogar, Nick Tandy im Porsche. Die haben alle 126 Runden. Und ich glaube, du hast es 2017 gemeint, als du das angesprochen hast vorhin, dass wir es ja alle schon erlebt haben, dass da durch ein Regenschauer in der letzten halben Stunde auf einmal alles auf links gekrempelt wurde hier beim 24-Stunden-Rennen. Kann uns alles noch passieren. 4 Stunden, 7.30, das ist noch eine gigantische Distanz. Das ist ein komplettes NLS-Rennen, noch ein bisschen mehr. Und die Wetterfeuersage, es ist Wahnsinn. Von heute Morgen, 7 Uhr an, bin ich bei uns in der Racebase. Und die sagen, ja, es regnet dann und es regnet dann. Wir hatten ja ein bisschen Regen. Und jetzt hat es sich schon wieder ein bisschen verschoben. Und das Schlimme ist halt, wenn man hier an der Grubriestrecke an der Boxeneinfahrt vorbei ist und es fängt dann hin an zu regnen, dann nützt dir auch eine Runde Vorsprung nicht. Die hast du dann verloren, wenn du mit Slicks unterwegs bist. Und der andere macht gerade ein bisschen, weil die Regenreifen braucht. Fabian Schiller geht da jetzt an der 55 vorbei. Ja klar, das sind Markenkollegen. Da hält man dann natürlich auch nicht so rein. Gerade wenn es da noch um den Sieg unter Umständen geht. Fürs Fahrzeug mit der Startnummer 3. Aber auch Assenheimer im Auto mit der 55 kämpft noch um eine gute Position. Da geht es vielleicht noch in Richtung Top 10. Und das sah eigentlich ganz malerisch da aus, was wir gerade aus dem Heli gesehen haben. Auch so. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Aber ich muss auch sagen, Patrick hat vorhin auch den Wern nicht vorbeigelassen im Audi, um nicht da vorne mit sich einzumischen. Die sollen das untereinander ausmachen. Ich bin sehr gespannt. Es wird spannend. Wie gesagt, das Wetter spielt auch noch eine große Rolle. Aber auch wenn es nicht regnet, also wenn es jetzt ganz trocken bleibt, glaube ich, ist da noch ganz viel drin. Und Mercedes sieht eigentlich sehr gut aus. Wir haben so viele Autos in Top 10, Top 7 sogar. Vier Stück. Also von daher sind wir ganz gut aufgestellt. Ja, immer noch natürlich im Auftrage des Sterns unterwegs, Bernd Schneider. Bernd, danke, dass du hier warst. Du willst runter zum Team. Wir haben natürlich auch noch viel vor. Dich kann ich das fragen. Du nimmst hier nicht teil. Auf wen setzte? Was ist dein Siegertipp? Bauer einen raus. Es ist ganz schwer zu sagen, aber ich würde mich sehr freuen, wenn Christoph Duhl und Götz das nochmal rocken könnten mit Schiller. Aber die haben ganz hinten gestartet und keiner hat sich offen mit dem Schirm gehabt. Und jetzt sind wir auf Platz 2. Aber wie gesagt, ich glaube, es wird richtig eng noch. Danke, Bernd Schneider, für den Besuch hier bei uns. Wir sehen uns nachher. Ja, bis nachher. Ich werde dich dran erinnern, an deinen Siegertipp. Den haben wir jetzt alle vernommen. Also Bernd Schneider setzt auf die 3. Immer wieder klasse, solche Legenden hier oben zu haben. Genießt unseren Stream weiterhin unten. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Danke, Bernd Schneider. Danke, Bernd Schneider. Das ist gut. Ciao. So, wir sehen den Audi mit der 15. Dries Fantor, der hier unterwegs ist. Und die Abstände werden wir gleich mal uns genauer anschauen. 14 Sekunden waren es bei der letzten Überfahrt bei Start 7. 11 Uhr 25. 4 Stunden 34 Minuten noch zurückzulegen. Und da unten läuft die Uhr mit. Wir sehen natürlich in dieser Phase des Rennens im Moment keine Purple eingefärbten Sektoren. Das ist aber mein persönlicher Gruß. Raus auf die Campingplätze. Purple, das klare Kommando für die, die die Getränke verwalten. Ja, Karussell von oben. Karussell aus dem Auto raus. Mehr geht nicht. Die Kollegen, wirklich mit einem Top-Job, was ihr hier abliefert in diesem Jahr bildlich. Das ist nicht zu toppen, Lars. Also, super, ne? Und du hast den Tipp gerade vernommen von Bernd Schneider. Er setzt auf die drei, ne? Aber hier geben sich natürlich die prominenten Rennfahrer die Klinke in die Hand. Und mach mal Platz, denn du hast einen nächsten Gast. Würde ich natürlich mit dem Tipp als Mr. Mercedes auch gar nichts anderes erwarten. Was soll der Bernd Schneider jetzt sagen, du? Die 15, die gewinnt, das ist ein Audi, der macht das. Nicht die Tür schließen. Du kannst ihn gerne begrüßen. Denn hier geben sich die Gäste, die Interviewpartner, die Rennfahrer, die Klinke in die Hand. Sie helfen uns durch die mittlerweile letzten viereinhalb Stunden, die hier auf dem Programm stehen. Sieht auch ein kleines bisschen müde aus, sieht ein bisschen geschafft aus. Ich glaube, wie wir alle hier im Fahrerlager, die in den verschiedensten Positionen arbeiten. Ich gebe dir jetzt erst mal dein Headset, damit wir dich auch gleich anschließend hören. Du kannst natürlich auch den bequemen Sessel vom Eddie nehmen. Hat der extra für dich freigemacht. Ich gebe dir mal das Gäste-Headset. Keine Angst, die werden jedes Mal desinfiziert. Ich freue mich. Jan-Erik Sloten, herzlich willkommen. Ja, danke. Hi. Der Mann aus Gebürtig, aus Geldern, wohnt jetzt in Neuss, wo ich gerade von dir gelernt habe. In Nuss. In Nuss, genau. Bist du bei Düsseldorf. So sagt das der Niederrheiner. Genau. Perfekt. Oder der Kölner. Auf einer Skala von 1 bis 10, wenn wir jetzt mal das verlängerte Wochenende für dich, für euch. Du fährst für das Iron Force Racing bei Phoenix Team, die 132 in Neunelber Cup Porsche, in der Cup 2 in der Hartung Kämpften, mit Luca Engstler, mit Leon Köhler und mit Timo Schreider zusammen. Und wenn wir euer Wochenende mal so zwischen 1 und 10 einordnen, hattest du weniger als 1 bis fast besser als 10. Ihr habt alles durchlebt an diesem Wochenende. Ja. Hat an guten Sachen oder an Scheiße passieren können. Das ist so, ja. Also wir haben wirklich alles mitgenommen, nichts ausgelassen. Das Auto ist super spät fertig geworden. Wir haben keine Chance gehabt zu testen. Timo ist noch nie mit dem Auto gefahren. Luca ist noch nie mit dem Auto gefahren. Haben alles gegeben. Haben quasi die Qualifyings genutzt, um unser Setup rauszufahren. Und ja, dann hatten wir mit P4, glaube ich, eine ganz ordentliche Startposition. Das war okay. Und haben uns dann nach vorne gekämpft. Und dann waren wir irgendwann auf P1 endlich. Wir waren da auch relativ lange. Ja, und dann fing es schon an einem Muzzle an. Dann ist uns erst der Auspuff geplatzt. Dann ist die Heckschürze geschmolzen. Dann hat es Folge von dem geplatzten Auspuff. Genau. Dann hatten wir einen schleichenden Plattfuß. War auch schön. Und Bremsprobleme. Und dann hatten wir aufgrund dieses geplatzten Auspuffs sozusagen in der Spätfolge hinten links dann irgendwann keine Radbolzen mehr. Also da sind ja diese kleinen Bolzen, wo du das Rad quasi arretierst und dann Zentralverschlüsse wird es festgemacht. Und diese Bolzen sind nach und nach abgebrochen. Und da war auch nichts mehr mit Ersetzen, weil das war alles wie verbacken, verschmolzen. Und da haben wir versucht, das alles auszubohren und so, weil du diese ganze Platte im Prinzip runternehmen musst, um die zu erneuern. Da ging alles nicht. Da mussten wir den kompletten Radträger erneuern. Heißt, Auto neu vermessen. Und nun haben wir nochmal eine Stunde 15 gestanden. Ihr seid momentan, ich glaube, auf der fünften Position in der Klasse. Diese neu geschaffene Cup 2, wo diese Fahrzeuge fahren, die wird sehr gut angenommen. Hier beim 24-Stunden-Rennen ist hart umkämpft, aber auch bei den Rennen der NLS, der Nürburgring-Langstreckenserie. Man hat von einzelnen Fahrern gehört, dass die Autos schon sehr tricky zu fahren sind. Wie ist deine Einschätzung? Du fährst alles, aber du bist für mich so ein bisschen Mr. Porsche, weil du dich da sehr lange mit dem Elber beschäftigst. Sind die wirklich tricky zu fahren oder muss man sich nur daran gewöhnen? Ne, es ist schon wirklich schwer zu fahren, das Auto. Also die Cup-Autos waren ja schon eigentlich immer schwer zu fahren. Auch der 992, der ist halt anders schwer zu fahren, aber der ist auch extrem schwer zu fahren. Und da ist es wirklich deutlich entspannter, mit dem GT3-Auto unterwegs zu sein. Auch wenn du teilweise hinter denen herfährst und dann siehst, wo die einlenken können und wie die einlenken können und so weiter, dann denkst du dir immer, mein Gott, das wäre jetzt so schön. Aber es macht auch Spaß. Also es ist wirklich geil. Es ist eine krasse Herausforderung. Wir haben ja jetzt seit letzter Woche im Prinzip diese Änderung oder erst kam es als Vorschlag von Porsche, glaube ich. Und dann jetzt die finale Änderung im Reglement, dass wir nur 2,9 Grad Sturz auf der Hinterachse fahren dürfen. Das macht die Sache natürlich nicht besser, weil so ein Cup-Auto braucht eigentlich vier Sturz. Wir sind hier beim Test- und Einstellfahrten mit 4, irgendwas, weiß ich nicht, vier Grad Sturz gefahren. Und ja, jetzt nur noch 2,9. Das macht das natürlich noch ein bisschen unruhiger. Währenddessen du so ein bisschen das Fahrverhalten von diesem Cup 2 Auto beschreibst, ist unlängst der Drittplatzierte reingekommen, der Schubert BMW. Niklas Krütten hat das Auto nach seinen 8 Runden ganz normal zur Box gefahren, hat seinen Stint beendet, ist auch ausgestiegen. Das nur mal so als Nachtrag. Wann hast du dieses neue Auto zum ersten Mal bewegen können? Also das Cup-Auto selber letztes Jahr, ich bin letztes Jahr schon im Carrera Cup damit gefahren, auch dieses Jahr. Und hier auf der Nordschleife ist natürlich die Besonderheit, dass wir ein bisschen ein anderes Setup haben. Wir müssen eine weichere Feder fahren, wir müssen ABS fahren und wir müssen Traktionskontrolle fahren. Das hatten wir halt vorher nicht, weil Carrera Cup ist halt ohne alles, sowohl ohne ABS als auch ohne Traktionskontrolle. Und ja, das war natürlich jetzt schon eine Umstellung. Aber für mich relativ einfach. Ich denke, für Luca oder für Timo war es ein bisschen schwerer. Und es gab auch noch speziell jetzt hier fürs 24-Stunden-Rennen geänderte Bremsbelege. Da musste man sich auch massiv dran gewöhnen. Was ist mit diesen geänderten Bremsbelägen als Fahrer anders? Sind die nicht mehr so aggressiv? Muss man feinfühliger bremsen? Oder wie stelle ich? Ich bin ja Laie. Wie spiele ich mir das vor? Du musst da richtig reinballern. Du hast ein sehr, sehr langes Bremspedal. Im Gegensatz zu vorher, vor allen Dingen, wenn du das Auto ohne ABS gefahren bist. Es fühlt sich weich an. Ja, es ist super weich und sehr lang. Beim Carrera Cup hast du immer das Gefühl, du trittst irgendwie auf einen Stein oder so. Da tut sich eigentlich nicht viel. Aber das Ding stoppt dann richtig. Und da musst du dich natürlich dran gewöhnen, auch ans ABS. Und das ABS-Regeln, da musst du das für dich einstellen und so weiter. Du kannst das in verschiedenen Stufen einstellen. Das ist wirklich schwierig. Und das macht es auch wirklich schwierig, weil du natürlich auch die Bremsbalance bei dem Auto verstellen kannst. Das musst du erst mal alles rausfahren. Weil wenn du hier ein Auto hast auf der Nordschleife, was überbremst, heißt, wo die Hinterachse eventuell mal ein bisschen stehen bleibt, dann kriegst du natürlich an der einen oder anderen Stelle ganz große Augen. Will man nicht. Will man überhaupt nicht. Vor allen Dingen, wenn das Wochenende für euch vier mit dem kompletten Phoenix-Team zusammen alles zu bieten hatte. Und es ist ja noch nicht vorbei, dieses Wochenende. Vier Stunden, 30 Minuten, roundabout, viereinhalb. Wir stehen noch auf der Uhr. Ihr seid momentan auf dem fünften Rang. Ihr fahrt nadenlos durch. Aber lass uns mal die Zeit ein bisschen nutzen, um auch Werbung mal für dich in eigener Sache zu machen. Wir beide kennen uns schon lange, rennen uns öfter über den Weg, machen ein bisschen Smalltalk, reden nochmal blödes Zeug. Was mir recht gut gefällt, was ein neues Format oder ihr habt ein neues Format bei YouTube. Ihr testet. Genau. Basis hier am Nürburgring. Genau. Zeigen wir was dazu. Ja, wir dürfen unten auf der Mühlenbach-Schleife unsere Videos drehen. Das ist da, wenn ihr da gewesen seid, wo wir am Freitagabend das Querfahren so ernst genommen haben, mit der Drift-Challenge unten gewesen sind oder mit der Drift-Show an dem Wochenende. Da gibt es ja die Möglichkeit, einen Rundenkurs draus zu machen. Genau. Und da unten, da sind wir immer dann zu Gange und drehen da unsere Videos, testen die verschiedensten Autos, werden jetzt dieses Format auch nochmal ein bisschen abändern. Wir werden in Zukunft Gäste einladen. Wir bauen gerade oder sind dabei, ein Auto zu bauen für die Mühlenbach-Schleife, wo wir im Prinzip Gäste draufsetzen können. Was natürlich jetzt kein High-End-Auto wird, sondern mehr so ein Spaßmobil. Mal eben was Aktuelles zwischendurch. Wir gucken ja immer mit einem Auge so aufs aktuelle Geschehen. Die 332 aus der VT2. Bei den Frontrieblern steht der Hyundai mit Gerrit Holthaus am Steuer. Markus Wielert, Michael Bohrer, Stefan Epp, die Protagonisten. Und Gerrit Holthaus musste das Fahrzeug mit einem, ich meine gesehen zu haben, Reifenschaden vorne rechts abstellen. Nur für die Chronik. Ja, Stand Döttinger Höhe, glaube ich. Michael Bohrer mit dem ich Lupo Cup gefahren. 1857 war das, glaube ich. Lupo Cup war eine tolle Geschichte, um mit dem Motorsport anzufangen. Ihr habt die Autos hingestellt bekommen, die durftet ihr gar nicht mit nach Hause nehmen. Ich glaube, ihr durftet Luftdruck machen. Sitzposition. Sitzposition auch. Sitzposition durften wir Luftdruck und putzen. Das war immer Pflichtprogramm. Nach jedem Fahren mussten die Fahrer schrubben. Du hast ein Eimerchen gekriegt, eine Klobürste und einen Schwamm und los ging's. Da warst du ja auch in einem Alter, da hast du noch Ja gesagt, wenn du eine Anweisung bekommen hast. Die Autos wurden vorbereitet und zur Rennstrecke gebracht von Abt. Genau. Die Regie war Hans Topp. Guter Mann. Der hat sich da um alles gekümmert. Und es war perfekt. Die Rennserie war phänomenal. Ich kam aus dem Kartsport. Da haben wir gedacht, ups, so günstig geht Motorsport. Waren wir gar nicht gewohnt, weil Kartsport war damals schon unfassbar teuer. Und der nächste Schritt in die Formel BMW war unbezahlbar. Und ja, dann haben wir uns eben in den Luftprogramm rausgeguckt. Das war super. Und aus heutiger Sicht heraus, wenn du sagst ausgeguckt, dann wird man heute sagen, wie, da gab's noch mehrere. Fehlt das heute? Kleine Tourenwagen-Markenpokale, die man noch bezahlen kann. Wir hatten damals den Clio, wir hatten den Fiesta, es gab den Toyota Yaris, es gab den Polo, es gab den Beetle. Das könnte man noch eine Stunde so weitermachen. Das ist ja alles weggebrochen. Ja, das ist alles weggebrochen. Das ist super traurig. Mir schreiben viele Leute immer auf Instagram, Mensch, wie kann ich denn im Motorsport Fuß fassen? Am Ende des Tages weiß ich es selber nicht genau, weil ich weiß gar nicht, wie das bezahlt werden soll. Du hast sowas nicht. Und es gibt ja diesen Tourenwagen Junior Cup oder so, glaube ich. Wie heißt der, mit den Ups. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg oder der Schritt in die richtige Richtung. Aber wir brauchen wieder Cups, die vom Hersteller unterstützt werden, weil sonst werden die Dinger überhaupt nicht ernst genommen. Und eine Plattform wie, setz uns nach, das war so ein bisschen, wir sind ja auch älter geworden, so in der Historie was schwelgen. Und auch eine Plattform wie damals zum Beispiel Libero Top 10, wo du mit zehn Rennserien, Formel und Tourenwagen unterwegs warst, jedes Wochenende auf einer anderen Rennstrecke. Und da konntest du, auch wenn du VW Lupo gefahren bist, dich schon mal empfehlen mit guten Leistungen oder dir auch einfach mal andere Serien angucken, ob es das für den nächsten Schritt wäre. Ja, genau. Oder ich meine, guck dir mal, wie das aussah früher. Du hattest die DTM, du hattest die Formel 3, du hast den Porsche Carrera Cup gehabt und dann die Formel BMW oder Formel Junior und die Lupo Cup. So sah ein DTM-Wochenende aus. Und auch die 300 steht, da gibt es graue Haare beim Team Mattol Racing, der Porsche Cayman aus der VT3. Der steht oben, mitten im Caracciola-Karussell. Scheint keinen Antrieb mehr zu haben oder das Auto ist aus. Jedenfalls kommt er da nicht mehr vor eine Stelle. Er steht zwar nicht im Weg, trotzdem gibt es dort gelb geschwenkte Flaggen. Letzte Geschichte, wie es heute bei euch läuft, das haben wir erklärt. Was ihr mit euren Videos macht, das haben wir geklärt. Wir haben von den Kosten gesprochen und viele fragen sich mit Sicherheit, boah, der fährt Porsche Carrera Cup, das sind so tolle Autos. Und ist auch ein tolles Starterfeld, ist mittlerweile ein sehr renommierter, auch sehr alter von den Saisons her. Ihr seid im 30. Jahr, glaube ich. Wenn ihr euch fragt, was kostet das, guck mal nach Iron Force Racing bzw. Jan-Erik Sloten. Weil du hast ein tolles Video gemacht, wo du einfach mal erklärst, oder auch zum Schluss, und den LKW brauchst du noch und das. Aber von vorne anfängst und ich finde es sehr gut aufgebaut, was so eine Geschichte einfach kostet. Klasse. Hast du das Geld eigentlich, ja? Ja? Hast du das Geld eigentlich, ja? Ah, Lotto gespielt. Gut, Quatsch. Ich habe sehr, sehr gute Partner und Sponsoren. Glücklicherweise L-Sicherheitsschuhe seit 2017, PCH seit 2019, das Porsche Zentrum Niederrhein und auch kleine andere Sponsoren wie das Porsche Museum Gemünte und so weiter, die uns da unterstützen und helfen. Ohne die wird das gar nicht gehen. Also das wird überhaupt nicht funktionieren. Und auch der Erlös zum Beispiel hier von unserer schönen Basecap, die man aktuell kaufen kann, solange unser Auto noch fährt. Und so, diese ganzen Gelder fließen natürlich auch da rein. Weil es ist unfassbar teuer. Das ist einfach geisteskrank. Ich habe es ja in dem Video gesagt, was das alles mit dem Cup Auto kostet und habe dann nochmal kurz zum Ende gesagt. Und übrigens... Das ist die Gesamtsumme. Und vor allen Dingen, das würde es mit dem GT3-Auto kosten. Da haben mir nachher Leute geschickt. Ja, das stimmt doch nicht. Das soll ein Flughafen sein. Auch die Zahlen kann ich bestätigen. Die Zahlen stimmen. Und es geht mit Sicherheit auch noch günstiger. Es geht aber auch mit Sicherheit viel teurer. Guckt es euch mal an, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da. Mir würde ich mich sehr freuen. Was du vorbereiten für deine motorsportliche Rente jetzt medial machst. Jan-Erik Sloten. Momentan die fünfte Position. Schön, dass du die Zeit genommen hast, trotz der ganzen Arbeit. Sieht nicht genauso müde aus wie wir hier oben und dann extra nochmal raufkommen. Ich finde es toll. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Ihr macht einen geilen Job. Danke. So. Und da gibt es einen größeren Schaden an dem Camel mit der 300, weil da, wo er gefahren ist, und das hat ja so eine leichte Überrührung, dieses Karussell, da läuft jetzt Wasser runter. Wobei wir dann immer sagen, das ist ja kein Wasser mehr, was diese Fahrzeuge drin haben. Da ist Kühlmittel drin. Und in der Mazolbox, die das Ganze natürlich auch gesehen haben, haben wir den Patrick Simon. Patrick, bitte. Ja, hier schüttelt man die Köpfe. Ein Teil des Teams schaut schon auf das nächste Auto, das draußen steht, wo man am Arbeiten ist. Einer steht schon tief in der Box, da wird dran geschraubt. Aber kann man so eine Prognose, Fernprognose machen am Fernseher? Kühler, eventuell kühler. Aber warum hat der Fahrer was gefunkt? Nee, aber da läuft ja Flüssigkeit aus. Das haben wir auch gesehen. Aber irgendwo hängen geblieben oder einfach Kühlerschlauch geplatzt? Kühlerschlauch geplatzt. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Zurück zu euch. Ja, ich habe ja vom Olli Martini vor ein paar Stunden gelernt, dass der Cayman den Kühler rechts vorne hat. Und das ist ja die Seite, die wir am Fahrzeug nicht sehen können. Die kann natürlich der Marshal oder der Bedienstete des Streckensicherungsfahrzeugs sehen. Vielleicht ist es eine Beschädigung, vielleicht Kühlerschlauch geplatzt. Jedenfalls ist es ärgerlich. Es ist der Ausfall für die Startnummer 300 für den Mazol Cayman. So, wir machen wieder einen fliegenden Wechsel in der Kommenzatorenkabine. Stellen fest, wir haben nach wie vor die Führung vom 15er Audi mit zwölfeinhalb Sekunden Vorsprung. Das wird mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Bitte, Eddie. Ja, die 22 hat nämlich die Flaggensignale nicht respektiert. Habe ich da gerade gelesen. 32 Sekunden Strafe für das Auto, in dem im Moment René Rast sitzt. Ja, und Lars, diese 22 Sekunden, das könnte unter Umständen bedeuten, dass sie damit mit der Missachtung der Flaggensignale das Podest weggeschmissen haben. Vielleicht sogar den Sieg. Jetzt in dieser Phase, 32 Sekunden, das ist eine harte Nuss. Das ist genau die Zeit, die du für Einfahrt und Ausfahrt brauchst. Das ist ja der Rundenlänge geschuldet hier, dass man die Stop-and-Go-Strafe absitzen kann, im gleichen Take, wo ich den Boxenstopp mache. Und René Rast wird es dann am Ende von seinem Stint machen. Der befindet sich in Runde 4 von insgesamt 8 Runden. Zeit genug dann für uns zu rechnen, wenn wir diese Zeit draufpacken, wenn er die achte Runde absolviert, wo es ihn dann nach hinten spült. Hinter ihm Alexander Sims mit der Startnummer 20 im BMW aus dem Hause Schubert. Der könnte der erste Profiteur davon sein. Wir sind in der 130. Runde. Der Abstand, gerade eben bei Strassi, waren 12 Sekunden, oder um genau zu sein, 11,920 Sekunden. Und schön vorsichtig, nichts übertreiben, nichts riskieren. Da jetzt auch das Motto im Audi. Anfahrt, Karussell, den Berg hoch, gelbe Flagge da draußen. Ja, und da ist dann eben halt grün und sofort innen rein. Das führende Fahrzeug mit der Startnummer 15, Trisfantor. Mann, oh Mann. Was der alles erlebt hat, das Duell mit seinem Bruder, was viral um die Welt ging. In den sozialen Medien mit Lorenz im Grello. Und hier Fabian Schiller, dem geht ja die Straße aus. Was war denn da los? Fabian Schiller, man darf hier nicht weggucken. Im Mercedes, AMG, Team Gatspeed, GT3. Das nächste Auto da rechts am Haken. Jede Menge Action geboten. Und Patrick Simon unten in der Boxengasse, die nächsten Infos. Ja, Toyota Team Thailand. Man ist hier mit den Laubbläsern am Blasen. Es gibt wohl ein bisschen ein Überhitzungsproblem, weil auch vorne der Frontsplitter kaputt ist. Die Anweisungen erfolgen vom Teamkollegen beziehungsweise vom Teamchef, der klar sagt, was zu machen ist. Das ist schon interessant zu sehen. Wenn wir bei anderen Teams Mechaniker erleben, die auf Eigeninitiative reagieren, gibt es hier immer nur ganz klare, ganz strikte Anweisungen, um hier entsprechend eine Arbeit durchzuführen. Und das ist ganz klar strukturiert. Andere Hierarchie. Aber ich denke, man kriegt das wieder in den Griff. Die Hände wuseln nur so durch diesen Motorraum. Also ich bin überzeugt, dass wir das Auto nochmal auf der Strecke sehen werden. Immer noch das führende Auto in der SP3. Also von daher ist man da nach wie vor bestens motiviert. Und sie gehören einfach seit vielen Jahren dazu. Was die, wir haben das schon mehrfach thematisiert, für einen Aufwand leistet, um überhaupt an diesem 24-Stunden-Rennen teilzunehmen. Unter Corona waren das zum Teil einmonatige dauernde Quarantänezeiten. Also, klasse. Wasserflaschen sorgen jetzt dafür, dass man den Kühlerhaushalt wieder ein bisschen... Nee, gar nicht den Kühler, sondern man schüttet. Doch, der Ausgleichsbehälter wird aufgefüllt. Fehlt ein bisschen Kühlwasser scheinbar. Und dann könnte es möglicherweise gleich wieder weitergehen. Wir halten das im Auge und geben so lange zurück zu euch nach oben. Der Toyota Corolla Altis. Drei von den Jungs kommen aus Bangkok. Einer aus Nontaburi. Nathapong Otongkum ist der aus Nontaburi. Manat Kulapalant. Nathavude, Sharon Sukhavanta und Sutipong Smita-Charge. Also besser kann ich es nicht mit den Namen. Doppelgelb, Döttinger Höhe jetzt. Verdientes Nickerchen. Jungs, 4 Stunden 14 noch. Ja, wir sind es vom Stream. Komm, mach doch mal die Augen auf. So, Fabian Schiller. Doppelgelb, wir haben es gesehen. Die langsame Fahrt. Überall noch was los auf der Strecke. Wir werden gleich mal wieder auf die Rundenzeiten schauen. Klar, ist wieder der nächste Zwischenfall. Und das ist der Hyundai, der da am Haken hängt. Beide Autos ja unterschiedlich bei diesem Hyundai Werkseinsatz. Die Hyundai Driving Experience. Markus Willard, Michael Bohrer, Stefan Epp, Gerrit Holterhaus auf dem Auto, was wir da gesehen haben. Hyundai i30. Und Ries Fanto hinterm Konrad Lambo. Dahinter die 117. Das ist der am besten platzierte und übrig gebliebene Crossball aus dem Hause KTM. AMG Arena, die Einfahrt. Da kommt dann die Nummer 3. Auf Platz 2 liegend im Moment 7,5 Sekündchen. Das ist ja quasi nichts. Der Rückstand. Und da sehen wir mal den optischen Vergleich. Ja, der sieht die da vorne und hat jetzt freie Fahrt. Der Audi von Ries Fanto aber steckt hinterm Konrad Lambo mit Axel Jeffries, der auf der 12 notiert ist im Gesamtklassement. Mit 128 gefahrenen Runden. Die Spitze bei Fanto ist jetzt auf 130 Runden gesprungen. Da sind noch eine Menge Geschichten drin. Und wir haben noch 4 Stunden und 12 Minuten. Schöner Zug da. Mit dem KTM hinter den beiden GT3-Autos. Und da kommt er schon, der zweite, der Jäger. Ich bin gespannt, was uns dieses Rennen hier noch bringt in der Schlussphase. Das ist der Blick raus von Ries Fanto. Ist das jetzt kalkuliertes Risiko oder kommt er einfach nicht vorbei am Lambo? Beides möglich. Starkes Training ja von Jordan Pepper im Konrad Lamborghini. Das Auto scheint zu halten. Naja, wobei, da sollte man vorsichtig mit sein bei 4 Stunden. Und 12 Minuten verbleibender Zeit. Natürlich die Gelbphasen, die da auch eine Rolle spielen. Ich glaube, es gibt noch Spektakel. Die Gelbphase, die wir da gesehen haben, die hat eben jetzt hier das Aufholen von Fabian Schiller ermöglicht. Wir sind nämlich gerade unter sieben Sekunden gewesen. 6,862. Der Vorsprung nur für Tvies Fanto. Der Vorsprung schmilzt. Er hängt hinter dem Konrad Lamborghini fest. Und da kommt Fabian Schiller, schon angeflogen. 4 Stunden und 11 Minuten vor Rennende geht es also langsam Richtung Showdown. Und das ist ja das, was die Fans lieben. Das ist das, was wir alle sehlen wollen. Und Tvies Fanto, der hinterm Lambo bleibt. Kann er nicht oder will er nicht, Lars? Der Lambo, das hatten wir eben schon gesehen, der geht an einigen Streckenabschnitten richtig gut. Und Tvies Fanto, der möchte mit Sicherheit nichts mehr mit der Brechstange machen in diesem Rennen. Aber er müsste eigentlich vorbei, weil er kann sich nicht leisten, aufgehalten zu werden. Du hast es eben gesagt, unter sieben Sekunden der Rückstand auf den ärgsten Verfolger, auf den Gatsby Mercedes mit der Startnummer 3 mit Fabian Schiller. Und Fabian Schiller, das ist alles andere wie ein Nasenburger, hatte ja schon 4,3 Sekunden im letzten Umlauf dem Führenden abgenommen. Und auch wenn wir die Onboard haben, auch bei Fabian Schiller im Auto, wer die ausgesucht hat, der hat gut gewählt. Der Führer hat eine Onboard, der Zweite hat eine Onboard. Da sind wir mal gespannt, wann denn der Tvies Fanto Audi im Bild auftaucht. Wir hören, dass Patrick einen hat. Ja, guck mal, ist immer interessant, wenn der Patrick sich Gesprächspartner holt, dann geben wir doch mal runter. Naja, interessant einfach, nicht nur, um über dieses Rennen zu berichten, sondern Jürgen Nett. Der wievielte Start ist das? Der 32. für mich. Und das bei 50 Ausgaben. Wir könnten jetzt stundenlang drüber plaudern, was du alles erlebt hast. Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Start und was war es für ein Auto? Ja, mein allererster Start war zusammen mit meinem Vater damals auf dem 205 GTI 1987. In dem Jahr sind wir Meister bei der V&N geworden. Und leider habe ich den morgens früh um 6 Uhr in der Kallenhardt in die Leitbank gesetzt. Das war mein erster Start. Also war dann irgendwann zu Ende. Ein Peugeot 205 GTI, muss man dazu sagen. Für die, die das nicht mehr unbedingt so richtig auf dem Schirm haben. Den Sprung auf die heutige Ausgabe, wie ist es euch bis dato ergangen auf dem Coupa? Am Anfang sind wir ganz gut mitgeschwommen, waren in den Top 3 und leider bin ich in Aremberg einmal kurz auf der Ölspur ausgerutscht, kurz in die Leitplanke touchiert und wir mussten die Spurstange wechseln. Das hat uns 20 Minuten gekostet. Das war diese Flüssigkeitsspur, die da lag, diese Betriebsmittel. Wenn du jetzt mal so eine Bilanz siehst, kurz, quickly, über all die Jahre, wie hat sich das hier entwickelt, was hat sich verändert? Früher war es noch so ein gemütliches Rennen, man fängt mal langsam an und guckt mal, wie ist die Konkurrenz über Nacht und morgens macht man erst mal dann Schlagabtausch. Heute ist es ein Sprintrennen von der ersten Sekunde, jede Runde voller Sprint. Also es geht am Anfang all in und dann schauen wir, wer überlebt und die müssen sich dann natürlich quälen. Jürgen, wir sind gespannt, wie viele Starts das noch werden, weil wir wissen, dass du nach wie vor viel Spaß hast und auch so ein kleiner Rückschlag mit der Betriebsmittelspur Aremberg wirft da nicht aus der Spur. Nein, überhaupt nicht. Ich kämpfe immer noch um den 10. Klassensieg, der mir noch fehlt und dann schauen wir mal weiter. Dann schauen wir weiter. Es ist doch eine gute Aussage bzw. ein guter Blick in die Zukunft. Jürgen, viel Spaß weiterhin bei der 50. Ausgabe. Vielleicht sehen wir uns ja noch. 32, 24 Stunden Rennen. Das ist eine Riesenhausnummer. Eddy? 10-Klassensieger auch. Das hat er noch nicht geschafft, den 10. den hat er noch nicht, den kann man ihm definitiv gönnen. Zurück zum Kampf an der Spitze. Ja, Fabian Schiller filmt hier, ist da jetzt gleich dran am KTM und dann ist es überhaupt nicht mehr weit bis zum Audi. Überhaupt nicht mehr weit ist es bis zum Finale, Lars. Und mir wird gerade bewusst, das ist hier meine vorletzte Schicht gewesen, die jetzt gleich zu Ende geht, weil Oli Martini, wie wir ihn kennen, schon mit den Hufen scharrt. Und die Oli Martini kennen, wissen ganz genau, was das bedeutet, wenn er mit selbigen scharrt. Also, Lars, wir freuen uns aufs Finale. Danke dir fürs tolle Wochenende. Hat viel, viel Spaß gemacht. Gerne, gerne. Und jetzt wird es gleich ziemlich knackig. Oli Martini übernimmt. Hier viel Spaß beim Zieleinlauf, den du nachher kommentieren wirst. Aber es ist wirklich spannend. Vorne an der Spitze. Das Kuderia Cameron Glickenhaus, der ist wie fest genagelt auf dieser 15. Gesamtposition. Da geht nichts nach vorne, da geht nichts nach hinten. Vorne 5,8 Sekunden. Es wird enger. Es wird enger zwischen dem führenden Audi und Fabian Schiller. Und Chris Reinke, der Mann, der steht beim Patrick am Mikrofon. Runter zu euch. Es gibt natürlich einen ganzen Katalog an Fragen, Chris, den ich an dich werfen kann. Lass uns mal anfangen mit der 22. Eine Strafe für eine Missachtung der Flagge. Wisst ihr da mehr? Nee, im Moment haben wir da auch nicht mehr Informationen. Bricht da natürlich das Herz. Das ist ein Fahrzeug, was vorher schon mal eine recht relevante Strafe gefangen hat. Sich jetzt wieder so ein bisschen herangearbeitet hat. Da leben wir natürlich vom Prinzip Hoffnung, dass irgendwie das Podest da in Reichweite ist. Wenn er jetzt nochmal zurückgeschmissen wird, das ist natürlich schmerzhaft im Moment. Ansonsten das, was an der Spitze da vorne sich so langsam zuspitzt, ist schon, was den Motorsport-Fan elektrisiert, dir ein bisschen Sorgen bereitet, oder? Mercedes hat ganz schön aufgedreht an Speed. Mich lässt es mit Sicherheit altern, aber es ist das, was ausmacht. Das ist, worum wir hergekommen sind. Der Erfolg ist umso wertvoller, wie härter errungen wird. Für wen auch immer da, dass es dann am Ende glücklicher ausgeht. Wir sind bereit und ich teile die Situation, dass das Wetter hier nochmal die Karten neu mischen wird. Und insofern glaube ich, sehen wir am Ende nochmal ein ganz neues Sprintrennen. Wetterkapriolen am Ende haben eigentlich in der Vergangenheit ein relativ gutes Ergebnis euch dann nochmal gebracht. Stichwort Land. Amen. Ruft ihr Wolfgang an für die letzte Reifenwahl möglicherweise? Ich glaube, das kriegen wir alleine hin. Aber mit dem Gewissen, dass wir es damals schon mal gut hinbekommen haben, probieren wir es, dass wir diesmal auch nicht daneben liegen. Alles klar, Chris Reinke. Kevin van der Linde ist da hinten gerade noch lang gespurtet Richtung Kommandostand. Keine Ahnung, was der wollte. Ich lehne mich mal rüber. Ah, da geht er auch nochmal die letzten Informationen sich holen. Sagt, nein, 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 nein. Keine Interview jetzt. Von daher, zurück zu euch. Danke, Chris. Ziemlich spannend ist. Vier Sekunden. Nur noch zwischen dem führenden Audi und Fabian Schiller im verfolgenden Gatspeed Mercedes. Fabian Schiller im letzten Umlauf eine 8.12.2 gefahren. Und Laurence Fantor eine 8 Minuten 16.3. Das sind knapp vier Sekunden, die die beiden da von der Rundenzeit her getrennt haben. Dries Fantor, nicht Laurence Fantor. Dries Fantor natürlich auf diesem Audi mit der Startnummer 15. Denn einer geht dort unten im Bereich der Mühlenbachschleife weit durch den Kies. Die Startnummer 833, die hier eingefangen wird, die eine ganze Menge Kies mit auf die Fahrbahn verteilt hat. Als man unten im Bereich der Guttierkehre wieder zurückgekommen ist, das Bonk Motorsport Auto, der TCR, der Cupra Leon. Weiter verfolgen wir das Ganze nicht nur aus der Helikopterkamera. Was haben wir hier? Fabian Schiller wird auch da rausgedrängt. Auch das ist Ausgang. Müllenbachschleife rauf Richtung Michael Schumacher S. Versuchte an einem der Porsche vorbeizukommen. Es ist ein bisschen eng geworden, aber ich glaube, die haben sich nicht berührt an dieser Stelle. Da sollte nichts passiert sein. Das, was wir hier im Replay sehen. Blick in den Himmel. Das sind Aufnahmen von unserem Kameraoperator im Helikopter. Ja, und Olli, du bist schon eine ganze Weile lang hier. Jetzt hast du dich eingerichtet. Willkommen zurück. Deine finale Schicht. Ja, genau. Drei Stunden noch. Und gerade als ich von Adenau wieder hochkam, meine Frau sagte noch zu mir, hast du ja gleich geparkt. Ich sage, Schatzi, wir haben noch mehr als ein VLN-Rennen vor uns. So ein NLS-Rennen vor uns. Und schau dir das an, Lars. Regentropfen auf der Windschutzscheibe bei Trisvantor-Arenberg. Das ist ja die Stelle, wo es oft regnet. Fabian Schiller, natürlich knapp dahinter, der vielleicht den ziklitzekleinen Vorteil hat und das ein bisschen später, vier Sekunden später sieht, als der vorhin platzierte Trisvantor. Natürlich muss Trisvantor volles Risiko geben, muss alles riskieren. Und bei Gatsby, da hat ja eben Adam Osega im Interview schon gesagt, man geht die Strategie, ein Auto volle Pulle und das zweite Auto mehr auf Sicherheit. Das sieht man in guten Zeiten, volle Pulle. Welches Auto das ist? Das ist Fabian Schiller mit 8.12 in der letzten Runde. Währenddessen Jun Gunor die 8.18 fährt. Also klare Zielsetzung seitens Adam Osega und Team Gatsby Performance. Schiller voll auf Risiko, Gunor auf Abwarten. Aber der muss auch aufpassen, weil hinter ihm ja nur mit 33 Sekunden Rückstand René Rassel auf Platz 4 ist. Also das wird ein finale Furioso und wir haben jetzt exakt Punkt 12 Uhr oder kurz eine Minute vor zwölf. Da ist jetzt statt, das was wir seit mittlerweile 13, 12 Jahren jeden Samstag machen oder zehnmal im Jahr Samstags. Jetzt fängt ein Vorlinnen an. Ja und es startet mit der Meldung Regen im Ahrenberg. Wir haben es schon auf der Frontscheibe gesehen. Und diese hektischen Momente, dieses Hin und Her, das haben wir ja schon seit gestern 16 Uhr. Es ist eine ganze Menge passiert. Was ist denn eigentlich schon für ein Treffen? Eine von Audi, Jan Dehrenbach von AMG, Franz Konrad. Jan Dehrenbach, den wir da sehen von AMG. Da sprechen die schon die Siegesmodalitäten ab. Das ist immer so, oder? Von wegen, was machst du nichts? Ich weiß ja nicht, wie da die Planungen jeweils sind. Aber das ist jetzt alles nichts zum Thema. Wir kommen zum Thema, die letzten vier Stunden und die letzten vier Sekunden, die Fabian Schiller noch abzuknabbern hat. Vom Vorsprung, den Triswantor hier vor ihm hat, Audi Sport Team Phoenix im Bereich Kesselchen unterwegs. Da sieht es jetzt wiederum trocken aus, keine Tropfen auf der Regenscheibe. Wir helfen natürlich, wo wir können. Und natürlich komme ich diesem Aufruf nach für das Gitti-Tire-Golf-Team. Da muss ein Aufruf gemacht werden. Die Mädels und die Jungs, die brauchen dringend eine rechte Antriebswelle für den Golf 7 GTI. Das hat schon immer funktioniert oder häufig funktioniert. Und da möchten wir die Reichweite nutzen. Man braucht beim Gitti-Tire-Team mit dem VW Golf eine rechte Antriebswelle für den Golf 7 GTI. Wir sind schon bei Sharky-Fragen gewesen, bei Kruse-Fragen gewesen. Da gibt es nirgendwo was. Wer helfen kann, bitte, Olli. Da sehen wir die Zusammenfassung. Wie alle zwei Stunden, das kennt ihr mittlerweile nochmal die Zusammenfassung. Luca Ludwig, der die James-Clickenhaus-Trophy überreicht bekommen hat für die Pole Position, die er am Freitag eingefahren hat. Was für eine mega Runde. Das war und er war stolz, der Papa war stolz. Das war wirklich unglaublich, was Klaus Ludwig da für eine Runde reingehaut hat. Und selbst seine zweitestelste Runde hätte sogar noch gereicht für die Pole Position. Der Start, es ging sehr fair ab. Da hat man doch gedacht, oh das wird ein schönes, faires Rennen. Auch hier der Kampf zwischen Niki Thiem und Philipp Eng, alles noch fair nebeneinander. Die kompletten ersten zwei Kurven durch und dann Rauch runter in Richtung Müllbachkehre. Alles gut, alles sauber. Aber dann ging es schon los. Das Bruder-Duell. Laurenz Vantor gegen Tries Vantor. Und Laurenz verliert das Auto. Und das Allerwichtigste sind die beiden Sportfaktoren, die da hinter der Leibplanke stehen. Denen ist nichts passiert. Die konnten gerade noch so wegspringen. Aber das war wirklich ein Einschlag der ganz üblen Sorte. Ganz wichtig. Laurenz Vantor ist definitiv nichts passiert. Er ist okay. Felix van der Laden, der wird die Videosequenz gedreht haben, die wir dieses Jahr wahrscheinlich als meistgeklicktes YouTube-Short-Video sehen werden. Der KTM GTX fängt an zu brennen. Er muss noch mit dem Fuß auf der Bremse stehen. Die haben keine Handbremse drin. Das ist bei einem Rennwagen eher unnötig. Und dann irgendwann wird der Staub zu stark, der Qualm zu stark. Er kann es nicht mehr aushalten, muss aussteigen. Und das Auto rollt los, weil es die Fußröhre runter richtig steil geht. Und dann, ja, was kommt? Was kommen muss? Das Auto fährt brennend in die Leibplanke. Hat noch Glück, dass er nicht ganz irgendwie ab. Charlton van der Linde im Rover BMW vorne rechts Dämpferbruch wird vermutet. Es ist noch nicht final analysiert. Im Lauterknick abgeflogen. Das frühe Aus, auch für den zweiten Ruhre BMW, nachdem die 99 mit Nick Jellotti schon ganz früh den Unfall hatte mit Julian Handlauer im Tocksport BRT-Posche. Calvin van der Linde, der in dem einen Auto im Moment am Führen ist, aber in der Nacht mit dem anderen Auto, auf dem er gefahren ist, oder mit dem er gefahren ist, den Abflug hat, eben Michel Schumacher ist. Ja, das Auto war richtig kaputt. Das haben wir anschließend mit dem Nummer 5 auf dem Transporter gesehen. Das sah wesentlich schlimmer aus, als was wir sehen konnten. Da haben wir die Startnummer 44, die abgeräumt wird. Und das war ein nicht direktes Duell um die Platzierung. Da trifft es die 44 noch schlimmer. Einer der Opel Astra kann nicht mehr ausweichen. Das war nicht seine Schuld und fährt noch auf die Hinterachse. In Folge wurde die Startnummer 44 zurückgezogen. Dann ein Riesenabflug vom Max Hesse im BMW Junior Team im Bereich der Mutkurve, wo du richtig Speed drauf hast. Auch da haben wir gesehen, das Auto versetzte zweimal, bevor es ausgebrochen ist. Und wir vermuten, dass da etwas gebrochen ist. Der Cayman von Matul Racing, den erwischt es dann im Bereich Schwedenkreuz. Maximilian Götz kommt kurz danach, rutscht auf der Kühlwasserspur aus, die es da gab. Hat das Auto aber gut abgefahren, mit viel Schwung durch das Kiesbett durchgefahren, weiter rollen lassen und so konnte er dann wenigstens hier weiterfahren. Wir sehen auch die Spur, die da ist und so eine Kühlwasserspur, das ist schlimmer als Öl oder als Glatteis. Da hast du keine Chance mehr. Führungswechsel, der aber nachher noch fatale Konsequenzen haben wird. Denn der Schubach-BMW mit Alex Sims geht vorbei an Calvin van der Linde im Phoenix Audi. Und ja, das Problem, dass er jetzt an der Führung liegt, schön will natürlich jeder Fahrer, aber er kommt dann wenige Kilometer weiter im Bereich Metzgesfeld auf eine Stelle, wo es nass ist. Zwischendurch noch der Unfall vom Cap-Porsche von Black Falcon mit Polar Gema. Er ist da auch heftig erwischt. Das Auto bricht urplört sich nach rechts aus. Und jetzt kommt die Szene, die ich meinte. Der Schubach-BMW kommt auf eine nasse Stelle, rutscht raus, berührt die leitblanken Reifenschaden, der dadurch folgt. Calvin van der Linde kommt ohne Schaden durch, weil er es gerade so gesehen hat, wie der Schubach-BMW vor ihm abgeflogen ist. Hier sieht man es, wie der BMW verliert. Auch van der Linde muss schon ein bisschen zaubern. Hinter ihm war noch der Klickenhaus, der sich auch gedreht hat. Also, das Überholbande war im Nachhinein das Pech für den Schubach-BMW. Peter Ludwig, den hat es erwischt im Black Falcon-Porsche im Bereich Franzgarten 1. Auch hier heftiger Einschlag. Da hat Black Falcon in der Hälfte von einer Stunde beide Porsche oder zwei ihrer drei Porsche verloren. Ja, da ist natürlich in den nächsten Wochen viel, viel Arbeit nötig. Ochsenstopp bei der 22 Team Car Collection. Und das ist das eigentlich, was im Moment groß die Aktion des Momentes ist. Fabian Schiller, der gibt Gas und der ist am Pushen. Ja, und wer unten wartet, mal eben zu übernehmen, das ist der Patrick Simon. Patrick, runter zu dir. Ja, das ist zweitplatzierte Auto drin im Axigürz. Wir haben gerade gesprochen, was für ein Reifen kommt drauf. Noch steht das Auto auf den Stempeln. An der Fuchsröre regnet es ein bisschen. Und du sagst, es gibt kein Regen mehr. Ja, das weiß man hier nicht so richtig. Wir werden es gleich sehen, was für Reifen reinkommen. Da sieht man, Slicks kommen drauf, wie ich es befürchtet habe. Wir haben ganz gute Wetterboys, die darauf aufpassen, was passiert. Und ich bin auch gefahren heute Morgen um 7 Uhr. Da hat es auch geregnet, aber auch nass. Von Breitscheid runter bis Karussell hoch. Und da muss man durch. Aber es ist nicht genug Regen, dass man jetzt keine Slicks fährt zum Beispiel oder Regenreifen. Und deswegen gehen wir jetzt. Wir müssen ja irgendwo das Risiko gehinden. Wir haben jetzt den Boxenstopper und haben gesagt, okay, 99% sind trocken. Wir fahren weiterhin mit Slicks. Was muss man jetzt noch auspacken, um am Ende ganz oben zu stehen? Ich glaube, fehlerfrei bleiben. Ich glaube, die Pace von beiden Autos ist wirklich sehr ähnlich. Wir haben hier und da Vorteile, wo ein Audi ein bisschen schwächelt. Genauso andersrum. Am Ende heißt es jetzt coolen Kopf bewahren, keine Fehler machen. Eigentlich soll ich ins Auto gehen, aber jetzt eben wegen dem Wetter haben wir gesagt, Fabi weiß, was draußen passiert. Er ist im Rhythmus, er bleibt drin. Und wer am Ende von uns fährt, das haben wir noch nicht genau entschieden. Also am Ende sind wir ein Team und wir wollen das Ding natürlich holen. Deswegen gucken wir mal. Also fehlerfrei bleiben. Jetzt geht es auch hier mit dem Regen los. Also gucken wir mal. Wir werden es sehen. Wir haben hier immer vorne den Luftfilter wechselt bei jedem Boxenstopp. Warum das? Ja, der AMG braucht Luft, dass er gut funktioniert. Und da draußen ist es schon staubig und Dreck. Und jetzt um eben alles maximal rauszuholen, geben wir halt auf alles ein. Und das hilft mit Sicherheit ein bisschen, wenn du wieder einen schönen, sauberen Luftfilter hast da vorne. Wenn wir uns die Stirn von Erbeter... Mal schauen, die Sorgenfalten werden auch ein bisschen größer, oder? It seems that it looks a bit... We don't know what's coming next. I know, I'm just looking. You can see the rain now. The drizzle came now on start, finish as well, huh? Yeah, it's a little bit unfortunate with the timing. I think the Audi has won a lap ahead on the pit stop, so ideally we need to get ahead and we need to pull about a 20-second gap to be in front of them, but with these conditions, you never know what's going to happen with strategy and with gambling on the tires. Adam told us that he split the strategy because he has two cars fighting for podium, fighting for the win, so you are the car with the aggressive strategy? I have no idea. Yeah, 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 thank you very much. I have no idea. 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 We have no idea. We have no idea. We have no idea. We have a shape. It's going to get more, we'll have no idea. And we can see here in the area of Squillbacher. There is it's heavy. Schauen wir mal hier, Fabian Schiller unterwegs, wie das Auto da versetzt im Bereich Hatzenbach. Kommt jetzt hier dann auch leicht ins Rutschen, da kommt er sogar weit ins Gras raus. Ja, und das, was wir eben sagten, Fabian Schiller, das ist das Auto, bei dem man gesagt hat, wir gehen all-in, volles Risiko, mach weiter Druck auf Dries Vanthor. Fabian Schiller, der ist zwar ganz jung, der ist 23, würde ich mal schätzen, 24 maximal, aber der hat genug Erfahrung, der hat schon seit einigen Jahren hier Dutzende, ach, hunderte Runden im GT3 gefahren. Der weiß, was er tut, der weiß genau, wo und wann der Kripplevel noch da ist oder wann er aufhört. Da scheint es wieder trocken zu sein in dem Bereich. Da blicken wir, ja, da blicken wir auf die typische Geste des Marshalls der Streckensicherung. Der hat die sogenannte Schmutzflagge oder auch Ölflagge genannt. Aber immer wenn ein Fahrzeug kommt, deutet er mit der Hand gen Himmel. Und das heißt, Achtung, hier ist es rutschig, weil das Wasser kommt von oben. Das ist die typische Geste, die man dann den Piloten zeigt, um sie zu warnen, dass es hier nass ist. Sieben Runden sind absolviert. Dries Wantor, der Führende. Den erwarten wir jetzt gleich hier bei Start und Ziel. Ich glaube, wenn ich links rausschaue, sehe ich ihn schon kommen, dass er an die Box fährt. Das ist genau mit der Startnummer 15 jetzt hier über die verlängerte Ziellinie reingefahren. Achte Runde beendet. Da ist der sogenannte Lollipopmann fast ganz am Ende der Boxengasse. Da ist man beheimatet. Jetzt gibt es hier den weiteren Boxenstop bei Dries Wantor. Der sitzen bleibt. Klar, das macht Sinn. Der kennt die Bedingungen auf der Strecke. Der weiß, wie es aktuell aussieht. Reifen kommen runter. Service am Motor wird gemacht. Das haben wir schon häufiger gesehen, dass dort immer wieder der Ölstand kontrolliert wird. Öl auch kontinuierlich immer ein wenig nachgefüllt wird. Vor neue Reifen drauf kommen wird noch die Aufhängung, die Bremse, alles was man sehen kann, rein optisch kontrolliert von den Mechanikern. Und natürlich die Reifen so spät drauf wie möglich. Die sind ja noch in den Reifenheizdecken eingepackt, was wir sehen konnten. Je länger sie in diesen beheizten Decken bleiben, desto länger halten sie Temperatur auf dem Auto, wird man die ja sehr schnell verlieren. Also da nutzt man alles aus, jede Sekunde, um da möglichst spät. Und es ist jetzt in dem Moment die Reifen auszupacken, die vorgeheizt sind. Das kann man hier sehr schön sehen. Es ist auch genau beschrieben, wo das jeweilige Rad ans Fahrzeug hingehört. Links, rechts, vorne und hinten. Da löst man schon mal, wartet aber trotzdem noch auf das Kommando vom Chef, der den Boxenstop koordiniert. Wo man sie dann gänzlich auspackt und drauf macht. Parallel Bild in Bild mit Fahrt bei Fabian Schiller, der auf der vierten Position zu finden ist in seiner Outlab. Da hatte man den Boxenstopp schon gemacht. Und es sind Slickreifen, natürlich. Es gibt eine kurze Passage, wo es aktuell am Regnen ist, außer du sagst mir jetzt von deinen Spottern irgendetwas anderes, Olli. Im Moment kommen da keine weiteren Informationen, was das angeht. Info, die noch kommt, danke an den Walletisen. 25 ist der Fabian Schiller jung, hat aber auch vor kurzem erst Geburtstag. 24. Mai, genau, diese Woche Geburtstag gehabt. Anfang der Woche, ich habe es mir noch beschrieben. Ja, okay, danke an die Infos, die von überall her kommen. Das hilft uns ungemein. Was uns aber auch hilft, ist jetzt zu sehen, wie sich der Abstand zwischen den beiden nach dem erneuten Boxenstopp mittlerweile einpendelt. Es waren vier Sekunden, bevor Fabian Schiller reinging. Dries Wander blieb noch eine Runde länger draußen. Wir sehen Schiller schon im Bereich Antoniusbuche. Jetzt muss er noch einmal runter. Da steht er noch voll auf dem Pin. Einmal hartes Anbremsen für die Hohenreinschikane. Rechtsrum, linksrum. Und ich glaube, wenn der nicht bald losfährt, der Dries Wander, dann könnte das hinaus für die Gatsby-Mannschaft. Er fährt los. Ja, es wird noch reichen für die Phoenix-Mannschaft. Die sind relativ weit unten. Von daher passt es jetzt da. Er kann jetzt Gas geben. Und da kommt Fabi Schiller. Aber das Gute, Lars, für uns, wir brauchen nicht auf den Zeitnahmemonitor zu schauen. Wir können es in einem Blickfeld, in einem Kamerabild sehen, den Abstand zwischen den beiden. Es werden dann gleich, werden wir es nach dem ersten Sektor sehen, wie groß der Abstand ist zwischen Dries Wander und Fabian Schiller im Gatsby-AMG. Moment auf der Liste vorne. René Rass im 22er Car-Collection Audi, der ja die Führung in hat, aber auch nach der nächsten Runde reinkommen wird. Dann haben wir auf vier Jules Gounand im Mercedes und Platz fünf der BMW, der schnellste BMW, das Schubert-Auto mit der 20, die ja durch diesen kleinen Unfall da im Bereich Metzgesfeld so viel Zeit verloren hatten, dass es ja leider ja ein bisschen den Rückschlag gab für die Truppe rund um Torsten Schubert. Wir sehen Intermediates beim Mercedes von Jules Gounand. Da geht man dann, haben wir ja eben schon gehört von Adam Ozieka, da gibt man die Nummer sicher. Man versucht es da ein bisschen, ja, mit einem Auto vollen Angriff zu machen, mit dem anderen ein bisschen hinterher zu bleiben. Der Lamborghini mit der 7, da ist mittlerweile Michele Di Martino am Steuer. Und ja, man muss es leider sagen, bei Michele Di Martino ist das ein sehr bekanntes Bild. Der hat leider relativ häufig Trier-Ausrutscher, die auch gestern Abend einen Ausrutscher, wo er dann eingeschlagen ist. Das ist leider für ihn keine Seltenheit, muss man leider in aller Härte sagen. Wie gesagt, Intermediates bei Jules Gounand. Aber damit, jetzt wird er ein bisschen zurückfallen, damit wird Alex Sims im BMW mit der 20 von Schubert den Platz gut machen. Genau in dem Moment, wo ich sage, macht er auch den Platz gut. Und genau in dem Moment, wo ich sage, da begrüße ich hier den CEO der BMW MGMBH, Franziskus van Meer, zunächst einmal herzlich willkommen. Wir können Deutsch reden, ne? Ja, klar können wir. Super, weil du bist Niederländer. Genau. Ja, aber die Niederländer können ja meistens Deutsch. Bei meinem Eifler-Dialekt kommt uns ja sowieso noch ein bisschen näher. Ihr hattet natürlich einen riesen Auftritt letzte Woche am Lausitzring, beim Red Bull Ring, beim GT Masters. Wart die Top-Favoriten. Ja, aber im Prinzip, es gab viel Pech bei beiden Rover-Autos, beim Junior-Auto Pech. Das Schubert-Auto noch das im Moment einzige verbliebene Auto im Kampf und im Sieg. Kann man irgendwie jetzt schon sagen, wo die Probleme lagen? Also ich glaube, wir sind alle sehr enttäuscht, muss man schon sagen, weil wir sind mit dem Schwung vom Lausitzring hergekommen. Das Auto ist super gefahren. Das Gesamtpaket hat gestimmt. Das Auto war zuverlässig und schnell. Natürlich ist es dann extrem blöd, wenn man in den ersten zwei Stunden schon mit dem Messer zwischen den zehn zwei Autos wegwirft. Muss man schon sagen, das war unnötig. Und ja, einen technischen Defekt gab es auch noch. Jetzt beim Robe zum Schluss. Das kann immer mal passieren im 24-Stunden-Rennen. Das kennt man, dass mal was passiert. Aber es war einfach unnötig, gleich am Anfang des 24-Stunden-Rennens in den ersten zwei Stunden, zwei der schnellsten Autos. Muss man schon sagen, durch fahrerische Fehler aus dem Rennen zu nehmen. Muss man sagen, Fehler brauchte. Und auch toll, dass man das auch dann so seitens BMW fair einschätzt und nicht irgendwie sagt, wir sind geblendet worden vom Tiefstehen in der Sonne oder sonst was. Das war ganz klar Fahrfehler. Und ja, das ist Peter, den Unfall vom Nicky Lolli. Den haben wir gesehen. Ich glaube, da gibt es auch keinen Zweimein. Nein, sagt er auch selber. Tut ihm leid, er macht das mit Sicherheit nicht mit Absicht. Es gab insgesamt sehr, sehr viele Unfälle, Kollisionen, ein hartes Fahren. Jetzt sagst du, ihr seid enttäuscht, weil zwei Unfälle waren, die nicht unbedingt nötig waren. Aber insgesamt war es ein sehr aggressives Rennen, habe ich das Gefühl, oder? Das stimmt. Also vom Start weg war es wirklich so. Eigentlich bis zu dem Porsche-Unfall, wo alle das Auto haben stehen sehen und gesagt haben, okay, so wollen wir nicht enden, sind alle sehr, sehr hart gefahren. Und eigentlich auch, muss man sagen, mit sehr viel Risiko. Und das kann gut gehen, muss es aber nicht. Und es ist vor allen Dingen nicht unbedingt nötig, in den ersten Stunden die letzten Zehntel rauszuholen. Weil ob man jetzt in den ersten zwei Stunden mal zehn Sekunden hinten dran ist, ist gar nicht so relevant. Im Verkehr kann sich das schnell wieder novellieren. Von daher muss man eigentlich eher drauf schauen, dass man erstmal durch die Nacht durchkommt und dann anfängt zu überlegen, wie geht es jetzt weiter. Zum Mal ja, und das sehen wir ja gerade aktuell wieder, die Regensituation an 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, ja immer eine ganz große Rolle spielen. Das kommt noch obendrauf. Nichtsdestotrotz muss man sagen, insgesamt so die Diskussion, die es ja immer gibt, Balance of Performance, dass jeder, der nicht vorne ist, beklagt sich eigentlich immer über die anderen. Aber sind wir noch mal ähnlich. Wenn wir die Rundenzeiten sehen, das sind die vier großen deutschen Hersteller auf Augenlövel. Der Aston Martin war dabei, der Lamborghini war dabei, der Ferrari war dabei. Selbst der Clickenhaus fehlt Rundenzeiten in dem Bereich. Also da muss man sagen, die Truppe runden Norbert Greyer, Balance of Performance, hat einen perfekten Job gemacht. Ja, muss man so sehen. Ich glaube, da gibt es auch keinen, der sich über den anderen beschwert. Super. Und die Autos waren alle gut und schnell. Also wir haben uns auch die Porsches angeguckt, die Mercedes, die Audis. Es sind einfach alles schnelle Autos, aber auf ähnlichem Niveau. Von daher liegt es nicht an der Balance of Performance, dass jetzt der eine oder andere gewinnt oder verliert, sondern es liegt wirklich an den Teams und an den Fahrern. Natürlich muss das Auto durchhalten. Aber ich glaube, es liegt tatsächlich diesmal in den Händen der Fahrer und Teams. Ja, ich muss ja kurz die Regieanweisungen hören, sorry dafür. Insgesamt, wie gesagt, ein sehr ausgeglichenes Feld. Sehr ausgeglichenes Feld gab es auch gestern Morgen oder gestern Mittag um 14 Uhr. Da hattest du noch den Overall angehabt. Ich glaube, ich sehe schon immer Grinsen im Gesicht. Du hast eben gesagt, ja unsere jungen Fahrer, die haben ein bisschen zu sehr das Messer zwischen den Zehen gehabt. Aber was war denn gestern mit den alten Herren? Die waren ja noch wilder, oder? Ja, ich habe ja schon fast ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir das veranstaltet haben unmittelbar vor dem Rennen. Vielleicht haben die zu sehr zugeschaut. Das war ja wirklich was ganz Besonderes. Da fuhren alle mit dem Messer zwischen den Zehen. Da kamen alte Zweikämpfer aus der DTM wieder hoch zwischen Steve Soper und Johnny Cecotto zum Beispiel. Die haben sich ja wirklich gegenseitig vollgegeben in dem Rennen. Ich hatte auch Angst, ich habe keine Freunde mehr bei den ganzen Rennfahrern, nachdem wir gestern Morgen entschieden haben, wir machen einfach mal einen Reverse-Grids-Start, damit es ein bisschen spannender wird und der Schnellste steht hinten. Das war in dem Fall der Bill Oberlin, der hat mich in dem Morgen kaum noch angeschaut. Er hat gesagt, was soll das denn? Aber er hat es ja dann am Ende trotzdem gewonnen. Aber trotzdem, als ich in den Rückspiegel geschaut habe nach dem Start, habe ich die zu sechs nebeneinander kommen sehen und dachte, das geht nicht gut in Turn 1 und so war es dann auch. Da haben wir dann die ersten drei Autos gleich verloren. Aber ich glaube, es war ein sehr spektakuläres Rennen. Es hatten alle wahnsinnig viel Spaß und es waren tolle Zweikämpfe auch dabei. Also ich kann bestätigen, dass der Kommentator, das dürfte ich nämlich selber sagen, kurz vor dem Kreislauf-Zusammenbruch war, weil es so spannend war. Und ich als alter Steve Soper-Fan, ich war natürlich am Ausflippen, weil er immer wieder diesen Fahrstil schon damals in den 80er Jahren geprägt hat und es gestern mindestens genauso gut macht. Soweit zum Legenden-Rennen. Wir machen gleich weiter. Wir haben aber einen Diner-Fahrer, Ben Tuck, einer der ganz jungen Fahrer. Den haben wir unten bei der Emily stehen beim Interview. Da gehen wir jetzt mal runter zur Emily. Ja, Ben Tuck, tell me, your car is now inside. Why? So, now here is sunshine. Yeah, so obviously earlier we had some damage with slower traffic unfortunately. So since then we've already been quite a few laps behind. Had to make quite a lot of repairs on the car. So now we're just running sort of like a testing program as such. So yeah, we just make some checks on the car and then I think we'll head out again soon. So you will wait and then you will go outside again? Yeah, we're just testing different things on the car now because we're not really fighting for a position anymore. So kind of using it as a practice session. So we can decide when we want to go. Okay, so now the sun will come. So maybe next time. Perfect, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. 50 Jahre Motorsport, 50 Jahre Emotionen und 50 Jahre M und natürlich auch 50 Jahre 24 Stunden am Nürburgring. Also von daher war das eine einmalige Gelegenheit und wir wollten auch all das, was in der Vergangenheit mal an Legenden da war, hier nochmal wieder auffahren lassen. Wir konnten nicht alle herbringen, aber vielleicht ist es auch ein Rezept für die Zukunft nochmal zu machen. Vielleicht können wir weniger Autos kaputt machen beim nächsten Mal, aber auf jeden Fall war es das wert, muss man sagen. Und es war einfach eine emotionale Veranstaltung und dafür steht ja auch die Marke, deshalb wollten wir das auch unbedingt machen. Also ich kann jetzt schon sagen, wenn ihr 60-Jährige feiert, der Dirk Adorf hat meine Telefonnummer, ich würde gerne wieder kommentieren, weil es war eine Riesenfreude, ein Riesenspaß. Ich bin ja auch so ein bisschen BMWler, mein Papa hatte direkt gegenüber damals den BMW-Betrieb gehabt, deshalb war es für mich auch eine Ehre, wie gesagt, die ganzen Legenden zu sehen. Das war wirklich ein Riesenvergnügen, was ihr uns bereitet habt gestern kurz vor dem Start. Ja, wie gesagt, beim 60er machen wir dann mit 25 Autos. Ich glaube, dann wird es noch mehr Action geben. Ich hatte im Vorfeld schon mal gesagt, ich kaufe mir noch Aktien für den Ersatzteilverkauf. Wäre eine gute Idee gewesen, ne? Das wäre eine gute Idee gewesen. Ja, also wunderbar. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, du hast es eben gesagt, das Rennergebnis an sich für das Hauptrennen nicht ganz so zufriedenstellend. Alex Sims hat jetzt im Moment die Chance, Platz 3 anzunehmen, weil, das höre ich mich gerade und wir sehen es auch auf den Bildern, René Rast seine Strafe abgesessen hat, der hat ja eine Strafe bekommen von, ich muss nochmal genau gucken. 30 Sekunden. 30 Sekunden, genau 32 Sekunden hat er jetzt abgesessen, die Chance, und dann sehen wir auch auf dem Monitor, dass er vorbei ist, der Alex Sims. Plätze 1, 2 und 3, Audi, Mercedes, BMW. Was das angeht, passt es. Aber du hast ja gesagt, BOP stimmt. BOP stimmt. Autos sind alle ungefähr auf gleichem Niveau. Das 20er Auto ist unser 50-Jahres-Auto, um noch was Positives dazu zu sagen. Wir hatten uns zwar was anderes vorgenommen, aber jetzt schauen wir mal, wie weiter kommt und ob er durchhält und zum Schluss doch noch auf dem Treppchen steht. Es gab ja bei dem Junior-Team vor ein oder zwei Jahren die Aussagen, das Ziel von diesen drei Jungs, Max Hesse, wie wir haben, denn harter ist, 24-Stunden-Rennen zu gewinnen. Dieses Jahr hat es nicht geklappt. Ich würde mal sagen, ab morgen fängt die Vorbereitung an fürs 24-Stunden-Rennen 2023, oder? Die hat heute schon angefangen. Die Jungs waren heute schon da, sind natürlich ein bisschen geknickt, weil auch die hatten sich das anders vorgestellt. Man muss allerdings auch sagen, die sind bislang erst 13 Rennen gefahren sozusagen. Das heißt, da fehlt vielleicht auch noch ein bisschen die Erfahrung. Jetzt haben sie viele Erfahrungen gemacht, im positiven und im negativen Sinne beim Rennen. Aber ja, die bereiten sich jetzt vor aufs nächste Rennen und haben jetzt auch noch ein bisschen was dazugelernt, wie man so ein 24-Stunden-Rennen angeht und welche Risiken man fährt und welche nicht und wann man die fährt. Wenn wir über BMW M reden, wir reden über den neuen BMW M4 GT3. Es gibt auch den neuen M4 GT4, der schon in der Erprobung ist, die schon einmal beim NLS-Rennen dabei waren. Es gibt aber noch ein ganz viel größeres Projekt, LMDH, sage ich nur. Ja, das wird auch nochmal was ganz Tolles. Wir wollen ja im Januar in Daytona dann das erste Mal Rennen fahren mit dem V8 Hybrid LMDH. Und wir werden, wenn man das jetzt rückwärts rechnet, müssen wir irgendwann so Mitte des Jahres mal mit dem Auto ein Rollout machen. Das sieht ganz gut aus bislang, ist natürlich ein Null-Fehler-Plan, wie immer. Aber wir sind dabei und das Auto selber, das kann man jetzt schon mal sagen, sieht spektakulär aus. Also das ist, ja, mehr will ich noch nicht sagen, weil wir haben es ja noch nicht gezeigt. Aber ich glaube, wenn man es sieht, das wird schon was ganz Besonderes. Ja, was ich damit eigentlich mehr oder minder erfragen möchte, M4 GT3, M4 GT3, M4 GT4, LMDH, auf gut Deutsch gesagt, klares Bekenntnis von BMW zum Motorsport. Ganz klar, ganz klar. Und für uns gehört deshalb auch der Werksport dazu, weil GT3 ja so ein Zwischending ist. Wir fahren ja jetzt gerade verstärkt mit den Kundensport-Teams, natürlich mit Werksfahrern teilweise, auch auf den Autos. Aber man kann natürlich nur mit Werksfahrern unterstützen und mit einer Race Control, wenn man auch die entsprechenden Werksfahrer hat und ein eigenes Werksteam hat. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, auch Werksport weiterhin zu betreiben und LMDH ist für uns genau der richtige Weg. Es ist der erste Schritt in Richtung teilelektrifizierten Langstreckensport. Die Formel 1 denkt ja auch darüber nach, aber da dauert es noch ein paar Jahre. Wir starten im Januar und sehr, sehr viele unserer Wettbewerber sind ja auch mit am Start. Das heißt, das wird ein ganz spannendes Rennen und das wird auf sehr hohem Niveau ausgetragen werden. Wie du sagst, es ist schon der erste Schritt in Richtung teilelektrifizierter Motorsport. Das ist das, was man auch im Motorsport sehen muss. Man muss neue Wege gehen, man muss die Themen Nachhaltigkeit berücksichtigen. Denn so wie der Motorsport in den letzten 10, 20 Jahren war, kann es nicht weitergehen. Es muss die neuen Schritte bewegen. Richtig. Richtig. Es wird so sein, dass zum Ende des Jahrzehnts die meisten Autos tatsächlich elektrisch sind. Und auf den Autos bauen wir unsere GT3, GT4 Fahrzeuge. Das heißt, wir brauchen irgendwann da eine Lösung. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für den netten Besuch. Schön zu hören, was BMW alles macht in Sachen Motorsport. Den absoluten Vollprofi-Sport mit dem LMDH, den, wie soll man sagen, Hybrid-Sport für Profis und Amateurfahrer GT3, GT4. Aber auch die reinen Breiten-Sport mit dem BMW M2 CS Cup im Rahmen der NLS. Tolle Sachen, die man auf die Beine stellt. Vielen, vielen Dank an BMW. Dankeschön an Französus von mir. Ja, vielen Dank für das Interview. Ja, sehr, sehr gerne. Und ich gebe direkt runter zu Emily. Die hat nämlich René Rast am Mikrofon. Ja, René Rast hier bei uns, frisch aus dem Auto raus. Musste eine Zeitsstrafe absetzen von um 30 Sekunden wegen Flaggenmissachtung. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie kann das passieren? Ich weiß es nicht. Mir ist es nicht passiert. Ich habe die Strafe nur abgesessen. Ich habe nur gehört, dass es vor zwei Stunden passiert ist, als ich geschlafen habe. Von dem her. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen. Das ist natürlich ärgerlich. War schon die zweite Strafe, die wir heute gekriegt haben. Einmal ein Auto umgedreht und einmal eine Flagge übersehen. Ja, wir kämpfen immer noch ums Podium. Wir geben nicht auf, aber es wird natürlich nicht einfacher mit Zeitsstrafen. Ich wusste nicht, dass du die Flagge auch nicht gesehen hast, sondern die Zeit nur absetzen musstest. Ja, wie weit schlägt euch das jetzt zurück? Wir waren vorhin, ich weiß es gar nicht, so 30 Sekunden hinter Platz 3. Jetzt nochmal die 30 Sekunden. Also ich denke, wir haben jetzt eine Minute Abstand aufs Podium. Von dem her nicht optimal. Wie ist denn jetzt eure Strategie, weiter vorne zu bleiben? Gute Frage. Ja, wir müssen natürlich jetzt Gas geben. Aber das machen alle zurzeit. Ich glaube, da gehen alle hohes Risiko. Es ist jetzt eben ein bisschen geregnet. Dabei ging es nur dran, einfach nur auf der Strecke zu bleiben, weil es war wirklich schwierig. Ja, wir müssen jetzt hoffen, dass irgendwas in unsere Karten spielt. Vielleicht nur ein kleiner Regenschauer, dass nochmal alles durcheinandergewürfelt wird. Aus eigener Kraft, glaube ich, schaffen wir es nicht. Im Regen seid ihr recht stark oder warum auch auf den Regenschauer ein bisschen hoffen? Liegen die Reifen bereit? Wie sieht das aus? Ja, natürlich. Ich meine, ich glaube, alle Teams haben Regenreifen bereit. Aber wenn es jetzt nochmal regnet würde, das würde nochmal ein bisschen spicy ins ganze Zeit reinbringen und alles noch ein bisschen durcheinanderwürfeln, von dem wir ein bisschen chaotisch werden. Und das ist eigentlich unsere einzige Chance, wir es haben. Auf Rennaction hoffen wir natürlich auch immer. Vielen Dank, viel Erfolg. Und wir sehen Windschatten-Duell, dass Fabian Schiller dran ist. Und Windschatten-Duell bezieht sich jetzt hier auf die Thematik Döttinger Höhe. Fabian Schiller im Mercedes hat die Lücke zugefahren. Es ist unter einer Sekunde auf Dries Van Tor. Reicht jetzt dieser Abstand, um sich schon ranzusaugen? Reicht es, um vorbeizugehen? Jetzt schon am Ende der 135. Runde. Er scheint noch nicht zu reichen, auch wenn es unter einer Sekunde ist. Aber er hat die Lücke zugefahren. Fabian Schiller ist definitiv wesentlich schneller gewesen in diesem letzten Umlauf, wo es jetzt hier in die Hohenrein-Schikane reingeht. Da bremst er sich nochmal mächtig nah ran. Ein zu überrundender Mustang. Der geht auf die rechte Seite und da geht das Windschatten-Duell weiter. Vielleicht Ende, Start und Ziel, dass dort ein Angriff gestartet wird. Und nochmal vorbei an einem der langsameren Fahrzeuge. Ganz spät auf der Bremse in diese Rechts-Links-Variante rein. Da hat Fabian Schiller überhaupt keinen Angriff gestartet. Der Olli, der hat es eben gesagt, der Fabian Schiller, der ist zwar noch sehr jung, der hat aber hunderte Runden Erfahrung in GT3-Fahrzeugen hier auf dem Nürburgring, auf der Nordschleife. Und er weiß, glaube ich, jetzt schon nach dieser Runde um die Stärken und wo er mit dem Auto die Stärken ausspielen kann. Ja, wir haben es ja eben auch gehört von Maximilian Götz, dass er sagt, der Mercedes, der AMG GT3, der hat an manchen Stellen gewisse Vorteile, der Audi an anderen Stellen. Man weiß, dass der Audi das Hauptproblem hat, dass er relativ wenig Drehmoment hat im Vergleich zum AMG GT3. Ein Drehmoment zu wenig zu haben, ist dann von Nachteil, wenn du neben die Ideallinie musst. Wenn er die normale Ideallinie fahren kann, so wie jetzt, freie Strecke, alles gut. Sobald er aber gleich beim Überrunden ein bisschen unterwecken muss von der Ideallinie und den Schwung nicht mehr ganz so mitnehmen kann, wie er ihn braucht, dann verliert er ein bisschen Zeit und dann kommt die Chance für Fabian Schiller, der andererseits natürlich auch genau weiß, ich muss eigentlich nur in Anführungszeichen warten bis zu der Düngerhöhe und hole mir dann mit Windschattenunterstützung diesen Audi R8 LMS. Und ob Tris Vanto dann, wenn die nachher nochmal zusammen, zu zweit nebeneinander durch die Tiergarten sind gekommen, dann nochmal dagegen hält, das wage ich eher zu bezweifeln. Das ist so eine Drehmoment-Situation, die ich meinte. Genau, Tris Vanto am BMW vorbei, ich blinge da noch kurz hinter dem Golf von Max Kruse Racing hängen, genauso wie jetzt Fabian Schiller. Tris Vanto die ganze Zeit den Flasher am Betätigen macht, aufmerksam auf sich, Kinder guckt, die Spitze kommt, das geht sich hier um jeden kmh, das geht sich hier um jede Zehntelsekunde. Das ist der Kampf um die Spitze, nachdem wir über 20,5 Stunden hier gefahren sind, ist es so eng vorne im Kampf zwischen Audi, im Kampf zwischen Mercedes, vorne der Kampf um die erste Position. Da geht es den Hatzenbach runter und gehen. Ja, genau, Hoch-Eichen angesagt, jetzt verliert wiederum Schiller ein bisschen was, weil er sich hinter dem Cayman anstecken muss. Ja, der bringt erst links, dann rechts, jetzt bringt er doch links, dann wieder rechts. Ja, und das ist diese Situation, die wir oft angesprochen haben, dass die etwas langsameren Fahrzeuge, sie müssen deutlich fahren, das ist das alles Entscheidende. Aber Schiller war clever genug zu sagen, ich warte, ich bleibe hinten dran. Und es gab ja zwischendurch mal so die Mails oder auch die Meldungen, fährt da überhaupt noch einer mit nachher am Ende, fahren nur noch fünf Autos hier rum. Alles egal, solange die ersten beiden nach über 20 Stunden Renndistanz hier im Sekundenabstand oder im Abstand von weniger als einer Sekunde über die Nordscheife fliegen, ist alles okay. Und das ist doch das, was wir sehen wollen. Wir wollen spannenden, hochdramatischen Motorsport sehen. Ich bringe ja immer gerne diesen Spruch, Motorsport vom Allerfeinsten. Und ich glaube, der, der wird sich jetzt in den nächsten, ja, Minuten, vielleicht sogar Stunden noch entwickeln. Denn was will man mehr als ein Zweikampf, absolut auf Augenhöhe. Das mit den Bildern jetzt hier, Ausgang, Fuchsröhre, die von der Helikopterperspektive eingefangen werden, dass wir bloß keinen Zentimeter von diesem Zweikampf verpassen. Adenauer Forst ist angesagt, beide sehr gut an diesem Porsche vorbeigekommen. Und Schiller ist wirklich sehr nah dran, fast Stoßstange an Stoßstange. Ja, das war so eine eben genannte Drehmomentaktion. Der Audi von Vanto musste so ein bisschen weiteren Weg gehen, hat nicht die Idealin getroffen. Und deshalb konnte er nicht so mit dem Schwung aus dem langsamen Adenauer Forst rausbeschleunigen. Schiller war schon dran. Da ist aber die Gerade rüber Richtung Metzensfeld, noch zu kurz. Da ist auch, muss man ganz ehrlich sagen, jetzt im Moment keine Chance irgendwie zu überholen. Hier Miss-Hit-Miss, was jetzt nach der Spiegelkurve kommt, geht überhaupt nichts zu überholen. Wer sei von erst recht nicht. Wo du eventuell was machen kannst, ist Ausgang Bergwerk, das lange Bergaufstück hoch Richtung Mutkurve. Wenn Schiller da auch ein bisschen besser rauskommt, auch den Drehmomentvorteil des AMG GT3 nutzen kann, dann kann er eventuell, eventuell hoch Richtung Kesselchen den nächsten Angriff starten oder den ersten richtigen Angriff starten. Aber es wird sehr, sehr schwer, sagen wir mal, auf der Nordschreife zu überholen, bis es dann zu der Dimmerhöhe kommt. Ja, und beide sind noch nicht mal zur Halbzeit ihres Achtrunden-Stint angekommen. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, das wird uns noch eine längere Zeit begleiten, eine längere Zeit begeistern und auch hier mitnehmen. Ja, definitiv. Wir werden hier ein weiter spannendes Rennen haben. Die Boxenstopp-Rhythmen sind ähnlich Schiller. Schiller muss eine Runde früher reinkommen, aber es dauert noch viereinhalb Runden. Das heißt, wenn es alles normal und gut läuft, werden wir noch viereinhalb Runden Action haben, Spannung haben. Das, was ich eben sagte, wo er eventuell was machen könnte, mit mehr Drehmomenten, mit gutem Schwung aus der Bergwerkkurve rauszukommen, das Thema hat sich erledigt. Denn wie wir sehen es hier, Anfahrt-Mutkurve, da ist der Vorsprung mittlerweile schon auf Budenganne. Wir haben eine Sekunde angewachsen, 0,8 Sekunden, um genau zu sein. Da ist nämlich auch eine der Sektor-Zwischenzeiten. Hier diese Mutkurve, diese schnelle Linkskurve. Dann geht es über die kleine Kuppe, Rechtsklick und dann Anfahrt zur Klostertal-Kurve. Das sind doch die Bilder, die wir sehen wollen, Lars. Absolut. Während der Audi-Pilot Ries Fanto auch immer in den Rückspiegel schauen muss, was macht der Mann, der mich hier um die Nordschleife jagt, kann Fabian Schiller eigentlich frei fahren, kann sich auf das konzentrieren, nämlich den Audi-Piloten vor sich zu jagen, vor sich her zu scheuchen, denn der hat erstmal anderthalb Minuten hinter sich gar nichts. Der BMW auf der dritten Position mit der Startnummer 20 vom Schubert Motorsport Team, der hat halt diese anderthalb Minuten Rückstand. Ja, der Markus Jung weist mich gerade auf eine Sache hin, da habe ich da noch eine Sache völlig missverstanden, als ich eben sagte, der Porsche, der blinkt erst links, dann blinkt er rechts, dann doch wieder links. Nein, der hat nicht geblinkt, das ist einfach die LED-Anzeige und die Frequenz der Kamera, die lässt es so erscheinen, als würde er blinken. Erst links, dann rechts und so weiter. Das ist einfach nur die Kamerafrequenz der Onboard-Kamera, die natürlich nicht ganz so hoch ist wie eine feste installierte Kamera, wo man dann keine, sagen wir mal, Blitzlichter oder keine blinkenden Lichter sieht. Um es mal dezent zu sagen, ist ja auch dieses Phänomen, wenn man einen Hubschrauber-Rotor sieht, dann denkt man, der dreht sich langsam rückwärts. Das ist einfach die Frequenz der Kamerabilder, so und so viele Bilder pro Sekunde. Das war hier auch der Fall. Deshalb danke an den Markus, dass ich da in dem Moment völlig daneben lag mit meiner Einschätzung des Blinkens vom zu überrunden Porsche. Oder du hast früher versucht, einen alten Röhrenfernseher abzufotografieren. Da ist auch nie was bei rausgekommen. Genau. So, Brünnchen noch schön voll gewesen, das haben wir gesehen. Wir bieten euch, oder die Teilnehmer, die Protagonisten, die Teams und Fahrer bieten euch eine absolut spannende, darf man sagen, Endphase. Drei Stunden, 20 Minuten, eine absolut spannende, sehr lange Endphase. Ja, so kann man es eigentlich schon sagen. Aber, ja, ich habe es eben schon mehrfach gesagt, nochmal ein gutes NLS-Rennen, was hier auf dem Programm steht. Und wenn man bedenkt, was in drei Stunden alles passieren kann, wenn mir eventuell wirklich nochmal so ein kleiner Regenschauer kommen könnte. Wetter-App sagt mir, immer noch 15 Uhr, 50 Prozent Regenschance. Und was haben wir jetzt? Boah, da geht aber auch volles Risiko. Ausgangs-Garrenkopf, wo es jetzt auf die lange Gerade geht. Klar, er muss natürlich den gesamten Schwung mitnehmen. Windschattenunterstützung vom Toyota Supra nimmt er natürlich schön, mit ganz schön ran saugen, daneben ziehen. Natürlich bekommt auch jetzt Fabian Schiller ein Stück dahinter. Zwei Sekunden mittlerweile zurückgefallen. In Windschatten. Und schau mal da, da geht der SP-10, der GT-4 Toyota mit Zeitraffsunterstützung wieder daneben. Aber natürlich ist man da auch seitens Toyota Tires, das Ring-Racing Team, clever genug zu sagen, hier, die kämpfen mit dem Gesamtsieg. Bloß nicht einmischen, das wird mir sonst zu riskant. Wohnrein-Schikane ein weiteres Mal angesagt. Der Toyota zwischen dem Audi und zwischen dem Gatsby Mercedes. Der Toyota auf der linken Seite, schön die Situation erkannt. Platz gemacht. Hier auch über richtig Leistung verfügen, die Toyota Supra. Und der Toyota, wenn ich das im Augenwinkel gesehen habe, kommt auch an die Box gefahren. Und so geht das Duell der beiden hier auf Start und Ziel weiter. Tires Vantor immer wieder den Flasher am Betätigen. Die Frontscheinwerfer sind ja permanent an. Und um zu flaschen, werden sie halt pausenlos ausgemacht. Das ist ja eine Rundenzeit. 8.13 für Vantor, 8.14 für Schiller. Bis wir ungefähr anderthalb Minuten auf warten, bis Alex Sims kommt. Im 50-Jahre-Jubiläum BMW seitens Schubert eingesetzt. Im Moment ist er mal so, Podiumsplatz für BMW ist noch machbar. Man hat einen anderen Rhythmus. Er wird auch jetzt reinkommen. Er hat nämlich seine siebte Runde, der Alex Sims. Wenn er jetzt reinkommt, dann wird wieder Jules Guggenau Platz 3 übernehmen. Da hatten wir ja eben gesehen, bei Jules Guggenau, da wurden die Intermediates aufgezogen. Ja, ich glaube, das war in meinen Augen im Moment zumindest mal die falsche Entscheidung. Ja, Jules Guggenau mit 8.30 Uhr dann doch deutlich langsamer gewesen als die ersten beiden. Und auch vier Sekunden langsamer als der Schubert-Pilot Alex Sims. Hier wieder nächste Überrundungsmanöver im Bereich Ravenel-Kurve. Jetzt raus, hart auf den Curb natürlich, wie immer den Curb. Den musst du eigentlich voll mitnehmen, wenn du schnell dann willst. Denn das ist auch eine ganz wichtige Passage. Hatzenbach-Buchen, dieser Rechtsknick, ein langes Powerstück. Dann diese, ja, blinde Kurve, sagt man dazu. Wieso blind? Ja, du siehst den Einlenkpunkt, den kannst du nicht erkennen. Nun, Fabian Schiller, aber da war er aber ein gutes Stück schneller als Vanto beim Einlenken. Viel härter über den Curb gegangen, viel mehr geschnitten. Und da hat er bestimmt mal zwei Zehntel allein in dieser Sequenz gut gemacht. Ja, aber immer noch der Abstand zu 2,8 Sekunden hier auch wieder weit auf den Curb. Ja, wir hatten eben gesehen, dass er da gewisse Streckenabschnitte hat, wo er näher rankommt. Und andere Abschnitte, wo er ein bisschen verliert, genau das, was sein Teampflege Maximilian Goethe sagte. Die Rundenzeit ist über die BOP, das hat ja auch Franziskus von Mehl eben bestätigt. Die ist bei allen Autos gleich. Die kommen halt unterschiedlich zustande. Und das ist natürlich dadurch auch eine unterschiedliche, ja, Art und Weise des Fahrens vonnöten. Hocheichen raus, jetzt über die Brücke der Quillbacher Höhe. Vorne, jetzt huscht er durchs Bild, Tris Vanto. So, knapp dahinter, 2,8 Sekunden. Fabian Schiller kommt jetzt über die Kuppe, das Auto leicht wird. In dem Moment, wo das Auto sich wieder setzt und wieder die komplette Belastung auf den Rädern, in dem Moment musst du einlenken und dann den Schwung mitnehmen hier Richtung Flugplatz. Und dann dieses Powerstück, Anfahrt Schwedenkreuz über die Kuppe, alles Vollgas. Wenn die Reifen gut sind, der Tank nicht allzu voll, dann fahren die diesen Linkskick hier, diese Linkskurve absolut flat, 260 kmh, wenn es richtig gut läuft. Jetzt mit Reifen, die schon vier Runden auf dem Buckel haben, wahrscheinlich nicht ganz flat. Da musst du dann, ja, dich auch als Fahrer erstmal dran gewöhnen. Die ersten zwei Runden fährst du Vollgas. Dann musst du mit jeder Runde, die du mehr fährst, ein bisschen mehr vom Gas geben, gehen. Aber so ein Profifahrer wie Fabian Schiller, der weiß natürlich genau, wann und wie er da den Level erreicht, wie lange der Reifen noch einen richtigen Kuppe kriegt. Schlechte Nachricht für den Cup 2 Porsche von Huber Motorsports, und zwar die 125, die Truppe, die auf der fünften Position in der Klasse, in der sechsten Position in der Klasse gewertet wird. Da hat es einen massiven Verstoß gegeben gegen das Speedlimit, gegen das Tempolimit, als man gelbe Flaggen gezeigt hat. Strafe, 7 Minuten 32 Sekunden. Der Fahrer, der auf dem Fahrzeug sitzt, das ist an der Stelle Hans Wehrmann gewesen von diesen Vieren. Der wird nicht nur disqualifiziert, da haben die Stewards, entziehen ihm die Nordschleifen-Permits. So steht es hier auf dem Kanal der Rennleitung. Das muss ein heftiger Verstoß gewesen sein. Wir haben mehrfach unsere Sicht der Dinge darüber gesagt, und dann wird da ein Grund vorliegen. Dries Fantor im Audi mit der Startnummer 15 für das Audi Sport Team Phoenix. Auf dem Weg, diese 50. Auflage zu gewinnen, Fragezeichen Fabian Schiller auf dem Weg mit dem Gatspeed Mercedes. Hier bei dieser Jubiläumsauflage mit einem Zuschauerrekord, übrigens offiziell bei 230.000 Zuschauern an diesen Veranstaltungstagen, gerade von Michael Kramp, von unserem Pressechef, vermeldet wurde, dieses hier einzufahren. Das ist ein tolles Rennen, das wird legendär werden, aber es ist lange noch nicht vorbei, Olli, 3 Stunden, 14 Minuten. Da sind wir bei einer NLS gerade erst mal warm geworden und haben den ersten Kaffee eingeschenkt. So ungefähr, ja, 230.000. Natürlich fahren es nicht 230.000 pro Tag, sondern, und das ist ja auch ganz klar in der Pressemitteilung drin, für das gesamte Wochenende, muss ich sagen, finde ich eine fantastische Zahl. Man muss bedenken, 230.000, da würde ich mal sagen, da waren wir gut und gerne 90.000 am gestrigen Samstag da, 50.000 sind jetzt noch da, 60.000 sind jetzt noch da, dann sind wir bei 150.000, 40.000 am Freitag, nochmal 30.000 am Donnerstag, es werden ja nur die Tage Donnerstag bis Sonntag gezählt, wo Einsatzkräfte verkauft werden. Man haut das schon hin, also mit der Zahl 90.000 gestern, ich glaube, das passt schon. Und wenn man die Gesichter gesehen hat, der beiden Nürburgring-Geschäftsführer, Ingo Böder und Christian Stefani, dann weiß man, hier ist alles richtig gemacht worden am Nürburgring. Man weiß auch, nächste Woche haben wir auch wieder Ausverkaufshaus, dann ist es nicht noch am Ring hier oben. Also, am Nürburgring läuft es, aber noch besser läuft es im Moment für Dries Vanto und Fabian Schiller, die im Moment sich hier einen harten, aber absolut fairen Zweikampf liefern um Platz 1 kurz vor Sturz. Doppelgelb im Bereich Eschbach. 811, und wer steht da? Ja, da sind wir da links, das DMSB-Fahrzeug, können da im Moment jetzt nicht genau sehen, was da los ist hier. Nochmal die Wiederholung als Dries Vanto und seinem Bruder sich da, ja, ein bisschen zu hart duelliert hat. Auch ich habe mit meinem Bruder schon mal beim Tischtennis irgendwie einen heißen Fight gehabt oder beim Skatspielen, aber da hat man dann nachher ein Bier getrunken, das Thema war durch, aber hier das, das war natürlich eine ganz andere Kategorie. Da hat auch Adam Christodono riesen, riesen Glück gehabt, dass er da nicht noch mit abgeräumt wird. Dann wäre es nicht dann auch für die Nummer 3 fast soweit gewesen mit dieser haarigen Würdenaktion. Gestern, ja bereits so nach drei Rennstunden etwa, war dieser Unfall. Und immer wieder bewundernswert die fantastische Reaktion der beiden Sportwachter an der Stelle nochmal an alle. Ich glaube, es sind mittlerweile, habe ich die Zahl nochmal korrigiert bekommen, 1500 Sportwachter, die hier ehrenamtlich im Dienst sind. Ohne euch geht gar nichts an euch nochmal an das ganz, ganz große Dankeschön. Ja, und Crello, viele, viele Fans gibt es, viele Crello-Fans. Ich würde mal sagen, Crello, Mantei, das ist so ungefähr der FC Bayern des Motorsports. Alle, ja, oder die meisten Fans sind irgendwie Crello-Fan. Natürlich war man da gestern schon früh sehr enttäuscht. Aber fürs Gesamtrennen hast du keinen ganz großen Abbruch gemacht, denn wir sehen es hier, die ersten beiden drei Stunden vor Rennende dicht an dicht. Jetzt konnte Fabian Schiller auf den letzten Metern mal wieder ein bisschen was gut machen. Hatte ja eben schon mal 3,6 Sekunden Rückstand im Laufe der Runde. Jetzt sind nur noch 1,4, reicht noch nicht, um anzugreifen, selbst mit Windschattenunterstützung oder, ja, das ist ja auch noch keine Windschattenunterstützung, also da hat im Bereich Antonis Buche. Aber Fabian Schiller absolut am Limit unterwegs. Wir werden gleich in wenigen Augenblicken die Wunzeiten sehen. Ich schaue mal, ob es irgendwo, Herr Sektor 7, na klar, wir hatten die Sektor 7 Gelbzone im Bereich Eschbach, haben wir gesehen, wegen dem Max-Krusel-Auto, der da stand. Das ist einfach die Zeit jetzt nicht ganz so schnell wie eben, 8,19 bei Wanddor, 8,18 bei Schiller. Christopher Hasel, der war eben auch richtig schnell mit 8,14 in der 22. Und schau mal auf der fünften Position mittlerweile der Bielstein HRT AMG GT3 HRT steht für Haupt-Racing-Team. Hubert Taub, der Fahrer und Teamchef in Personalunion. Und die hatten ja auch schon sehr, sehr früh diesen Rückfall nach der Kollision von Luca Stolz im Bereich Hatzenbach, musste eine ganze Runde drehen mit dem Schaden Reparatur. Man hat über eine Runde verloren. Mittlerweile ist man mit einem Abstand von 4,40 Minuten auf Platz 5. Also da kommt wieder dieser Spruch, hätte wenn und aber. Hier sehen wir den Abflug vom Cruze Audi TCR, der da bereits im Bereich Eingang oder Ausgang Wippermann das Auto verliert und dann bis Eingang Eschbach weiter an der Leibland gerutscht. Das ist ja dieser fließende Übergang von Wippermann zum Eschbach. So und jetzt sind wir wieder live. Drei Stunden und zehn Minuten, die es hier noch zu fahren gilt. Alle schauen auf das Duell an der Spitze. Es war unter einer Sekunde der Abstand. Vor fünf Minuten hatten wir 3,6 und das ändert sich minütlich. 1,7 Sekunden sind die beiden getrennt. Der 15er Audi an der Spitze und Fabian Schiller auf der zweiten Position. Man kam mit Rundenzeiten von 8,19,2 beziehungsweise 8,18,8 fast identisch über Start und Ziel und biegt jetzt ein weiteres Mal Richtung Nordschleife ab. Fünfte Runde absolviert von Fabian Schiller. Das heißt, er kann noch drei Runden fahren. Dries Wanto kann noch vier Runden fahren. Acht Runden gehen mit einer Tankführung, geht die drei. Das heißt dann für beide, auch nochmal die vier respektive drei Runden, absolut am Limit. Fabian Schiller doppelstint, Dries Wanto doppelstint. Und wir hatten es eben gehört, eigentlich wollte man wechseln, eigentlich sollte Maximilian Götz ins Auto kommen. Aber da hat man gesagt, hier auch nochmal dieses Blinken der Lichter. Danke nochmal an den Markus Hügel für den Hinweis. Man hat gesagt, der Fabian Schiller kennt die Witterungsbedingungen, der weiß, was los ist. Da wollte man nichts riskieren, dass er da irgendwie ein neuer Fahrer kommt und nicht weiß, wo die feuchten Stellen sind. Fabian Schiller, er wusste sie nicht mehr, ganz genau. Schnellster, deutlich im letzten Umlauf, war der viertplatzierte Christopher Hase. Mit 8.14.2 ist er nochmal viereinhalb Sekunden schneller unterwegs gewesen wie Fabian Schiller, vorne auf der zweiten Position. Kameras bleiben drauf, das ist verständlich. Und nur noch immer die Flashlights, wenn es auf zu überrundende Fahrzeuge aufzulaufen gilt. Vom Mercedes-Pilot, der sich jetzt erstmal hier im Bereich der Ahrenbergkurve hinten anstellen muss. Auch hinten anstellt. Er weiß, da bringt überhaupt nichts, wenn ich jetzt versuche, irgendwo vorbeizukommen. Und da geht es ein weiteres Mal durch die Fuchsröhre hindurch. Noch mal eng an der 223 an einem BMW vorbei. Thrice Vantor, Fabian Schiller. Gott sei Dank hat man so gewählt, dass beide eine Onboard-Kamera drin haben. Das kommt uns, das kommt euch jetzt hier in Stream absolut zugute. Aus mehr Perspektiven, Olli, kann man dieses Duell gar nicht mehr zeigen. Hubschrauber auch noch unterwegs. Und dann diese doch relativ große und weite Kameraabdeckung, die ja noch mal ein gutes Stück weitergegangen ist als in den vergangenen Jahren. Da hat man natürlich auch seitens des Veranstalters ADAC über die ausrichtende Firma Sporttotal. Das ist die Firma, die diesen Livestream für euch hier in die Wege geleitet hat. Und ja, wir sind ein kleiner Teil, der Lars Gutsch und ich und auch die anderen Kollegen natürlich, Uwe Winter und Eddie Milke mit in der Kommentatorenkabine. Und Emily Miller, Matthias Killing und natürlich Patrick Simon. Wir sind ja sieben von insgesamt gut und gerne 60, 70 Leuten, die für das Team von Nürburgring TV, für Sporttotal diese Übertragung für euch ermöglichen. Da muss man wirklich auch mal allen Leuten einen Riesendank aussprechen. Das heißt, die junge Dame, die Lisa zum Beispiel, die dafür sorgt, dass wir eine Pause in die Kaffee kriegen oder ein Stückchen Brot oder was auch immer, damit wir auch nicht vom Fleisch fallen hier. Also vielen, vielen Dank an die gesamte Crew, über den Regisseur, Bildmischer, Tontechniker etc. Auch hier die beiden Mannheim-Brüder, die uns hier permanent mit Informationen und hoffentlich bald auch mit einer funktionierenden Klimaanlage versorgen. Ich gebe runter zu Emily. Ja, hier haben wir jetzt mal ein Beispiel von Regenreifen und zwar haben wir ja einmal unbenutzte Regenreifen, die ja wirklich noch ziemlich gut aussehen. Und aber auch benutzte Regenreifen, die eben auf einem Auto drauf waren und dann wieder abgezogen worden sind. Und so sieht eben ein Regenreifen aus, der eben, ja, dann einfach zu heiß wird und das ganze Gummi löst sich. Und deswegen kann man einfach in solchen Situationen, wenn es noch einfach, ja, nicht genug Regen da ist, nicht mit dem Regenreifen rausfahren. Und das ist jetzt wirklich so ein Positivbeispiel, wo man das eben sieht, wie zerfleddert dieser Reifen ist und wie gut dieser Reifen aussieht. Und da gehen momentan aktuell wirklich nur Slicks bei so einem Fizzle-Regen. Ja, und aus dem Grund weiß man natürlich auch, warum dann der Teamchef Ernst Moser von Phoenix Racing mal in sein Reifenlager gegangen ist. Also so ein bisschen Aussagen nach Regen, um zu gucken oder zu erfragen, was haben wir denn überhaupt noch für Optionen, was haben wir überhaupt alles hier. Anfahrt Tor 8. Der Audi muss jetzt da an dem Adrenalin-BMW vorbei, das führende Fahrzeug rund um Oskar Sandberg in der Klasse VT2. Also Heck-Triebler Schiller kommt ein bisschen besser durch, dadurch auch wieder ein bisschen näher rangekommen. Und da in Richtung Wippermann gibt es ja noch die Gelbphase wegen dem TCR-Audi von Max Kruse Racing. Ne, sieht alles gut aus, alles sauber und absolut am Limit unterwegs. Sowohl Tri Svantor im Phoenix Audi als auch Fabian Schiller im Getspeed AMG. Wir hatten es schon öfter da gehört, Patrick Simon hat es eben gefragt, wer gewinnt die Dorfmeisterschaft in Meusbad. Da hat beide Teams, Phoenix und auch Getspeed, im Industriegebiet Meusbad angesiedelt. Genauso natürlich wie Haupt-Racing-Team, wie Manta Racing, wie Mannheller. Da gibt es so viele Teams, wie in die nächste gelbe Flagge, da wird der TCR-Audi noch weggeschleppt. Kostet aber jetzt keine große Zeit. Einfachgelb heißt auch nur, in Anführungszeichen, erhöhte Vorsicht, Überholverbot, aber noch keine Tempobeschränkung. Die kommt dann erst mit der doppelt gelbgeschränkten Flagge. Ab dann ist es 120 und wenn noch die rosafarbene Tafel dann zukommt, dann ist es Tempo 60, was maximal erlaubt ist. Ja, einfachgelb bedeutet aber immerhin so viel mit Geschwindigkeit, dass du in dem Bereich, den du als Fahrer überblicken kannst, im sichtbaren Bereich auf jeden Fall anhalten können musst. Genau, du musst mehr oder minder erhöhte Vorsicht halten lassen, du darfst es nicht mehr überholen und du musst natürlich damit rechnen, dass in jedem Moment, wenn du dann an die nächste Stelle oder in die nächste Ecke rumkommst, doppelt gelb kommt und dann Tempo 120 ist. Das ist immer so das Thema. Es gibt ja mittlerweile auch ein neues System, diese Onboard-Anzeige auf dem Dashboard, nennt man das. Da kommt dann wirklich die Meldung gelb. Das ist alles über verschiedene Signale, Sensoren gesteuert. Da kannst du wirklich ins Auto reinzeigen. Da ist jetzt eine Gelbphase. Wir hatten es gehört bei Ricardo Feller, der ja gestern im Dunkeln einen Fehler hatte, einfach eine Flaggensignale übersehen hat, ist dann unter Gelb an mehreren Autos vorbeigefahren, hat eine korrekte, völlig zurechte Strafe bekommen, hat dann im Interview bei Patrick Simon gesagt, ja, es tut ihm leid, er hat es einfach nicht gesehen, sonst wäre er natürlich vom Gas gegangen. Er weiß ja auch, dass es nichts bringt, da irgendwie reinzuhalten, ist doch völlig klar. Aber er hat es nicht gesehen und er hat auch nicht aufs Dashboard geachtet, weil er einfach in dem Moment zu sehr auf die Straße geachtet hat. Aber er hat auch ganz klar gesagt, da gibt es gar keine Entschuldigung für, es war sein Fehler. Und deshalb muss er damit leben, dass er es nicht mit Absicht gemacht hat, ist doch vollkommen klar. Das Pendel, das schlägt in beide Richtungen aus. Du hast eben gesagt, hier ist Fabian Schiller, du kannst dich erinnern, wesentlich besser durchgekommen, hat wieder Meter gut gemacht, ist näher an Dries Wantor rangefahren. Und genau umgekehrt ist es gewesen in der Hohenrein-Schikane Richtung Start und Ziel. Da ist Dries Wantor, da sehen wir es nochmal im Replay, sehr gut an beiden vorbeigekommen. Und Fabian Schiller, der muss sich jetzt hier zunächst einmal hinten anstellen, bis er da problemlos rausbeschleunigen kann. Ja, dieser gelb-rot-graue Audi oder silberne Audi, das ist Arno Klasen, auch einer, der in der Vergangenheit schon ganz, ganz viele Gesamtsäge in der VLN eingefahren hat. Gemeinsam mit Michael Heimrich geht er an den Start, da fährt er ja auch regelmäßig die NLS-Läufe. Da hat er sich neu ins Team dazu geholt, die er Kaffer und Elia Erhardt. Ja, tolle Besetzung, wo die Nähe ist mit dabei. Da ist der Michael Heimrich eigentlich derjenige, der die wenigste Erfahrung hat, obwohl er vom Alter her der Älteste ist. Michael Heimrich, letztes Jahr 60 geworden. Da muss man auch dazu sagen, der hat erst mit gutem Gerner 51 angefangen, überhaupt Motorsport zu betreiben. Hat sich dann mit 58 dazu entschieden, GT3-Auto einzusetzen, zu fahren, zu kaufen. Also das ist schon beeindruckend. Er weiß ganz genau, er wird kein DTM-Champion mehr, er wird nicht mehr in die Formel 1 kommen. Aber er weiß auch, er hat so viel Freude, so viel Spaß auf der Immobilien-Nordschäufe. Das ist für mich das Paradebeispiel eines Privatfahrers, Michael Heimrich, der auch gesagt hat, okay, ich kann es mir über die Firma, über seine Immobilienfirma auch finanziell ermöglichen, sogar ein GT3-Auto einzusetzen mit Sponsorenunterstützung. Das ist machbar für mich. Ja, und das ist auch das Thema Privatfahrer und auch in dem Sinne, auch wenn es ein teures Auto ist, Breitensport. Breitensport heißt ja nicht, dass man irgendwie einen Finanzdeckel irgendwo drauf setzt, sondern Breitensport heißt, jeder kann ihn machen. Das ist hier in mir NLS oder beim 24-Stunden-Rennen absolut möglich. Jetzt kommt Schiller, jetzt hat er einen Vorteil. Da muss nämlich der Audi mit Triswanto ein bisschen vom Gas geben, Ausgangs hochreichen. Das ist diese Drehmomentsituation, die der Audi nicht so gerne hat. Wenn du von der Indiani weggehst, musst du vom Gas gehen und dann kommst du nicht mehr mit dem Schwung raus. Und das war der Vorteil für Schiller. Ist schon bis auf 0,4 Sekunden rangekommen, kann er sich jetzt rüber ranziehen Richtung Schwedenkreuz in den Windschattenbereich, Lars. Das ist ja eine der Stellen, die du eben genannt hast, wo überholen mit viel, viel Mut möglich ist. Aber an dieser Stelle wird dann auch gar nichts passieren Richtung Aremberg-Kurve, wo sie jetzt sich drin befinden, unter der Brücke hindurch runterfahren, in den Bereich Fuchsröhre rein und ganz am Horizont. Die laufen momentan unheimlich oft auf Überrundete auf, sodass das für sie auch eine sehr hochkonzentrative Angelegenheit ist. Ja, definitiv. Da musst du wirklich in jeder Kurve, in jeder Sekunde, in jeder Hundertstel Sekunde hochkonzentriert sein. Hier die nächste Situation, weil die beiden sich da auch bekämpfen, die beiden BMW. Einmal ein M2 und dann auf der anderen Seite ein VT2. Und das ist jetzt wieder so eine Situation, die Schiller zu seinem Vorteil aussetzen kann. Kommt ein bisschen näher dran. Jetzt ist er im Windschattenbereich. Aber das wird wieder nicht reichen, denn diese Beschleunerungsphase rüber Richtung Metzgesfeld, die ist zu kurz. Das reicht nicht, um dann Angriff zu setzen. Nächstes Überholmanöver. Alles gut gegangen am Schalke-Golf vorbei. Und dann die Linkskurve Metzgesfeld. Jetzt rüber. Die kleine Kuppe in Richtung Karnath. Die enge Rechtskurve. Natürlich kein Überholung möglich. Es ist viel zu eng die Stelle da. Bremsphase viel zu kurz, um sich beim Anbremsen irgendwie daneben zu setzen. Das Überholen, das wissen wir mittlerweile, geht am besten aus dem Windschatten raus auf ein Powerstück. Beim Anbremsen, da ist es eher schwierig, sich irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Wehrseifen. Wieder zwei Autos zum Überholen. Wieder die Chance für Fabian Schiller, sich daneben zu setzen. Schau mal, wie Dries Vanto da ist. Überlegt links vorbei. Merkt dann, okay, der macht links rüber Platz. Und dann fällt er rechts vorbei. Alles gut. Breitscheider Brücke. Wieder zwei Fahrzeuge, die überholt werden müssen. Jetzt brauchst du auch den Schwung. Aus dieser engen Rechtskurve raus. Exmühle, das könnte die Chance jetzt werden für Fabian Schiller. Der eine Cayman macht links, fährt links rüber. Der Müllner Porsche Carrera 2 fährt rechts rüber. Lauter Knick. Beide natürlich absolut voll stehen lassen. Und dann hartes Bremsen für Bergwerkkurve. Wenn er sauber rauskommt, der Schiller hat dann eine Chance. Nee, wird nicht reichen. Im Bergaufschub hoch Richtung Ludkurve. Aber das waren sehr schöne Beispiele dafür, wie das Pendel ausschlägt in beide Richtungen. Wenn du nicht nur auf einen zu überrundenen aufläufst, sondern auf zwei oder gar auf drei, wie wir das eben gesehen haben. Und da musst du in Millisekunden entscheiden, wo gehst du vorbei, steckst du zurück, lässt du den Fabian Schiller etwas näher rankommen. Was stellst du dir vor, Olli, ist leichter? Die Nummer, die jetzt der Tries-Wantor zu arbeiten hat oder die Fabian Schiller in der Verfolgungsposition? Ja, ich glaube... Kann das enge hinterherfahren, das ist auch extrem schwierig. Ja, ich glaube, da gibt es kein leichter. Das ist für beide ein 100% Hochkonzentrationsjob. Du darfst keinen Fehler machen, egal ob vorne oder hinten. Wantor muss ab und zu mal in den Spiegel schauen, ob da nicht doch ein Angriff kommt. Andererseits muss Schiller auch genau darauf achten, wo und wie seine Stärken ist, wo kann er eventuell mal die Lücke schließen. Muss aber auch dann immer wieder auch praktisch am Audi A8 vom Phoenix Racing Team vorbeischauen, um zu sehen, was ist da vor. Wann kommen wieder Fahrzeuge? Jetzt hier, du siehst, da ist ein Fahrzeug. Da muss Schiller praktisch durch den Audi mehr oder minder durchgucken, um zu sehen, was macht der Opel da. Und er fährt dann links rüber, der Opel, dann können beide rechts vorbeifahren und beide weiter im Formationszug, im Millimeterabstand. Unterwegs, Richtung Wippermann. Nächstes Auto, was ansteht zum Überrunden. Er hat doch gesagt, es sind nur noch so wenige Autos am Start oder im Rennen. Aber da ist ja alle paar Meter muss einer überrundet werden. Natürlich deshalb, weil die vorne absolutes Feuerwerk abbrennen. Sowohl Tri Svantor als auch Fabian Schiller. Ich muss vor beiden den Hut ziehen. Das ist klasse Sport. Das erinnert mich irgendwie fast an dieses legendäre Rennen von Johnny Chicotto gegen Klaus Ludwig 1992 in der DTM, die auch über vier Runden einen ähnlichen Fight hatten wie die beiden jetzt hier. Genau. Und das Ganze auch im Rahmen des damaligen 24-Stunden-Rennens, wo ja die DCM als Rahmenprogramm gefahren ist. Durchs Brünnchen durch. Da wird euch großer Sport geboten. Und wir sehen, dass am Brünnchen noch richtig viel los ist. Diese finalen drei Stunden, die angebrochen sind, sich anzuschauen. Denn ich traue mich nicht, irgendwie irgendwas drauf zu wetten, wer denn am Ende des Tages hier den Sieg bei der 50. Auflage dieses 24-Stunden-Rennens holen wird. Ich würde noch nicht mal darauf wetten, wer als erster aus der 139. Runde rauskommt. Denn das ist, ja, Millimeterarbeit. Jetzt werden wir mal sehen, vielleicht mit Winch hat Unterstützung. Der Audi, der ist auf den Geraden relativ schnell. Das ist eine Höchstgeschwindigkeit. Ist der Audi im Normalfall ein bisschen besser. Allerdings kann natürlich Schiller mit Winch hat Unterstützung sich womöglich ein bisschen heransaugen. Schnell zur Rennrunde insgesamt geht ja auch an AMG, an den AMG GT3 mit der Nummer 12. Da war es Philipp Ellis, der eben eine 8-11 gefahren hat. Und wir sehen, jetzt ist er im Winch hat Bereich. Jetzt kann er sich eventuell, eventuell heransaugen. Nee, reicht nicht. Mal hören, ob die Drehzahl hoch geht. Ich denke, es ist zu weit weg. Eben von der anderen Perspektive aus gesehen, das verzerrt ein wenig, wie nah oder wie weit die Autos voneinander entfernt sind. Und der Abstand hat an dieser Stelle nicht gereicht. Die beenden die 139. Runde in dieser Reihenfolge der 15er Audi vor dem Mercedes mit der Startnummer 3 vor dem Gatsby Mercedes. Ja, jetzt wird es die letzte Runde sein, die Fabian Schiller in seinem Stint fährt. Denn er beendet jetzt seine 7. Runde. Und ich habe es eben schon mehrfach gesagt. Er wird 8 Runden gehen im GT3. Wando kann noch eine Runde länger fahren. Aber dann wird es dann ja einfach nur ein bisschen später sein, der Stopp. Dann wird der Kampf genauso weitergehen. Dann wird dann einer der Teamkollegen übernehmen. Und dann den Battle for Rank 1, wie es da unten steht, den Kampf um Platz 1, weiter fortsetzen. Es wird weiter definitiv spannend. Jules Gennon im zweiten Gatsby Mercedes auf der dritten Position. Der ist mittlerweile über drei Minuten von diesen beiden, die wir hier kameramäßig verfolgen, entfernt. Und hier haben wir jetzt die Mitfahrt bei Raffaele Maciello im Bielstein AMG Mercedes. Alles, die er sich mit Alice unstolz teilt, das ist die fünfte Position, auf der wir gerade mitfahren. Er hat aber auch sehr starke Rundenzeiten, 8,18, aber die stärksten. Letzte Rundenzeit war eine 8,12 von Maciello. Da wollte ich gerade sagen, 8 Minuten 12, 1,5,6, extrem starke Rundenzeit. Ja, also das Hauptteam Bielstein, sage ich mal, also offizielle Bezeichnung Mercedes AMG Team Bielstein bei HRT, so leitet die offizielle Bezeichnung. Wenn wir vom Bielstein Mercedes reden, wisst ihr, wie gemeint ist. Wenn wir vom Haupt Mercedes reden, wisst ihr, was gemeint ist. Genauso wie beim HRT Mercedes, da kannst du jetzt alle Namensbezeichnungen nehmen. Ich glaube, bei allen wisst ihr, was gemeint ist. Da muss auch kurz Ausgang, Hutkurve, kurz am Gas gehen, weil es nicht ganz klar war, was macht der Cayman da vorne. Jetzt rüber, dann anbremsen, Klostertalkurve, diese enge Rechtskurve, fast 130 Grad da fest rauszuholen. Und dann einen doppelten Apex, also zweifachen Scheitelpunkt. Kannst aber auch ein bisschen so die Linie halten, dann einen weiten Bogen fahren und hast du nur einen Scheitelpunkt. Und er fährt erst mal außen rum, weil er nicht genau weiß, was macht der GT BMW. Und dann, als es klar ist, er kommt außen rum nicht vorbei, lässt er sich dann doch ins Karussell reinfahren und fährt dann beim Rausbeschleunerung mit etwas mehr Schwung natürlich dann sofort am GT BMW vorbei. Ja, vorne an der Spitze immer noch genauso eng unter einer Sekunde mittlerweile der Rückstand von Fabian Schiller auf den führenden Audi 0,977. Wir haben ja lange gesehen, wie das variiert. Und hier sehen wir jetzt neben Raffaele Mariciello auch Sven Müller im verbliebenen 33er. Falken Porsche, elfte Position für Sven Müller. Und die versuchen auf jeden Fall noch reinzufahren in die Top 10. Schauen wir mal, was beim Sven Müller zu sehen ist. Scheibenwischer an, Regen, kommt nämlich auch gerade in die Meldung von Marcel Ebeling, der steht im Adenauer Forst. Das Regen im Adenauer Forst, es geht also wieder los. Schon wieder das nächste Spiel. Könnte das jetzt für Fabian Schiller ein Vorteil sein, weil er eh in die nächste Runde rein muss. Andererseits, wir sehen es links im geteilten Splitscreen, dass Raffaele Mariciello rüber in Richtung Pflanzkarten sogar strahlend blauen Himmel hat. Da ist ja, bestes Wetter vorhanden. Maximilian Götz, der hat noch nicht den Hellmann und wird das richtig, richtig am Schütten jetzt. Also wird das dann wahrscheinlich Adam Christo Dolo sein, der jetzt übernimmt. Oder fettet, naja, dreifach stimmt, wird er nicht fahren. Ja, guck mal, richtig patsche nass jetzt. Und jetzt heißt es extremste Vorsicht für beide, für Schiller, für Wanto, natürlich auch für alle anderen Fahrer. Aber die beiden, die bewegen uns im Moment am meisten. Und das ist eben mehrfach gesagt, hinten im Brünnchen noch alle Campingplätze gesetzt. War auch gerade zu sehen, Ausgang Adenauer Forst oder hier Metzlisfeld. Schön, dass die Fans, dass ihr Fans noch so lange dabei bleibt und diesen fantastischen Kampf hier euch weiter anschaut. Das ist natürlich das, was wir alle hier sehen wollen. Ja, da sind sie schon wieder durch diese gefährliche Zone durch. Da hast du gar kein Spray mehr, vielleicht ein, zwei Tropfen auf der Frontscheibe. Da scheint es schon wieder trockener zu werden. Das waren echt nur ein paar Sekunden, wo es massiv nass wurde. Ja, aber mein Spotter Michael Klapperich sagt, Breitscheid, Regen 3 in Breitscheid, Regen 0 in Metzlisfeld. Dann kommt die nächste dunkle Wolke. Damals unser, ja, hochgeschätzter Kollege Kalli Hufstadt, der hat immer den Spruch geprägt. Dunkle Wolken über Breitscheid. Also da rechts, wo jetzt der Hauptbosten zu sehen, ist da oben rechts. Von da aus hat er früher immer kommentiert. Weil die hatten damals nicht diese, ja, fantastische Übertragung, die wir hier haben. Mit Onboard-Kameras, mit Hubschrauberbildern, mit Kameras unten in die Strecke. Die mussten mit dem Vorliebseh nehmen, was sie selber gesehen haben. Das hat Kalli Hufstadt damals so unnacharmig gemacht. Unten aus Breitscheid. Dunkle Wolken über Breitscheid. Das war, ja, eine, oder das war einer seiner legendären Sätze. So, die Zwölfe ist drin. Raffaella Marcello an die Box gekommen. Ihm blieb auch keine andere Wahl. Hat jetzt hier gerade seine achte Runde in diesem Stinkt beendet. Das ist doch Maximilian Bötz fertig für seinen Einsatz. Ich hatte eben gesagt, der ist noch nicht fertig. Ja, okay, der war ja auch noch relativ weit weg. Der Fabian Schiller, der braucht ja noch gut und gerne drei Minuten, bis er oben ankommt. Er kam aber auch hier ganz gut an, ans Heck von Dries-Wantor. Ja, da hat sich viel gefehlt. Einfach ein bisschen mehr Mut dabei, leicht feuchter Strecke. Was fahren die da für Lien in Dries-Wantor? Fährt er ganz weit rechts rüber. Also alles schon im Kampfmodus, im Attackemodus. Also das ist wirklich, wirklich ganz, ganz schwierig zu fahren. Zum einen musst du den Gegner beobachten. Zum anderen musst du aber immer wieder den Blick nach oben werfen. Was machen die Wolken? Wie sieht es aus? Kommen schon die ersten Regentropfen? Natürlich ist man auch per Funk verbunden. Natürlich haben die Teams ihre Spot da irgendwo sitzen, die jetzt irgendwo da oben im Bereich Wippermann sitzen. Dann gab es dann, genauso wie ich, die SMS oder die WhatsApp-Kriege von der Strecke, kriegen natürlich auch Ernst Moser oder Adamus Jäger die Nachrichten von ihren Freunden, bekannten Nachbarn etc. Das ist doch vollkommen klar. Die wissen natürlich auch genau, was los ist in Sachen Witterungsbedingungen hier auf der Nachtschleife. Hohe Konzentration, die hier gefragt ist bei den Protagonisten, nicht nur bei denen, wo wir jetzt drauf sind beim Kampf um die Führung. Die gleichen Situationen haben ja alle anderen auch auf der Strecke, auf der Nürburgring-Nordschleife. Und die alle noch um ein gutes Ergebnis fahren, was sie nach diesem 24-Stunden-Rennen mit nach Hause nehmen wollen. Und da der Blick auf Maximilian Götz, der sich hier fertig gemacht hat, der um die Schwierigkeit weiß, der mit Sicherheit vom Fabian Schiller, wenn er aussteigt, noch ein, zwei Sätze gesagt bekommt, wie sich das Auto anfühlt, in welchem Zustand sich die Strecke befindet, wo Fabian Schiller einen Aha-Moment hatte. Es wird jetzt einmal ganz kurz, Olli, entzerrt. Ja, für eine Runde. Für eine Runde. Und dann haben wir den Kampf wieder mit dabei. Das ist der Zeitpunkt, Olli, wo ich mich jetzt hier rausziehe. Meine Vertretung könnte nach, die sitzt bereits hinter mir. Das wird der Uwe Winter sein. Ich muss um 14 Uhr in Adenau sein. Keine Angst, ich gehe nicht dein neues Haus und deine Frau besuchen. Die ist eh nicht mehr da. Kommt man aktuell runter, die Straßen frei, oder geht's? Nee, meine Frau hat mich eben um kurz vor 12 hochgefahren. Und beim Runterfahren sagt sie, es ist ein ziemliches Chaos. Also am besten fährst du... Ich habe ihn gerade Schleichweg genannt, den nicht unbedingt jeder hören muss, der auch nicht ganz offiziell ist. Ja, wir sehen, Wanddor vorneweg, 8.20 Uhr. Das war eben die Runde. Jetzt, die wird ein bisschen langsamer sein, weil sie im Sektor 5, da wo die leichten Regentropfen schon waren, Metzgesfeld bis Breitscheid, ja, da hat er mal so 15 Sekunden verloren. Das heißt, da wird eine Rundezeit von rund um die 8.30 Uhr rauskommen. Wanddor fährt weiter, Schiller wird reinkommen. Dann ist es Zeit, mich hier aus dem Team zu verabschieden für die diesjährige Auflage. Olli, hier sage ich vielen Dank, stellvertretend auch allen Kollegen und natürlich auch ihr Jungs und Mädels, die das Ganze möglich machen im gläsernen Studio. Ich wünsche euch eine spannende Endphase und ich schaue mich mal um. Uwe Winter ist da schon bereit, sein Equipment hier hereinzutragen. Kommt gerade nur nicht an Matthias vorbei, den Format füllend hier seine Sachen sortiert. Also, Wechsel, wir konzentrieren uns wieder, Olli, mit dir auf den Boxenstopp, der jetzt gleich in diesem Moment ansteht. Ich gucke, du kannst die beiden Brüder unterscheiden, wer Matthias und wer Henrik ist? Oder hast du es einfach geraten? Ach, Matthias Killing, der ist auch da. Okay, ich dachte, du meinst einen unserer beiden Mannheim-Zwillinge, die ja auch da sind. Matthias und Henrik Mannheim, an die beiden auch ein Dankeschön. Die machen hier viel, viel Unterstützung für uns. Das sind Zwillinge, ich kann sie nicht unterscheiden. Machen das jetzt im dritten Jahr für uns. Ich weiß nicht, wer gemeint ist. Ich wusste nicht, ich konnte nicht sehen, dass Matthias Killing auch schon bereit ist, auch schon mit denen. Und wie hat man eben gesagt, Hufenschacht, um dann gleich von Emily zu übernehmen für seinen vorerst letztens. Oder ja, wird der letzte Stint sein für Matthias Killing. Uwe Winter macht sich langsam fertig. Genauso macht sich jetzt Kollege Maximilian Götz fertig. Da hat Fabian Schiller in aller Ruhe Zeit, wird ihm jetzt sagen, hör mal, Metzgesfeld, ein paar Tropfen schon runter. Wird ihm vielleicht auch sagen, achte mal drauf, der Audi ist an der Stelle ein bisschen unruhig. An der Stelle kann er nicht ganz so rausbeschleunigen. Aber das weiß der Götz natürlich ganz genau, wer wo wie rausbeschleunigen kann. Das ist alles kein Problem für so eine routinierte Mannschaft, für die Catspeed-Truppe, für so einen routinierten Fahrer wie Maximilian Götz. Der jetzt, wie gesagt, von Fabian Schiller übernommen hat. Fabian, Riesenrespekt, toller Doppelstint, hast den Abstand ja teilweise sehr, sehr stark verkürzen können. Zwischendurch mal Runden gehabt, die waren vier Sekunden schneller als die vom Kollegen Dries Vantor. Muss man echt sagen, tolles Rennen vom 25-jährigen Fabian Schiller. Und da hat die Truppe von Catspeed bewiesen, dass es eine gute Wahl war, ihn mit ins Auto zu nehmen. Und das ist auch, und das ist ja der große Unterschied hier bei den ersten zwei Platzierten. Bei AMG die Strategie war, wir fahren mit drei Fahrern. Das high-up-tin, die Fahrer sind fit genug, die sind frisch genug, das hinzukriegen. Die brauchen keine Vierfahrer, so bleiben die mehr im Rhythmus drin. Bei Audi hat man die Vierfahrer-Strategie, dass man gesagt hat, wir holen neben Dries Vantor, Frederic Vervich, Robin Freins, auch noch Karin van der Linde mit dazu. Ja, andere Taktik, andere Strategie. Beides, denke ich mal, ist okay. Beides kannst du machen, beides ist gut. Von daher, ja, klasse Sache hier für unser Rennen, für euch Fans. Und ich sehe auch rüber auf die Tribünen, die scheinen auch richtig, richtig gut gefüllt sein. Ja, und das ist ja einfach das, was wir da alle haben wollen. Bei diesen Bedingungen hier so ein spannendes Rennen vor Vorrang-Tribünen, was will man mehr? Uwe Winter ist da, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, lieber Olli. Und auch von mir nochmal ein Herz hallo in die weite Runde. Einmal hier am Nürburgring, aber auch diejenigen, die uns über den Livestream verfolgen. Die 3 geht raus. Das war natürlich nicht der letzte Boxenstopp. Ob es nochmal einen Fahrerwechsel gibt, bleibt abzuwarten. Dann müsste er einen Dreifach-Stint fahren, der Maxi Götz. Eher ungewöhnlich, daher schauen wir mal, also Fahrzeit. Es gibt doch auch die Beschränkung, 2 Stunden 30. Ja, wir haben doch 2 Stunden 42 auf der Ruhr. Deshalb wird es definitiv nochmal einen Wechsel geben. Ich kann mir schon vorstellen, dass auch Götz jetzt einen Doppelstint fahren wird. Fitness ist da, Konzentrationsstärke ist da. Sollte ich ihn auch für einen Doppelstint. Dann fährt er 2 Stunden. Dann hat man nachher nochmal den letzten Stint für wahrscheinlich dann Adam Kirstedulu. Ein, ja, noch nicht mal ein ganzer Stint, 42 Minuten, die dann für ihn etwa kommen. Der Stintlänge, wir haben ja immer gesagt, 8 Runden, 8 mal 8 Minuten sind 64 Jahre. Ja, 70 Minuten dauert ein Stint, aber ein Stint, vielleicht auch nochmal hier. Das hat nichts mit diesem Stint zu tun, den wir beim Herzinfarkt irgendwie bekommen. Ein Stint, das ist der englische Ausdruck für einen, wie kann man es übersetzen? Ich weiß ja, ein Arbeitseinsatz, keine Ahnung. Arbeitseinsatz, keine Ahnung. Im Motorsport sagt man es, ich würde mal sagen, 95 Prozent der Zuseher kennen die Aussage, deshalb alles gut. Ich weiß nicht, ob ihr zwischendurch nochmal gerechnet habt, aber die Rekorddistanz ist durchaus noch in Reichweite, weil man das so groß überschlägt. Wir haben noch 2 Stunden, oder knapp, 2 Stunden 42 Minuten zu fahren, also 120, 160 Minuten. 19 Runden fehlen uns noch. Ich könnte es auch schließen, würde ich es nicht, aber ich hing natürlich auch davon ab, kommt der Regen, wird der Regen stärker. Mensch, wir sind die Rundenzeiten ja eigentlich kaum tangiert von den paar Tröpfchen, die wir hier erleben. Ach, das war's. 20 Runden könnte man noch hinkriegen. Was ist der Rekord? 159. Oh ja. Und es gibt ja eine Änderung, eine Neuerung, oder nicht Neuerung, sondern wird gemacht wie früher. Und zwar, wir hatten in den letzten Jahren immer, dass wenn die 24 Stunden rum sind, die Uhr auf Null gelaufen ist, dann wird abgewunken, egal welches Fahrzeug, es als erstes dann vorbeikommt. Das ist mittlerweile anders, das machen wir jetzt auch ähnlich wie in der Nürburgring-Langstrecken-Serie. Hier, starker Regen da im Bereich Hochreichen Götz ist da schon mit den noch kalten Reifen ziemlich am Rutschen gewesen. Da hat natürlich Tries Vanto jetzt ein bisschen den Vorteil gehabt, vielleicht aber dann gleich in der nächsten Runde für den Phoenix Audi auch nicht viel besser aussehen. Wo war ich jetzt dran? Habe ich den Rücken verloren? Ach, egal. Hier wird überall die rot-weiß-rote Flagge geschwenkt. Da ist starker Regen, Anfahrt vor Schwedenkreuz. Und das ist jetzt der Vorteil für Phoenix. Die können jetzt sagen, wenn es stärker regnet, dann holen wir die zumindest mal Intermediates raus hier, Anfahrt hoher hart. Da ist schon fast mit Slicks, schon wirklich heikel, muss man sagen. Oh, da verliert er das Auto. Verliert das Auto fast im Bereich Hedwigshöhe. Geht links hart auf den Curb, aber alles gut gegangen, nicht eingeschlagen. Und jetzt hat er natürlich Code Brown und die Teamkollegen, die sind jetzt auch aber richtig nervös. Mann, 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 ist das hier wieder eine Dramatik. Gibt es denn irgendwann mal ein 24-Stunden-Rennen ohne irgendwelche Dramen? Ach ja, ich weiß auch wieder, wo ich dran war mit dem Zieleinlauf. Das hat man das Thema gehabt, genau. Es wird jetzt so sein, dass wenn die Uhr runtergelaufen ist, wird gewartet, bis der Gesamtführende kommt. Und dann wird es abgewunken. Und das kann so sein, dass das Rennen nicht nur bis 16 Uhr, sondern durch auf bis 16.07 Uhr und 16.08 Uhr geht. Erst einmal sehnt er hier die Box herbei. Der Führende auf dem Weg zwischen Brünchen und Start und Ziel. Nicht wissend, wird der Regen noch mal stärker auf dem Weg dahin. Also die heiklen Passagen waren eben im Bereich hoher Acht, als er da schon neben der Strecke war. Und bis der einen hatte Gelegenheit, also bis zur Box sich zu überlegen, welche Reifen denn bitte schön aufzuziehen sind. Besser entscheidet er das vorher, wegen der Vorauswahl, damit auch die richtigen Reifen schon parat liegen und idealerweise auch schon antepperiert sind. Also diese Phase ist, wie so oft, heikel, könnte vorentscheid sein. Wenn der Tries van Tor den Apparat jetzt hier irgendwo rausfeuert, dann ist das Thema gegessen. Aber er hat extrem gute Fahrzeuge beherrschen. Das hat das Manöver eben, das war in der Hohen Acht, in diesem ersten Rechtskrieg, gezeigt, dass er das Auto unter Kontrolle hat. Ernst Moser in der Diskussion mit seinen Technikern, was machen wir, wie gehen wir damit um. Da guckt man natürlich genau Richtung Himmel, muss die Wetterseite diesmal aber auch genau einen Blick haben. Zieht die Wolke nur vorüber, was wir heute ja schon mal hatten, oder aber kommt da etwas mehr? Metzgesfeld trocken. Danke an den Michael für die Info. Und hast du gesehen, in der Phoenix-Bock, wer sich parat gemacht hat, Calvin van der Linde. Der war ja direkt vor Van Tor dran. Anscheinend hat man auch bei Phoenix gesagt, Calvin und Tries sind heute, oder sind an diesem Wochenende die stärksten im Team. Da hat man gesagt, ja, Werwisch war ja eben auch noch dran. Aber Robin Freins, der ist ein bisschen weniger unterwegs gewesen, der hat nicht ganz so die Einsatzzeiten wie Calvin van der Linde. Also Van der Linde, Werwisch und Van Tor, das sind die drei Hauptfahrer im Auto bei Phoenix. Robin Freins, ja, mit ein bisschen weniger Stint. Daran setzen, mitzubekommen, welche Reifen auf den Phoenix Audi draufgeschraubt werden. Auch hier bei Start und Ziel ist es minimal, minimal feucht. Also die Sicherheitslösung hieße sicherlich geschnittenes Slicks. Das wäre eine Basis, wo man mit beiden Wetterentwicklungen zurechtkommen würde. Zumindest nicht, solange es nicht richtig kräftig runterhaut. Jetzt versuchen wir mal genau hinzugucken. Du sagst, das ist die Sicherheitslösung. Da bist du für beide Verhältnisse einigermaßen gut bereitet. Gatspeed hat ja die Chance, die haben ja zwei Autos. Die haben ja eben gesagt, wir machen ein Auto volles Risiko und ein Auto auf Sicherheit. Da wird man dann wahrscheinlich eher diesen anderen Weg nehmen. Wir hatten ja auch gesehen, dass Götz draußen ist. Der hat das Slicks, weil der war ja so am Rutschen da im Bereich Hochreichen. Da gehe ich fest von aus, dass es weiter Slicks waren. Ja, bitte mal den Blick an den Kameramann, nicht den Fahrer wechseln. Der ist zwar interessant, aber wir wollen sehen, welche Reifen werden da draufgeschraubt. Wird allerdings auch noch so lange wie möglich gewartet, bis da überhaupt die Reifen aufgezogen werden. Aus den Heizdecken rausgenommen werden, Götz im Bereich, Eiskurve unterwegs runter in Richtung Pflanzkarten. Und der ist, wie erwähnt, mit Slicks unterwegs und driftet da teilweise ganz schön. Klar, da ist die Straße feucht, jede Menge Motorleistung bei Mercedes. Und da verliert er fast das Auto im Pflanzkarten. Mit zwei Rädern war er schon in der Wiese. Also, ob die Slick-Wahl die richtige Wahl, wird er sich jetzt auf den Weg richten. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Was wird ausgepackt aus den Reifenwärmern? Welche Reifenwahl wird da genommen? Ja, liebe M&E, guckt einen Meter auf die Seite. Wir wollen einfach nur sehen, die große Überraschung, was für Reifen werden aufgezogen. Die Kollegen von Nitro natürlich auch mittendrin. Die sind genauso gespannt wie wir, wie ihr alle. Welche Reifen zieht der Götz im Bereich Schwabenschwanz? Extreme Vorsicht beim Überrunden des Avia-Porsche da. Und die Schlagschrauber liegen bereit. Aber, was sind es? Slicks. Ja, geschnittenes Slicks. Geschnittenes Slicks. Das, was du eben sagtest, damit bist du für alle Verhältnisse zumindest mal in einem guten Kompromissbereich. Das kann alles passieren, um Gottes Willen. Also, ich kenne jetzt das Schnittmuster nicht, aber das war wirklich nur leicht. Wirklich ganz, ganz leicht geschnittenes Slicks. Also, um etwas an Trainage zu gewinnen. Und ja, Emily, du hast deinen Interviewpartner. Dries, unglaublicher Fight da draußen. Erzähl mal, wie war es draußen? Und vor allem, wie sind jetzt die wechselnden Wetterbedingungen? Nicht so einfach. Ich bin froh, dass ich raus bin. Also, mit Slicks die letzte Runde war krass. Ich bin die Karre fast drei oder viermal verloren. Aber, wie gesagt, froh, dass ich raus bin. Calvin macht jetzt einen guten Job. Es wird spannend. Ich meine, man wüsste, dass der Regen kommen sollte. Und jetzt müssen wir mal schauen, was das macht. Ihr seid jetzt mit geschnittenen Slicks drauf. Hast du das durchgegeben, die Wahl, ob Regenreifen geschnittenes Slicks? Oder gibst du da eine Empfehlung ab? Wie läuft das ab? Ja, ich habe erzählt, wie die Conditions waren da draußen. Und ich habe gesagt, wenn es so bleibt, dann vielleicht eine andere Reife. Da muss man schauen, was ich jetzt so gute Entscheidungen gemacht habe. Was für Vorteile habt ihr gegen AMG? Was ist da am besten für euch? Ich glaube, dass wir immer eine Runde später reinkommen. Und damit können wir, ja, ich glaube, minimal jedes Mal zehn Sekunden oder so. Und der letzte Stopp wird wichtig sein. Und ja, ich bin mal gespannt. Und was hast du von der Linie jetzt so auf den Weg gegeben im Auto? Wie der Conditions da sind. Ich meine, ich habe eben erzählt, dass die letzte zwei Runde immer schon ein bisschen gemiselt hat da draußen. Also, dass wenn er jetzt nichts auf der Windscreen sieht, dann sollte er auch nicht denken, dass da nichts ist. Trotzdem ist er schon ein bisschen nass überall. Super, vielen Dank und viel Erfolg. Ja, das sind natürlich jetzt die spannenden Augenblicke, hat er den richtigen Tipp weitergegeben. Wir haben zwischenzeitlich auch Besuch bekommen in unserer Kommentatorenkabine, nämlich Frank Stippler. Ist da, kann mit uns zusammenzittern, mit seinen Teamkollegen, die jetzt hier die Nase vorne haben. Und ja, auch die Situation von außen vielleicht uns beschreiben, was da jetzt in den Köpfen vorgeht. Also fangen wir erst mal ein bisschen früher an. Frank, das Rennen war sicherlich eins der Wilderen in deiner 24-Stunden-Karriere hier auf dem Noro-Ring. Ich denke vor allen Dingen an den gestrigen Abend, wo es doch sehr viele Gelbphasen gab, Code-60-Phasen. Wie hast du den Startverlauf erlebt? Ja, hallo zusammen. Ehrlich gesagt gar nicht so wild, wie das von außen anscheinend aussah. Für mich war es ein relativ gewöhnliches Rennen mit den Code-60- und Gelbphasen, die man dann immer mal wieder hat. Es hat mir schon der eine oder andere gesagt, dass es relativ wild zugegangen ist im Vergleich zu den anderen Jahren. Das ist mir jetzt aus der Fahrerbeizvergebung nicht so sehr aufgefallen. Ein bisschen blutet mir das Herz, weil die zwei Autos, die hier um den Sieg kämpfen, in meinem Doppelstint meine direkten Gegner waren, die wir mit einem Handtuch zudecken konnten und die Fights auch sehr viel Spaß gemacht haben. Aber dieses Jahr sollte es nicht sein und von daher drücken wir jetzt von außen die Daumen. Ja, du drückst jetzt natürlich deinem Teamkollegen die Daumen. Wir haben gesehen, der Getspeed-Mercedes kommt näher. Die Reifenwahl hast du vielleicht noch mitbekommen. Maximilian Götz ist mit Slick-Reifen jetzt draußen unterwegs. Du guckst die verschiedenen Onboard-Perspektiven an, um auch so ein Bild zu gewinnen. Wie sieht es denn jetzt draußen aktuell aus? Das Phoenix-Fahrzeug, also die 15er-Schwester-Fahrzeug quasi, ist jetzt bestückt mit leicht geschnittenen Slicks, was wir so sehen konnten. Also um so ein bisschen Feuchtigkeit, wenn notwendig, zu verdrängen. Also hättest du einen Tipp jetzt aus der Distanz abgeben können wollen? Oder sagst du, Mensch, der Dries van Tor, der hat zuletzt im Auto gesessen, der muss eigentlich den besten Überblick haben. Ja, der hat sicher den besten Überblick von der letzten Runde. Aber mit dem Wind trocknet das auch relativ schnell hier wieder ab auf der Nordschleife. Von daher knallt am Ende die Peitsche. Und über den Stint werden wir dann sehen, ob was die richtige Entscheidung war. Es kann sein, dass zwischenzeitlich der geschnittene Slick natürlich mehr Sicherheit gibt. Aber wenn es ab Runde 2, 3 so trocken wird, dass der eher in die Knie geht und einen kleinen Performance-Nachteil hat und der andere Fahrer mit dem Slick-Reifen im Nasslium lebt, dann kann es sein, dass sich das am Ende des Stints dann wieder auf Null ausgeht oder möglicherweise auch der Slick-bereifte Mercedes einen Vorteil hat. Das ist jetzt ein Stint, der auch von den Meteorologen gewonnen oder verloren wird, weil du als Fahrer natürlich nur die unmittelbare Strecke siehst und weniger Überblick hast, wann welche Wolken wie stark hier reinziehen. Und da spielt der Wetterfrosch jetzt der jeweiligen Hersteller eine große Rolle. Und da müssen wir jetzt auch vor Thün hoffen, dass der Wettergott bei uns gut gefrühstückt hat. Wenn die Zuschauer hören, ja, das kommt auch auf den Wind an, je nachdem wie stark der ist, muss man den Fans natürlich erklären, es gibt keinen im Audi-Lager, der annähernd so viele Runden hier auf der Nürburgring-Nordschleife gedreht hat wie du. Du bist im Rennauto, nicht nur hunderte, wahrscheinlich tausende Runden gefahren, mit der Entwicklung von Serienfahrzeugen. Also der Frank Stippler wohnt nicht nur unweit des Nürburgrings entfernt, der kennt hier jeden Grasraum mit Vornamen und auch die entsprechenden Wetterbedingungen. Also daher habe ich ganz bewusst nach deiner Meinung zum Thema Reifen gefragt. Wir haben aber umgekehrt noch zweieinhalb Stunden fast auf dem Uhr. Zeit, wo sich in beide Richtungen das Pendeln noch umschlägt. Ja, das kann sich noch relativ dramatisch ändern. Es ist jetzt eine entscheidende Rennphase, weil es eben diese unterschiedliche Reifenwahl gibt. Da kann es sein, dass das Pendeln schon in die eine Richtung ausschlägt, aber der Wettergott hat ja auch noch ein paar Überraschungen parat, so wie man hört. Und ja, das ist jetzt ein bisschen vom Quäntchen Glück auch abhängig. Schade für die Phoenix-Mannschaft natürlich, dass man jetzt das auf ein Auto mehr oder weniger konzentriert. Also euer Auto aus bekannten Gründen nach der Kollision hier auf der Kromp-B-Strecke nicht mehr dabei. Ansonsten wäre eine taktische Variante, die vielleicht bei Getspeed angedacht wird, das Risiko zu splitten. Ein Auto, den wir jetzt nix, das zweite mit Regen oder mit Unternehmens rauszuschicken. Hat aber leider nicht sollen sein. Nein, hat nicht sollen sein. Wie gesagt, wir waren, war insgesamt ein leicht unrundes Wochenende. Wir haben im Qualifying ein paar technische Kleinigkeiten gehabt, die ausreichen, um uns ein bisschen nach hinten zu werfen. Wir haben uns im Rennen durch eine gute Strategie und relativ aggressive Gesamtumstände dann nach vorne gearbeitet und waren mittendrin im Geschäft. Wie gesagt, die zwei führenden Autos, die jetzt um den Gesieg fahren, die haben mich während meines Doppelstins gut unterhalten und wir hatten ein bisschen Spaß zusammen draußen. Von daher haben wir alles rechtzeitig aussortiert bekommen und hätten, glaube ich, auch einige Chancen gehabt. Aber das müssen wir jetzt mal vertagen aufs nächste Jahr. Okay, nicht vertagen wollen wir das Interview. Ich mache nur eine kurze Pause, weil unten an der Boxengasse wartet die Emily mit einer Information oder einem Interviewpartner. Ja, es ist ein unglaublich spannendes Rennen jetzt hier mit diesen wechselhaften Bedingungen, endlich wieder Regen. Es macht es natürlich ziemlich spannend, würfelt das hier alles nochmal grob um. Es ist jetzt spannend, Regenreifen, Slicks, geschnittenes Slicks. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Ich habe jetzt frei und übergebe an Matthias und ich werde jetzt das Rennen weiter in meiner Freizeit genießen und mir alles gespannt anschauen. Vielen Dank. Vielen Dank, Emelie. Ja, wir freuen uns drauf. Dir jetzt einen schönen Feierabend. Das hat viel Freude gemacht mit dir. Und ich habe mich die letzte Viertelstunde nochmal als Wetterfrosch betätigt. Und wir haben so eine Nordströmung. Es kommt von Norden rein gegen 14.30 Uhr. Das sagt mir der Radar momentan. Soll es nochmal einen etwas größeren Schauer geben. 14.30 Uhr, da haben wir so noch ein bisschen Zeit. Aber warten wir ab. Im Moment sagen zumindest drei unterschiedliche Radare und auch das Flugwetter des Deutschen Wetterdienstes, da habe ich auch nochmal nachgeschaut, dass es jetzt erstmal trocken sein soll. Ich bin gespannt. Wir alle sind gespannt. Zurück zu euch. Wir alle sind gespannt. Ja, wir haben auch das Thema Technik gerne bei unseren Interviews in den Fokus genommen. Wir hatten gestern von AMG den Thomas Helga da, der bei der Entwicklung des Mercedes stark eingebunden war. Du, Frank, umgekehrt, bist ja auch in der Entwicklung der Audi-Sportwagen eingebunden gewesen. Wir haben jetzt quasi die neuste Evolutionsstufe. Also Evo 2 LMS, glaube ich, heißt die offizielle Typenbezeichnung. Da gab es aber ein Ultra noch dazu. Wie viele Jahre Erfahrung stecken jetzt dahinter und was war eigentlich die Ursprung? Ja, 2009 waren wir das erste Mal die 24 Stunden mit einem Audi R8. Das Auto war damals von der Konfiguration noch ein bisschen anders, hatte deutlich mehr Leistung. Das ist ja nach und nach immer runtergestuft worden, um so circa diese 8-Minuten-Schallmauer zu erhalten. Und von daher fahren wir jetzt ähnlich schnelle Rundenzeiten mit einem Auto, das über die Jahre nie einen Quantensprung gemacht hat. Aber jedes Jahr immer besser geworden ist in Sachen Feintuning und Fahrbarkeit vor allen Dingen. Die Reifenentwicklung hat hier einen Teil beigetragen. Und so kommt es, dass wir jetzt knapp schneller sind als mit einem Auto, das vor 10, 15 Jahren eigentlich deutlich mehr Leistung hatte. Ich hatte jetzt immer mal wieder das Vergnügen, am Freitagabend im Rahmen der NLS-Veranstaltung ein Taxi zu fahren. Das war die Chassinummer, mit der wir das erste 24-Stunden-Rennen gefahren sind. Und das fährt im Vergleich zu dem, was wir heute fahren, so abenteuerlich, obwohl das damals State of the Art war und wir damals in Führung liegend ausgefallen sind. Und von daher war das ein toller Vergleich mal. Und man muss immer schmunzeln, mit welcher Technik man damals gefahren ist und wie groß der Unterschied in der Fahrbarkeit ist. Wer war denn damals so die treibende Kraft, dieses Projekt hier auf die Straße oder auf den Nürburgring oder in die GT3-Klasse zu bringen? Ja, allen voran bestimmt der Werner Frohwein, der hat hier seine Handschrift hinterlassen. Und das trägt ja auch alles noch seine Handschrift, sowohl die Audi-Brücken an der Döttinger Höhe als auch die Intervention-Cars. Das hat alles der Werner ins Leben gerufen und war ein Riesen-Fan immer vom Nürburgring und ist es auch heute noch. Er hätte diesen Brennen gerne beigewohnt, dieses Jahr auch wieder, war verhindert. Und wir wünschen ihm alle von Audi auf diesem Wege gute Besserung und hoffen, dass wir uns sobald wie möglich wieder auf der Rennstrecke wiedersehen. Und ja, einmal ein großes Hallo in die Heimat zum Werner. Und vielleicht gibt es einen besonderen Genesungsgruß, wenn nachher ein Audi ganz vorne stehen wird nach dem 24. Ja, das wäre der Wunsch und der Traum. Vielen Dank, lieber Frank. Wir sehen uns in Kürze wieder in Sachen NLS-Serie, da bin ich fest von überzeugt. Wünsche dir und deiner Truppe ja natürlich jetzt noch eine spannende Schlussphase, die ich uns allen wünsche. Es wird auf jeden Fall ein spannender Kampf, wir haben es formuliert in der Dorfmeisterschaft Moisbad, weil da haben wir nochmal zwei Teams jetzt hauptsächlich um den Gesamtziel kämpfen. Also, Frank Stippler, vielen Dank und das nächste Mal drück mir die Daumen, dass du auch dann wieder die Zielflagge bei den 24-Stunden-Rennen siehst, um dann deinen dritten, vierten Gesamtsieg, vierten Gesamtsieg zu erzielen. Also, das war es von Frank Stippler, auch gerne Stippi genannt, der uns hier einen Einblick geben konnte in die Audi-Welt, die wir natürlich auch im Hinblick auf den Unikamp, auf den Gesamtsieg weiter verfolgen. Der Olli wird gleich fliegenden Wechsels wieder sein Part übernehmen und wir schauen natürlich, was tut sich. Zwei Stunden, 23 Minuten bis zum Zieleinlauf. Kelvin van der Linde heißt das Duell gegen Maximilian Götz. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in guter Alter man hier Maxi Götz sagen, weil inzwischen ist er erwachsen und legt Wert darauf. Ich bin der Maximilian, also Maximilian Götz dreht jetzt am Lenkrad des Getspeed-Mercedes mit der 3 in der Startnummer 72. Da haben wir jetzt gerade einen Boxenstopp gehabt, da saß der Christopher Hase drin, habe aber ehrlich gesagt nicht aufgepasst, weil ich mich gerade hier mit Frank Stippler unterhalten habe, ob es da einen Fahrerwechsel gab. Wenn ja, werden wir das gleich bei der Ausfahrt üblicherweise über die Fahrer-ID erkennen. Zu mir darfst du auch weiter Olli sagen. Ich bin nicht erwachsen, ich bin nicht der Oliver, ich bin immer noch der Olli. Ich fühle mich immer noch als Kind, denn irgendwie, aber ernsthaft, das ist doch, ich habe gerade hier mit meinen Jungs aus meinem Abi-Jagel 89 in der Chatgruppe geschrieben, die gucken das hier auch zu und sagen, es hat sich doch gelohnt, dass der Martini früher immer den Chemieunterricht geschwänzt hat. Da habe ich gesagt, ja, sonst würde ich heute nicht über Autorennen reden, sondern über irgendwelche Kohlen- und Wasserstoffverbindungen. Und ich glaube, das würde wirklich keinen Menschen interessieren. Da ist das hier doch schon ein bisschen was anderes. Und ja, wenn man die Zahlen hört, unsere Zugriffszahlen über die gesamten Stream-Wochenenden oder so, da können wir auch, denke ich mal, relativ stolz sein, was da insgesamt seitens Sport total auf die Beine gestellt wurde. Natürlich auch in Verbindung, das möchte ich immer wieder betonen, in Verbindung mit Nitro, das ist keine Konkurrenz. Wir ergänzen uns, wir haben unterschiedliche Zielgruppen, aber wir ergänzen uns in meinen Augen, ja, wie ich finde, perfekt. Ja, perfekt läuft es im Moment für die Phoenix-Truppe, 26 Sekunden Vorsprung. Calvin van der Linden, der war anscheinend doch die Wahl für die geschnittenen Slicks nicht so schlecht. Matthias, wie sieht es unten aus? Was ist da bei Carg-Collection gemacht worden? Ja, erstmal ganz kurz auch zur Stimmung hier bei Gatsby. Man sieht das hier, die Mechaniker momentan alle relativ relaxed, alle aber auch angespannt. Wir waren gerade mal da und S2 auf der Suche nach Fabian Schiller. Der hat sich im Moment ganz komplett zurückgezogen, also im Moment keine Chance, mit ihm zu sprechen. Er hat auch gesagt, er ist noch meine Kollegen hier von Nitro gleich im Kurkommentar. Aber Fakt ist eins, dass hier unten, ich wollte da mit Adam Osirka sprechen, auch keine Chance. Jetzt wirklich totale Anspannung und man merkt richtig, dass es wirklich hier nicht nur um die Wurst, sondern um den ganzen Grill geht. Also die haben Druck, die haben aber auf der anderen Seite auch richtig Hoffnung, dass da noch was geht. Mit 26 Sekunden, ihr habt gesagt, das ist sicherlich nochmal so, dass es spannend wird. Und die Sonne ist draußen. Schau mal an. Dann könnte die Prognose, die Frank Stippe eben abgegeben hat, nach dem Motto, die Strecke kann hier sehr schnell abtrocknen am Nürburgring. Ein Treffen nach dem Motto, okay, geschnittene Slicks sind die Sicherheitsvariante für wechselnde Witterungsbedingungen. Aber wenn es trocken wird, dann wird dieser Reifen sich schneller auflösen, Verschleiß haben als der klassische Slick, wie hier am Fahrzeug der Startnummer 3 montiert ist. Dann geht die 1 vor und wird gemunkert, dass bei Schubert Fullwetz aufgezogen wurden. Das bestätigt sich insofern, weil da hier der Alex Sims schon ein bisschen, wie es aussieht, so die nassen Stellen sucht im Bereich Grand Prix Strecke, um den Reifen zu kühlen. Nur hier, in dem Bereich Bildschirmkurve, da ist nichts mehr an nassen Stellen oder feuchten Stellen, so gut wie gar nichts. Wenn er jetzt ganz links fährt, dann kann man es eher glauben. Das ist aber die normale Ideallinie, die er da fährt. Von daher ist das auch alles noch kein Indiz dafür. Ja, wir hatten den Boxenstopp beim Schubert-Team nicht mit auf dem Schirm gehabt. Vielleicht hatten die Kollegen von Nitro das drauf und der Kollege, der das dann bei GT1 geschrieben hat, hat da den Stream geschaut oder die Fernsehsendung bei Nitro. Ja, alles ein bisschen schwierig auch für uns zu beobachten, was da los ist. Hier runter, alles, das ist trocken, alles ist komplett trocken. Das ist ein typisches 24-Stunden-Rennen, was das Wetter angeht. Und ich gebe direkt runter zum Matthias und Ernst Moser. Ja, das Wetter natürlich auch hier, das ganz, ganz große Thema, auch bei Ernst Moser. Ernst, ihr habt euch für die geschnittenen Reifen entschieden. Jetzt ist auf einmal wieder die Sonne draußen, da vorne der blaue Himmel. Nimm uns mal mit in deine Gefühlsleine gerade. Ja, hier oben ist jetzt wieder, sagen wir, komplett slick, aber unten im Flugplatz ein bisschen Breitscheid. Da haben wir einen Vorteil im Moment gerade, gegen den Mercedes. Von daher, es gibt Streckenabschnitte, wo jetzt wahrscheinlich der Götz schneller ist und danach sind wir schneller. Und es soll immer wieder weiter ein bisschen regnen. Von daher haben wir entschieden, wir gehen auf Nummer sicher. Das wäre die sichere Nummer. Wir haben gerade im Hartzenbad unten, da regnet es gerade richtig. Also das sind genau, und das ist ja typisch Eifel, das ist typisch Nürburgring-Nordschleife, diese Situation, dass du eben auf der einen Seite Sonne haben hast und auf der anderen Seite strömenden Regen. Ja, genau. Es sind lauter solche Parzellen und die treffen uns irgendwo an der Strecke, oder irgendwo an verschiedenen Stellen und dementsprechend ist man mal nass, mal trocken und wir haben jetzt entschieden, auf Sicherheit zu gehen. Wie viel sprechen die Fahrer damit oder entscheidet ihr das für die Fahrer? Nein, die Fahrer geben uns das Feedback und wir haben natürlich mit unseren Wetterleuten, sprechen uns ab und dann entscheiden wir gemeinsam. Wie viele Wetterleute beschäftigt ihr im Moment? Oh, da sind schon einige gerade dran. Ernst, danke. Ab zurück an Kommandostand. Und zurück zu euch. Hatzenbach-Hagel, schreibt Marcel Ebeling. Ey Leute, wollt ihr eigentlich, oder Petrus oder wer immer das da oben macht, ihr seid doch alle wahnsinnig. Diese Wetter-Capriolen hier am Nürburgring. Wir haben noch zwei Stunden 16 gekommen. Ich sag jetzt mal so, macht doch, was ihr wollt. Was sollen wir jetzt spannend kommentieren? Das wird sich doch zehnmal umändern. Mein lieber Schwan, ist hier was los? Wir werden es jetzt gleich sehen. Es kommen nämlich die Autos dann rüber durch die Vito-Schikane. Dann heißt es links abbiegen, Lochschreife, Sabine-Schmitz-Kurve. Und dann geht es dann runter in Richtung Hatzenbach. Da sehen wir dann, ob da wirklich Hagel ist oder wie da die Bedingungen sind. Wenn es da wirklich stark am Regnen ist, sogar Hagel, dann bist du natürlich mit Slicks, aber völlig daneben. Ja, Spur ist patschenass. Ja, wir erinnern uns an das Rennen. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr es war, als es gehagelt hat. Im Bereich Schwedenkreuz, starker Regen. Und am Bereich der Fuchsröhre kamen die Autos die Straße gar nicht mehr hoch. Das war wie Neuschnee. Das Rennen musste dann unterbrochen werden, weil da so ca. 30 Autos am Hang stehen geblieben sind. Kennt man aus dem Sauerland, wenn Fahrzeuge mit gelben Kennzeichen mit Sommerreifen da hochfahren. So sah das auch hier aus am Nürburgring. Also, von Hagel sehen wir im Moment zum Glück nichts, aber die Strecke ist schon ordentlich feucht. Ja, da kam einfach nur mal so eine Wolke, hat dann komplett abgeladen an der Stelle. Jetzt rüber Richtung Widdelbacher Höhe. Ja, das ist richtig Patsche-Master. Da könnten eigentlich die geschnittenen Slicks die richtige Ware gewesen sein. Sven Müller, der da außen und vorbein fährt. Das ist schon steuernd mit ihm jetzt über die Kuppe. Junge, mach vorsichtig. Wenn du da jetzt einhängst und weitere Infos aus der Boxen, was sie von Matthias geben. Ja, einfach nur, ich habe gerade noch erzählt, in der Stunde soll es einen heftigen Regen geben. Und auf einmal hagelt es in der Boxengasse. Also mehr Nürburgring, mehr Nordschleife greblich als in diesem Moment. Ihr seht das hier, ganz, ganz kleine Hagelkörnchen. Wird schon wieder ein bisschen weniger. Es sind manchmal nur 10 Sekunden, 15 Sekunden, vielleicht eine halbe Minute. Das ist so eine Wolke. Gleich haben wir wahrscheinlich wieder trockene Bedingungen zumindest hier. Es ist völlig, völlig verrückt. Und das in der Endphase dieses 24-Stunden-Rennens. Als hätten wir nicht schon genug Spannung gehabt. Und der Ernst Mose hat es gesagt. Das sind kleine Wolken, die ziehen hier rüber. Wir sehen es oben, blauer Himmel, Richtung Kottenborn. Und diese kleinen Wölkchen, die schütten so ein bisschen Flüssigkeit aus. Mal ein bisschen kristallförmiger, mal einfach normale Feuchtigkeit. Und fünf Minuten später ist der Spuk vorbei. Also das ist fast so Aprilwetter. Nach dem Motto April macht, was er will. Ruckzuck ändern sich die Bedingungen. Genauso erleben wir das jetzt hier in der Schlussphase, umso schwieriger vorherzusagen. Das muss man beim Ernst Mose auch wissen. Der ist seit über 20 Jahren, auch wenn man es sprachlich nicht hört, kommt ja eigentlich mehr aus dem Schwabenländ. Aber der ist seit über 20 Jahren hier am Norberkring beheimatet. Genauer gesagt seit 1999. Und da kennt er natürlich auch das Wetter. Ähnlich wie wir das eben mit dem Franz Stittner gesprochen haben. Also der Blick hier Richtung Metzgesfeld zeigt das auch. So, wie sieht es denn aus im Bereich Ahrenberg? Das ist normalerweise eine Ecke, die im Nassen sehr schwierig anzubremsen ist, weil man mit hoher Geschwindigkeit ankommt. Ja, wir sehen. Christopher Hase innen mit Slicks und von außen mühelos der Schubert BMW. Also die Info, dass er da mit Regenreifen unterwegs sein soll, scheinen hier eindrucksvoll bestätigt zu werden. Sonst wäre er nicht so ohne weiteres außenrum an Christopher Hase vorbei, wenn die gleiche Materialien gewählt hätten, also gleiche Reifenwahl. Ja, Calvin van der Linde will natürlich auch schnell beim Überrunden durch, ist ihm einigermaßen gelungen. 29,1 Sekunden der Vorsprung von Calvin van der Linde auf Maximilian Götz. Dahinter dann Maro Engel, der ist schon drei Minuten zurück. Ja, der kommt auch jetzt erst dann aus seiner mittlerweile dann 143. Runde zurück. Die Frage ist, was ist mit Alex Sims im Schubert BMW, der im Moment, wie es aussieht, die beste Reifenwahl hat. Aber, das haben wir ja auch gerade vom Ernst Moser gehört, das haben wir ja überall gehört, das kann sich auch wieder ruckzuck ändern. Heute Morgen habe ich gesagt, es ist für 15 Uhr ein Regenshow angesagt. Wir hatten dann zweimal so kleine Regen, die nicht gereicht haben, um Reifen zu wechseln. Jetzt haben wir wirklich einen etwas heftigeren Schauer, der zumindest mal das Ganze wieder komplett auf die Beine stellt. Wir sehen, es ist Patsche nass, wir sehen Regentropfen, wir sehen aber auch, dass die Sonne da wieder rauskommt im Bereich Schwedenkreuz, Anbremsen, Ahrenbergkurve. Das ist unglaublich, die Witterungsbedingungen in der Eifel. Uwe, wir leben ja beide schon seit mehr als zwei Wochen hier. Also, wir haben auch schon alles erlebt, aber heute der Tag ist auch mal wieder so ein unglaublicher Tag. Runter zu Matthias. Ja, einfach auch noch mal ein paar Eindrücke aus, beispielsweise der Cup 3 Klasse, da haben wir hier die 250. Da ist gerade Herbert Lösch ausgestiegen und Daniel Blickle, der wird jetzt hier gerade ins Outdoor gesetzt, wird angeschnallt und macht weiter. Und das ist eine ganz sympathische Truppe, die habe ich heute Nacht so um vier irgendwann kennengelernt. Da haben wir hier gequatscht und da haben wir hier zum Beispiel den Jan Ulrich. Dieser Mann heißt wirklich Jan Ulrich, ist eigentlich auch Fahrer, aber hier bei G-Tech bei dieser Mannschaft ist er, und so stellte er sich heute Nacht vor, ich bin hier der Feuerlöscher Mann. Ich halte den Feuerlöscher. Das ist eine ganz lustige Truppe, die haben richtig Freude, die haben richtig Spaß und auch sportliche Ambinationen, denn dieser Kallmann hier, der ist momentan auf der guten Reise in der Cup 3 Klasse auf Position 2. Also, die haben noch ein bisschen was vor und die haben sich gerade so gefreut. Ich habe gesagt, Mensch, das zeigen wir euch auch noch mal, denn der Blick natürlich auch in die anderen Klassen für uns. Ganz, ganz wichtig, so spannend es an der Spitze ist und wir haben da ja wirklich einen tollen Zweikampf, jetzt den wir gleich auch weiter noch begleiten. Wollen wir die Kleinen nicht vergessen, die sind uns wichtig, deswegen hier mal der Blick auf diese sympathische Mannschaft. Übrigens alle nicht geschlafen, die haben alle durchgezogen. Wahnsinn. Matthias, du kommst ja auch aus vielen Sportveranstaltungen, Kommentationen, Moderationen. Ja, wenn Jan Ulrich da steht, dann muss der normale Spruch kommen, quäl dich, du Sau. Kennt man ja auch noch aus der Vergangenheit, Ulle quäl dich. Aber auch interessant, wie schnell der Juwelier zum Feuermann geschult hat. Also er ist sehr vielseitig, dieser Jan Ulrich, über den wir gerade gesprochen haben. Ja, letzte Runde, leichte Vorteile für den Audi, der von Kelvin von der Linde pilotiert wird. Der war drei Sekunden schneller, aber je nach welcher Entwicklung kann das Hochzug in die andere Richtung umschlagen. Also solange es so feucht ist, Ernst Mose hat es gesagt, spricht alles für die Reifenwahl der Phönix-Mannschaft. Wir sehen es auch, da ist der eine schon in der Anfahrt im Kesselchen, die 15, während der andere, Maximilian Götz, gerade jetzt erst die Breitscheider Brücke erreicht. Also der Vorsprung wird gefühlt größer und jetzt fährt er natürlich genau wiederum dem trockenen Wetter entgegen der Kelvin von der Linde. Aber in den Waldstücken bleibt es auch länger feucht. Das ist natürlich auch nur ein Aspekt, der zumindest hier im Bereich Kesselchen eine Rolle spielen könnte. Auch nach der Ausgang Brünnchen, Anfahrt Pflanzgarten, danach wird es dann wieder sonniger eher. Nur mal rechts runter bei uns, was da für eine Gisch gezogen wird, schnackt es hier gerade runter. Wenn da die Autos mit Vollspeed kommen, also hier kommt Riesstücke auch, patschen, nass im Moment alles. Wenn wir da auf den Rennleiterturm vor uns schon, da sehen wir über die Füßen, ja, so sind Gegentropfen immer noch am Fallen und stecken patschen, nass. Aber du hast es richtig gesagt, hier Kesselchen, Mutkurve, blauer Himmel zu sehen, Sonnenschein, da ist alles in Ordnung. Abstand 41 Sekunden, dass man da, Anfahrt, Mutkurve an dem Sektorposten vorbeigekommen ist. Wir haben eben gesehen, Philippe Fernandes-Laser im Klickenhaus hat da mächtig Druck gemacht auf Kevin van der Linde. Also offensichtlich scheint sich der Klickenhaus jetzt bei diesen Witterungsbedingungen gut fahren zu lassen. Das haben wir eben im Bereich Flugplatz gesehen, Anfahrt, Schwedenkreuz, wo wir schon dachten, ja, wir werden sich ja jetzt zurückrunden. Die 706, aber hat dann eingesehen, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, hier im Kampf um die Gesamtsieg einzugreifen, ohne selber da realistische Chancen zu haben. Man ist ja auf der 15. Position unterwegs. Ja, Eiskurve, da nimmt man gerne schon mal den Körb außen mit, das ist nicht weiter problematisch. Also im Moment, würde ich sagen, schlägt das Pendel zunächst mal wieder Richtung Calvin van der Linde aus. Der Startnummer 15, der das Ganze jetzt natürlich bei weniger Verkehr auch deutlich besser organisieren kann. Ja, hier läuft er so ein bisschen im Bell of S auf, einen Vordermann auf, aber auch das hat er gut kontrollieren können. Ja, und für Maximilian Götz, paar Meter weiter dahinter, heißt es, zu attackieren. Hoffen, dass die Strecke bald abtrocknet, weil das wäre dann die Gelegenheit für die Get-Speed-Mannschaft. Mittlerweile 41 Sekunden der Abstand zwischen Calvin van der Linde und Maximilian Götz. Wir hatten vor diesen Regenschauer-Aktionen ja gesehen, dass Fabian Schiller und Trifs Rantor im Zentimeterabstand über die Nordscheife geflogen sind. Also diese Regenschauer, die haben jetzt mal das Pendel Richtung Phoenix schlagen lassen, haben denen einen Vorteil verschafft. Aber Uwe, du hast es mehrfach angesprochen, das kann auch innerhalb der nächsten 2 Stunden und 6 Minuten noch 3, 4, 5 Mal genauso auch in die andere Richtung gehen. Wir hatten gesehen, dass Alex Sims im Schubert BMW mit den Full-Wett-Reifen, da habe ich auch gehört, das war bei uns im Stream, war wohl in dem Moment, als ich beim Interview mit Frank Stiebler rausgegangen bin, dieser Wechsel. Deshalb habe ich es nicht mitbekommen, sorry dafür, gerade den Wechsel in der Kommentatorenkabine gemacht und Platz machen für den Interviewgast. Ja, da habe ich da irgendwas verpasst, aber halt wie gesagt, in dem Fall Alex Sims mit Regenreifen unterwegs. Der hat natürlich jetzt in dem Bereich hier rüber, Brünscheen, Franzgarten, Schwabenschwanz und der Dinger Höhe, wo die Sonne scheint, ein Nachteil. Aber hier oben startet ein Ziel, das ist wieder Patschen nass, da kommt dann wieder der Vorteil durch. Also es ist schon gut, dass ich kein Rennfahrer geworden bin, weil ich wüsste nicht, was ich jetzt da machen soll. Bemerkenswert finde ich die gesamte 21. Position des schnellsten Fronttriebers, der Hyundai Elantra gefahren, im Moment vom Mikkel Aschkona. Ein Frontrunner auch im Tourenwagen Weltcup, hat da dieses Jahr auch schon eine Saison erzielen können, von zwei Läufen, die es bislang nur gab. Also der Mikkel Aschkona ist für mich einer der besten Tourenwagenspezialisten, insbesondere im Fronttriebler. Und wenn man mit einem 2-Liter-Fahrzeug mit Turbomotor hier in die 21. Position fährt, dicke GT-Autos hinter sich lässt, ganz viele Cup-Porsche hinter sich lässt, muss ich sagen, der Junge, der weiß, wo es lang geht und mischt hier die Konkurrenz ganz schön auf. Apropos Mission, hier ist aber einer Mission Impossible angesagt, nämlich die Slick-Reifen, die die Pferdestärken des Mercedes kaum auf dem Boden kriegen. Da muss Maximilian Götz ganz schön zaubern hier im Bereich der AMG-Arena, wie passend zum Fahrzeug. Also er hofft darauf, dass er gleich wieder trockene Fahrbahn unter die Räder bekommt, weil jetzt schnell zu fahren, birgt logischerweise ein Riesenrisiko, hier irgendwo in einem der Kiesbetten zu landen. Kompress-Strecke, wir sagen zwar immer, das ist relativ ungefährlich, weil du hast weiter Aushoffzungen, nichtsdestotrotz, Gießbett, wenn du da drin steckst, dann verlierst du auf einmal 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, bis sich die DMSB-Staffel da rauszieht. Ja, Alex Simms sitzt hier im Bereich Karussell unterwegs, wie sieht da seine Zeiten aus? Platz 4 ist es im Moment, wie weit ist er denn zurück? Hinter Maro Engel, 51 Sekunden hinter Engel. Ja, das kann der hier oben ruckzuck, kann sich ruckzuck ändern im Bereich Grand Prix-Strecke, wenn da die nassen Segmente kommen. Und für den Schubert-BMW mit den Full-Wert-Reifen, Alex Simms unterwegs. Wir haben zwei Fahrer, die im Moment unter 9 Minuten unterwegs sind, das ist der Spitzenreiter und die Startnummer 3, nämlich Maro Engel. Und ja, wir suchen mal wieder Matthias Killing, diesmal aber nicht in der Boxengasse. Nein, ich bin einfach mal ganz kurz aufs Dach gegangen, weil ich euch das einmal auch hier von hier zeigen möchte, weil man hier sehr gut sehen kann, was hier eigentlich wettertechnisch los ist und vor allem, was da auch für eine Lotterie für uns alle in den nächsten zwei Stunden wahrscheinlich noch kommen wird. Also, das ist der Blick nach Norden und man sieht da immer wieder zwischendurch diese dunklen Wolken. Wir haben so eine Nord-West-Strömung, das kommt so ein bisschen aus Nord-Nord-West. Das heißt, diese Richtung hier, dort rüber, da wo die dunklen Wolken sind, da kommt das Wetter her. Das heißt, das kommt momentan auf uns zu. Und wenn wir dann hier von Nord mal nach Süd schauen, das sind vielleicht zwei, drei Kilometer, mehr ist das gar nicht hier, über den VIP-Bereich hinüber. Da sieht man sehr schön, dass es sogar regnet. Und dann der Blick rüber, das kann man euch einfach auch nochmal gerne zeigen hier, der Blick rüber über diese Terrasse. Das ist wirklich ein ganz, ganz imposantes Ding hier, das Dach dieser Boxengasse. Dann der Blick runter, der Blick rüber auf die Tribünen, wo viele, viele Zuschauer sind. Das ist einfach ein wunderbares Bild und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Wir sind einfach wahnsinnig glücklich und stolz und froh, dass auch ihr alle hier seid, dass ihr alle hier diese Tribünen befolgt habt. Bis runter in die AMG-Arena. So voll, so schön. Das macht große, große Freude hier gemeinsam mit euch diese 24 Stunden zu feiern und mit euch gemeinsam einfach Gas zu geben. Endlich wieder, endlich zwei so dünnen Jahren. Und wenn wir eines in diesem Jahr erlebt haben, nach auch zwei dünnen Jahren, was übrigens das Sportliche angeht, in Anführungsstrichen. Denn da hat uns das Wetter ja ordentlich durch die, oder den Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben 24 Stunden gesehen und wir hoffen, dass das Wetter so hält, dass wir diese 24 Stunden wirklich durchsehen werden. Bisher gab es keine Wetterunterbrechungen, das ist gut so. Und ich habe ganz, ganz viel Hoffnung für die nächsten zwei Stunden, dass das auch genau so bleibt. Aber, ihr Lieben in der Kommentatorenbox, das wird noch eine Lotterie, also die Wolken. Und ich meine, ihr kommt von hier, wisst es, Olli und Co. Das kann hier wirklich alles passieren. Es sieht nicht danach aus, dass sich das Wetter beruhigt. Das dürfen wir nicht erwarten, aber wir werden auch keine Wetterturbulenzen erwarten, dass hier die Fortsetzung des Rennens heute gefährden würde. Also das, glaube ich, ausschließen zu können. Die Spannung ist, Spannung ist natürlich tatsächlich, wird es trockener, wird es nasser, wer hat wann, mit welchen Reifen die größten Vorteile. Das sind die Themen, die uns noch zwei Stunden lang beschäftigen. Und ja, wir haben einige Rückmeldungen wieder unter Hashtag 24 Nürburgring. Siehst die Burg nicht, ist Regen, siehst die Burg, kommt Regen. Ja, ein Alterspruch hier am Nürburgring. Und er hat auch heute wieder Gültigkeit. Da steht ein Unterschied zwischen Cutslix und Intermediates. Das ist also kein Gruß, sondern eine Frage, die wir gleich aufbereiten werden. Und wir schauen uns noch zwei, drei Rückmeldungen an, die da vorliegen. Ja, da ist jemand sehr zufrieden mit seinem Besuch hier am Nürburgring und freut sich schon auf das nächste Jahr. Luca, wer der schon relativ frühzeitig die Heimreise angetreten hat, wenn er jetzt zu Hause ist. Aber es soll dem Ganzen keinen Abbruch tun. Und der Dauersitzer freut sich genauso wie wir. Keine Unterbrechung in der Nacht. Das hat man jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr. Also alles perfekt zum Jubiläumswochenende. Ja, dann kommen wir mal die Frage. Auftauchen, aufarbeiten. Intermediate und Cutslix. Also Intermediate-Reifen sind eigentlich relativ stark geschnittene Slicks, die eigentlich, wie der Name schon sagt, ein Mittelding darstellen. Zwischen einem unprofilierten Reifen, also einem Slick-Reifen und einem Regen-Reifen. Und da gibt es dann halt noch die Variante, wo man nur ein paar Rillen reinschneidet. So wie wir es eben beim Phoenix gesehen haben. Damit ein wenig Drainage ist. Das ist also dieser sogenannte Cutslix. Wir werfen nochmal einen Blick zurück auf die Geschehnisse der letzten 22 Stunden. Samstag, 16 Uhr, Startfreigabe, Startgruppe 1. Donnert hier in die AMG-Arena. Da war noch alles friedlich. Schöner Zweikampf hier zwischen dem Rove BMW und dem Aston Martin an gleicher Stelle. Aston Martin mit einem stark besetzten Fahrzeug. Aber als Einzelkämpfer unterwegs. Einzelkämpfer hier die beiden Brüder. Jeder gegen jeden. Und es verliert er, Antor, Lorenz, das Auto und damit auch das mögliche Ergebnis auch für seine Teamkollegen. Also nach einer Rangelei mit seinem Bruder bei Highspeed. Etwa 260 kmh sind sie da schnell und endet höchst brutal. Gott sei Dank ohne Verletzten. Genauso wie diese Aktion von Felix von der Laden, dessen KTM Feuer fängt, er fährt sinnvollerweise rechts zu den Sportwachten, die mit Feuerlöchern ausgestattet sind. Die sind auch relativ schnell da. Für den Felix wurde das Ganze ein bisschen heiß. Deshalb musste er irgendwann das Auto verlassen. Da ist er gerade noch im Rauchschwaden zu erkennen. Das Auto hat aber allerdings keine Handbremse, rollt damit die relativ steile Fuchsröhre hinunter. Zum Glück ohne jemand anders da noch mit zu tangieren. Und das war natürlich ein Schreckmoment. Gleiches gilt für Sheldon van der Linde. Wo es offensichtlich einen technischen Defekt gab. In dieser ultraschnellen links an der Bergwerkskurve fliegt er ab, knallt in die Leitplanken. Und damit ist diese Vorstellung der Hobe-Mannschaft korrekt. Helwin van der Linde, er geht es nicht viel besser. Zumindest mit dem Auto mit der Startnummer 5. Das ist der Phoenix Audi R8. Jetzt kollidiert beim Überrunden mit einem weiteren Fahrzeug auf der Grand Prix-Strecke. Trotz zweiter Auslaufzonen ist diese in dem Fall ein bisschen zu knapp. Knapp wird es auch hier zwischen Nico Müller und dem Falken-Porsche mit der 44. Der steht quer. Von innen kommt ein Opel Astra, übersieht den Porsche und knallt da volle Suppe in die Heckpartie. Und damit ist die Falken-Mannschaft mit der 44 vorzeitig aus dem Rennen. Die BMW-Junioren geben kräftig Gas nach einem Rückstand am Samstag. Das Ganze endet in der sogenannten Mutkurve. Mut haben sie bewiesen. Leider ging ihnen da die Straße aus. Und damit also auch das Ende des BMW-Junior-Team-Einsatzes bei den 24 Stunden. Maximilian Götz mit einer kleinen Schrecksekunde beim Anbremsen der Ahrenbergskurve. Da kommt er auf eine feuchte Stelle bzw. auf die sogenannte Betriebsflüssigkeitsspur. Und da muss er die Fahrbahn halt kurz verlassen. Ja, ansonsten die üblichen Windschattenduelle, die heute am Sonntag deutlich disziplinierter durchgeführt wurden, als am Samstag, wo natürlich eine größere Verkehrsdichte auch herrschte, nach den überzugerundenen Fahrzeugen. Der Schubert-BMW ist quasi die letzte Hoffnung, die noch verblieben ist für BMW. Einsetzender Regen dann im Bereich Metzgesfeld. Und da knallt der Schubert-BMW in die Leibflanken hinein, verbiegt sich bei der Aktion. Auch vorne rechts die Felge. Nochmal aus einer anderen Perspektive auch der Klickenhaus in Mütten ein paar Meter weiter da hinten, dahinter. Ja, und so übernimmt der Phoenix Audi A8 mit der Startnummer 15 die Führung. Ja, immer wieder leichter Regen, was dann die Fahrer zu einigen spektakulären Manövern dabei führt. Und die richtige Reifenwahl ist das Thema über die letzten Stunden gewesen und könnte auch die Entscheidung bringen, in den noch verbleibenden 115 Minuten, 116 Minuten sind es noch genau, die uns bei der diesjährigen Auflage des 24-Stunden-Rennens, des 50. ADAC, Total Energies, 24 Stunden. Noch fehlen bei GetSpeed mit zwei Fahrzeugen noch dabei im Kampf um den Gesamtsieg. Einmal die drei, einmal die vier, einmal Maximilian Götz, Adam Christodoulou, Fabian Schiller im Schwesterauto, Maro Engel, Jules Venant und Daniel Lucadella. Man startet eine Aufholjagd, fährt sich da peu à peu an den Spitzenreiter heran. Man ist mit einem leicht versetzten Boxenstopp-Korridor unterwegs. Ja, und so haben wir schließlich die letzten 22 Stunden kurz und kompakt für Sie, für Euch zusammengefasst. Sehen, wir haben noch eine Stunde, knapp 55 Minuten auf der Uhr. Wir sind hier am tiefsten Punkt der Grand Prix-Strecke, also schon Richtung Müllenbach, deshalb dieser Bereich, Müllenbach-Schleife genannt. Kelvin van der Linde mit einem geschnittenen Slick unterwegs. Das ist in dieser Phase zweifelsohne die schnellste Variante. Entsprechend vergrößert er den Vorsprung jetzt aktuell auf 53 Sekunden. Genau, wir haben in der letzten Runde neun Sekunden gut machen können auf Maximilian Götz. 17 Sekunden schneller gewesen als Maro Engel. Und auch jetzt schon bereits in den Sektoren, die durch sind. In den ersten beiden Sektoren war er zweieinhalb plus noch mal zweieinhalb fünf Sekunden. Allein in diesen zwei Sektoren, die gerade eine Minute 40 sind, hat er fünf Sekunden noch mal den Vorsprung vergrößern können. Das ist natürlich alles die Situation, wo bist du mit welchen Reifen unterwegs. Wir sehen, dass der Schubach-BMW mit Jesse Krohn im Moment am Steuer zwischendurch Sektoren hat, wo er klar der schnellste ist, aber genauso auch Sektoren hat, wo er sowas von verliert, weil er einfach mit den Regenreifen sich im Moment überhaupt nicht mehr halten kann. Angst haben muss, dass es in den Regenreifen die Pocken und die Hohen fliegen. Andererseits ein paar Meter weiter, wo es dann vielleicht doch wieder nass ist, den Vorteil rausfahren kann. Das ist ein Hin und Her permanent und das ist auch noch lange nicht rum. Und ich gebe runter zu Matthias, der weiß wieder Neuigkeiten aus dem Ausgangs. Ja, vor allem habe ich eins, ich habe einfach hier die Situation, dass bei Audi gerade eine ganz gespannte Stimmung ist, weil ich habe jetzt einige Mechaniker gefragt, die gesagt, Jungs, verratet es mir doch, sagt mir doch, was er jetzt drauf macht. Aber es wird noch alles hier verdeckt gehalten. Also es ist auf jeden Fall ein Michelin-Reifen, aber die große Frage ist, was ist es? Die Antwort, die ich bekam, war schwarz und rund. Und wir werden es gleich sehen. Gelben van der Linde kommt rein und dann werden wir schauen, was die machen. Ich könnte mir vorstellen, dass die auf die Slicks gehen. Aber das ist nur eine Prognose, wir beobachten es gleich. Ja, ich glaube, das ist mehr als realistisch, weil die geschnittenen Slicks, die halten nicht ewig. Regenreifen scheinen mir, wie wir am Fall von Alex Sims sehen, im Moment nicht die schnellste Reifenwahl zu sein. Und Reifenpoker zu machen, glaube ich, wäre jetzt als führendes Team auch nicht die beste Empfehlung. Während unser thailändischer Toyota in langsamer Fahrt unterwegs ist, die Startnummer 119. Also, Oli, ich tippe auf Slicks. Kann ich da den Matthias nur anschließen? Möchtest du dagegen wetten? Ich wette hier gar nichts mehr. Also, das ist mittlerweile, ich habe das schon Hausenhofer spielt beim ganzen Wettbewerb, weil ich immer wieder gesagt habe, jetzt passiert dieses, jetzt passiert jedes. Andererseits bin ich beim Tickspiel immer nach vorne. Also, von daher, nein, es ist einfach unglaublich, was hier abgeht, was sich hier, wie schnell sich das ändern kann. Wir sehen, wie Sven Müller runter in Richtung Missed Missed. Das ist schon richtig hohe Speed. Wir wissen auch, da ist ja vor zwei Jahren der Belag neu gemacht worden. Gerade in dieser Treffachkriegs. Der hat auch im Nassen ein unglaubliches Krippniveau. Der ist im Nassen fast so gut wie andere Streckenabschnitte im Trockenen. Dann hat man andererseits Aktionen oder Bereiche, wie zum Beispiel Eingang Hatzenbach. Der ist im Nassen sowas von rutschig. Da schmiert das Auto direkt über alle vier Räder weg. Es ist in der Tat diese Nordschleife die Besonderheit. Nicht nur das Hoch und Runter, das Dienst und Rechts, auch diese unterschiedlichen Asphaltbeschaffenheiten. Es ist klar, du kannst nicht irgendwann mal sagen, ach komm, jetzt machen wir über den Winter 20,8, 32 Kilometer neuen Asphalt. Weil da brauchst du ja ein Jahr für, um das alles zu machen. Nein, man macht immer wieder, in dem einen Jahr werden mal hier 1,5 Kilometer, im nächsten Jahr dort 1,8 Kilometer gemacht, wo es gerade immer nötig ist. Und das macht es aber auch so reizvoll. Viele Fahrer, die hingehen, die in den ersten Runden eines neuen Jahres, denn die arbeiten an dem Asphalt, die werden ja üblicherweise immer in den Monaten gemacht, so November, Dezember, Januar, Februar, dass man so mit Anfang, Mitte, März, mit den Touristenfahrten wieder anfangen kann. Ja, wenn du dann Ende März zu den ersten Einstellungen, Testfahrten kommst, der NLS, hast du das erste NLS-Rennen auf dem Programm, dann musst du dich erst mal als Profi im Fahrer mal zwei, drei Runden lang orientieren. Was haben wir jetzt für Änderungen am Streckenbelag? Wie ist der Asphalt? Und dann kannst du auch dann langsam, sukzessive dich wieder rantasten, wie verhält sich dieser Asphalt jetzt im Nassen im Vergleich zum Vorjahr. Ganz, ganz schwieriges Handling. Hier heute wissen die meisten das, wie sich der Reifen in Verbindung mit dem Asphalt, mit den neuen Asphaltstücken verhält. Aber, ja, für manche ist es natürlich auch hier das Thema Erfahrung eines der wichtigsten überhaupt. Für Calvin van der Linde sieht das richtig flüssig aus, was er uns hier da serviert. Der fährt hier Slalom mit hoher Geschwindigkeit um die anderen Fahrzeuge herum, die vielleicht auch schon an der einen oder anderen Stelle sich der Zielankunft nähern wollen, ohne nochmal 100 Prozent Einsatz geben zu müssen. Also dieser Slick-Reifen, beziehungsweise der gekattete Slick, scheint im Moment der schnellste zu sein, vielleicht auch in Verbindung mit dem Fahrer. Wir müssen aufpassen, ein Ticken schneller ist jetzt noch die 4, der zweite Gatspeed-Mercedes, der fährt. Ja, genau eine Sekunde schneller, kann man sagen, als der Spitzenreiter. Und eigentlich besteht ja noch keine Not, in die Box zu kommen, zumindest nicht in Sachen Nachtanken. Da könnte er noch ein paar Runden draußen bleiben. Es sei denn, der Reifen wäre schon so hinüber, aber dagegen sprechen meines Erachtens die noch schnellen Rundenzahlen. Ja, Matthias, habe ich einen Reifen geschnappt und jetzt ist Technikstunde dritter Teil. Ja, das ist natürlich immer herrlich, auch zu sehen, wenn die Zuschauer hier die Reifen mitnehmen als Souvenirs. Das ist mehr als ein Souvelier. Das ist ein Katzleak, das wollte ich nochmal ganz kurz zeigen. Also, während wir gerade hier auch so ein bisschen geleakt worden sind und man merkt, die taktischen Spielchen beginnen. Also, man hat sich gar nicht hier auf Kelvin von der Lende vorbereitet, sondern auf das Auto von Markus Winkelhock, unter anderem. Da sind ja noch ein paar andere mit drauf, aber ich wollte euch einfach mal hier diesen Katzleak zeigen. Da sieht man das sehr schön. Also, Katzleak bedeutet eben mit diesen geschlitzten, ja, kleinen Rillen, wo eben auch ein bisschen Wasser durchgehen kann. Beim Intermediate ist es noch ein bisschen mehr und den Regenreifen brauche ich nicht erklären. Das wisst ihr natürlich alle. Aber, und das höre ich hier wirklich aus allen Ecken, das ist im Moment für die Streckenverhältnisse der beste Reifen. Wobei man sagen muss, Audi ist gerade hier auf den Slick gegangen. Also, wir werden sehen, ob das die richtige Entscheidung war. Damit also die 16 auf Slick-Reifen unterwegs, die 15 auf den sogenannten Cutted Slick. Die drei haben wir gesagt, ein reiner Slick, der Schubert BW, ein reiner Regenreifen. Das sind also jetzt die drei unterschiedlichen Varianten, verteilt auf verschiedene Fahrzeuge, mit denen man versucht jetzt, die Schlussphase, die restliche Fahrzeit von einer Stunde um 47 optimal zu starten. Was mir auch auffällt, Olli, im Vergleich zu anderen 24 Stunden, wir haben kaum noch technische Defekte. Die Autos sind so zuverlässig geworden. Egal, was die GT3-Fahrzeuge sind, die Cup-Fahrzeuge sowieso relativ seriennah, wenn man da mal 500 PS von Serien sprechen kann. Aber früher hatten wir, ich sag jetzt mal, bestimmte Drittel der Ausfälle aufgrund technischer Defekte. Heute haben wir das nur noch in ganz wenigen Fällen, das Gros der Ausfälle nach Unfällen, nach Kollisionen oder Ähnliches. Da hat sich doch einiges, einiges in der Fahrzeugentwicklung getan. Man hört ja auch immer mehr zu Laufzeiten von Motoren. So ein GT3-Motor, je nach Hersteller, haben die eine Laufzeit von 15.000, 18.000, teilweise sogar 20.000 Kilometer. Das ist unglaublich viel für so ein GT3-Fahrzeug. Getriebe ist es ähnlich. Und das hat man natürlich auch seitens der Hersteller gemacht, um den Kunden einfach ein besseres Paket anzubieten. Das ist zwar das Gesamtpaket, was du zuerst kaufst, relativ teurer, etwas teurer als ein GT3-Modell der etwas älteren Generation. Aber ganz wichtig ist es einfach, hohe Laufzeiten zu haben. Das heißt, du musst nicht nach jedem NLS-Rennen komplette Motorrevision machen, womöglich sogar einen neuen Motor einbauen. Beim 24-Stunden-Rennen, gut, das ist was anderes, das ist dann schon eine hohe Belastung. Wie viele Kilometer haben wir? Mal sagen 150 Runden nach 25, 30.000 Kilometer, 3.500 Kilometer so ungefähr. Na gut, aber dann brauchst du immer noch kein Motorrevisionsprogramm zu bestellen bei Porsche, BMW etc. Ich gebe noch mal runter zu Matthias Kling. Ja, wer kann uns schöner was zum Thema Wetter sagen als einer, der gerade von der Strecke kommt. Und das ist der Holger aus dem Saarland, Holger Gaschuh. Der ist gerade ausgestiegen, aus einem Renault hier unter uns. Go to Adenau steht ganz groß drauf. Da sind also einige mit dabei, unter anderem das Auto von David Ackermann. Holger, du kommst gerade von der Strecke, wir reden ganz viel über das Wetter. Hast du alles erlebt? Sonne, Hagel auf einer Runde? Also Hagel habe ich nicht erlebt, aber ansonsten wirklich, ich habe mein Seepferdchen nochmal in der Arzenbach neu gemacht. Es ist total nass. Und auf der anderen Seite Fuchsröhre, aber ansonsten wieder trocken. Also es sind so gemischte Verhältnisse. Für Regen ist es zu trocken, für Regenreifen ist es einfach zu trocken. Also mit Slicks eiert man da rum. Mit Slicks eiert man, wir machen ganz viel Reifenkunde heute und auch Wetterkunde natürlich. Fakt ist eins, für die Großen natürlich eine große Challenge, die Kämpfer um den Gesamtsieg. Aber für euch natürlich genauso. Ihr müsst ja auch bei diesen Bedingungen in euer Rennen fahren. Ja, also die haben natürlich den Vorteil, dass sie eine ganz andere Aero haben, die sie natürlich mit dem Abtrieb ansaugt. Und das ist bei uns nicht der Fall. Das heißt, wir müssen die Temperatur in die Reifen bekommen, damit die Reifen schön warm werden. Dann kriegt man einen gewissen Grip bis zu einem gewissen Punkt. Und da sind die Profis natürlich immer noch besser aufgestellt mit ihrem Aero-Kind. Aber geile Veranstaltung, oder? Nee. Wie, nee? Doch, geile Veranstaltung. Natürlich. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte nur warten, beim 50-jährigen Jubiläum. Natürlich supergeil. Wie oft warst du schon dabei? Jetzt heute das zweite Mal. Wir waren letztes Jahr das erste Mal mit meiner Tochter Sophia. Da war es aber nur ein 9,5 Stunden Rennen. Und dieses Jahr konnte sie nicht, da bin ich alleine mitgefahren. Und jetzt auch mal in der Nacht, ohne vierten Gang. Wir hatten noch ein bisschen technisches Problem mit unserem Auto und haben heute Morgen noch ein neues Getriebe bekommen. Vielen herzlichen Dank, Holger. Danke, Holger. Geschichten dieser 24 Stunden. Geschichten der 50. Ausgabe hier mit Holger Gerscho aus dem Saarland auf dem Renault. Danke. Danke euch. Das ist der Flair des 24-Stunden-Rennen zu sehen, wie man auch im, ich sag mal, etwas höheren Alter noch zum zweiten Mal das 24-Stunden-Rennen bestreiten kann und eine Menge Spaß haben kann. Calvin van der Linde, der ist so Mitte, Ende 20. Der ist absoluter Vollprofi und der ist ein absolut gnadenlos guter Rennfahrer. Letzte Runde 11 Sekunden schneller als Maximilian Götz. In den Sektorzeiten auch schon wieder zwei, drei, vier Sekunden gut gemacht auf Maximilian Götz. Also im Moment Calvin van der Linde, ganz klar der Mann des Tages, der Mann der Stunde, so muss man sagen. Er ist im Moment in der fünften Runde, zwei Runden kann er noch fahren, je nachdem, er wird natürlich am besten spüren, was die Reifen machen, ob die noch können, ob es noch funktioniert oder ob dann schon so die ersten, ja, leichten Verschleißerscheinungen zu spüren sind. Man spricht dann von einem Peak, der Peak, der überschritten ist, ab dann baut der Reifen relativ schnell ab und dann ist relativ schnell auch auf einmal der Punkt erreicht, wo du überhaupt kein Kripp mehr hast und da musst du genau das Gefühl für haben, wann komme ich rein, wie lange kann ich noch fahren. Der geschnittenes Lick, der war die richtige Wahl, definitiv, er war klar der Schnellste. Es kann aber sein, dass er dadurch ein bisschen aus seinem Rhythmus rauskommen muss, hat allerdings jetzt, wo wir noch eine Stunde 42 haben, den Vorteil haben, wenn er jetzt reinkommt zum Wechseln, dann wäre es so, dass er nachher dann nochmal mit einem Stopp hinkommen wird. Und im Bereich hoher Acht setzt der Regen wieder ein. Wir sind hier Hedwigshöhe, Anfahrt, Wippermann und er hat noch im Prinzip drei Runden Zeit oder zweieinhalb Runden Zeit, knapp zweieinhalb Runden Zeit zu überlegen, wie er denn nach dem nächsten Boxenstopp die Reifenwahl gestalten möchte. Bei Gatspeed hat man nicht mehr so viel Zeit zu überlegen, man ist in der siebten Runde, das heißt also noch, ja gut, ein Drittel, ein Viertelrunde, bleiben dem Maximilian Götz Zeit zu überlegen, setze ich auf schnittene Slicks wie die Konkurrenz der Konsequenz, dass dann die Abstände wahrscheinlich identisch bleiben oder riskiere ich irgendwer, das ist im Hinblick auf abtrocknete Farben oder wie wir jetzt gesehen haben im Teil Uhr acht Richtung Brünchen mit stärker werdenden Regen. Also das ist eine Lotterie und ich glaube, je dichter wir an das Rennende kommen, umso größer muss die Bereitschaft sein zu zocken, wenn man denn hier um den Gesamtsieg mitfahren will, mit einer Ausnahme und das ist natürlich die führende Phoenix-Mannschaft, die all ihre Erfahrung, all ihre Routine einfließen lässt. Wir haben das eben ja auch bei der Prognose und bei der Bewertung von Ernst Moser gesehen und daher sind die im Moment nicht in der Situation, unnötige Risiken einzugehen. Genau, wenn du weiter hinten bist, bis dritter, vierter, da musst du irgendwas anders machen als derjenige, der vor dir ist, damit du aufgrund anderer Witterungsbedingungen auf einmal vielleicht den Nachteil, den du in dem Moment hast, umkehren kannst in einen Vorteil. Bei GetSpeed hat man ja eben gesagt, wir machen eine gewisse Strategie, ein Auto volles Risiko, das andere mehr auf Sicherheit. Ja, wie sieht es aus? Götz auf Platz 2 ist eine Minute zurück hinter Van der Linde und Engel auf Platz 3, der ist weitere fast drei Minuten hinter Götz, also da würde es ihm auch nicht allzu viel nutzen, wenn er sagt, ich gehe all in, volles Risiko, dafür ist der Abstand nach vorne zum zweiplatzierten definitiv zu groß. Pflanzgärten ist angesagt, ja, Regen ist spürbar, das ist kein Hagel, das sind keine großen Regenmengen, aber genug, um ein Slickreifen vielleicht an die Grenzen zu führen, zumindest ein bisschen flutschiger zu machen, hat der Holger Gachot eben gesagt, ich habe da mein Seepferdchen gemacht, der hat es gemacht, das Seepferdchen kann man vielleicht auch an anderen Streckenabschnitten machen, je nachdem, wo die Wolke sich gerade hin verzieht, also hier zum Beispiel dieser schnelle Rechtsblick in der Anfahrt zum Schweibenschwanz, im Hintergrund sehen wir, das ist dann ja quasi der Blick Richtung Westen, da haben wir blauen Himmel, also es ist extrem schwierig zu kalkulieren, Meteorologe möchte ich jetzt auch nicht sein, weil eine richtig zuverlässige Wettervorhersage ist, auch für die Profis sicherlich in diesen Minuten eine Herausforderung, da haben wir schon die dollsten Sachen erlebt, ein Rennen, was im Trockenen gestartet wird und trotzdem der ein oder andere auf Regenreifen losgefahren ist, im Falle von Markus Winkelok war das damals ein Glückstreffer bei der Formel 1, da kam nämlich nach ein, zwei Runden der große Regenguss und Markus Winkelok konnte in seinem ersten und einzigen Formel 1 Rennen Führungsluft schnuppern, weil alle anderen zum Boxenstopp gekommen sind oder von der Strecke gespielt wurden. Genau, er ist da in der Einführungshunde reingekommen, damit hat er das geschafft, was kein anderer Rennfahrer auf der Welt geschafft hat, er hat bei jedem Formel 1 Rennen, an dem er teilgenommen hat, geführt, das hat kein Fangio geschafft, kein Schumacher, kein Prost, kein Lauder, kein Hamilton, da ist er der Einzige, der das geschafft hat, okay, wenn man nur ein Rennen fährt, aber immerhin, dann muss er auch erst mal das schaffen zu führen. Wir sind weiter mit dabei mit Calvin van der Linde, 8,51 war seine letzte Runde und Götz kommt rein nach sechs Runden, ja, er muss jetzt irgendwas anders machen, es muss irgendwas geändert werden, volles Risiko, er muss jetzt auf Slicks gehen oder, was ist, was kommt mit dem nächsten Regenschauer, er muss definitiv was anderes machen, weil er verliert immer mehr, 1,20 mittlerweile der Rückstand von Götz auf Calvin van der Linde und wir sehen auch, dass Adam Christodule mittlerweile bereitsteht, um den Gatspeed AMG GT3 zu übernehmen. Wir achten natürlich darauf, was montiert man an diesem Fahrzeug, also Slickreifen wäre unsere beide Wahl, aber wir von hier oben können das wirklich nur aus dem Bauch heraus schätzen, wer nicht schätzen muss, das ist unser Kollege Matthias Kelling. In der Tat und wir sehen hier wirklich ganz, ganz große taktische Spielchen. Im Moment stehen hier die Katslicks bereit, also das sieht man hier sehr schön und vorher haben sie noch auf diesem Wägelchen hier die Regenreifen hingefahren, aber jetzt entscheiden sie für die Katslicks und das sieht man ganz deutlich, die gehen jetzt drauf und im Gespräch mit Maximilian Götz im Moment Adam Christodolu, die beiden quatschen ein bisschen, die beiden müssen sich natürlich jetzt erstmal darüber unterhalten, wie sind die unterschiedlichen Bedingungen, wo und wie ist es schwierig, was müssen wir tun, um möglicherweise diese knappe Minute den Rückstand noch aufzuholen, aber ich kann mir vorstellen, dass da noch was geht. Wir haben noch eine Menge Zeit und jetzt also hat man sich bei Mercedes entschieden, die Katslicks aufzuziehen, weg von den Slicks, die vorher drauf waren, aber es war wirklich irre zu sehen, Leute, also das sind wirklich diese taktischen Spielchen, das macht großen Spaß, wie hier zuerst die Regenreifen rangefahren worden sind und Maximilian ist bei mir, den verhafte ich direkt jetzt hier und den wollen wir natürlich auch gerne noch mit ins Gespräch nehmen, denn Maximilian Götz, der jetzt von der Strecke ist, keiner kann es uns besser erklären, als was da gerade los ist. Max, wenn du ganz kurz einmal zu mir kommst und den Helm abnimmst, das ist super, vielen Dank dafür, ist natürlich auch immer ein schwieriger Moment für die Jungs und das weiß ich, das sind Vollprofis, das ist der aktuelle DTM Champion, aber wir kennen uns seit vielen Jahren, hat mich selber schon mal mitgenommen auf eine Runde, war irre mit ihm als Beifahrer unterwegs zu sein und deswegen Maximilian, wir reden so viel über Reifen, wir reden so viel über das Wecker, wir gehen mal ganz kurz vom Tank noch ein bisschen weg, vielen Dank an die Kollegen, keiner kann es uns besser berichten, als du, was da draußen los ist. Es ist typisch Nordschleife, ich habe ein Grinsen im Gesicht, es macht irgendwo Spaß auf der einen Seite, scheißt da fast in die Hosen, muss ich ehrlich sagen. Wo genau hast du in die Hosen geschissen? Jetzt seit in der letzten Runde Atzenbach und dann ab Karussell war Regen zum Beispiel, wir hatten teilweise die richtigen Reifen drauf, dann teilweise hast du die falschen Reifen drauf, aber du musst halt damit umgehen und damit leben und die Runden überstehen. Das war wirklich eine der schwersten Runden, die ich bisher gefahren bin auf der Nordschleife. Vor allem, es geht ja jetzt um was. Wir wollen ja den Sieg holen. Ich habe keine Ahnung, wo unsere Schwesterauto von der Pace war, wo der Audi war. Ich habe mich einfach konzentriert, meinen Rhythmus zu finden und keinen Fehler zu machen und das Maximale rauszuholen. Und deswegen, jetzt bin ich mal gespannt, was die letzten zwei Stunden bringen. Noch eine ganze Menge, da bin ich mir ganz sicher, weil Rückstand war gerade so ungefähr eine Minute. Fakt ist eins, der Audi ist schon länger auf den Katzlicks unterwegs. Ihr habt jetzt auf die Katzlicks gewechselt. Von dir eine klare Empfehlung? Ja, Fehler kann man da nicht sagen. Wir haben halt was riskiert. Nee, eine Empfehlung. War es die Empfehlung, jetzt zu wechseln? Genau, eine Empfehlung war von mir und wir haben auch einen Wetterbericht bei uns im Team, der sagt, ja, es kann ein bisschen was kommen noch. Aktuell ist der Katzlicks schneller und deswegen muss man jetzt auf den Reifen gehen, der gerade funktioniert. Der kann auch lang gefahren werden. Der Maro zum Beispiel ist vorhin auch Katzlicks gefahren, ist auch acht Runden durchgefahren und auch die Jules und da haben wir ein bisschen Daten. Ja, und jetzt gucken wir, dass wir das überstehen und dann vielleicht auf dem Podium stehen. Ganz kurz nochmal eins, ich meine, das wird ja natürlich den ganzen Tag schon gefeiert, die ganze Nacht vor allem gefeiert worden. Die Fans auch in so kniffligen Situationen und du redest gerade davon, dass du auf einer der schwersten Runden deiner Nordschleife-Geschichte warst, trotzdem mit diesen Fans ein Genuss, oder? Ja, definitiv. Also danke, dass ihr alle da seid, uns unterstützt. Und wenn ich schon wieder sehe, was da drüben los ist, ja, jetzt zum Finale hin, ist einfach mega und ich hoffe, dass wir jetzt ein schönes Finale haben hier in diesem Jahr. Wir haben ein schönes Finale und da freuen wir uns drauf. Maximilian, vielen Dank, Grüße und erstmal gute Erholung. Ja, wenn so ein gestandener Profi sagt, es waren somit die schwersten Nordschleife-Runden, die er hinter sich hat, dann zeigt das alles, wie schwierig, wie hart es ist. Und das zeigt es aber auch, was ein Calvin Vandelinde hier für einen riesen Show im Moment abliefert. Hat da wirklich diesen Vorsprung von, ja, es waren 0,1 Sekunden teilweise zwischen Dries Vanto und Fabian Schiller und nach dem Fahrerwechsel hat er weit über eine Minute 20 rausgefahren. Natürlich mit Hilfe der richtigen und der besseren Reifenwahl, aber es war schon klasse. Und eben gab es auch eine harte Situation da im Bereich Echbach. Wir sehen, Luki Treffs vorne im Mannfilter Landgraf-AMG. Wir sehen Christopher Hase, wir sehen, dass Treffs das Auto komplett verliert, hart hinten links einsteckt, sich rumdreht. Hase muss auch aufs Gras, weil er auch natürlich diese nassen Stelle erwischt. Hat aber Glück, dass er nicht in den AMG GT3 reinrutscht, reinfliegt. Wir haben gerade auch gesehen, links am Aspergungsfahrzeug, schon vor Ort, um den 55er Mercedes-AMG 3 vom Team rund um Klaus Landgraf abzuschleppen. Schade für die Mannschaft mit Luki Treffs, mit Patrick Assenheimer, mit Julien Apotelon und mit Dominik Baumann. Auch hier wieder ein starker Rutscher beim Rausbeschleunigen aus dem Bereich Brünnchen. Ja, der Cut-Reifen bei Calvin Van der Leyen, der wird auch so langsam, aber sicher im Ende zu gehen. Sieben Runden hat er gleich beendet. Er kann theoretisch vom Sprit her noch eine Runde fahren, aber womöglich wird man hingehen, wird sagen, komm, wir holen jetzt nochmal einen frischen Satz Reifen, weil jetzt ist es im Moment klar, das Wetter. Es ist im Moment relativ deutlich, Sonne zu sehen. Wahrscheinlich wird man dann wieder auf einen Cut-Slick gehen. Da mussten wir kurz die Luft anhalten in Bell of S, als hier Calvin Van der Leyen beim Überrunden fast übersehen wurde. Das heisst, da nützt die beste Taktik nichts, wenn es beim Überrunden hier irgendwo hakt. Das sind so ein paar Ecken auf der Nordschleife, wo du nicht zu zweit durchfahren kannst. Bell of S insofern auch noch tückisch, weil man mit einer hohen Geschwindigkeit dort ankommt. Andere Fahrzeuge teilweise deutlich langsamer unterwegs sind. Das heisst, wenn man da vom Gas geht, da verliert man ordentlich an Schwung. Es geht zum Glück nicht so steil bergauf, wie beispielsweise im Kesselchen, wenn man da vom Gas gehen muss. Aber trotzdem, jeder versucht da möglichst vorbeizugehen. Hier ist nochmal Windschattenfahren angesagt. Und dahinter sehen wir dann den Gesamtspitzenreiter, der entweder nach dieser Runde oder nach der nächsten Runde die Box aufsuchen wird. Fakt ist, von Tankvolumen her ist es eigentlich wurscht, ob er jetzt nach sieben Runden reinkommt und nachher dann nochmal einen ähnlichen Stint hinlegt. oder aber ob er acht Runden fährt und danach einen deutlich kürzeren. Also das ist von den Standzeiten natürlich in der Summe irgendwo egal, ob ich es jetzt aufteile oder anders organisiere. Ja, die 55 am Abschlepppark und den Grund haben wir gesehen. Anfahrt, Eschbach war dann die Straße aus und der Junior quasi hat das Auto rausgeschmissen. Aber da ist er ja in beste Gesellschaft an diesem Wochenende. Luca Sandro trefft's, der hier zum Ausfall quasi dieser Mannschaft gut anderthalb Stunden vor dem Ende des 24-Stunden-Rennens geführt hat. Ja, wenn du sagst, in bester Gesellschaft fährt neben Franziskus von Mehl hier, der nochmal berichtet hat, wir irgendwie nochmal in Abflug sehen, keine Chance, Patsche nass, Slicks, dann verlierst du in dieser schnellen Rechtskurve, das Auto schlägt vehement hinten links ein. Christoph Haas hat ein Riesenglück, dass er nicht auch noch da einschlägt und damit seinen Platz vier im Moment noch halten kann. Franziskus von Mehl hat da berichtet, wie die Fehler seiner Fahrer im Hause BMW das Wochenende für BMW dann doch leider eher negativ behaftet erscheinen lässt. Er hat ein tolles Wochenende mit dem Ries of Legends, mit dem ganzen M-Festival und so weiter. Aber natürlich waren die sportlichen Ergebnisse alles andere als gut. Er hat auch gesagt, der Franziskus von Mehl, dass Niki Lolli gar nicht lange drum herum geredet hat, sofort gesagt hat, das war mein Fehler, gibt es gar keine Diskussion, tut mir leid. Auch natürlich für die betroffene Mannschaft von Talksport WRT, die er da mit abgeräumt hat. Ich habe eben nochmal den, was ist es, Instagram-Eintrag von Lorenz Wanto gelesen, der sich da auch nochmal in aller Form entschuldigt hat. Er hat geschrieben, ja, seit meiner Kindheit bin ich mich immer mit meinem Bruder am Bekämpfen, wer ist der Beste beim Tischtennis, beim Tischfußball, was auch immer und natürlich auch beim Autorennen. Und immer wieder hat man gefeitet und hat sich einfach dazu hinreißen lassen, gegen seinen Bruder zu feiten und schreibt so im letzten Satz, das fand ich sehr bemerkenswert, das war völlig unprofessionell und das, denke ich mal, ist auch ein Zeichen von Stärke, wenn man so einen wirklich üblen Fehler macht, dass man dann auch nachher hingeht und sagt, es war mein Fehler, es tut mir leid, ich war unprofessionell und da bin ich mir auch 100% sicher, dass die Firma Porsche, dass die Firma Mantai mit dem Geschäftsführer Niki Reda und Martin Reda diese Art der Entschuldigung vollkommen akzeptiert und sagt, Junge, du hast uns schon so viele tolle Ergebnisse gezeigt, tolle Rennen gebracht, hast uns oft genug gezeigt, dass du ein ganz, ganz, ganz großer GT-Fahrer bist, jetzt hast du einmal einen Fehler gemacht, wir lassen dich ganz bestimmt nicht fallen, kann passieren, alles okay. Und dann ist es halt, ja, in dem Fall auch jetzt der Junior gewesen, Luki Treffts, der halt auch einen Fehler gemacht hat und wenn, sagen wir mal, so erfahren Leute wie Niki Lolli und Lorenz Wanddorf Fehler machen, dann darf ein Luki Treffts, dass er es rescht. Hier haben wir nochmal einen Boxenstopp bei der 132, da gab es eine lange Reparaturpause, während der Nacht zuletzt saß jetzt Leon Köhler am Steuer dieses Fahrzeugs, wo ihr unter anderem auch den Timo Scheider sehen, den Luca Engsler und den Jan-Erik Sloten und das ist auch ein bisschen Und genau an diesem Fahrzeug, da steht Matthias. Ja, in der Tat, also der Motor geht gerade wieder an an diesem echt super schicken Auto und jetzt gibt es da auch noch ein bisschen, nee, alles gut gelaufen, wunderbar. Jan-Erik Sloten gerade eingestiegen, Leon Köhler ausgestiegen. Es ging einmal mit den Regenreifen runter, die Slicks sind wieder draufgezogen worden. Wie war es für dich? Ja, das waren wirklich schwere Bedingungen. Also es war für mich auch das erste Mal hier auf der Nordschleife im Nassen. Deswegen bin ich eher auf die Regenreifen gegangen, um einfach sicher zu gehen. Aber am Ende war es dann einfach zu trocken für die Regenreifen. Und dann haben wir einfach, wenn wir jetzt einen früheren Stopp gemacht, den Fahrerwechsel direkt noch mit einbezogen. Wir trocken einmal, dass er das Beste draus macht. Und ich weiß nicht, wo wir jetzt gerade stehen, muss ich jetzt gleich mal gucken. Das kann ich dir sagen, ihr seid in eurer Klasse auf der 5, gesamt im Moment 36. Okay, ja gut, hat sich nichts dran geändert. Dann müssen wir mal schauen, was wir jetzt machen. Wir machen einfach das Beste draußen, schauen, was wir am Ende des Tages, wo wir dann dort stehen. Trotzdem Fans und so weiter endlich wieder an der Strecke. Das ist doch etwas, was bei allen schwierigen Bedingungen auch trotzdem motiviert, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das war für mich jetzt hier, sowas, was ich hier sehe, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das ist unglaublich. So viele Fans, also es macht wirklich Spaß dann auch hier auf der Strecke zu fahren und die ganzen Wohnwagen dann zu sehen und die ganzen Zuschauer. Also es macht schon Riesenspaß, also wirklich freut mich, dass Sie wieder hier sind. Leon, vielen Dank. Kurze Pause für dich und dann sehen wir dich vielleicht nochmal wieder. Schauen wir mal, also mit dem Iron Force Porsche jetzt der Jan-Erik Sloten unterwegs. Und wir sehen schon hier wieder Bedingungen bei Audi. Das sieht so ein bisschen danach aus, als ob relativ bald Calvin van der Linde kommt. Schauen wir mal. Ja, der muss auch kommen. Der ist in seiner siebten Runde unterwegs. Acht kann er noch fahren. Ist jetzt schon im Sektor sechs unterwegs. Das heißt, der wird in circa vier Minuten kommen. Und dann ist natürlich dann klar, dass man sich da schon anfängt vorzubereiten. Wir sehen die Nummer 10, nee, die 310 ist es, mit Reifenschaden hinten rechts. Da gab es einen Ausrutscher, Uwe. Du hast schon, glaube ich, geschaut, wer es ist. Ja, es ist eins der Max-Kruise-Fahrzeuge, die 310 mit Jasmin Preisig, Gustavo Xavier, Emil Azari und Andrew Engelmann, die im Bereich des Pflanzgartens auch einen Aha-Moment hatten und da eingeschlagen sind. Deshalb also hinten rechts die Kaltverformung. Da gibt es also mit Sicherheit jetzt einen Boxenstopp, wo man versucht, das Nötigste zu retten. Das ist nicht der erste Abflug eines Max-Kruise-Fahrzeugs an diesem Wochenende. Und ja, man versucht dann vielleicht doch noch irgendwo, die restliche Distanz von einer Stunde und 25 Minuten noch zu absolvieren. Oder macht dann vielleicht einen längeren Boxenstopp, um dann das Rennen nochmal aufzunehmen. Der zweite Platz auf jeden Fall, den man innehatte, der scheint mir mehr als gefährlich zu sein. Calvin van der Linde, die letzten Meter in seinem Stint. Ja, die Frage, ob er auch noch einen Doppelstint macht, wir müssen gleich beobachten. Aber ich gebe vorher nochmal runter zu Matthias Killing. Ja, ich habe das gerade einfach mal gefragt, was macht der Calvin? Und da wurde mir hier von den Mechanikern zumindest gesagt, nee, nee, der fährt weiter. Der will weiterfahren, der hat überhaupt keinen Bock auszusteigen. Ich sehe auch im Moment, wenn man hier reinschaut, bei Phoenix in die Box keinen anderen Fahrer. Also das sieht im Moment alles danach aus, dass Calvin weiterfährt. Aber, und das ist die spannende Frage, vielleicht kommt da gleich noch einer, weil das ein oder andere taktische Spielchen haben wir heute schon gesehen. Und jetzt, wo es in die Schlussphase geht, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da vielleicht noch eine Überraschung erleben. Warten wir es ab. Ja, abwarten ist angesagt, aber definitiv nicht auf der Strecke, sondern mehr hier für uns in der Kabine, für euch auf den Tribünen und natürlich auch für die Kollegen in der Boxengasse. Sie sehen, dass das Auto von Landgraf jetzt rausgeschleppt wird, da im Bereich Pflanzkarten, da gibt es so eine Tasche, kannst du das Auto rausziehen. Natürlich doppelt gelb, Tempo 120 und ab der grünen Flagge kannst du wieder Gas geben. Das führende Fahrzeug der Kap 3-Klasse, das Auto rund um Kai Riemer, Ivan Giacoma und die beiden anderen Schweizer, der Pouch in Panther Porsche. Der jetzt hier auf die Nordschreife abbiegt, dahinter die 22, Christopher Hase, gesamt vierte Position für den K-Collection Audi. Und jetzt da in der Sabine-Schmitz-Kurve natürlich ohne Probleme innen vorbeiziehen kann mit dem GT3 vorbei am Kap 3-Fahrzeug. Das sind natürlich Weltenunterschied von den Rundenzeiten alleine, würde ich mal sagen, ungefähr 40 Sekunden Unterschied, die so ein GT3 schneller ist als ein Cayman Kap 3. Eine Stunde, 23 Minuten und 30 Sekunden verbleiben uns. Wir haben es angekündigt, wir erwarten den Phoenix Audi A8 jetzt in der Box. Kevin van der Linde, wir schauen, ob Reifen gewechselt werden. Wir gehen nicht davon aus, dass der Fahrer gewechselt wird, auch wenn wir uns da eben so ein Spannungsfaktor aufgebaut haben. Also da werden Reifen zurechtgelegt, das heißt also wiederum geschnittenes Slicks, wenn ich das auf die Schnelle so richtig gesehen habe. Also man vertraut auf dem, was in den letzten, sagen wir mal, gut 55, 60 Minuten gut funktioniert hat. Warum soll man dann auch irgendeine andere Wahl treffen? Also der kriegt jetzt frische Reifen drauf, gleicher Art und das dann weiter quasi zu konservieren. Da kommt er in die Box, läuft noch auf ein paar Vorderleute auf, aber es macht nichts, weil wir sowieso das Tempolimit dort haben. Er ist auch, glaube ich, die 310 mit verwickelt. Sie fühlt wahrscheinlich noch ein bisschen langsamer als das Tempolimit. Er verliert dann ein paar Sekunden, weil er halt gerne schneller fahren würde, aber natürlich Überholverbot in der Box. Und das ist auch klar, diese sogenannte Fastlane, die Fahrspur, die ist auch nicht breit genug, um dann zwei Autos nebeneinander fahren zu lassen. Da haben wir noch fast dieselbe Box, der GT Golf und der Phoenix Audi. Jetzt ist es aber drin, wir sehen vorne so ein paar, ja auch Roll- und Tapeband, die davor klebt werden mussten. Da gab es die Berührung mit dem Gatspeed AMG, Ausgang Karussell ist er eben da einmal ziemlich heftig draufgeknallt. Da war alles gut, Auto hält. Und ja, die Taktik von Audi mit den nur zwei Werksautos, mit der 15 und der 22, sie scheint aufzugehen, Plätze 1 und 4. Matthias, wie sieht es unten aus? Kannst du schon erkennen, welche Reifen kommen? Katzlix, Katzlix, man hat sich entschieden, auch auf die Katzlix zu gehen. Und Calvin van der Linde, der natürlich hochkonzentriert ist und sitzen bleibt. Die Tür ist nicht aufgegangen. Calvin, der im letzten Jahr ja auch in der DTM um die Championship, um die Meisterschaft gekämpft hat. Am Ende war es dann ein ganz bitteres Finale für ihn. Aber der sitzt drin und ich gucke mal, ob er uns ein paar Handzeichen gibt oder nicht. Nee, der ist sowas von im Fokus und sowas von im Timmel. Aber die hat es gerade angesprochen und das kann man von hier vorne wirklich herausragend sehen, wenn man direkt vorm Auto ist. Hier ist wirklich so viel Gaffermann, so viel Panzertape verarbeitet worden, irgendwie, dass das alles noch hält. Aber es scheint zu halten und der Erfolg gibt der Mannschaft natürlich auch recht an dieser Stelle. Jetzt wird nochmal kurz gesprochen hier. Tür flog auf, zack, Tür wieder zu. Calvin gut drauf, konzentriert. Jetzt winkt er da gerade. Also, er ist sogar noch so locker, dass wir miteinander kurz ein bisschen sprechen können. Das Auto nicht sprechen können, dass wir zumindest verbal sprechen können. Das Auto wird wieder runtergebockt. Also, jetzt geht's los. Jetzt ist Calvin van der Linde gleich auf der Reise. Ist er auf der Reise zum Gesamtsieg hier bei den 24 Stunden am Nürburgring, bei der Jubiläumsausgabe? Das ist die große Frage und er ist nicht alleine. Wir denken natürlich genauso an seine Partner, die durch die Nacht gefightet haben, die durch die Nacht gekämpft haben. Und er hat selber gestern Nachmittag noch zu mir gesagt, das Auto muss halten. Wir müssen irgendwie durch die Nacht kommen und dann haben wir eine Chance. Das ist Calvin van der Linde, der ja übrigens einen Doppeljob hier hat. Der war ja auf zwei Autos unterwegs. Das andere Auto mittlerweile ausgefallen, dass es gestern Abend spät bzw. in der frühen Nacht passiert. Aber dieses Auto, das fährt jetzt um den Gesamtsieg. Wenige Sekunden noch, dann geht er auf die Reise. Eine Stunde 20, das reicht nicht, um komplett durchfahren zu können. Da wird er noch mal eine oder zwei Runden vor Schluss noch mal reinkommen müssen, noch mal so für zwei Runden Sprit nachtanken müssen. Was haben wir, 13 Liter Sprit wurde immer gesagt, das brauchst du pro Hunde. Ja, 105 Liter Tankinhalt, 8 mal 13, ja passt in etwa. Also 13 Liter, das heißt, da muss er nachher noch mal so ungefähr 26 plus ein bisschen Reserve. Ja, gut und gerne 30 Liter Sprit noch mal nachtanken. Das heißt, es ist raus für Calvin van der Linde. Und der Ernst Moser, der war ganz entspannt, tief und entspannt, alles gut. Wir hatten ja eben gesagt, er hat schon fünfmal das 24-Stunden-Rennen gewonnen. Und jetzt ist er auf einem guten Weg zum sechsten Sieg. Denn der Vorsprung auf die zweit- und drittplatzierten AMG GT3 aus dem Hause Gatspeed, der ist groß genug. Die sind noch nicht ans Startenziel und er hat schon seinen Stopp absolviert. Maru Engel, der wird jetzt auch reinkommen im Gatspeed-Auto. Den sehen wir hier in der Anfahrt der Hohenrein-Schikane noch einmal rechts rum, dann links rum. Und dann ist es auch seine siebte Runde, die er schon absolviert hat, die achte Runde, die er jetzt absolviert hat. Und nun ist klar, dass er dann ebenfalls jetzt reinkommt, seinen, ja auch vorletzten Stopp, selber Rhythmus wie bei Calvin van der Linde. Aber halt mit einem riesen Rückstand, drei Minuten 47 der Rückstand für ihn. Wir haben es gesagt, Ernst Moser wirkt da sehr entspannt. Der hat schon einige Gesamtsiege nach Hause gefahren. Calvin van der Linde kennt das Gefühl auch. Der hat hier 2017 hier mit Audi siegen können. Seine Teamkollegen, Frederik Werwisch und Ries van Tor, auch die waren schon auf der Siegerstraße. Nämlich das zuletzt 2019, genau mit der Phoenix-Truppe. Also, die Mannschaft kennt das für Robin Freins. Er ist eine Premiere hier auf dem Nürburgring. Aber ich glaube, so genau rechnen die noch nicht so genau nach. Die warten jetzt einfach noch die verbleibende Distanz. Ja, und Matthias Kehrling ist weiter unterwegs in Sachen Boxenstops bzw. Reifentechnik. Ja, der Kollege Patrick Simon, der war gerade schon da und der hat mich auf einen ganz interessanten Fakt aufmerksam gemacht. Und hier gab es gerade so ein bisschen, nee, nee, keine Sorge, wir filmen nichts, ich erzähle es nur. Also, es gab die Situation gerade hier bei Audi, dass so ein bisschen diskutiert worden ist rund um das Thema Reifen. Denn die Reifen von Calvin van der Linde, die wurden hier in einen Raum gebracht. Und dann sind vom Veranstalter tatsächlich zwei Herren hinterher. Und die werden jetzt diese Reifen vermessen. Und dann gab es ein bisschen die Diskussion, weil die Mechaniker gesagt haben, naja, wir wollen diese Reifen ja vielleicht nochmal draufziehen. Diesen Karsling, der jetzt hier gerade auf dem Auto von Calvin van der Linde war. Und ich habe dann die Herren der Organisation gefragt, ich sage, was machen wir, was ist das dahinter? Und die haben gesagt, es ist eine routinemäßige Vermessung, die jetzt möglicherweise dann auch später noch stattfindet. Da ist man sich noch ganz einig. Aber wir sehen, auf allen Ebenen wird gekämpft, auf allen Ebenen wird auch diskutiert. Und das ist eben auch typisch für diese Schlussphase hier bei den 24 Stunden. Die Trickkiste ist riesengroß und mal schauen, was sie noch für Finden legen wollen. Hier bleibt der eine Stunde und knapp 17 Minuten. Also ich bin mir sicher, die Herren Osiecker und Moser, die kennen sich bestens. Und die werden da wohl nicht gegenseitig irgendwelche Finden legen, obwohl sie es vielleicht gerne tun würden. Aber Fakt ist, bei Maru Engel wäre jetzt Slickreifen. Das ist im Prinzip die letzte Möglichkeit hier, auf ein kleines Wunder auf der Strecke zu hoffnen. Dass die Strecke schnellstmöglich abtrocknet, die geschnittenen Slicks eher in die Knie gehen, wie uns das auch Frank Stibler eben eindrucksvoll erklärt hat. Und dass man dann mit diesem Poker, mit dem Reifen, der jetzt mutmaßlich noch nicht so stark ist, in der Schlussphase doch noch das richtige Ende erwischt. Ja, es gilt es zu beobachten, wie es gleich weitergeht. 50 Sekunden der Abstand von Adam Christodoulou auf Calvin van der Linde. Und wir sehen hier das Auto mit der FIA Maru Engel. Ja, gut und gerne. Eine Stunde 15 reicht immer noch nicht zum Durchfahrer. Oder eine Stunde 15, 18 Minuten, acht Runden. Ja, wird eine ganz knappe Nummer. Natürlich auch bei Calvin van der Linde zu beachten. Der wird dann auch noch, ich habe eben gesagt, der muss noch mal kurz reinkommen, für ein paar Liter nachzutanken. Wird dann auch höchstwahrscheinlich noch den Fahrer wechseln müssen. Denn Uwe, das hatten wir eben gesehen, es war noch 2 Stunden 40 zu fahren, als er reingegangen ist und 2 Stunden 30 darfst du nur. Aber das ist ja überhaupt kein Problem. Dann gehst du halt einfach raus und egal, wer dann für ihn kommt, ob es Santris Vanto ist, Frederic Vavich oder auch Robin Freins, das sind natürlich allesamt Vollprofis, allesamt Spitzenklassenfahrer, die überhaupt kein Problem haben werden. Auch nur für ein oder zwei Runden dieses Tempo mitgehen zu können und sich auch für zwei Runden höchst konzentrieren können. Weil noch ein weiterer Aspekt hinzukommt, jeder Fahrer möchte gerne die Ehre haben, die letzte Runde zurücklegen zu dürfen. Die letzte Runde, noch mal euch, liebe Fans, zujubeln zu können, während wir hier die Startmahl 23 mit einem Dreher im Karussell sind. Also gute Einlage hier, ohne anzuschlagen, das ist der Linespeed by Car Collection Audi von Dennis Fetzer, Klaus Koch, Dennis Marshall und Simon Reicher. Das war der Dennis Fetzer, der also hier diesen Stunt hingelegt hat. Wie gesagt, in den meisten Fällen schlägt man bei so einer Aktion ein. So eine Aktion, hat er vielleicht gestern ein bisschen zu lange Geburtstag gefeiert, hat er nämlich gestern Geburtstag, wo er vielleicht am Abend noch noch einen Gin Tonic zu viel getrunken hat. Natürlich nicht Fetzer, ist auch Profi, der trinkt natürlich kein Alkohol, wenn hier irgendwie ein Rennen ansteht. Aber ja, ich hatte am Freitag mit ihm noch diskutiert, als es darum ging, sein Top-Qualifying, er war total enttäuscht, hatte eine Zeit, da war er fünf, sechs Sekunden zu langsam, langsamer als das, was er sich erhofft hatte. Und dann habe ich ihn gefragt, hast du einfach zu viel Druck dir selber gemacht? Da sagt er, ja, er war einfach zu übermotiviert und er wollte unbedingt, und dann hat er das Auto komplett überfahren, die Reifen nicht so auf Temperatur gebracht, wie man sie hätte bringen müssen, Auto überfahren. Und dafür ist einfach die Spitze da in diesem absoluten Weltklassefeld zu groß. Und dann hast du fünf, sechs Sekunden verloren, dann bist du auf einmal anstatt in den Top Ten irgendwo auf Platz 18 im Training. Und das war für ihn eine Enttäuschung, er sagt, aber aus der Aktion, da lernt er, er muss einfach lockerer bleiben, wenn sowas ansteht wie Top-30-Qualifying hier beim 24-Stunden-Rennen. Der Blick auf die Sektorenzeiten verrät uns, dass sie mehr oder weniger identisch sind zwischen Kevin van der Linde und Adam Christodulo. Christodulo, wir haben es gesagt, jetzt mit Slicks unterwegs. Gut, die könnten sich natürlich weiter verbessern, je nachdem, wie schnell die Fahrbahn abtrocknet. Aber im Moment sind die innerhalb der Sektoren nahezu identisch. Zwei, drei Zehntel im Normalfall der Abstand. Das heißt also, wenn es abtrocknen sollte, dann spricht vielleicht noch das eine oder andere für den Get-Speed Mercedes, der mit Rückstand von 50 Sekunden, 49,8 Sekunden geführt wird. Aber wenn es bei den Verhältnissen bleibt, dann würde ich sagen, Vorteil für die Phoenix-Mannschaft. So würde man es ja auch beim Tennis formulieren. Wir haben es ja thematisiert, man bleibt bei der gleichen Reifenwahl. Der eingefahrene Pilot, der genau weiß, wie es draußen aussieht, mit Calvin van der Linde ist im Auto sitzen geblieben. Also kein Risiko eingehen. Also im Falle von Adam Christodulo, ein bisschen höher ist das Risiko, weil er kann noch nicht ahnen, wie feucht es draußen ist. Natürlich gibt es da kurze Ratschläge und Tipps vom übergebenen Fahrer, also in dem Fall von Maximilian Würz. Aber nichtsdestotrotz, wenn man es mit eigenem Auge gesehen hat oder mit dem eigenen Popometer gespürt hat, wie viel Kripp draußen ist, dann ist das sicherlich sehr viel vertrauenserweckender als auf Zuruf. Sei es drum, es sind Profis, die wissen mit der Situation umzugehen. Und das bestätigen sie bislang auch, indem sie halt das Auto wirklich schnell und sauber um den Parcours bewegen. Die 24 ist wieder rausgefahren. Das ist die Mannschaft auf der achten Position. Das sind also Alexander, der Christopher Mies natürlich, Christopher Mies, der jetzt auch am Lenkrad dreht, mit Patrick Kolt, Matthias Trudi und Patrick Niederhauser für die Audi Sport Team Car Collection Mannschaft. Insgesamt muss man sagen, Audi, die Marke des Tages, sieht sehr nach Gesamtsieg aus. Es sieht im Moment so aus, als könnten wir zumindest mal in der Gegend um Platz 3 kämpfen mit dem Car Collection Audi. Wir sehen auf Platz 6 den zweiten privaten Phoenix Audi. Wir sehen auf achten Audi. Wir sehen auf 15 Audi, der einzige Audi R8 LMS, den es erwischt hat. Das war die Nummer 5, das Auto von Frank Stiebler, von Vincent Kolt, von Riccardo Feller. Und halt auch von dem Mann, der jetzt hier am Lenkrad kurbelt, der ja auf beiden Autos startete. Und dann an der Stelle, wo er jetzt gleich in ungefähr 6, 7, 8 Sekunden sein wird, gestern Abend oder heute vielmehr in dieser Nacht einen heftigen Unfall hatte, da ist er hier rausbeschleunigt, alles gut gewesen. Und dann war da ein Missverständnis, da hat ein Auto rechts geblinkt. Und er ist auch rechts vorbeigefahren. Das war natürlich der Fehler, das darfst du nicht machen. Und deshalb war das frühe Ende für den Phoenix Audi mit der Nummer 5. Wechsel auch beim Team GT Tires, das Girls Only Team. Carrie Schreiner, Celia Machter, Fabian Wulvent und Pippa Mann, die US-Amerikanerin, die ja da kurzfristig eingesprungen ist, nachdem Christina Nielsen das Projekt verlassen hatte. Also ich glaube, das ist Carrie Schreiner, die ausgestiegen ist von der Körpergröße her. Uwe dürfte die Carrie sein. Genau, schauen wir mal, wer den Schlussturn fahren darf. Vielleicht an der Stelle anmerken. Schnellstes Auto im Moment im Rennen ist die Scuderia Klickenhaus auf der Gesamt 14. Position. Also Philippe Fernandes-Laser, der ist derjenige, der mit 8,17 93 schneller ist als die Gesamtspitze, schneller ist als die Verfolger. Und einen großen Sprung wird es da in der Ergebnisliste nicht mehr geben. Platz 13, vielleicht noch in Reichweite. Aber da sitzt Nico Menzel jetzt am Steuer des Uber Porsche. Der weiß auch, wo es hier lang geht auf der Nürburgring-Nordschleife, sodass sich das, glaube ich, als sehr, sehr große Herausforderung hier darstellen wird, sollte man hier nochmal die ein oder andere Positionsverbesserung anpeilen. Girls Only Team mit der 220 geht raus. Und ich gebe nochmal runter zum Matthias Klicken. Oli, vielen herzlichen Dank. Andrew Engelmann ist bei mir, der gerade mit der 310 für Max-Cruise-Racing unterwegs gewesen ist. Und wir haben das gesehen, dass es da ein Problem gab. Andrew, what happened? Ich war ein Pass auf eine slower Fahrt, um zu Flensgarten zu kommen. Und ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Und er hat die Rear geschlossen. Und ich spielte, ich spielte die Wallen. Und die Fahrt war, unfortunately. So, wir können nicht weitergehen. Wir waren für P1. Das ist Racing. Das ist diese Runde. Das ist ein tolles Runde. Das ist die beste Runde in der Welt. Das ist die größte Runde in der Welt. Also, es ist, was es ist. Wir haben uns bestellt. Also, da ist er natürlich enttäuscht. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wir können uns auch den Schaden vielleicht... Let's go to the car. Maybe we can see something more. Einfach nochmal einmal ganz kurz anschauen. Entschuldigung einmal hier, dass man sehen kann. Also, da ist er richtig eingeschlagen. Now, it's over, he? Yeah, it's over. The shock is broken. The rear control arm is broken. There's no way we can fix it. If we can make one lap, we would still finish P2. But we can't even finish one more lap, so... It's a pity. Thank you so much. All the best to see you next year. Hopefully. Andrew Engelmann. Soweit die Infos. Das ist die Enttäuschung natürlich spürbar. Das überrundete Fahrzeug war auch ein Fahrzeug mit einer weiten Anreise. Gilt auch natürlich für die Piloten. Ähnlich wie Andrew Engelmann. Das war nämlich der thailändische Toyota mit der 19 oder 120. Das konnten wir auf die Distanz nicht erkennen. Der da offensichtlich eine andere Linienwahl im Bereich Pflanzgarten bevorzugte. Bevorzugte, ja, eine bevorzugt schnelle Linienwahl sehen wir zum wiederholten Male bei der 15. Bei Calvin van der Linde, der hier natürlich konstant schnell seine Runden dreht. 8 Minuten 19 wird jetzt im Verfolgerfeld gefahren. Müssen auch aufpassen, wer kommt denn bald dann noch wieder in die Box. Maxi 22, bereits vor einigen Augenblicken abgebogen mit Christopher Hasel. Der Schubert BMW, der wird dann in Bälde erwartet. Und wir gehen wieder runter zu Matthias Killing. Ja, wir laufen hier rum und dann laufen uns die Dinge quasi in den Weg. Und dieses Auto, das hat uns ja gestern Nachmittag wahnsinnig viel Freude gemacht. Das ist der Lambo, den wir hier sehen, der durchgehalten hat. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Die haben ja gestern wirklich ganz, ganz stark losgelegt. Jordan Pepper, der auch jetzt gerade wieder drin sitzt, der hat gestern Nachmittag wirklich um die Führung gekämpft. Da ging es dann ordentlich zur Sache, dann gab es Probleme. Aber die haben sich durchgefightet, die haben sich durchgekämpft. Und wenn jetzt nichts Wildes passiert, dann wird Jordan Pepper oder vielleicht noch einer der Kollegen dieses Rennen dann auch in diesem Lambo zu Ende fahren. Immer wieder auch mit Problemen, auch hier. Das haben wir auch in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen. Also Jordan Pepper geht jetzt gleich hier wieder auf die Reise. Und wir sehen auch weitere Autos, die zum Boxenstopp kommen. Also jetzt gerade noch mal ein bisschen was los hier. Schauen wir mal. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch ein bisschen mehr passiert. Nehmen wir das noch mit, wie Jordan auf die Reise geht. Jordan auf die Runde. Der war gerade gut drauf, hat noch gewunken und hat so ein bisschen noch Zeichen gegeben. Der Mann, der ja mit den Van der Linde-Brüdern im Allgäu lebt. Das ist die schnellste WG Deutschlands. Calvin Sheldon, Van der Linde und Jordan Pepper, der ist jetzt mit dem Lambo wieder draußen. Ja, und wenn Matthias Killing den Jordan Pepper auf die Reise schickt, dann mache ich mich auch mal auf die Reise. Auf die Reise noch nicht nach Hause, sondern irgendwo aufs Boxen. Darunter soll ich natürlich das Finale intensivst beobachten. Ich möchte mich bedanken. Es war ein Riesenrennen, hat mir Riesenspaß gemacht. Ich habe mich mal wieder so ein bisschen Blutdruck nach oben geschnellt, denn es war ein unglaubliches Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an die Kollegen hier in der Kabine, an Eddie, Lars und Uwe. Und natürlich die Leute unten in der Boxengasse, an Emily, Patrick und Matthias. Und insbesondere an unsere Crew, die nicht im Mikro oder am Mikro waren oder an der Kamera. Danke an die gesamte Mannschaft von Nürburgring TV und Sport total. Tschüss. Ja, vielen Dank, lieber Olli. Im Namen der ganzen Mannschaft kann ich das auch so zurückspielen. Es war wieder ein Vergnügen. Wir beide werden sowieso demnächst wieder gemeinsam das Vergnügen haben. Und vielleicht treffen wir uns ja nachher noch auf eine Kaltschale. Also eine Stunde und vier Minuten haben wir noch auf der Uhr. Wir haben schon mal so die ein oder anderen Denkmodelle durchgespielt. Das können wir gleich fortsetzen, geben noch mal runter zu Matthias. Und jetzt ist es da. Und jetzt ist das Mikro doch da. Also auch natürlich hier ein kleines Entschuldigung. Wir wollen euch das einfach noch mal ganz kurz zeigen. Also Nico Bastian beispielsweise hier auf dem Mercedes von Hubert Hauptracing von HRT. Auch das Auto, was uns viel Freude gemacht hat mit der Startnummer 6. Nico, der auch hier noch mal winkt. Auch er ist gut drauf. Sehr schön. So soll das natürlich auch sein. Der Wagen wird runtergebrocken. Und das ist ein Sound. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, ob man das so rüber bekommt. Aber das wuppert hier richtig. Das ist so geil. Das macht so einen Spaß, das natürlich jetzt da noch hier zu spüren. Und jetzt wartet er. Die letzten Sekunden laufen runter. Und dann geht Nico Bastian in die letzte Stunde. Ihr habt es gerade gesagt, eine Stunde, drei Minuten noch. Und dann geht das hier los. Herrlich. Mehr geht nicht so schön, diese 24 Stunden. Und wir freuen uns jetzt gleich auf eine spannende Schlussstunde. Drei Minuten dauert es noch. Und für ihn dauert es noch. Ja, wie viele Runden? Das ist die spannende Frage. Wir sind bei 8 Minuten 23 angekommen. Ab 16 Uhr gilt es, die Ziellinie als Spitzenreiter zu überfahren. Bei den Ingenieuren hat man längst gerechnet, wie viele Runden es exakt sein werden. Wir, Eddie, freuen uns jetzt auf ein packendes Finale. Eines würdigen Jubiläumswochenende. 50 Jahre, 24 Stunden Rennen mit einem Traumwetter am Freitag, Samstag und auch am Donnerstag. Heute war es unterhaltsamer, abwechslungsreicher, sagen wir es mal so. Aber keiner hat so richtig frieren müssen. Und ich denke, das war eine tolle Mission. Absolut. Adam Christodoulou sehen wir hier. Wir haben noch eine Stunde, zwei Minuten. Ja, und dann stellt sich natürlich vor allen Dingen die Frage, wer löst denn Calvin van der Linde? Der, glaube ich, wenn da jetzt nichts mehr schief geht, wenn da jetzt alles glatt geht, den entscheidenden Vorsprung rausgefahren hat. Wir waren ja mal ganz dicht zusammen. Ja, und dann eben mit dem Reifenvorteil Calvin van der Linde in beeindruckender Manier. So ähnlich wie bei seinem Sieg 2017, an dem er ja auch beteiligt war. Damals dieses Herzschlag-Finale mit Conor de Filippi, Christopher Mies, Markus Winkel. Okay, wir fanden Linde auf dem Auto. Aber kaum sage ich es und da passiert schon wieder was. Heftigster Abflug da. Eingang Döttinger Höhe. Da liegen jede Menge Teile. Das ist die Startnummer 18. Das ist Dennis Olsen, Earl Bamber, Nick Tandy, der KCMG-Porsche. Oh mein Gott. Der bestplatzierte Porsche haut sich da kurz durch den Schluss raus. Auf neun. Auf neun. Und ich habe vorhin mehrere Porsche-Verantwortliche gesprochen. Die sprachen von einem schwarzen Wochenende. Und das wird jetzt noch schwärzer in diesem Moment. Das einzige Porsche-Auto in den Top Ten ist raus. Und hoffentlich ist da jetzt alles glatt gegangen. Da liegen die Teile weit, weit, weit verstreut. Ist ja klar, Uwe, das ist eine Passage. Da versucht man den ganzen Schwung mitzunehmen. Da gibt es nur voll. Und das ist in die Hose gegangen. Bei Dennis Olsen, der auf dem Auto war, der schnelle Norweger. Er war phasenweise mit der Schnellste im Starterfeld. Er wollte vielleicht noch ein bisschen was gut machen. Und hat es dann offensichtlich übertrieben. Wir konnten nicht erkennen, ob da ein anderes Fahrzeug beteiligt war. Was an der Stelle gerne schon mal passiert, wenn man mit Überschussgeschwindigkeit aufläuft. Also können wir jetzt nicht aufklären. Das werden wir vielleicht schaffen, jetzt in den verbleibenden 60 Minuten, wenn wir da jemanden verantwortlichen am Mikrofon bekommen. Aber ja, die Dramen, die reißen hier einfach nicht ab. Damit ist Patrick Pillay das schnellste Fahrzeug aus zu von Hausen. Die 33 der Falken-Porsche. Ja, und wir haben hier oben gewechselt. Unten wird auch gewechselt fürs Finale. Fürs Finale wird gewechselt Patrick Simon wieder hier gut erholt, hoffentlich. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, Patrick. Danke für die Aufnahme in euer Team. Und das war einfach unfassbar. Unfassbare 24 Stunden, bisher 23. Die letzte läuft. Dir dabei viel Spaß. Ich schaue dir zu und freue mich drauf. War mir ein Fest. Vielen Dank. Und ich würde sagen, du darfst wiederkommen. Patrick Pillay, Hatzenbach. Immer noch die Fans da, die Tribüne. Wenn ich hier aus dem Fenster schaue, picke, packe, voll. Man sammelt sich fürs Finale. Hier oben bei Stasi. Wer gewinnt die ADAC Total Energies? 24 Stunden in der 50. Edition. Die Bedingungen sind jetzt wieder gut. Und jetzt einfach mal regulär zu Ende fahren. 58 Minuten haben wir noch. Und wir haben immer noch, denn es sind bei der letzten Überfahrt nur 46 Sekunden gewesen. Einen Zweikampf an der Spitze zwischen dem Mercedes mit der Startnummer 3 und dem Audi mit der 50. Und das ist die Geschichte des Rennens. Das ist das Drehbuch, was wir hier erlebt haben. Die Startaufstellung so voll wie nie. Die Tribüne so voll wie nie. Über 200.000 Zuschauer. Luca Ludwig im Ferrari auf der Pole Position. Und Uwe sehr diszipliniert. Die Startphase. Ferrari gegen BMW hieß das Duell in Startreihe 1. Aber auch die Verfolger mischten da bereits frühzeitig mit. Starkes Duell. Aston Martin gegen BMW. Hier am Ende dieser AMG Arena. Seite an Seite ziehen sie raus. Und diese Duelle setzen sich fort. Und auch innerhalb der Familie Fantor mit einem dramatischen Ausgang. Der Titelverteidiger, der Mantai-Porsche, kommt von der Fahrbahn ab mit etwa 260 kmh. Kernschrott kann man vermuten bei Lorenz Fantor und seinem Porsche. Und damit frühzeitiges Aus für die Titelverteidiger und der Mantai-Truppe. Mit Dramatik auch bei Felix von der Laden, dessen KTM hier Feuer fängt. Er sucht die Nähe der Streckenpost, die Feuerlöcher, um den Brand schnell löschen zu lassen. Die kommen auch schnell, die Helfer. Aber das Fahrzeug setzt sich in Bewegung. Es gibt keine Handbremse. Felix von der Laden bleibt lange drin. Muss aber irgendwann flüchten, um sich selber nicht gesundheitlich zu bewerten. Das Auto fährt die Rampe quasi runter, die gerade runter Richtung Fuchsröhre. Um hier höchst dramatisch an der Leitplanke liegen zu treiben. Dennis Olsen scheint okay zu sein. Das mal eben kurz weg hier von den Highlights. Muss aber ins Medical Center. Wir halten euch auf dem Laufen. Hier, Sheldon van der Linde. Da ist was gebrochen am Auto. Wir haben die Funken gesehen. Damit ein weiteres Favoritenfahrzeug. Raus aus der Verlosung. Der Rover Racing BMW M4 GT3. Komplett zerstört nach dem Abflug von Sheldon van der Linde. Calvin van der Linde auf zwei Autos genannt. Und zum Beispiel auch auf dem Audi mit der Startnummer 5. Der Nächste im Bereich des Grand Prix Kurses mit diesem Manöver. Also dann nur noch ein Eisen im Feuer für den Gesamtsieger des Jahres 2017. Und mit dem führt er aktuell das Rennen gerade an. Der Zwischenzwald zwischen Nico Müller und dem Falken Porsche mit der Startnummer 44. Und Achtung, jetzt gibt es noch einen mit. Wer los im Falken Porsche? Auch da gab es dann natürlich eine Diskussion. Der ein oder andere bekam eine Mütze Schlaf. Viele, viele Zwischenfälle. Und die hören ich auf, wie wir gerade gesehen haben. Oder wie wir hier auch sehen. Max Hesse im BMW Juniorenfahrzeug. Der nächste Komplettausfall. Schnell waren sie, aber eben mit einer zu hohen Fehlerquote das zweite Mal eingeschlagen. Maximilian Götz, Schrecksekunde auch für ihn. Er rutscht hier im Ahrenberg ins Kiesbett ein. Porsche hat da etwas Kühlflüssigkeit verloren. Aber er findet den Weg wieder zurück, um das Duell um den Gesamtsieg spannend zu halten. Auch hier immer wieder die engen Manöver aus dem Windschatten raus. Also es wird gefightet hier bis zum Ende der 24-Stunden-Distanz. Kein Zentimeter wird hier verschenkt. Der Schubert BMW, der letzte aus der Münchner Truppe, der noch Siegchancen hat. Zwischenzeitlich, aber in Nöten. Wie hier im Metzgesfeld bei Einsetzung regen. Knallt er in die Leitschienen hinein. Verbiegt sich dabei eine Felge. Und Kelvin van der Linde kann in dieser Situation die Führung übernehmen. Probleme in der gleichen Situation. Nicht nur für den BMW, sondern auch für den Klickenhaus. Ein paar Meter weiter dahinter. Alexander Simms zu diesem Zeitpunkt auf dem Auto. Schadensbegrenzung, aber ja und dann wie immer das Wetter. Mit den Kapriolen in der Eifel. Typisch. Strecke halbtrocken, halbnass. Und die schwierige Frage, was für Reifen eigentlich aufzuziehen. Das ist der Audi. Vielleicht das Fahrzeug der Schlussphase. Wir haben ja noch 54 Minuten. Scheibenwischer im Einsatz. Kelvin van der Linde mit einem bärenstarken Stint, den er da gefahren ist. Sensationell. Und das ist der reale Abstand zum Get-Speed Mercedes mit der Startnummer 3. Zwischendurch war es ganz, ganz eng geworden. Aber bei der Reifenwahl gehen die beiden konkurrierenden Teams unterschiedliche Wege. Geschnittene Slicks bei feuchter Fahrbahn für den Audi-Pilot, für Kelvin van der Linde. Während man bei Get-Speed auf Slick-Reifen vertraut. Also die Taktik ist unterschiedlich. Und am Ende müssen wir mal schauen, wer hat hier den richtigen Griff ins Reifenregal getätigt. Es war zeitweise ein Duell auf Augenhöhe und das hat sich mittlerweile ein bisschen verändert. 44 Minuten. Dennis Olsen im KCMG Porsche mit der Schrecksekunde. Der bestplatzierte Porsche, also eingangs Döttinger Höhe, rausgeflogen. Sah heftig aus, der Einschlag. Viele, viele Teile. Ja, da sehen wir hinten eigentlich keine Radabdeckung mehr. Also, er wollte vielleicht noch ein Stück nach vorne. Und ja, gucken wir hier drauf. Da nicht zu erkennen, was los war. Und jetzt hier, ja, er verliert einfach das Auto, Uwe. Ja, und dann schlägt er da ein. Und da gibt es ja nur Vollgas an der Stelle, weil da kommt die Döttinger Höhe. Da wollen sie den kompletten Schwung mitnehmen. Und das ging mal ordentlich in die Hose. Also, vielleicht, vielleicht der schnelle Norweger ein bisschen übermotiviert. Nico Müller filmt uns hier die Szene nochmal danach im Auto mit der 22. Nico Müller aktuell auf der fünften Position. Und wir fahren mit beim momentan Sippplatzierten. bei Raffaele Macielo. Mercedes-AMG-Team Bildstein. Bei HRT. Auch die mit einem starken Rennen. Wenn man hier in den Top Ten ist, dann ist das aller Ehren wert. Schlüpft da in der Mitte durch. Also, da war auch nicht viel Platz. Es bleibt eng. 51 Minuten noch. Und in 51 Minuten werden wir dann die Frage beantworten können. Wer gewinnt das Ding hier? Patrick Pelé im 33er Falken Porsche. Mittlerweile der beste Porsche auf Platz 10. Ein Desaster für den Hersteller des Vorjahres Siegern. Ja, dahinter sehen wir die 25 als zweitbestes Porsche-Team. Im Moment auf der 12. Position bereinigt um den Ausfall des KCMG-Porsches. Also, bei Porsche lief nicht viel zusammen. Bei Falken hatte man auch so den ein oder anderen Tiefschlag. Und macht sich wundern, trotzdem bestplatziertes Porsche-Team zu sein. Also, die Liste der Verlierer, die wird an diesem Wochenende ziemlich lang ausfallen. Da haben wir auch bei BMW einiges zu verbuchen. Unsere Exoten sind zum Teil noch dabei. Der Lambo, der nicht unbedingt das Vorbild an Zuverlässigkeit in der Vergangenheit gewesen ist, der ist noch mit dabei auf einer schönen 11. Gesamtposition. Mit Jordan Pepper am Steuer. Der Mann, der ja auch teilweise in der Anfangsphase die Führung inne hatte. Jordan Pepper und Patrick mit interessanten Gesprächspartnern wie immer. Ja, Stefan Wendel, der Head of AMG Customer Racing. Das wird ein ganz, ganz verrücktes Finale. Wir hatten so ein bisschen Wetterkapriolen. Momentan schlägt das Pendel Richtung Audi aus. Aber das Duell um Platz 2 und 3, gerade auch mit dem BMW von Schubert Motorsport, einem deiner alten Arbeitgeber, ist durchaus spannend. Ja, auf jeden Fall. Und das geht ja nun schon einige Stunden, eigentlich durch die ganze Nacht. Nach diesem intensiven Auftakt können sich, glaube ich, jeder Motorsport-Fan freuen, so ein tolles Rennen erleben zu können. Und wir werden sehen, jetzt der Unfall von dem KSMG-Porsche hat das Ganze noch mal dramatisiert, weil ausgerechnet der Schubert BMW noch mit einer Double Yellow durchgekommen ist und der Audi von Müller und auch von Maro dann in der Fullcross in einer Code 60 hängen geblieben ist. Da kommt ein zusätzlicher Zeitverlust dazu und ich denke, das wird immer ganz eng. Also das sind die Kleinigkeiten am Ende. Was aufgefallen ist, es war jetzt beim letzten Boxenstopp viel Bewegung von den offiziellen rund um die Reifen, die runtergekommen sind von den Autos, sowohl beim führenden Audi, aber auch bei den AMG-Fahrzeugen. Was hat es damit auf sich? Ja, davon war ich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, aber kann ich nichts Genaues zu sagen. Die Reifen bekommen wir von unserem Partner Michelin und ich gehe davon aus, dass das natürlich alles in Ordnung ist. Aber in der Vergangenheit gab es immer so mal mit einem Cuttermesser nochmal Slicks, also beziehungsweise nochmal Streifen reinzuziehen, damit die Temperatur, die Oberfläche gebrochen wird, damit Temperatur entsteht, gerade bei so einem Wetter, wie wir hatten. Das ist keine Relevanz in dem Fall. Nein, das ist verboten, das ist ganz klar definiert und da geht es ja nicht um das Cutten, weil wir sind Cutted Slicks gefahren, das heißt diese breiten Grooves in die Oberfläche hineinzuschneiden und das macht Michelin und das andere, was verboten ist, ist Seipen. Das ist also mit einem Cuttermesser einfach kleine Striche rein, um den Gummi weich zu machen und das war definitiv nicht der Fall. Also wir hatten den Eindruck, weil man überall zu Gange war von den Offiziellen. Was können wir, was kann der Fan sich fürs Finale jetzt noch versprechen? Ein spannendes Finale, was soll ich sagen? Und nochmal spannende, was sind das? Ein und eine dreiviertel Stunde? Und ich glaube auch ganz vorne ist noch nichts geben, wir werden nicht aufgeben, wir werden weiter pushen und versuchen neben Calvin das Leben schwer zu machen. Also es sind noch genau 15.11 Uhr, 15.12 Uhr, 16 Uhr ist das Ding zu Ende, es bleibt spannend und wir bleiben dran. Ja, die Frage ist auch, Calvin van der Linde, sein Vorsprung, letzte Runde von ihm, eine 9.17, 47,5 Sekunden auf Adam Christodolo. Das 50 Jahre BMW M-Design, Jesse Krohn im Schubert BMW auf der 4 notiert. Da geht es vielleicht noch mit ein bisschen Glück ums Podest gegen Maro Engel im Moment im Gatspeed Mercedes. Hier die Schubert Mannschaft. Letzter Boxenstop bedeutet das, da klatscht man sich ab. Schubert ja mit dem Traumwochenende, letzte Woche Doppelsieg, ADAC GT Masters Red Bull Ring, Doppelsieg mit Sheldon van der Linde am Lausitzring. Ja und jetzt schon wieder mit dem Top-Ergebnis, bester BMW. Obwohl auch da, ähnlich wie bei Porsche, war eigentlich mehr zu erwarten von der BMW Armada. Hatte sich so viel vorgenommen zu diesem Jubiläumsrennen, nicht nur 50 Jahre ADAC, 24-Stunden-Rennen, sondern 50 Jahre M-Sport, BMW Motorsport. Am Dienstag war der Geburtstag offiziell mit einem Riesenprogramm, mit einem Sonderrennen, mit einer tollen Ausstellung auch hier am Norbergring Boulevard. Und die Krönung wäre, ja, wir wissen es, wäre, hätte, wenn. Aber in diesem Jahr reicht es vielleicht noch zu einer Podiumsplatzierung. Wir werden das natürlich für euch, liebe Fans, beobachten, auch mit dem Blick auf die Rundenzeiten. 46 Minuten und 37 Sekunden haben wir noch. Da muss man nicht mehr rein. So viel ist klar bei der Konkurrenz. Gehen wir davon aus, die müssen alle nochmal in die Box abbiegen. Zum Beispiel auch zum Fahrerwechsel, wie bei der Startnummer 15 bei Kevin van der Linde. Also da gibt es noch so den kleinen Spannungsfaktor im Verfolgerfeld, wie auch um die Frage, kann Mercedes hier im Schluss-Turn doch noch das Ruder herumreißen zugunsten der Gatsby-Mannschaft, zugunsten von Adam Christodudu, der jetzt am Steuer sitzt, um hier natürlich alles herauszuholen. Langsame Fahrt hier hinter dieser Code-60-Phase. Und jetzt erst kann Kevin van der Linde wieder Freigas geben. Das kostet natürlich für alle gleich viel, aber schnell wurde da aufgeräumt an der Unfallstelle des KCMG-Porsches. Da hatte ich Bedenken, dass wir da eine längere Geldphase haben. Umso besser, Eddie, freies Fahren für freie Bürger hier beim Finale. Ja, Kevin van der Linde wirklich mit einem Sensationsstint, den er hier gefahren ist. Der Doppelstint von ihm vielleicht, 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 vielleicht. Der Weg, Ebner, die Türöffner zu seinem zweiten Gesamtsieg nach 2017. Seine Teamkollegen, Dries Vantor, Frederic Vervic, die waren hier ebenfalls schon siegreich im Gesamtklassement. Dem, dem diese Ehre noch fehlt, das ist Robin Freins. Und da sehen wir den komplett beschädigten Porsche. Auch da viel, viel Material zerstört. Und schade für die Mannschaft, so kurz vor Schluss so auszufallen. Natürlich ausgesprochen bitter. Man ist in die Saison gestartet mit zwei Fahrzeugen, hat das halbiert für dieses wichtige Rennen. Und dieses letzte Auto verunfallt etwa eine Stunde vor dem Rennende. Ja, das sind die Tramen, die wir auch in diesem Jahr häufig erlebt haben. Hier läuft es bis jetzt ohne Tramen ab. Da hat man eine tolle Strategie, insbesondere in dieser kritischen Phase, als wir noch nicht so richtig einschätzen konnten. Wie viel Regen kommt? Wie lange bleibt der Regen? Wann verzieht er sich? Was hat der Wind möglicherweise für eine Auswirkung im Hinblick auf die abtrocknende Fahrbahn? Viele, viele Fragezeichen, die man aber aufgrund auch der lokalen Kenntnisse sehr gut einschätzen konnte. Letzter Boxenstopp auch für den Klickenhaus. Und dort unten bei der Box, da steht Patrick Simon. Ja, es ist ja irgendwie dieser Publikumsliebling im Feld der Top-Autos. Auch wenn man nicht in der GT3, in der SB9-Klasse fährt, sondern in der SBX. Und die Mechaniker kommen doch mal raus. Insgesamt ist es wieder wahnsinnig voll geworden in der Boxengasse. Der Pilot bleibt sitzen und kriegt noch mal eine neue Trinkflasche. Es gibt noch mal vier neue Michelin Slicks. Da ist kein Cut drin, da ist kein Groove drin. Das geht jetzt einfach ganz normal noch mal raus. Und Jim Klickenhaus, der guckt so ein bisschen auf das Auto und beantwortet nebenbei noch ein paar. Jetzt will er selber filmen. Jim, final pitstop for the 706 car. Ja, wir sind sehr glücklich. Ich meine, weil wir den Software-Glitch, den wir hatten, die wir reprogrammen, die wir haben, nicht zu qualifizieren können, also wir haben angefangen, glaube ich, am 34. Wir waren immer noch am 7. Und wir waren wirklich gut, einige der schnellsten Lappen in der Rennung. Wir hatten einige sehr gute Sektor-Times. Aber wir haben uns verabschiedet, das heißt Rennung. Und wir mussten den Rehr-Diffuser verabschieden, das hat uns viel zurückgezogen. Aber wir mussten kämpfen, und ich denke, wir werden zumindest P-13 finishen, das ist nicht schlecht für eine kleine Firma. Top 15 finish, und jetzt ein bisschen schlafen, und dann gehen wir direkt nach Le Mans für zwei Wochen, für das nächste große große Spiel. Ja, das ist das, wir werden die kleine Firma Toyota und Renault verabschieden. Aber wir fühlen uns sehr gut, und der Nürburgring ist großartig, denn die Fans sind wunderbar, wir haben wirklich ihre Energie verabschiedet, und sie machen es für uns sehr spannend. Und dann ist das andere, was passiert, ist, dass die, ähm... Oh, warte, was passiert hier? ...there was some radio communication, das hat Jim Glickenhaus ganz kurz gestoppt... ...oh, all good. Ja, ja, they were just waiting to finish the fueling. Okay. But, the, um, the, um... other thing about it is, that we really learn how to make road cars here. You know, if we can make our alternators, our air conditioning systems, our suspension, our hubs hold up to the 24 hours of Nürburgring, wir können wirklich eine großartige Fahrradfahrer machen. Und es gibt viele Leute auf der Internet die sehr interessanten, oh, was ist die Ringtime? Ringtimes bedeutet nichts. Sie sind nicht certificiert. Jeder hat ihre eigene Idee, was es ist. Aber brennt ein Fahrrad, brennt 24 Stunden in den Nürburgring, brennt eine weltlegalte Version. Das ist etwas, was Porsche und Audi und BMW und wir machen. Und das ist wirklich fantastisch. Und es ist fantastisch, dass Sie das machen. Hoffentlich auch wieder für das nächste Jahr. Fantastisch, dass Sie hier haben. Und wir sehen uns in zwei Wochen. Rundenzeitenvergleich mal bei den beiden Autos, die das Rennen hier anführen. Döttinger Höhe. Gerade eben beim letzten Umlauf war an einem Christodule mit einer 8.17.209 unterwegs. Vorne an der Spitze Calvin van der Linde. Und der muss ja noch mal rein, Uwe. Der ist nur eine 8.24.0 gefahren. Also, mal gucken. Wir haben 41 Sekunden Unterschied. Da sehen wir den Dacia Logan. Auch das eine tapfere Leistung, dass die, die eigentlich ja nur permanent im Rückspiegel unterwegs sind, vorausschauend fahren. Ja, bei denen ist es eher rückwärts gucken und fahren. Wenn die ganzen schnellen GT3-Autos da angeballert kommen, eine echte Mutprobe. Sehen den KTM mit der 117 immer noch im Rennen. Da hat man sich durchgebissen. Reini Kofler auf dem Auto, mittlerweile mit der 24. KTM ja auch mit beeindruckenden Auftritten im Top 30 Qualifying. Aber auch in der Anfangsphase des Rennens, insbesondere mit Tim Heinemann am Steuer. Beim Blick auf die Stintlänge stellen wir fest, die ersten beiden müssen definitiv noch mal rein. Einmal wegen Fahrerwechsel im Falle der Startnummer 15. Und zwecks Nachtanken. Also, beide kommen sie noch mal rein. Die Frage ist, wer braucht wie lange, insbesondere natürlich zum Nachtanken. Also, tendenziell sage ich jetzt mal Vorteile für den Phoenix Audi. Aber wir haben es eben bei Stefan Wendel gehört, es wird spannend bleiben. Und diese Spannung, die werden wir natürlich jetzt über die nächsten 39 Minuten verfolgen. Es wird wahrscheinlich noch ein Weitchen dauern, weil erst dann, wenn beide in der Box waren, dann können wir sagen, jetzt haben wir eine klare Geschichte. Darauf läuft es heute hinaus. Dann haben wir es bereinigt. Der Blick in die Klassen. In der DCR-Klasse, die beiden Hyundai, die 830 und die 831 vorne. Und schauen wir mal. Im Moment auf der Vier der Schubert BMW. Und Thorsten Schubert, der ja dieses Motorsport-Traum-Wochenende am letzten Wochenende erlebt hat. Der steht bei Patrick Simon. Ja, die große Frage ist, Thorsten, wie viel Schnaps ist in diesem Kaffee drin, um das spannende Finale zu ertragen? Schnaps machen wir da nicht rein, aber Kaffee ist genug. Ein bisschen Aufregung muss immer sein. Und da hilft der Kaffee. Letzter Stopp, glaube ich, gerade absolviert. Boxenstopp vereinigt, wird das noch knapp um Platz 3? Ja, wir müssen noch 8 Sekunden aufholen. Wir haben jetzt noch mal so 3-4 Runden Zeit und da müssen wir ein bisschen Gas geben. Noch alles drin mit dem Podium? Ja, wir haben hier so viel schon erlebt am Dürburgring. Manche Sachen haben sich erst in der letzten Runde entschieden. Wir werden bis zum Ende kämpfen und werden hoffentlich vielleicht mal das Treppchen erreichen. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall noch ein Auge drauf haben. Wir drücken die Daumen. Thorsten Schubert, danke schön. Thorsten Schubert, das Auto mit der Stadtnummer 20, bewegt von Jesse Krohn. Ja, und wann kommt er rein? 38 Minuten haben wir noch. Calvin van der Linde auf zwei Autos genannt. Eins hat er verschrottet, und zwar das Fahrzeug mit der Nummer 5 im Bereich des Grand Prix-Kurses gestern. Das haben wir gesehen, aber da hat er vielleicht auch ein bisschen was rausgelernt. Denn das war ein Manöver, was nicht unbedingt notwendig war. Jetzt führt er hier das Rennen an. Weiß natürlich, dass er noch mal reinkommen muss. Seine beiden Teamkollegen, Ries Fantor und Frederik Vervisch, die Jungs aus Benelux, die haben hier auch schon den Gesamtsieg geholt. Und Robin Freinz, der vierte Mann auf dem Auto, noch nicht. Das wäre ja was. Hier die VT2-Kategorie mit dem Ergebnis im Moment. Und das ist der Blick von oben auf Calvin van der Linde, der ja total unzufrieden war. Nach dem Lausitzring-Wochenende gelebter Frust. Und jetzt hat er hier die Chance, ja, Geschichte zu schreiben. Denn Uwe, wenn man hier sich in die Gilde einreiht, derer, die mehr als ein 24-Stunden-Rennen Gesamtsieg hier in der Alfe geholt haben, dann ist er einer der ganz, ganz Großen. Ja, und Calvin van der Linde hat mit seinen Teamkollegen zusammen die beste Chance dafür. Das sieht ganz gut aus. Auch für Phoenix Racing, ganz hier in der Nähe, ja, in Wurfweite, zu Hause, am Ring, wäre das besonders. Denn dann wären sie das zweiterfolgreichste Team in der Geschichte des 24-Stunden-Rennens mit sechs Gesamtsiegen hinter Mantai Racing, die sieben auf dem Konto haben. Wann kommt der Phoenix Audi A8 rein? Er ist jetzt durchgefahren. Der Blick auf die Uhr zeigt uns, noch 36 Minuten sind zu fahren. Er darf die Maximalfahrzeit von zweieinhalb Stunden nicht überschreiten. Wir hatten eben so ungefähr zwei Stunden 43 Minuten auf der Uhr, als er eingestiegen ist. Das heißt also ungefähr eine Viertelstunde vor Rennende. Also ganz grob muss er die Boxengasse aufsuchen zum Fahrerwechsel. Das heißt, der Red Speed Mercedes muss vorher rein, der hätte noch eine Runde länger draußen bleiben können. Aber jetzt kommt die Entscheidung näher. Adam Christodoulou kommt rein nach sieben gefahrenen Runden, macht nochmal einen kurzen Splash und Dash und wird dann nochmal absolut attackieren, um alles rauszuholen, um das beste Ergebnis in der Geschichte der GetSpeed-Mannschaft nach Hause zu fahren. Letztes Jahr, bestes Mercedes-Ergebnis aus dem Hause GetSpeed, Platz drei. Jetzt sind sie auf der zweiten Position, mit der Chance auf ein wenig mehr. Ja, mit der Chance auf ein Doppelpodium sogar auf jeden Fall. Denn Maro Engel im Schwesterfahrzeug ist ja auch noch unterwegs. Der ist ja momentan Drittel mit den drei Minuten hier oben bei Startziel erwartet. Also Maro Engel ja auch am Lausitzring auf dem Podest. Klar, da kommen jetzt die Slicks drauf, da ist die Sonne, ist draußen nochmal ein bisschen Sprit. Und Adam Christodoulou bleibt definitiv im Auto sitzen. Ist ja ohnehin hier als Nordschleifenspezi bekannt. Und dann haben wir es gleich bereinigt, 34 Minuten vor dem Ablaufen der Uhr. So, alles festgezogen. Die Uhr unten tickt runter. Noch 30 Sekunden. Boxenstopp Nummer 20. Machen wir gleich bei 50 Liter. Die sind übrigens ganz schön teuer, der Rennsprit hier in der Eifel. Das hat aber nichts mit der Eifel zu tun, sondern das ist halt so im Moment, wenn man zum Tanken fährt, dass man da fast ein Einfamilienhaus kauft, wenn man den Tank voll macht. Calvin van der Linde führt das Rennen an. Ich bin mal gespannt, wann er reinkommt. 154 Runden haben wir zurückgelegt. Einen neuen Rekord werden wir heute nicht mehr erleben. Aber im Vergleich zum Vorjahr, wo wir das kürzeste 24 Stunden in der Geschichte hatten. 68 Liter. Das haben die natürlich genau ausgerechnet. Muss reichen. So, da ist er. Aber Achtung, ist natürlich jetzt ein größerer Rückstand. Die klatschen sich ab. Sie haben ihren Job gemacht. Und sie können jetzt nur darauf hoffen, dass Adam Christodoulou da irgendeinen Zaubertrick auspackt. Dass Adam Christodoulou vielleicht auch ein bisschen Glück hat, weil irgendwas bei Calvin van der Linde nicht so klappt. Denn der, Uwe, muss gleich noch reinkommen. Da muss alles perfekt funktionieren. Aber ein eingespieltes Team wie die Mannschaft rund um Ernst Moser, die haben das hunderte Mal, wenn nicht sogar tausende Mal geübt, live erlebt. Also, wir schauen natürlich mit Argus-Augen hin. Der Patrick wird sicherlich direkt zwei Zentimeter neben dem Fahrzeug stehen, um genau zu schauen, was da passiert. Aber man muss das Ganze jetzt natürlich noch mal ins Trockene bringen. Also, man wird attackieren. Die Attacke ist klar. Adam Christodoulou wird voll riskieren. Hier haben wir noch mal einen schönen Zweikampf auf der Döttinger Höhe mit dem Schwesterauto. Das ist die vier. Maro Engel. Maro Engel kämpft hier um die dritte Gesamtposition. Müssen schauen, wo bleibt denn der Schubert-BMW? Da haben Sie ja Torsten Schubert gehört. Da könnte noch was gehen. Und dahinter ist, glaube ich, der Uber-Porsche. Der ist allerdings eine Runde zurück. Das ist zwar optisch nett anzuschauen, aber da geht es jetzt nicht um direkten Kampfposition um Position. Ja, liegt auf der zwölften Position. So, Calvin van der Linde führt das Rennen an. Vor allem Christodoulou. Vor Maro Engel, den wir hier von oben filmen. Dann haben wir Jesse Krohn im Schubert-BMW. Der ist, ja, eine knappe Minute dahinter. Hinter Maro Engel. Dann haben wir Nico Müller auf der 5. Im Audi mit der 22. Raffaele Maciello. Der Mercedes mit der 12. Christopher Mies im Audi mit der 24. Ja, und auch der Audi mit Michele Beretta mit der 16 auf der 8. Position in den Top 10. Nico Bastian im Mercedes mit der Startnummer 6 auf der 9. Und der einzige Porsche in den Top 10. Patrick Pili im 33er-Falken-Auto. Ein Platz vor Jordan Pepper im Lamborghini aus dem Hause Kontrad. Da kommt der Schubert-BMW. Das Jubiläumsauto. Gucken mal auf die Zwischenzeiten. Ich muss euch leider enttäuschen. Da draußen auf den Campingplätzen, wer noch Getränke über hat. Ich kann leider nichts, was Purple eingefärbt ist, vermelden. Aber trotzdem. Einfach mal Purple für euch. Gönnt euch noch einen. Wird schon gehen. 31 Minuten haben wir noch. Und dann wissen wir Bescheid. Der Schubert-BMW ist aber langsam unterwegs. Ja, der geht nämlich jetzt nochmal in die Box. Aber auch schon in der Schikade war er relativ zurückhaltend unterwegs. Also da, glaube ich, werden wir keinen Angriff mehr erwarten können. Gibt es da nochmal Verschiebungen? Und dann ist Nico Müller vielleicht der Profiteur davon im Audi mit der 22. Hier die Arbeiten am Dacia. Ehemaliges Cup-Auto. Schöne Heckaufkleber. Dacia versus Golia. Das sagt alles aus. Dieser kleine Dacia gegen den Rest der Welt. Und wir geben runter zu Patrick. Ein Drama vorne links. Kommt der Rauch aus dem Rathaus raus. Man hat gar nicht irgendwie groß noch Anstalten gemacht, sondern man steht hier mit wirklich hängenden Köpfen betröppelt. Und sieht, wie das 20er Schubert-BMW-Auto in Rauch aufgeht. Die Träume, die Thorsten Schubert gerade noch ins Mikrofon hinein formuliert hat, dass das möglicherweise noch ein Podium geben könnte. Die zerplatzen gerade in dem Moment. Und dann müssen wir wissen, was passiert, Jesse? I don't know. The engine started cutting. Well, first there was smoke on the Grand Prix. A lot of it in the cabin. I could barely see. Then we started losing engine power. Then I think water leaked on my rear tire. Coming onto the Dresdinger Höhe. And I almost lost the car. So I don't know what failed. But yeah, I think we're done. Really bad luck. I'm really sad for the team because they worked really hard for the 24 hours. Once again brutal, the Nordschleife. Bad luck. Also wirklich hängende Köpfe. Hier ist man fassungslos. Und ja, man guckt da noch mal rein. Irgendein Problem im Kühler. Er hat es gesagt. Der Motor hat Cut-Off, also hat Drehzahl rausgenommen. Hat gar nicht hochdrehen dürfen. Und die Nordschleife, so brutal ist sie manchmal. Eine halbe Stunde vor Schluss. Man kämpft um das Podium. Ist das Ding der Platz. Der Traum ist erst mal geplatzt. Desaster für BMW. Also der beste BMW jetzt nach dem Ausfall des Schubert-Fahrzeugs ist die 78 auf der 22. Position. Mano, Mano, Mano. Und das zum 50. Jubiläum der BMW MGM. Tut mir echt ein bisschen leid für die Jungs. Weil großen Sport haben sie gezeigt. Schnell waren sie. Nur to finish first, first you have to finish. Alter Spruch. Muss ich jetzt gleich mal hier ins Phrasenschwein was schmeißen. Aber der stimmt irgendwie. Patrick, bitte. Thorsten, habt ihr gerade diskutiert, das Auto noch mal rauszuschicken? Nein, nein. Wir gehen jetzt kein Risiko ein. Irgendwas mit der Kühlung ist nicht in Ordnung. Das müssen wir sehen. Tut mir wirklich leid. Ja, wir haben mit dem Nürburgring eben noch eine Rechnung geöffnet. Schon so oft. Und das bleibt scheinbar. Wir waren, denke ich, mit dabei, konnten uns das Podium mitkämpfen. Ob es ganz der Sieg gereicht hätte, wenn die anderen jetzt keine Probleme mehr kriegt, glaube ich nicht. Da müssen wir uns auch ein bisschen mehr einfallen lassen. Man hat uns ja auch ein bisschen zurückgeschraubt, was die Leistung angeht. Weil wir von Anfang an die Zeit haben, was wir mit dem Auto machen könnten. Nun ist leider gar kein BMW im Ziel. Was mich natürlich persönlich ärgert. Weil ich hätte lieben gern wenigstens einen blau-weißen hier aufs Podium gestehen. Und ich glaube, viele BMW-Fans hätten euch das von Herzen gegönnt. Vielen Dank. Wir gehen unterdessen einfach mal drinnen und zweiter, weil die 15 mittlerweile drin ist. Der finale Stopp für das Auto, das in Führung liegt. Und das zum ersten Mal in Rennstunde Nummer 8. Und es ist so, dass Calvin van der Linde sitzen bleibt. Entgegen dem üblichen Prozedere, wo man sonst das Auto auf die Skates fährt, und das Auto auf die Skates fährt, und es ist so, dass das Auto jetzt schon in Fahrtrichtung. Calvin van der Linde, der hat die Hände schon am neuen Lenkrad des Audi A8 Evo. Das ist die zweite Stufe. Kann den Motor über das Lenkrad starten. Macht den Motor nochmal aus, weil natürlich noch Benzin reinläuft. Und der momentan erst bei 35 Liter ist. Man gibt ihm nochmal freie Sicht. Diese Abreißvisiere werden nochmal gezogen. Ja, die gibt es auch für die Windschutzscheibe. Geht der Motor, der Zehnzylinder jetzt erneut an. Und dann geht der Tankrüssel raus nach 45 Liter. Wir warten auf das Hochheben des Lollipops. Der Daumen geht nach oben, sodass Ernst Moser einmal abnickt. Und wir die letzten Meter des Boxenstopps von Audi sehen. Drei, zwei, eins, null. Und dann geht die Fahrt los. Möglicherweise die Fahrt zum nächsten Gesamtsieg für das Audi Sportteam Phoenix. Am Kommandostand, guckt man genau auf den Monitor, die Tribüne applaudiert. Die Mechaniker klatschen doch mal ab, weil das natürlich jetzt das letzte Mal war, dass sie das Auto gesehen haben. So hoffen sie hier in der Phoenix Box. Nach den Dramen um BMW und Porsche haben wir ein relativ eindeutiges Bild, was die Verteilung in den Top 8 anbetrifft. Und ausschließlich Audi und Mercedes Fahrzeuge sind dort anzutreffen. Diejenigen, auch das muss man absolut fair zugestehen, mit der niedrigsten Fehlerquote, die kämpfen hier um den Gesamtsieg und den Verfolgerplätzen. Ganz genau, Uwe. Niedrige Fehlerquote stimmt jetzt bei Calvin van der Linde nicht ganz. Er hat ja ein Auto letzte Nacht verschrottet. Aber gerade diese Autos hier, die Gatspeed-Autos im BWT-Design, die sehen blitzsauber aus. Da ist kein Gaffa-Tape zu sehen, da ist nichts Geklebtes. Also könnte ein historischer Tag werden mit zwei Autos auf dem Podest. Denn Maro Engel im Schwesterfahrzeug mit der Startnummer 4, der hat einen ganz guten Vorsprung vor Nico Müller. Und wenn wir das dann gleich bereinigt haben, dann wissen wir, ob es überhaupt noch eine Chance gibt für das Auto mit der Startnummer 3 gegen die 15. Raffaele Marciello kommt nochmal rein hier auf den letzten Metern. Mal eben nochmal ein bisschen Sprit abholen. Das Auto mit der Nummer 12 auf 7 notiert. Auch das ein kurzer Stop. Splash & Dash genannt. 25 Minuten vor Ablaufen der Uhr. Und dann ist die Reise. Zweimal rund um die Uhr. Geschichte. Dann ist Feierabend hier beim Jubiläumsrennen. Beim 50. ADAC. Total Energies. Und da kommt das Fahrzeug. Auch beschädigt vorne rechts. Und vielleicht kann ich euch ja nochmal beglücken, indem doch noch irgendeiner einen Sektor in Purple hinzaubert. Ich glaube es aber persönlich nicht. Denn jetzt heißt es, Uwe, 24 Minuten Risikominimierung. Bloß jetzt nichts mehr kaputt machen. Bei irgendeiner blöden Aktion, weil man zu viel will. Auf der anderen Seite Adam Christodoulou. Wenn da doch was gehen soll, dann muss er voller Attacke gehen. Wir erinnern uns in der Vergangenheit, als man den Sieger als erstes abgewunken hatte, gab es ja teilweise einen Rückstau. Einen Riesenrückstau von Start und Ziel bis zur Döttinger Höhe. Nämlich von den Kollegen, die keine weitere Runde mehr fahren wollten. Das ist theoretisch denkbar. Ich glaube aber, es reduziert sich. Wir haben eine so hohe Zuverlässigkeit, was die Technik anbetrifft, dass das nicht mehr so einen Rückstau gibt, wie noch vor 10, 15 Jahren, als es teilweise zu haarsträubenden Manöver gekommen ist. Als dann Einzelne noch kämpften, so um Klassensiege. Und hier quasi auf eine Wand zugefahren sind mit geparkten Autos. Also wir hoffen, dass das Ganze wirklich schnell auf der Piste und sauber geklärt wird. Habt ihr im Moment auch keine Bedenken, weil jeder ist jetzt in seinem eigentlichen Korridor unterwegs. Egal ob Sheldon van der Linde, ob Adam Christodoulou oder auch Kollege Engel. Das ist eigentlich im Moment fixiert. Und ja, auch Maximilian Götz, der weiß, der erfolgt, der ist zum Greifen nah und fiebert natürlich mit den letzten Meter mit Adam Christodoulou. Natürlich geht es um den Sieg, aber natürlich ist ein Podest hier beim 24-Stunden-Rennen in der Eifel schon mal was ganz Herausragendes. Und Adam Christodoulou, jetzt war er im langen Sektor 4, ein Tick schneller als der vor ihm fahrende Calvin van der Linde. Aber minimal, es wird bei dem Vorsprung für den Audi mit der Startnummer 15 bleiben. 22 Minuten, 46 Sekunden. Calvin van der Linde auf dem Weg, Geschichte zu schreiben mit seinen beiden Teamkollegen fürs Audi Sport Team Phoenix. Ernst Moser und seine Mannschaft wird total zufrieden sein. Es wäre, wie schon erwähnt, der sechste Gesamtsieg für die Mannschaft. Ries van der Frederik Vervic, die kennen das Gefühl, ganz oben zu stehen. Robin Freins dagegen wäre ein Neuling, was die Gesamtsiege angeht. Für Phoenix Racing wäre es die Durststrecke. Nach drei Jahren würde man wieder zurückkehren auf die Siegerstraße beim 24-Stunden-Rennen 1919. Waren es, wie gesagt, zum Teil die gleichen Herrschaften in Form von Frederik Vervic und Tris van Tor, die hier den Gesamtsieg feierten, damals mit Pierre Kaffer und Frank Stippler, die spielen an diesem Wochenende leider keine Rolle mehr um den Gesamtsieg. Adam Christodoulou, der fährt seinem ersten Erfolg nicht hinterher, aber der ist schon ein Weitchen her, nämlich 2016 konnte er mit Maro Engel, Manuel Metzger und Bernd Schneider hier für Plekfeld U7. Aber was für eine starke Teamleistung für das Team Get Speed, wenn Sie das Ding hier so nach Hause wuppen. Beide Autos aufs Podest zu bekommen, auch das ist etwas ganz Besonderes. Der Lambo ist nochmal reingekommen. Kurz vor Schluss liegt in den Top Ten. Offiziell noch auf Platz 10 in unserem Monitor. Wenn ich den Schubert BMW rausrechne, würde man den Sprung in die Top Ten schaffen. Und was ein Riesenerfolg fürs Team ist, unabhängig jetzt, ob Platz 9, 10 oder 11, die Zieleinkunft. Der Lambo schnell, aber leider nicht immer zuverlässig. Ja, und da sehen wir Ernst Moser in der Bildmitte, der Herr mit den grauen Haaren und der Brille. Team Phoenix vor einem großartigen Erfolg. Ja, und Uwe Kellenwim van der Linde, heute Morgen ja schon ein Doppelstint gefahren, als der Regen einsetzte. Da gab es auch durchaus knifflige Situationen. Jetzt auch wieder mit diesem langen Stint. Der ist also sein Geld auf jeden Fall mal wert. Kelvin van der Linde, der das Ding hier gut im Griff zu haben scheint. Die Gesprächspartner von Ernst Moser, den dürfen wir auch nicht unterschlagen. Dirk Theimann. Die beiden haben 1999 gemeinsame Sache gemacht, indem man Phoenix Racing hier in Meusbad aufgebaut hat. Und jetzt durchgestartet, erst mal in der STW und dann kamen die in Hexenstritte. DTM, GT und so weiter. Alles sehr, sehr erfolgreiche Projekte. Und diesen Projekten könnte heute ein weiterer Erfolg hinzugefügt werden. Kelvin van der Linde. Ja, wann fängt er an, den Audi rund um die Strecke zu tragen? Spätestens bei Stasi werden wir das letzte Mal hier einen Aufschluss, einen Fingerzeig bekommen. Aber das ist euch natürlich egal, den Fans da draußen. Vielleicht können wir mal schon mal stellvertretend für alle Mechaniker, für alle Sportwarte, alle, die hier oben arbeiten. Kleinen Applaus loswerden. Macht einfach mal Lärm. Es war ein supergeiles 24-Stunden-Rennen. Und ich denke, ihr seht das ganz genauso. Adam Custodullo. Die Uhr tickt drunter. 19 Minuten. Der Zweikampf. Mercedes gegen Audi in der grünen Hölle. Großartig. Nochmal Brünnchen da für den Gatsby Mercedes mit der Startnummer 3 für Adam Custodullo. Die sind so eine knappe Minute auseinander, wenn die Hochrechnung unseres Zeitnamemonitors stimmt. Heißt, Kelvin van der Linde kann Risikominimierung betreiben. Heißt, er muss nicht mehr Attacke gehen. Da ist er. Döttinger Höhe. Ja, und jetzt kann man schon anfangen zu rechnen. Wenn er hier bei Start und Ziel vorbeikommt, dann haben wir noch circa 18 Minuten verbleibender Rennstanz. Ganz grob. Zwei Runden a 8 Minuten 30. Wäre der Volltreffer. Das Ganze überfahrt um 16 Uhr und 3 Sekunden. Und dann hat man noch ein paar Liter kostbaren Kraftstoff. Aufgespart. Also so kann man taktieren, ohne dass man Gefahr läuft, dass die Gatsby-Mannschaft hier noch über sie herfällt. Ausbescheuern aus der Schikane. Wir schauen auf die Uhr. Wann überquert ihr hier die Ziellinie? Ich lege mich mal aus dem Fenster. Das sind jetzt noch zwei Runden, die wir erleben werden. Vorletzte Runde hier für die Phoenix-Mannschaft. Auf dem Weg zum Gesamtsieg 2022. Uhr tickt runter. 17 Minuten und 45 Sekunden. Kevin van der Linde nächsten Monat am 20.06. Da wird er 26. Ist ja eigentlich auch noch ein junger Bursche. Da denken ja viele immer, weil er schon so viel gewonnen hat. ADAC GT Masters hat er geholt. Zweimal sogar in seiner Karriere. 24-Stunden-Rennen hat er schon gewonnen. 2017 bei diesem Herzschlag-Finale. Und jetzt ist er dabei, sich in der Liste, in der Statistik-Liste weiter nach oben zu schreiben. Mit seinem zweiten Gesamtsieg bei diesem Klassiker in der Eifel, den sie alle gewinnen wollen. Und er ist gerade mit einer Rundenzeit unterwegs gewesen, die jetzt nochmal getopft wird. Da bin ich sicher. 8.42. Auch nochmal bei Adam Christodoulou. Doch viel Verkehr da draußen. Zeitnahme-Computer zeigt für Adam Christodoulou. 53 Sekunden Rückstand an. Dann Maru Engel auf der 3. Nico Müller direkt dahinter auf der 4. Im Audi mit der 22. Christopher Mies auf einmal mit der 24 auf 5. Michele Beretta im Audi mit der 16. Sechster. Dann die 12. Raffaele Marciello auf der 7. Nico Bastian, 8. Patrick Pelé auf 9. Der Schubert BMW wird immer noch auf 10 geführt. Aber das wird sich gleich korrigieren. Der steht längst in der Garage. Also 10. Jordan Pepper im Lamborghini aus dem Hause Konrad. Da kommt Maru Engel auf einem, ich sag jetzt mal, sicheren dritten Platz. Auch für ihn geht es dann logischerweise in die vorletzte Runde hinein. Wir schauen mal ganz grob, ob es noch Klassen gibt, wo um den Sieg gekämpft wird. Die Cup 2-Klasse war lange Zeit offen. Aber da hat man zwischenzeitlich bei den Porsche Cup-Fahrzeugen offensichtlich die Reihenfolge. Zugunsten der Startnummer 127 rund um Christopher Brück und seinen Teamkollegen, die da heißen, Moritz Kranz, Carsten Krämer und Alexej Veremenko. Die scheinen hier den Sieg nach Hause zu fahren. Obwohl, da kommt auch noch mal Maru Engel in die Box. Schauen wir mal, ob er das planmäßig ist. Und er ist Chancen für Nico Müller vielleicht noch. Da sehen wir nämlich diesen Kampf. Nico Müller, der ist in einer Minute 30 hier bei Startziel. Da könnte es nochmal einen Positionswechsel geben auf allerletzten Drücker. Das wäre ja dann auch nochmal großartig. Ich habe ihn vorhin noch getroffen. Da sagte er, ich muss mich beeilen. Wir haben noch was vor, trotz der Strafe, die sie da vorhin bekommen haben. Christopher Hase, Patrick Niederhauser, René Rast und Nico Müller auf dem Weg, das Gatsby-Doppelpodest zu verhindern. Die Uhr läuft auch bei Maru Engel. Zehn Sekunden muss er jetzt noch stehen bleiben. Und Nico Müller ist es auf der Döttinger Höhe. Aber das könnte dann nochmal einen richtigen Kampf geben. So, Achtung. Das Gatsby-Fahrzeug mit der Startnummer 4. Lässt sich viel Zeit. Ja, wird nochmal ein bisschen getankt. Feierabend. Wird da das Kommando gegeben. Jetzt wird er raus. Er ist relativ dicht an der Boxenauswand. Das ist der Vorteil in dem Fall für die Gatsby-Mannschaft. Maru Engel ist unterwegs, während Nico Müller jetzt erst in der Hohen Rhein-Schikane ist. Also der Maru Engel ist warm gefahren, die Slicks sind warm gefahren. Das muss er jetzt nach Hause transportieren. Auch wenn Nico Müller nochmal alles daran setzen wird, in den verbleibenden zwei Runden hier zu kompletieren. Also zwei Runden hat er noch Zeit. Es wurden keine Reifen gewechselt, aber auch nicht dieser Art gesehen, sondern wirklich nur nachgedankt. Ja, und die Luft ein bisschen verändert, den Luftdruck, Reifenluftdruck nochmal nach unten korrigiert. Da kommt Nico Müller, auch sein Auto hier vorne mit Panzertape zusammengehalten. Hier hinter dem Iron Force Cup Porsche. Unter anderem ja mit Jan-Erik Sloten und Timo Scheider besetzt. Auf jeden Fall mal ein Fahrzeug, was für gute Unterhaltung gesorgt hat. Und gibt es da noch die Möglichkeit für Nico Müller ranzufliegen an Maru Engel? Er war nicht in der Box. Er ist im Rhythmus. Vorne die Positionen scheinbezogen. 52,5 Sekunden. Der Vorsprung für Calvin van der Linde. Hier, da sehen wir Robin Freyns, Dries Fantor, Stefan Moser. Die ganzen Kollegen aus dem Hause Audi. Auch Riccardo Feller schaut da noch zu. Und es wäre ja ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Audi insgesamt bisher in der Geschichte des 24-Stunden-Rennens fünfmal Gesamtsieger. Das war ein weit hinter Porsche mit 13 Siegen und BMW mit 20 Siegen. Aber die beiden Hersteller, die räumen hier heute gar nichts ab. Anfahrt, Karussell. Calvin van der Linde nochmal hier über die Betonplatten. Und dann wird er, wenn er hier oben bei Startziel vorbeikommt, auf seine letzte Runde gehen. Das ist aber ja noch ein Stück. Bloß keinen Fehler machen. Van der Linde vor Adam Christodolo. Dann die Frage, wie sieht es aus im Kampf um Platz drei zwischen Maro Engel und Nico Müller. Die sich ja dann auch bald in Italien, in Imola, schon wieder treffen werden. Für die Fans zur Relativierung. Audis erster Gesamtsieg stammt aus dem Jahr 2012. Vorher haben Porsche und BMW schon reichlich abgesagt. Wenn wir jetzt nur die letzten zehn Jahre zurückschauen, da ist Audi die erfolgreichste Mannschaft hier bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring. Also, es gibt die unterschiedlichsten Statistiken. Einen wertvollen Sieg wollen Sie auf jeden Fall dieser Statistik heute beifügen. Die Mannschaft rund um Ernst Moser mit Calvin van der Linde, Thrice van Tor, Frederik Werwisch. Und erstmals als Gesamtsieger mutmaßlich. Wir müssen ja auch furchtig sein. Wir haben noch elf Minuten und zwanzig Sekunden, ja? Also, wie viel passieren kann. Es könnte ja zum Beispiel nochmal anfangen zu schütten, zu regnen. Irgendein Fehlerchen passieren. Beide Fahrzeuge im Bild. Adam Christodoulou rechts und aus dem Heli gefilmt Calvin van der Linde. Muss man sich mal vorstellen, Uwe. Der Stress für Calvin van der Linde auf beiden Autos genannt. Die fünf dann weggepfeffert in der Nacht. Dann heute Morgen in den Tag hinein dieser komplizierte Stint, den er da gefahren ist. Bei Mischbedingungen in der Nacht. Das war ebenfalls ein Doppelstint. Der dürfte mal definitiv schrankfertig sein. Der 25-jährige Südafrikaner. Noch 25-jährige Südafrikaner. Und nicht weniger aufregend das Wochenende für seinen Teamkollegen Tries van Tor. Erst kollidierte mit seinem Bruder Laurent bei 260 kmh auf der Döttinger Höhe. War sichtlich angefasst. Das haben wir gestern live mitbekommen. Wollte nicht mehr ins Auto steigen. Und hätte auf diese Art und Weise seinen persönlichen Sieg weggeworfen. Ja, definitiv ein Wechselbad der Gefühle für Tries van Tor. Im Übrigen, mit diesem Auto passiert das Aus des Grello. Viel diskutiert in der Szene. Zehn Minuten. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass wir da richtig kalkuliert haben. Wir lesen gerade, dass der Boxenstopp von Calvin van der Linde untersucht wird. Ja, was ist denn da los? Oh, oh, oh. Also erst gucken Sie da auf die Reifen. Nach 12 ist er jetzt gefahren. 8, 12, 8, 6, 3. Pitstop an der Investigation bei der 15. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, da sehen wir aber wirklich blankes Entsetzen. Bei den Audianern. Ja, so, aber Patrick Simon ist ja da unten unterwegs. Maximilian Götz, der will sich schon mal Podest fein machen. Und da wird diskutiert hier. Ernst Moser. Ja, da laufen jetzt die Drähte heiß. Denn so ein Signal ist ja natürlich immer eine Schrecksekunde. So kurz vor dem Ende. So, haben wir eben falsch gerechnet. Wann kommt denn hier der Gatspeed-Mercedes vorbei? Also rechenlich haben wir noch knapp 9 Minuten auf der Uhr. Jetzt kommt der Gatspeed-Mercedes. Ja, wir sind jetzt tatsächlich in der vorletzten Runde. Hatten wir eben gedacht. So sieht es aus. Ja, kommt drauf an, wie schnell sie fahren. Gucken wir mal. Dann haben sie mehr Zeit, um das Thema Pitstop zu bearbeiten und sich anzuschauen. Ja, ja, die lassen richtig fliegen. 8 Minuten 12 in der letzten Runde. Der Spitzenreiter, also von wegen gemütlich nach Hause schaukeln. Ja, das ist natürlich auch eine Triumphfahrt. 8 Minuten 11, immer noch die schnellste Rennrunde. 8 Minuten 11, 6, 3, 9. Gefahren vermutlich von Philipp Ellis, glaube ich, im Zwölfer Mercedes, der auf der 7 liegt. Ja, und bei Kevin Van der Linde, da stimmt er. Flo, Patrick, bitte. Ja, ich habe gerade mit Walter Hornung gesprochen. Der geht noch mal rein. Eigentlich schon mit Schwarzfalz kariert. Auf dem Weg nach draußen geweten. Wollte natürlich sich nicht das nehmen lassen, um entsprechend die 50. Ausgabe abzugeben. Aber wir haben es ja kommentiert, dass man den Motor gestartet hat, während der Tankvorgang noch am Laufen war. Und das ist etwas, was nicht zulässig ist. Jetzt geht man noch mal rein. Jetzt gibt es möglicherweise noch mal Diskussionen, aber es war klar zu erkennen, es war klar zu hören. Wir wissen es nicht auswendig, was es da für eine Strafe gibt. Für Walter Hornung wusste es auch nicht. Vielleicht gibt es auch noch mal eine ganz spannende Schlussphase. Ich weiß es nicht. Also, man, oh, man, oh, man, oh, man, oh, man. Das war wirklich deutlich zu hören. Das Auto war noch hoch. Und hier sehen wir es auch noch mal. Race Control. Start Nummer 15, Pitstop under investigation. Der Gesichtsausdruck von Stefan Moser da. Der ist komplett bedient. Und was wäre denn das für ein Ding, wenn da durch solch ein Fehler dieser 24-stündige Krimi entschieden wird? Das kann aber durchaus sein, weil dafür gibt es die Regeln, dafür sind die gemacht. Und wenn man dann das Auto, wenn der Tankrüssel noch drin ist, trotzdem schon startet, dann muss es normalerweise eine Strafe geben. Also noch einmal Riesendramatik. 6 Minuten und 50 Sekunden vor dem Ende. Denn der führende Audi mit der Startnummer 15 von Calvin van der Linde hat offenbar beim Boxenstopp das Auto zu früh gestartet und einen Fehler gemacht. Wir werden sehen, wie entschieden wird. Ich wünsche mir inständig, dass wir die Information haben, bevor das schwarz-weiß-Keräte-Tuch fällt. Weil es wäre mega, mega schade, wenn wir solch ein Jubiläumsrennen haben, einen Sieger feiern und morgen in der Zeitung lesen, es gibt ein neues Ergebnis. Es wäre dramatisch. Ja, ich gucke auch mit einem Auge nur noch hier auf den Infomonitor mit dem anderen auf Calvin van der Linde, der noch mal schnelle Sektoren fährt. Also definitiv wird er dann noch mal über den Strich kommen. Wir haben noch 6 Minuten. Und hier genießen wir jetzt erst mal noch mal die Fahrt. Mal schauen, wann die Nachrichten kommen. Da wird telefoniert. Maximilian Götz. Ja, der Gesichtsausdruck strahlt Zuversicht aus. Und hier noch mal mitten im Verkehr. Bloß kein Quatsch machen da, Calvin van der Linde. Aber was für eine Dramatik. Patrick wird das 50. 24-Stunden-Rennen durch eine Entscheidung der Rennleitung entschieden, weil es einen Fehler gegeben hat beim Team Phoenix. Möglich, Uwe, wäre das. Denn wir haben es klar gehört, das Auto war noch aufgewockt, der Tankrüssel war noch drin, als der Motor schon lief. Patrick ist auf jeden Fall schon mal in seiner persönlichen Pole-Position vor der Rennleitung, um schnellstmögliche Informationen abzugreifen, um dann für uns im Livestream die wichtige Botschaft zu kommunizieren. Weil, ja, wir zählen quasi die Sekunden runter 5 Minuten verbleibende Renndistanz, was dazu führt, dass wir noch eine weitere Runde erleben werden. Und der Patrick hat erste Informationen, ich glaube, von Michael Kramp. Ja, wir haben gerade mitbekommen, wie man diskutiert hat, Walter Hornung hat mit Michael Kramp noch mal gesprochen. Also, Tatsache ist, der Motor wurde gestartet, aber es gibt keine Standardstrafe für dieses Vergehen. Am Ende ist es kein Wettbewerbsvorteil, zumindest rein sportlich gesehen, weil man den Motor wieder ausgemacht hat und dann wieder gestartet hat. Die Vermutung, dass es irgendwo in Geldstrafe 1.000, 5.000 Euro gehen könnte, ist das, was hier momentan rumschwirrt. Wir glauben nicht, dass es dafür noch eine Zeitstrafe geben wird. Zumindest das die Einschätzung von Michael Kramp. Der kommt gerade noch mal angelaufen. Vielleicht kriegen wir dann auch ein Update. Nö, geht an mir vorbei. Guckt mich gar nicht an, aber er hat natürlich auch volles Programm. Zurück zu euch. Von dem wollen jetzt alle was wissen. Ist ja logisch. Also das fände ich persönlich auch die salomonigste Lösung. Können Sie eine Geldstrafe für aussprechen, weil es ist ja definitiv kein Vorteil. Dadurch entstanden für die Phoenix-Mannschaft, kein Vorteil für Calvin van der Linde. Knappe vier Minuten, noch mal ein bisschen durch den Verkehr. Und wenn man da jetzt dann diesen Vorsprung hat von 54 Sekunden, wenn man da jetzt vorne liegt, die Sonne ist auch noch mal rausgekommen. Wenn man alles gegeben hat, wenn man weiß, dass man hier Gesamtsieger werden kann und das zum zweiten Mal. Und jetzt schauen wir noch mal drauf. Ja, Auto läuft. Ich höre es ja. Nur, es bleibt klar, Vorteile hat man sich da nicht durch verschafft. Patrick stand ja auch direkt daneben. Hat das gesehen, hat das gehört. Da leuchtet noch mal was in grün auf, auf dem Infomonitor. Aber es betrifft nicht die Startnummer 15. Calvin van der Linde führt. Noch mal wirklich, wirklich nervliche Strapazen vom allerunangenehmsten. Stell dir vor, du bist Teamchef, stehst vor deinem sechsten Gesamtsieg als Team. Und dann leuchtet das da auf, dass dein letzter Boxenstopp untersucht wird. Tauschen möchte ich da im Moment mit Ernst Moser auch nicht. Schwalbenschwanz passiert. 2,36 noch. Und die Sektorenzeiten, die Calvin van der Linde da fährt, die sind schnell. Die sind verdammt schnell. Robin Freins rechts. Die Gatspeed-Mannschaft mit Maximilian Götz in der Mitte. Maro Engel immer noch auf der dritten Position. Nico Müller dahinter. Keine Chance für den Schweizer, ranzukommen an Maro Engel. Die drei fährt persönliche Sektoren Bestzeit. Nicht die allerbeste. Es tut mir leid für dich, Eddy und unsere Fans auf den Campingplätzen. Aber zumindest dir persönlich. Beste Zeit. Deshalb leuchtet hier nur die Farbe grün. Ja, da ist er oben rechts bei der Gatspeed-Mannschaft auch ein Hauch. Und das noch mal für euch. Ein Hauch von Purple zu sehen. So. Calvin van der Linde kommt. Ja, geht noch mal über den Strich. Und das ist dann eine Triumphfahrt. Also die 25,3 Kilometer, die gönnt er sich noch mal. Eine Minute 35 vor Ablauf der 24 Stunden geht Calvin van der Linde jetzt definitiv auf seine letzte Runde. Und es wird da über den Boxenstopp diskutiert. Also, ist auch klar. Ich tippe, dass Patrick Simon mal wieder recht hat, dass es eine Geldstrafe geben wird. Und wenn man dann hier Gesamtsieger wird, dann wird das auch die Phoenix-Mannschaft verschmerzen können. Dann machen sie eine Kollekte, sammeln ein bisschen und dann wird das Ding bezahlt und gut ist. Trotzdem, die Anspannung ist spürbar. Unsere Wünsche haben wir platziert, auch aus sportlicher Sicht. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt für die eine Mannschaft mehr hatten als für die andere. Ganz im Gegenteil. Wir wünschen uns hier sportliche Ergebnisse. Und daher gehe ich mal davon aus, dass hier auch die Sportsfreunde im gegnerischen Lager das genauso sehen. Dass man sagt, das ist eine Geschichte, wo es nicht wert ist, auf dem grünen Tisch gegen zu klagen. Weil das Rennen ist dann vorbei. 8.12.075 noch einmal für Adam Quistedolo. 8.12.288 davor von Calvin van der Linde. Also nochmal zwei richtig flotte Runden. Das sieht so aus, als wenn die richtig Bock haben, als wenn die richtig Spaß haben. Und unten an der Boxenmauer. Und ich hoffe auch bei euch auf den Tribünen in der AMG-Arena, überall hier am Ring, feiert ihr dann jetzt gleich die Helden. Könnt ihr ruhig schon mal mit anfangen, wenn das normal läuft, dann lässt sich Calvin van der Linde das hier nicht mehr nehmen. Starke Performance von ihm. Müssen wir nochmal loben. Calvin van der Linde. Dieser Stint in der Nacht, den er da gefahren ist. Wie er das gemacht hat. Bei schwierigsten Bedingungen. Das ist aller Ehren wert. Und das, obwohl er ja diese Schrecksekunde hatte. Der Südafrikaner, der am letzten Wochenende in der Lausitz ja so unzufrieden war mit seiner Performance, ist hier dabei, Geschichte zu schreiben. Denn wenn man einer von denen ist, die zwei Gesamtsiegel geholt haben, und vor allen Dingen, wie er das gemacht hat, Uwe, das ist bären, bären stark gewesen. Sowohl heute Morgen in den Tag hinein, aus der Nacht heraus, als auch jetzt am Ende hier mit diesem Finals-Stint. Calvin van der Linde ist einer der ganz großen hier auf der Nürburgring-Nordschleife. Wenn er jetzt keinen Fehler mehr macht. Das demonstriert er mit einem richtig flotten Ritt über die Nordschleife. Da ist nichts mit Winken bei den Fans, sondern da geht es wirklich noch mal darum, zu zeigen, welche Performance in dem Audi R8 steckt. Und er ist da möglicherweise so schnell unterwegs, dass wir vielleicht doch noch mal die eine oder andere Farbe ausrufen können. Weil wir sehen, der räubert über die Curbs. Das, was man nicht braucht, wenn man einen Riesenvorsprung hat, sondern er will einfach zeigen, ja, da liegen die Nerven sichtlich bei vielen Beteiligten blank. Obwohl wir schon vorher durchgeatmet haben, aber diese eine kurze Meldung von der Rennleitung sorgt natürlich für Irritation. Sechste Sieg für Nick Racing. Calvin van der Linde ist auf dem Weg, hier wirklich etwas ganz Großes zu schaffen. Und das, obwohl er diesen Unfall mit dem Auto, mit der Startnummer 5 hatte. Aber wie er dann geantwortet hat, das ist großes Kino. War ja fix und foxy nach seinem Doppelstint in den frühen Morgenstunden. Und jetzt dann zum Ende hin noch einmal so eine perfekte Fahrt von Calvin van der Linde. Wow, das ist wirklich großartig. Das ist grandios. Der zweifache Sieger der ADAC GT Masters wird hier zum zweiten Mal mit seinen Teamkollegen die 24 Stunden in der Eifel und das in der 50. Ausgabe gewinnen. Die Uhr ist abgelaufen in diesem Moment. Und jetzt warten wir auf den, der hier dann bald kommen muss. In, ja, was kommen wir? Vier Minuten und 30 Sekunden wird Calvin van der Linde hier bei Startziel erwartet. Und dann fertig machen zum Jubeln. Und da will ich euch alle hören. Dann will ich, dass hier nochmal richtig Rabatz ist in der Eifel für diese grandiose Leistung. Sie jagen sich um den Parcours. Acht Minuten zwölf. Christo Dolo mit acht zwölf. Null sieben. Van der Linde acht zwölf. Achtundzwanzig. Die schenken sich nichts, als wäre das hier ein Sprintrennen. Und das, wie gesagt, nach Ablauf der 24 Stunden räubern die noch hier über die 25,3 Kilometer lange Rennstrecke, als gäbe es kein Morgen. Das ist auf jeden Fall ein Riesenapplauswert gleich, wenn Sie vorbeikommen. Und eins steht jetzt schon fest, unabhängig davon in welcher Reihenfolge. Es wird das größte Erfolg der Get-Speed-Mannschaft in der noch jungen Geschichte. Nach Platz drei im letzten Jahr werden Sie aller Voraussichtigkeit zwei Autos auf dem Podium hier platzieren können. Und welches Auto ganz oben steht, das ist halt unsere große Unbekannte, trotz der souveränen Fahrt in der Schlussphase von Calvin van der Linde. Phoenix Racing, Calvin van der Linde. Ja, da kommt er jetzt noch einmal an und da geht es noch mal Richtung Caracciola-Caroussell. 8,12,2 ist er gefahren. Adam Christodolo, 8,12,0. Das finde ich klasse. Die beiden haben offenbar noch mal richtig Lust auf die Nordschleife. Lass uns noch mal richtig fliegen. Sind da fast in dem Bereich der schnellsten Rennrunde an diesem Wochenende bei der 50. Jubiläumsausgabe. Und da sieht man mal, wie motiviert die sind. Das sieht man auch schon, wie Calvin van der Linde da jeden Millimeter der Strecke noch mal ausnutzt. Er liebt diese Strecke. Und hier, da ist es dann langsam soweit. Audi Sport Team Phoenix fährt sich machen zum Jubel. Der Sieg beim 50. 24-Stunden-Rennen wird wohl hier in der Eifel bleiben. In Moisbad, Calvin van der Linde in beeindruckender, in bestechender Form. Es ist nicht mehr weit. Knappe zwei Minuten und dann taucht er hier oben auf. Und dann will ich euch wirklich alle hören für den 25-jährigen Südafrikaner. Bedanken tun wir uns auch bei insgesamt 125.000 Live-Zuschauern gerade in unserem Stream hier. Also scheint euch zu gefallen. Und da kommt er zum zweiten Mal in seiner Karriere hier die 24 Stunden zu gewinnen. Pflanzgarten noch mal. Und das beim Jubiläum zur 50. Edition der ADAC Total Edition. Energies 24 Stunden. Die letzten drei Kilometer laufen. Noch mal ein letztes Mal durch den Streckenabschnitt. Schwalbenschwarz. Der schnelle Linksknick. Noch mal in dieses kleine Karussell. Und auch diesmal wird er das Auto nicht schonen, wird nicht oben entlangfahren, wie man das gerne macht, um sein Auto ins Ziel zu tragen. Da vorne schon eine Kolonne von denjenigen, die die Zielflagge entgegensehen. Da ist auch der Lambo dabei. Die Startnummer 7. Da wird man sich freuen bei der Truppe rund um Franz Konrad. Da biegt Calvin van der Linde auf die Döttinger Höhe, um dann in wenigen Augenblicken in etwa eine Minute die Start- und Zielgerade zu erreichen. Die Start- und Zielgerade zu erinnern. Das ist ein sehr guter Kumpel. 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 Für alle beide. Da kommt er ran. Und jetzt macht mal ordentlich Lärm. Rock am Ring ist erst nächste Woche hier in der Eifel. Da kommt er. Da kommt der Sieger des 50. 24-Stunden-Rennens. Die Eifel tobt. Für Calvin van der Linde, für die Phoenix-Mannschaft, für Dries van Tor, für Frederik Vervisch und für Robin Freynds Gratulation. Warten wir noch auf Adam Christodolo. Schwarz-weiß karierte Tuch ist draußen. Und Uwe, Gewinner sind wir alle. 230.000 Zuschauer hier an der Strecke. Danke noch einmal an euch. Ein großartiges Publikum. Und ich glaube, keiner von euch hat das Kommen bereut. Es war ein Motorsportfest. Und jetzt ist dann auch gleich das Doppelpodium perfekt. für Team Gatspeed. Wo kommt er? Adam Christodolo, Walter Hornung winkt. Und dann ist es soweit. Platz zwei. Da ist er. Auch das eine ganz starke Leistung. Der Gatspeed-Mercedes mit der Startnummer drei. Und vor allen Dingen, da kommt ja jetzt noch einer in Pink. Genau, Riesenjubel. Adam Christodolo siegt das. Das ist das zweite Mal hier, ganz weit oben auf dem Podium. Auf Platz zwei. Maximilian Götz kennt das auch. Und der junge Fabian Schiller feiert den größten Erfolg seiner Motorsportgeschichte mit diesem Podiumsplatzierung. Während wir natürlich auch auf das Schwesterauto warten. Das dauert noch ein paar Umgekehr. Aber der wird gleich kommen. Die Startnummer vier mit Maro Engel, Jules Gunant und Daniel Yucardelli. Und die Südafrikaner, die feiern sich hier markenübergreifend. Schön zu sehen hier in der Auslaufrunde mit Calvin van der Linde im Audi und sein alter Spezi Jordan Pepper im Lamborghini. Da kannst du mal versichert sein, dass die sich per Handzeichen da schön gegenseitig abfeiern. Und guck mal in das Gesicht von Robin Freins. Für ihn ist es ja das erste Mal für Phoenix Racing. Ernst Moser das sechste Mal zweiterfolgreichstes Team in der Geschichte des 24-Stunden-Renns hier in der Eifel. Ja, und um eine ordentliche Party zu feiern, haben sie es nicht weit. Das ist einmal hier die Bundesstraße runter. Und da können sie rechts abbiegen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da heute Abend so ein bisschen die Kuh fliegen wird. Bei Phoenix Racing in Meuspat. Alles andere würde mich schwerstens überraschen. Und das ist das Siegerauto der Audi mit der Startnummer 15. Gratulation noch einmal an alle vier. An Robin Freins zum ersten Mal Gesamtsieger. An Frederic Vervischt, Ries van der Linde und Calvin van der Linde. Alle drei zum zweiten Mal ganz oben auf dem Podest. Beim 24-Stunden-Klassiker hier in der Eifel. Da haben wir den jungen Fabian Cella bei seinem größten Motorsport-Erfolg. Seiner noch recht jungen Karriere. Auch der Dacia hat die Zielflagge gesehen. Zwar nicht als Sieger, aber jeder, der jetzt hier über die Ziele gefährt, fühlt sich als Sieger. Und hat genau euren Applaus verdient, liebe Fans. 24-Stunden-Marathon mit allen möglichen, auch Wetter-Capriolen hier in der Eifel. Und ja, die erfolgreichsten Piloten, die werden wir euch natürlich nachher präsentieren. Und dann werden wir natürlich noch mal auch die Stimmen einfangen. Im Moment liegt sich alles in den Armen und freut sich natürlich über die Folge. Ja, die anderen Konkurrenten kommen jetzt peu à peu Medizini. Es hat keine Veränderung mehr gegeben in den Klassenreihenfolgen. Auch das älteste Auto im Starterfeld, der VW Golf GTI, sieht die Zielflagge und darf sich freuen. Also auch hier gibt es den verdienten Applaus. Auch Aston Martin über die Ziele und die Dritten in der Gesamtreihenfolge. Jetzt auf den letzten Metern hier Richtung Start und Ziel. Unter der Bewerbung Mercedes-AMG Team Gatsbyt. Kommt hier die Startnummer 4 mit Maro Engel, Jules Gönant, Daniel Jukadella. Ja, die Taktik von Gatsbyt auf jeweils drei Fahrer zu setzen, hat sich bei beiden Autos ausgezahlt. Auch Maro Engel, er ist ja nicht das erste Mal hier oben auf dem Podest beim 24-Stunden-Rennen. Wird da zufrieden sein, sammelt Podestplätzchen im Moment. Ja, in Masse, letzte Woche in der Lausitz. Er ja mittlerweile einer der Routiniers mit 35 Jahren, der in Monte Carlo mit der Familie Rosberg großgewordene Maro Engel auch ein absoluter Nordschleifenspezialist. Das hat er auch bei diesem Rennen hier wieder gezeigt. Ja, und jetzt sammeln sie sich da. Da sehen wir die und das ist der Blick rein ins Auto vom Gesamtsieger zum zweiten Mal in seiner Karriere. Und jetzt fährt er das Ding hier nach Hause, Calvin van der Linde. Ja, besonderer Tag für Ernst Moser. Das ist ungefähr so, als wenn man im Wohnzimmer gewinnt für Ernst Moser und seine Phönix-Mannschaft. Sieht man auch, geht ihm ganz schön nah. Winke, winke. Ja, der Gruß an euch von Calvin van der Linde, denn alle haben das hier geliebt an diesem Wochenende mit diesem fantastischen Publikum, mit diesen Emotionen. Großer, großer Spott. Und da ist die Trophäe. Guck mal, hat gerade mal angehalten. Und da gibt es jetzt erstmal den Dachtest, den Ultimativen. Ich weiß nicht genau, was die so wiegen, die Burschen. Aber einfach nur geil. Einfach nur eine klasse, dummer. Robin Feinz. Ries van Tor. Frederik Wewisch. Und in der Mitte, noch mit Helm der Schlussfahrer, Calvin van der Linde, gewinnen die 50. Ausgabe des 24-Stunden-Klassikers hier in der Eifel. Uwe, Gänsehaut-Feeling. Und ja, ein wunderschönes Finale eines Jubiläumsrennens. 50 Jahre HDAC, Total Energies, 24-Stunden-Rennen. So heißt diese offizielle Auflage. Ein Jubiläumsrennen, was alles geboten hat, was sich das Motorsportherz, das Fanherz erwünscht. Und passend auch dazu jetzt Sonnenschein, tolle Stimmung unten im Park Vermeer. Also ich glaube, wir können heute Abend zufrieden eine Kaltschale vernichten. Da bin ich mir sicher, dass das passieren wird. Auch beim Team Getsbeats. Ja, wirklich. Kann man nicht genug loben. Die Leistung von Calvin van der Linde, die da quasi als Finalisierung dessen, was ihm seine Teamkollegen mit auf den Weg gegeben haben, am Ende nochmal ausgepackt hat. Das hat gepasst. Da war kein Fehler dabei. Das war alles perfekt. Und diese kurze Schrecksekunde. Motor an, Motor aus. Naja, wie gesagt, wird vermutlich eine kleine Geldstrafe geben. Aber letztendlich mehr nicht. Da fällt da einem seiner besten Kumpels, Leon Wippersteg, um den Hals. Der ja wiederum keinen ganz so guten Tag hatte. Renningenieur beim Auto mit der Startnummer 55. Die Südafrikaner sind Familienmenschen. Die wissen schon, wer ihre Buddys sind. Ja, und für mich auch eine der Szenen des Wochenendes, dass Jordan Pepper da abgewartet hat, dass sein guter Kumpel Calvin in seiner Begleitung mit dem Konrad Lambo über den Zielstrich fahren kann. Toll, ne? Patrick, du hast einen der Männer des Tages, bitte. Ja, Fabian Schiller. Ich meine, der größte Erfolg deiner Karriere haben die Jungs rumgesagt. Es fühlt sich schon richtig gut an, auf dem Podium zu enden bei einem 24-Stunden-Rennen bei so einem Kracher. Ja, das auf jeden Fall. Speziell dieses Jahr so viele Fans hier, die Fans um die Strecke, Lagerfeuer, Barbecue und so weiter und so fort. War ein geiles Rennen. Und P2 auf dem Podium ist natürlich schön, aber wie wir alle wissen, hier zählt nur der große Sieg. Der große Sieg in greifbare Reichweite gewesen. Hart gefeiert am Ende. Audi hat den Pod geholt. Ja, wir kommen zurück nächstes Jahr. Da drücken wir ganz fest die Daumen. Zurück zu dir nach oben. Oder wir warten, da wir schon den Nächsten bekommen können. Dries Vanthor vielleicht kurz mit einem Schritt zu uns. Genau, Dries, Glückwunsch zum zweiten Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen. Wie fühlt sich das an? Komisch. Ja, wenn das Rennen so angefangen war mit meinem Bruder, war es natürlich ein Plan, um einen Doppel-Sinn zu fahren. Ich habe einen Enkel-Sinn zu fahren. Ja, ich war da durch. Und das Rennen zu gewinnen, das Rennen war für uns. Ich meine, was da passiert war, ist natürlich immer scheiße. Aber darum, dass wir das Rennen zusammen gewonnen haben dieses Mal. Ja, das ist ein ganz besonderer Moment. Wir merken auch, wie dir das nahe geht, mit deinem Bruder dieses intensive Duell geführt zu haben. Dennoch, am Ende hat man, glaube ich, einen Top-Job gemacht bei dem Team von Phoenix von Ernst Moser. Ja, super Job. Alle Teamkollegen, Ingenieur, alle Leute von Audi, der Wetterleute. Das war nicht einfach, mein Sinn. Auch Kelvin sind nicht am Ende mit dem Wetter. Aber jeder hat einen super Job gemacht. Und ja, so sind wir das Rennen zu Ende gefahren. Glückwunsch zum Sieg. Jules Gounault ist einer der Ersten, der gratuliert, als er gerade hier ins Park für mich hineinkommt. Jules, finally, congratulation, finish on the podium at the 24th race at the Nürburgring. Ja, amazing. Even though we feel a little disappointed, we were really unlucky with the Cod 66 the whole time. but that's the race. Well done to Phoenix, to Ernst, for how many victories now? Six. Six. Well, we're gonna have to catch up later, but congrats and thanks to AMG. It's a fantastic result for us to finish second and third. So congrats to everyone in AMG. Ja, dann gratulieren wir doch mal, Ernst Moser, zum sechsten Gesamtsieg. Und vielen Dank, Jules Gounault. Ernst, großes, großes Kompliment. Glückwunsch. Am Ende ein verdienter Sieg, oder? Ja, ich denke schon. Wir waren relativ lange vorne und haben wenig Fehler gemacht. Und deshalb haben wir auch gewonnen. Ja, so einfach kann man das ganz nüchtern schwäbisch analysieren. Wobei, ich sag mal, wir haben es gerade schon formuliert, Mäuspater-Stadtmeisterschaft, oder? Ja, in den Mäuspater gewinnt man oft hier oben. Das stimmt. Das ist ein gutes Pflaster, um beim 24er ganz oben auf dem Podium zu stehen. Glückwunsch dazu. Vielleicht kriegen wir noch den Robin Freins kurz zu uns rüber. Weil der hat natürlich das Gefühl, das zum allerersten Mal erlebt zu haben. Vielleicht schaffen wir es ein paar Worte auf Deutsch, Robin. Wie fühlt sich das an zum ersten Mal beim 24er ganz oben?